Blinde Rache von Leo Baun Es liest Sabina Godetz Seine beiden Bodyguards saßen schon seit einiger Zeit im Auto vor dem Haus. Und von der hübschen Dunkelhaarigen war nur noch ein Hauch ihres schweren Parfums übrig geblieben. Zwei Stunden hatte er sich mit ihr vergnügt, dann hatte er sie wieder gehen lassen. Nicht ohne ihr ein großzügiges Bündel Scheine in die Hand gedrückt zu haben. Warum auch nicht? Sie gefiel ihm immer noch. Selbst nach mehreren Monaten wurde er ihr keineswegs überdrüssig. Nun war er allein. Ivo Karewitsch genoss es, am Ende des Tages nichts als den seidenen Hausmantel zu tragen, den er sich in Moskau besorgt hatte, und barfuß über die neuen tiefen Teppiche in diesem erst vor kurzem angeschafften Haus zu gehen. Ein goldener Käfig, den er sich mit Bedacht errichtet hatte. Ein Ort des Rückzugs, den niemand betreten durfte, außer seiner Leibgarde. Seinen Ängsten vertrauten und den Frauen, die er sich gönnte. Die Ruhe, die Sicherheit. Hier konnte Karewitsch sich fallen lassen. Für eine ganze Nacht. Oder nur für ein paar Stunden. Kraft schöpfen. Sich entspannen. Ein Geräusch ließ ihn aufsehen. Er starrte in das riesige Wohnzimmer, in dem Glas, dunkles Leder und blitzendes Chrom dominierten. Nein, da war nichts. Er musste sich getäuscht haben. Langsam erhob er sich aus dem Sessel, um sich an der Bar einen Whisky einzuschenken. Es lief bestens. Er hatte ein wichtiges Geschäft auf den Weg gebracht, das ihm eine enorme Menge Geld einbringen würde. Ja, es lief hervorragend. Wieder. Ein Geräusch. Was war das? Karewitsch stellte den Whisky auf dem Glastisch ab. Mit einem Mal, vollkommen konzentriert, bewegte er sich lautlos über den Teppich und blickte den langen Flur hinab, der zu seinem Schlafzimmer führte. Alles still. Ein Stück weit folgte er dem Gang. Vorbei an einer Tür, hinter der sich ein begehbarer Kleiderschrank verbarg. Dann hielt er inne. Immer noch. Totenstille. Was ist los mit dir? Fragte er sich stumm. Wirst du alt? Er drehte sich um und nahm wieder Kurs aufs Wohnzimmer. Mit den Gedanken war er bei dem morgigen Treffen, als die Tür zu dem Schrank aufsprang. Noch ehe er wusste, was geschah, spürte er einen Schmerz im Arm. Eine jähe Hitze durchfuhr ihn. Jede Faser seines Körpers, rasend schnell. Er fühlte ein Brennen. Alles in ihm loderte. Dann wurde es schwarz um ihn. Als er die Augen aufschlug, glomm noch immer die Hitze unter seiner Haut. Hatte jedoch nachgelassen. Er blinzelte und brauchte einige Zeit, um sich zurechtzufinden. Er befand sich wieder im Wohnzimmer. Der Seidenmantel war verschwunden. Karewitsch war jetzt nackt. Beuchlings hatte man ihn auf einen der Ledersessel verfrachtet. Seine Arme umschlossen die Rückenlehne, auf der sein Kinn ruhte. Die Handgelenke waren gefesselt. Mit einem Kabel, wie er feststellen konnte, als er mühsam über die Lehne hinweg nach unten spähte. Sein Mund war geknebelt. Um seine Hüfte und die Sessellehne spannte sich eine Kette, die ihm kalt in die Haut schnitt. Der linke Oberarm tat weh. Man hatte ihn, allem Anschein nach, mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt. Karewitsch schnaufte. Ganz langsam stieg Wut in ihm auf. Eine gewaltige Wut. Wer war derart dreist, ihm das anzutun? Er drehte den Kopf nach links. Niemand da. Dann nach rechts. Zwei Augen starrten ihn an. Zwei Augen, die ihn schon einmal betrachtet hatten. Er erinnerte sich sofort. In den Augen schimmerte eine Kälte, die ihn im Innersten traf. Viele Menschen hatte er in seine Gewalt gebracht. Sehr viele. Das hatte ihn ihr jämmerliches Winseln angewidert, ihre Feigheit, ihr Zittern. Und immer war ihm klar gewesen, dass ein solches Ende auch auf ihn warten konnte. Nie hatte er Furcht verspürt. Jetzt allerdings kroch sie durch seine Eingeweide, schwamm in seinem Blut. Nackte Angst. Todesangst. Die beiden kalten Augen behielten ihn unentwegt im Blick. Hilflos erfasste er einen Totschläger, der lässig von einer Hand gehalten wurde. Er schloss die Augen. Sie werden sterben, drang eine Stimme leise zu ihm. Aber wie haben sie es einmal so schön ausgedrückt? Der Tod ist etwas Außergewöhnliches. Man erlebt ihn nur ein einziges Mal. Und deshalb sollte man ihn sehr lange genießen dürfen. In Momenten wie diesen mochte sie Frankfurt am meisten, wenn die Nacht erstarb und der Morgen langsam und fahl heraufzog. Sie stand auf der Fußgängerbrücke, die Eiserner Steg genannt wurde. Das Licht der Bankentürme spiegelte sich im noch dunklen Wasser des Mainz. Ein herbstlicher Wind rauschte heran und ließ sie frösteln. Das war Frankfurt. Ihr Frankfurt. Rau, schroff, herausfordernd. Und jetzt war sie wieder hier. Mara Bilinski hatte seit einiger Zeit dafür gekämpft, von Düsseldorf zurück in ihre Heimatstadt versetzt zu werden. Und nun war sie fest entschlossen, auch etwas daraus zu machen. Heute würde Mara ihren Dienst beginnen. Ihr erster Tag an der alten und zugleich neuen Wirkungsstätte. Die meisten Menschen hätten wahrscheinlich darauf geachtet, so viel Schlaf wie nur möglich zu finden, um bestens ausgeruht zu sein. Aber Mara war nie wie die meisten gewesen. Sie brauchte nicht viel Schlaf. Ganz und gar nicht. Sie war versessen darauf, wach zu sein. Versessen darauf, endlich anfangen zu können. Hier, in ihrer Stadt. Pünktlich erschien sie im Präsidium, in diesem riesenhaften, sechsgeschossigen Gebäudekomplex, der im trüben Licht des Morgens, umgeben von Nebel, wie eine Kriegsfestung wirkte. Kaum etwas hatte sich verändert. Es roch sogar noch so, wie Mara es in Erinnerung hatte. Nach Putzmitteln, nach dem abgewetzten Kunststoffboden, nach harter Polizeiarbeit und schlechtem Kaffee, nach Routine, nach jäh ausbrechenden Stresssituationen, nach Schwerverbrechen, nach dem Schweiß von Menschen, die hier an einem entscheidenden Punkt ihres Lebens angelangt waren. Das war genau der Ort, an den sie ihrer Meinung nach gehörte. Das übliche Alltagsdurcheinander nahm langsam Gestalt an. Zivile wie auch uniformierte Beamte passierten Mara, dampfende Becher in der Hand, vertieft in Gespräche. Telefone klingelten, Türen fielen ins Schloss. Blicke blieben an ihr hängen. Sie erkannte verschiedene Leute wieder, aber auch Fremde musterten sie eingehend. Mit Sicherheit hatte sich herumgesprochen, dass eine frühere Kollegin die offene Stelle in der Mordkommission besetzen würde. Und auch, um wen genau es sich dabei handelte. Mara hatte sich hier während ihrer ersten Jahre als Kriminalpolizistin nicht gerade viele Freunde gemacht. Sie bog in den nächsten Gang und betrat ein Großraumbüro, in dem sechs Schreibtische paarweise einander gegenüber angeordnet waren. Nur an einem davon saß jemand. Ein Beamter in ihrem Alter. Um die dreißig. Sie spürte, wie sein Blick an ihr heraufwanderte. Von den schwarzen Doc Martens Schnürstiefeln, über die knallenge schwarze Jeans und die schwarze, etwas zu große Motorradlederjacke bis hin zu den glatten, tiefschwarz gefärbten Haaren, die ihr auf die Schultern fielen. Äh, guten Morgen, sagte der Mann. Kann ich Ihnen helfen? Das Gegenteil ist der Fall. Ich soll euch helfen. Ach, entfuhr es ihm verblüfft, während er ihre Piercings an Oberlippe und Braue begutachtete. Sie sind die neue Kollegin? Erst jetzt musterte Mara ihn eingehender. Er trug teure, blitzsauberer Halbschuhe, eine graue Stoffhose und einen V-Pullover in einem scheußlichen Fliederfarbton. Rundes Gesicht, schütterwerdendes blondes Haar, mittelgroße, schlanke Gestalt. Er erweckte nicht gerade den Eindruck, ein Teufelskerl zu sein. Mara streckte ihm die Hand hin. Mara Bilinski. Äh, Jan Rosen. Ganz kurz senkte er verlegen die Lieder, als ihn ihre von schwarzem Kajal umrahmten Augen erfassten. Dann deutete er auf den Platz gegenüber seinem eigenen. Das ist ihrer. Okay. Sie legte ihre beutelförmige schwarze Lidertasche auf dem Schreibtisch ab und schob auch ihr Hinterteil darauf. Willkommen zurück, tönte es auf einmal nicht sonderlich herzlich durch das Büro. Hauptkommissar Rainer Klimt kam auf Mara zu. Er war damals ihr Chef gewesen, und jetzt war er es erneut. Wie sie mitbekommen hatte, war er alles andere als begeistert über ihre Rückkehr. Ein Händedruck, kürzer und fester als der von Rosen. Na gut, Bilinski. Kommen Sie mit in mein Büro. Er warf dem anderen Beamten einen flüchtigen Blick zu. Hey Rosen, stellen Sie für Ihre neue Kollegin ein Dossier zusammen. Dossier? Was für eins? Die Langfingersachen. Klimt marschierte los. Mara folgte ihm. Langfingersachen? Wiederholte sie skeptisch. Eine Serie von Wohnungseinbrüchen, entgegnete er beim Gehen und schloss die Tür zu seinem Büro. Mara zog eine Augenbraue in die Höhe. Ich dachte, ich wäre bei der Mordkommission. Klimt ließ sich in seinen Stuhl fallen und dortete beiläufig auf den anderen Platz. Die Kollegen sind unterbesetzt. Man hat mich um Unterstützung gebeten. Klingt ja großartig. Mara setzte sich nicht. Er wollte etwas erwidern, doch ein Summen kam ihm zuvor. Rasch zog er sein Handy aus der Hosentasche. Hallo? Sind Sie das, Borke? Hatten wir nicht vereinbart, dass Sie mich nicht … Klimt ließ den Satz unvollendet und hörte jetzt mit mürrisch gerunzelter Stirn zu. Mit einer nachdrücklichen Handbewegung wies er Mara an, ihn allein zu lassen. Sie verließ das Büro und war ziemlich bedient. Erst die komische Sache mit den Einbrüchen und jetzt wurde sie einfach abserviert. In den Straßen und auf den Bürgersteigen herrschte der übliche Trubel. Touristen, Dealer, Spießer und Junggesellenabschiede. Carlos Borke ließ sich von der Menge treiben. Überall erklangen Stimmen, Gegröle und Gelächter. Dazu wummerten die Beats der Musik, die aus den Gebäuden nach draußen quoll. Der Herzschlag dieser Stadt war ein dumpfes Trommeln. Ab und zu streiften ihn Blicke, grüßten nickende Köpfe in seine Richtung. Borke war ein Teil dieser Welt. Er kannte jeden Mülleimer, jeden Laternenpfahl. Die ganze Gegend war ihm so vertraut, dass er sie auch mit verbundenen Augen hätte durchqueren können. Rasch hatte sich die Dunkelheit über Frankfurt ausgebreitet. Sternenglitzer zerschnitt den Nebel in viele kleine Fetzen, die über den Dächern schwebten. Borke trug einen knielangen Ledermantel im Vintage-Look, Jeans und spitz zulaufende knöchelhohe Stiefel. Und über dem kahlrasierten Schädel eine seiner etlichen Wollmützen, auf die er auch bei Sommerhitze nicht verzichtete. Nach einigen Minuten erreichte er den Treffpunkt. Eine kleine, auf den ersten Blick völlig unscheinbare, leicht heruntergekommene Bierkneipe an der Ecke. In Wirklichkeit war Henrys Pinte jedoch eine wichtige Anlaufstelle im Bahnhofsviertel. Hier wurden keine Drogen, Waffen oder Edelsteine unter den Tischplatten weitergereicht. Hier wurde mit etwas gehandelt, das ebenso wertvoll sein konnte. Mit Gerüchten. Es wurden Neuigkeiten verbreitet, Unstimmigkeiten ausgeräumt, Warnungen ausgesprochen. Carlos Borke betrat Henrys Pinte. Fünfzig bis sechzig enge Quadratmeter, deren Zentrum von einem Vierecktresen eingenommen wurde. Rechts und links davon Nischen, in denen man zu viert sitzen konnte. Erstaunt stellte Borke fest, dass er trotz seines überpünktlichen Erscheinens bereits erwartet wurde. In der hintersten der rechts gelegenen Nischen saßen zwei Männer nebeneinander, Rücken an der Wand. Ohne ihnen je zuvor begegnet zu sein, wusste er sofort, dass sie seine Verabredung waren. Er nahm ihnen gegenüber Platz. Vor jedem von ihnen standen eine Espressotasse und ein Wasserglas. Sie waren mit eleganten Anzügen bekleidet. Schwarze, kurzgeschnittene Haare, glatt rasierte Gesichter, die keinerlei Emotionen verrieten. Die Bedienung tauchte auf. Borke bestellte ebenfalls einen Espresso. Und erst als er sein Getränk erhalten hatte, machte einer der beiden Fremden den Mund auf. Es läuft nicht. Was läuft nicht? Was schon? Dein Geschäft. Er lachte auf, machte eine flüchtige Geste mit der Hand, die Gelassenheit demonstrieren sollte. Mein Geschäft? Euer Geschäft, meinst du wohl? Ich habe nur den Kontakt hergestellt. Richtig. Den Kontakt hergestellt, wiederholte der Mann, der etwa Mitte 40 war, während der zweite, der unerschütterlich schwieg, höchstens Ende 20 sein konnte. Bei ihm handelte es sich um einen richtigen Schrank. Breite Schultern, riesenhafte Hände. Er war bestimmt über 1,90. Nur, dass der Kontakt nicht mehr da ist. Borke straffte sich. Was soll das heißen, nicht mehr da? Ihr habt doch mit der anderen Seite bereits gesprochen. Richtig, haben wir. Wo ist dann das Problem? Du hörst nicht zu. Der Kontakt ist nicht mehr da. Und was soll ich? Du sollst den Kontakt wiederherstellen, unterbrach ihn der Mann. Aber ich bin raus aus dem Geschäft, beharrte Borke. Nein, du bist nicht raus. Der Mann verzog den Mund zu einem teuflischen Grinsen. Sieh mal unter dem Tisch nach. Borke spähte unter die Tischplatte. Der Größere der beiden Fremden hielt in der Hand eine Gartenschere. Eine ganz gewöhnliche, wie man sie in jedem Baumarkt fand. Langsam richtete Borke sich wieder auf. Und? Wollt ihr einen Kleingärtnerverein gründen? Mein Begleiter wird dir einen Finger abschneiden, erwiderte der Ältere ungerührt. Dann den Nächsten. Und so weiter. So lange, bis du den Kontakt wiederhergestellt hast. Der Mann ließ die Worte wirken, ehe er fortfuhr. Nun kannst du gehen. Deinen Espresso übernehmen wir. Carlos Borke erhob sich. Diesmal steckte er in der Klemme. Und wie er in der Klemme steckte. Du musst cool bleiben, versuchte Hanno Linsenmeier, sie zu beruhigen. Leicht gesagt, gab Mara genervt zurück. Seit drei Wochen bin ich jetzt hier. Und was mache ich? Kleinkram. Dabei könnten meine Kollegen Unterstützung gut brauchen. Sie standen vor der Außenwand des in Regenbogenfarben gestrichenen Jugendzentrums. Über 50 war Hanno inzwischen. Mit zu langen, strähnigen, mausgrauen Haaren und ausgewaschener, abgetragener Kleidung. Für Mara war er immer eine wichtige Stütze gewesen. Die einzige. Ihr Halt in den harten Zeiten, als sie als Jugendliche beinahe auf die schiefe Bahn geraten wäre. Hanno war als Sozialarbeiter tätig und engagierte sich auch weit über seine Arbeitszeit hinaus. Vor allem für Jugendliche, die straffällig geworden waren. Ich habe mich darauf eingestellt, sprach sie weiter, dass es Spannungen geben würde. Besonders zwischen Klimt und mir. Aber dass der Typ mich einfach aufs Abstellgleis schiebt, also damit hat er mich kalt erwischt. Vielleicht siehst du zu schwarz. Wohnungseinbrüche. Das ist doch echt nicht zu fassen. Und die anderen Kollegen? Die schneiden mich. Hanno legte den Arm um ihre Schultern. Ihr wurde bewusst, dass er der einzige Mensch war, bei dem sie Berührungen zuließ. Wann hatte sie zuletzt einen Freund gehabt? Einen richtigen Freund? Es war Jahre her. Hab einfach Geduld, riet Hanno ihr. Nur um gleich anzufügen, ach, was sage ich da? Du und Geduld. Mara musste lachen. Auch auf die Gefahr hin, dass du wieder sauer wirst. Diese Einbrüche. Ja? Hast du nicht gesagt, dass du Erfolg hattest? Ihr habt jemanden festgenommen, richtig? Mara nickte. Eine Jugendbande ist für mehrere Wohnungseinbrüche verantwortlich. Zwei der Mitglieder haben wir geschnappt. Und deshalb bin ich heute auch zu dir gekommen. Ach. Er sah sie an. Wie kann ich dir helfen? Es geht um einen Jungen. Soweit ich weiß, hast du ihn bei einem deiner Projekte unter die Fittiche genommen. Und ich habe auch gehört, dass er sich heute bei dir herumtreiben soll. Sein Name? Raphael Macchiadi. 16 Jahre alt. Klar, den kenne ich. Ich möchte nur mal mit ihm reden. Allerdings glaube ich nicht, dass er rückfällig geworden ist. Ich sehe ihn sogar auf einem recht guten Weg. Ein schwieriger Typ, aber ein besonderer. Was macht ihn denn besonders? Hakte Mara nach. Vielleicht einfach nur die Tatsache, dass er seine Mutter liebt. Weißt du, Mara, ich habe so oft mit Jungs zu tun, die schon als 13-Jährige völlig verrot sind. Die keine Skrupel kennen, die keine Bindungen haben, die nie so etwas wie Vertrauen oder ein Miteinander kennengelernt haben. Einsame kleine Wölfe, die zubeißen, wenn die Gelegenheit kommt. Mara musterte ihn halb spöttisch, halb liebevoll. Okay. Und unser Raphael gehört also nicht dazu? Er liebt seine Mutter? Wenn du es sagst, klingt es anders. Hanno blickte versonnen drein. Raphael schämt sich für seine Mutter. Sie lebt in einer jämmerlichen kleinen Bude und trinkt zu viel und hat das Sorgerecht für ihn verloren. Er erwähnt sie nicht, nie, mit keiner Silbe. Er besucht sie kein einziges Mal. Aber dann, wenn er vergisst, dass er sie eigentlich totschweigen will, kommen derart liebevolle, verständnisvolle Worte von ihm, dass ich jedes Mal staunen muss. Er hat Angst davor, ihr Auge in Auge gegenüber zu treten, weil es ihn zu sehr schmerzt. Etwas Gutes steckt in Raphael und ich will verhindern, dass das kaputt gemacht wird. Seinen Vater liebt er nicht? Er hat wohl keine Erinnerung an ihn, weil er sich irgendwann aus dem Staub gemacht hat. Aber Raphael wartet auf ihn. Er wartet auf ihn? Er ist fest überzeugt davon, dass sein Vater eines Tages aus dem Nichts auftauchen wird, um ihn in ein anderes Leben mitzunehmen. Das verkündet er immer wieder. Was weißt du über den Vater? Nichts, außer dass er wohl aus Afrika stammt. Kannst du mich jetzt zu Raphael bringen? Hanno ging voran. Komm mit. Sie betraten das Gebäude. Es hatte sich nicht viel verändert, seit Mara vor Jahren zuletzt hier gewesen war. Farbenfrohe Wände, ein Aushang mit neuen Gemeinschaftsprojekten und einer Tauschbörse. Dumpfer, deutsch gesungener Hip-Hop aus wuchtigen Boxen. Ein großzügig geschnittener Aufenthaltsraum, den sie durchquerten. Raphael ist im Nebenzimmer. Er bleibt gern für sich. Hanno hob die Schultern. Hab Geduld mit ihm. Mara grinste. Da haben wir's wieder. Ich und Geduld. Sie glitt durch die offene Tür in den direkt anschließenden Raum, der wesentlich kleiner war. Poster von Rappern. Ein kniehoher Tisch. Darauf leere Cola-Flaschen. Ein großes, selbst gemaltes Nazis-Raus-Plakat. Zwei Sessel. In einem davon saß Raphael Macchiadi. Irokisen-Haarschnitt, Nike-T-Shirt, Hosen mit Tarnmuster und eine Motorradlederjacke in auffällig strahlendem Weiß. Doch was sie vor allem wahrnahm, waren seine Augen, die sie aus einem fast mädchenhaft hübschen Gesicht musterten. Traurige, misstrauische, ablehnende Augen, die zu jemandem passten, der schon zu viel im Leben mit angesehen hatte. Ich bin Mara Belinsky, Kriminalpolizei. Keine Antwort. Ich ermittle wegen der Wohnungseinbrüche. Unverändert lag Raphaels Blick auf ihr. Sein Mund, ein dünner, abweisender Strich. Ich muss dich zu einigen Daten befragen. Also, der letzte Samstag, besser gesagt, die Nacht auf Sonntag. Wo warst du da? Ein knappes Achselzucken. Hab ich vergessen. Sie setzte sich in den zweiten Sessel. Hör zu, Raphael. Ich will dir nicht auf den Keks gehen, aber ich werde mich auch nicht abspeisen lassen. Kein Ton von ihm. Bei uns in der Zelle sitzen einige deiner Kumpel und die haben Sehnsucht nach dir. Ich habe keine Kumpel. Die Art, wie er das aussprach, entging Mara nicht. Eine Ernsthaftigkeit und Düsternis, die sie nicht kalt ließ. Ich hab keinen Bock mehr auf euch, kleine Mr. Cools. Mit der Masche wirst du nicht weit kommen. Und ich hab keinen Bock mehr auf Leute, die mir Predigten halten. Glaub mir, ich predige nicht. Er seufzte, rollte kurz mit den Augen. Spöttisch, überdrüssig, gelangweilt, wie ein alter Gangster, der jede schmutzige Pfütze auf der Welt kannte. Nach einigen Minuten gesellte sich Hanno zu ihnen. Wenn du hier nicht mit mir sprechen willst, muss ich dich mitnehmen, Raphael. Und dann wirst du den Mund aufmachen. Das tun nämlich alle. Wie wäre es, Mara, schlug Hanno vor, wenn du mir ein paar Minuten allein mit Raphael gibst. Okay, einverstanden. Und tatsächlich, nach der kurzen Unterhaltung mit Hanno ließ sich Raphael Macchiadi doch noch einige Worte entlocken. Er gab Auskunft über seinen Verbleib in den vergangenen Wochen. Offenbar war er dank Hannos Zutun in einem Heim untergebracht worden. Und dort würde man bestätigen können, dass er zum Zeitpunkt der letzten Einbrüche in seinem Zimmer gewesen war. Mara kündigte mit Nachdruck an, dass sie alles überprüfen würde. Sie stand auf, verabschiedete sich mit einem kurzen Nicken. Doch Raphael sah stur an ihr vorbei. Hanno begleitete sie nach draußen zu ihrem schwarzen Alfa Romeo. Was hast du über den Jungen gesagt? meinte sie spitz. Auf einem guten Weg? Sieht man nicht so aus. Ziemlich abgebrühtes Kerlchen. Mag sein, erwiderte Hanno zurückhaltend. Aber ich glaube, in ihm schlägt ein gutes Herz. Mara glitt hinters Steuer. Da täuscht man sich leicht. Sei nicht immer so argwöhnisch. Doch, bin ich. In den nächsten Tagen mühte sie sich weiter mit den Ermittlungen zu den Einbrüchen in Sachsenhausen ab. Mühsames Auffinden möglicher Zeugen. Mühsame Gespräche, wenn man sie denn hatte. Raphael allerdings kam tatsächlich nicht als Täter in Frage. Sein Alibi war wasserdicht. War er wirklich auf einem guten Weg, wie Hanno vermutete? Hauptkommissar Klimt stellte sich neben sie. Mara hob den Kopf und sah ihm in die Augen. Müde wirkte er. Die Haare standen ab. Der Teint war farblos. Die Falten hatten sich während der vielen Überstunden, die hinter ihm lagen, tiefer eingegraben. Mit einer lässigen Bewegung warf er einige Fotografien auf ihren Schreibtisch. Mara ergriff sie und betrachtete sie eine nach der anderen, bis sie zur letzten gelangte. Ein Wohnzimmer. Im Zentrum der Aufnahme war ein Ledersessel zu sehen. Darauf beuchlings ein nackter Mann. Der Körper klemmte zwischen den Armlehnen. Die Arme umschlang die Rückenlehne. Der Kopf ruhte seitlich darauf. Eine Kette war um die Hüften geschlungen, um ihn in der Position zu halten. Jedenfalls, als er noch am Leben gewesen war. Auf der Haut des Mannes und rund um den Sessel gab es massenweise dunkelrote Flecken. Im hellen Teppich vor dem Sessel außerdem noch eine weitere, sehr große Lache von der gleichen Farbe. Was verkehrt herum in seinem Hinterteil steckt, sagte Klimt, ist eine Saugglocke. Schwer zu übersehen, erwiderte Mara trocken. Die Gerichtsmedizin hat bei der Obduktion festgestellt, dass die Wucht, mit der das Griffholz eingeführt wurde, auch die Blase perforiert hat. Kopf, Arme, Schultern und Rücken, sprach Klimt betont sachlich weiter, weisen 23 Platzwunden auf. Gut möglich, dass sie von einem Totschläger stammen. Mara äußerte nichts. Welcher der Schläger am Ende für den Tod verantwortlich war, kann man nicht mit Sicherheit festlegen. Sie besah sich erneut die übrigen Fotos. Alles Nahaufnahmen, darunter die mit Kabeln gefesselten Handgelenke des Ermordeten, das von einem grauenhaften Tod verzerrte Gesicht, einige der Platzwunden. Nur ein paar Meter von ihm entfernt gibt es ein Tresor voller Wertpapiere und Bargeld. Nicht aufgebrochen worden. Wie hieß der Mann? Ivo Karevic. Mara musste nur ganz kurz überlegen. Kroatische Mafia. Einer der Bosse. Sie stutzte. Da sind sie doch schon eine Weile dran, oder? Ab sofort ist das ihr Fall. Rosen wird sie unterstützen. Sie erhalten alle Informationen von den Kollegen. Es gibt auch noch mehr von diesen hübschen Bildchen. Skeptisch taxierte sie Klimt. Wie komme ich plötzlich zu der Ehre? Ein wölfisches Lächeln. Ein Mordfall? Das wollten sie doch die ganze Zeit. Und die Einbrüche? Werden wir sehen. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und verschwand in seinem Büro. Jan Rosen näherte sich ihrem Schreibtisch mit dieser typisch vorsichtigen Art. Als müsste er sich dafür entschuldigen, dass er sich hier auffielt. Wenn ich fragen darf, dürfen sie, unterbrach sie ihn, ohne von den Tatortfotos aufzublicken. Die Bilder kenne ich. Sind Sie jetzt etwa an der Sache dran, Bilinski? Nicht ich. Jetzt sah sie ihn direkt an. Sondern wir. Seine Kinnlade klappte herunter. Echt? Nur nicht zu viel Euphorie zeigen, Rosen. Rosen. Mara wandte sich wieder ihrem Schreibtisch zu. Den ganzen Nachmittag sammelte sie sämtliche Informationen, die die Kollegen, die bislang mit dem Fall Ivo Karewitsch betraut worden waren, zusammengetragen hatten. Wie grauenhaft Karewitschs letzte Stunden verlaufen sein mussten, war offensichtlich. Doch ansonsten gab es jede Menge Fragezeichen. Keine Fingerabdrücke, keinerlei DNA-Spuren. Offenbar hatte Karewitsch den oder die Täter freiwillig ins Haus gelassen, da sich niemand gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Keines der Zimmer war durchsucht worden. Nichts war gestohlen worden. Waren Revierkämpfe der Grund für den Mord? Ein Vorstoß, um das Terrain von Karewitschs Bande zu erobern? Deshalb auch die Brutalität der Tat? Bisher war kein einziger Verdächtiger ermittelt worden. Wo sollte Mara ansetzen? Sie stand unangekündigt in Klimts Büro, um ihn zu befragen. Doch er zeigte ihr die kalte Schulter. Sie suchte Kollegen auf, jedoch ohne Erfolg. Achselzucken, Gleichgültigkeit. Hinter ihrem Rücken imitierte einer von ihnen ein Vogelkrechzen, das Gelächter auslöste. Mara zog sich an ihren Schreibtisch zurück. Sie hatte längst mitbekommen, dass man sie insgeheim die Krähe nannte. Du hast gewusst, sagte sie sich, dass es nicht einfach werden würde. Beschäftige dich nicht mit solchen Idioten, sondern mit dem Job. Sie vergrub sich wieder in die Fakten des immerhin schon fast vier Wochen zurückliegenden Mordes. Sie wühlte sich durch die polizeilichen Datenbanken, notierte sich Einzelheiten, suchte im Internet. Es war schon nach Einbruch der Dunkelheit, als sie bemerkte, wie Jan Rosen möglichst unauffällig aufstand. Ich mach dann mal Feierabend, bemerkte er nur und machte sich mit hängenden Schultern davon. Anschließend blieb sie noch über drei Stunden. Den Fall, der so urplötzlich in ihrem Schoß gelandet war, sah sie als Chance. Darauf hatte sie gewartet. Sie versuchte, sich Ivo Karewitsch zu nähern. Aber wie immer bei solchen Typen war das nicht einfach. Leute wie Karewitsch besaßen keine Arbeitsverträge, keine Gehaltsabrechnungen, keine Versicherungspapiere. Sie waren nirgendwo gemeldet, nirgendwo eingetragen. Sie hinterließen so gut wie keine Spuren. Mara verfolgte im angelegten Dossier die wenigen Vorgänger auf seinem Konto, obwohl klar war, dass er noch über weitere bisher Unentdeckte verfügen musste. Sie las Punkt für Punkt, was in seinem Haus gefunden worden war und überprüfte die Männer, die seiner Bande zugerechnet wurden. Nur fünf von ihnen waren mit Namen und Aussehen bekannt. Schließlich musste Mara sich regelrecht zwingen, nach Hause zu gehen. Am darauffolgenden Tag war sie als Erste im Büro. Sie machte weitere Einträge in ein abgegriffenes Notizbuch, das sie immer mit sich herumschleppte. Gewissenhaft legte sie eine Liste mit offenen Fragen an. Irgendwie musste sie reinkommen in diese verdammte Sache. Als Jan Rosen sich auf seinen Platz ihr gegenüber setzte, war sie völlig vertieft und nahm ihn kaum wahr. Sie sprang auf, um sich bei den Kollegen Kariewiczs persönliche Dinge anzusehen, die man hierher mitgebracht hatte, darunter einen Hausschlüssel, den sie unbedingt an sich nehmen wollte. Dann zurück an den Schreibtisch. Der Vormittag zog vorbei. Plötzlich streifte Mara sich die Lederjacke über. Hunger? fragte Rosen vorsichtig. Nein, ein Date. Ach, mit wem, wenn ich fragen? Sie dürfen, stoppte sie ihn. Mit einem gewissen Malovan. Rosen machte große Augen. Malovan? Er gilt als Kariewiczs rechte Hand. Deswegen möchte ich mich mit ihm unterhalten. Lassen Sie es, lieber Belinsky. Klimt und die anderen haben schon versucht, ihm auf den Zahn zu fühlen. Die sind nicht mal ein Steinwurf an ihn herangekommen. Mara warf sich ihre Tasche über die Schulter und suchte darin nach dem Autoschlüssel. An irgendeiner Stelle muss man mal in den Wald schießen. Ohne ein weiteres Wort ging sie los. Aus den Augenwinkeln nahm sie wahr, dass Rosen starr auf seinen Monitor blickte. Feigling, dachte sie. Die Nacht ballte sich schwarz vor dem Fenster, das er vorsichtig öffnete. Keiner der drei anderen, mit denen er das Zimmer teilte, wachte auf. Er schob sich über den Sims und sprang auf das Vordach des Eingangsbereichs. Geübt war er darin. Ein reines Kinderspiel. Bei der Rückkehr würde er sich auf das kleine Dach hinaufziehen und einen der drei Zimmerkumpels mit einem Anruf wecken. Und der würde ihm dann ein Seil hinablassen, mit dessen Hilfe er rechtzeitig vor dem Wecken wieder im Bett wäre. Auch kein Problem. Leer lagen die nächtlichen Straßen vor Raphael. Noch zwei Kreuzungen. Dann erreichte er die Bornheimer Bibliothek. Von dort brachte ihn ein Fußweg zu dem etwas versteckter hinter gelegenen Kindergarten. Das war ihr Treffpunkt. Er wurde bereits erwartet. Sie waren zu dritt. Taifun fläzte sich auf der steinernen Tischtennisplatte. Die anderen waren um ihn herum gruppiert. Ey Raff, sie drückten ihre rechten Fäuste gegeneinander. Habt ihr was geplant? fragte Raphael. Heute Nacht? Was denkst du Alter, warum ich wollte, dass du herkommst? Taifun lachte laut. Kronberg, sage ich nur. Raphael betrachtete einen nach dem anderen. Vielleicht sollten wir mal eine Pause einlegen. Bei mir war eine Bullenlady. Wie, bei dir? Als ich bei Hannu war. Er fügte hinzu, die haben mich verpfiffen. Wer? Keine Ahnung. Irgendeiner von denen, die sie geschnappt haben. Scheiß drauf, Mann. Da scheiße ich ganz bestimmt nicht drauf, erwiderte Raphael ruhig. Kronberg, wiederholte Taifun und glitt von der Tischtennisplatte. Zwei Häuser, Ärzte oder so, und die sind weg. Alles ausgekundschaftet. Die anderen beiden stimmten zu. Raphael zögerte. Was ist, Raph? Taifun schlug ihm kumpelhaft gegen den Oberarm. Willst du lieber zurück ins Bettchen? Raphael gab keine Antwort. Taifun grinste. Kronberg ist nicht Frankfurt, Raph. Das ist ein Spaziergang, eine ganz lockere Sache. Nichts ist locker, sagte Raphael leise. Die drei standen da und warteten auf ihn. Kommst du jetzt mit oder nicht? Es roch nach Tod. Egal, ob es sich um eine armselige Behausung oder ein großes, schickes Eigenheim wie dieses handelte. Jeder Ort, an dem sich ein schweres Verbrechen zugetragen hatte, verströmte diesen kalten, toten Geruch. Ein Schauer rieselte an Maras Wirbelsäule hinunter. Und das, obwohl sie sich jetzt schon eine ganze Weile in Karewiczs Haus umgesehen hatte. Ivo Karewicz vor 46 Jahren im ehemaligen Jugoslawien geboren. Seit fast zwei Jahrzehnten in Deutschland. Allmählicher Aufstieg innerhalb der Organisation. Furchtlos. Clever. Fast immer war es ihm gelungen, seinen Namen aus den verbrecherischen Geschäften, mit denen er Geld schäffelte, herauszuhalten. Und jetzt war er abserviert worden. Es gab keine Hinweise darauf, dass es im Milieu momentan brodelte. Morde in diesem Umfeld waren oft eine saubere Sache. Ein Schuss und alles war vorbei. Warum hatte man ihn gefoltert, fragte sich Mara. Um ihm ein Geheimnis, eine Information zu entlocken? Oder wollte da jemand einen besonders eindrucksvollen Startschuss abfeuern? War es der Auftakt zu einem Bandenkrieg? Sie verließ das Haus. Seit sie Jan Rosen am Schreibtisch zurückgelassen hatte, waren mehrere Stunden vergangen. Die ganze Zeit hatte sie abwechselnd vor einem Haus am Mainufer verbracht, in dem Marlowan laut den Akten eine Dachwohnung bezogen hatte, und vor einem unauffälligen Café in der City, das Karrewic und Marlowan angeblich in unregelmäßigen Abständen als Treffpunkt nutzten. Aber umsonst. Keiner der Männer, deren Fotos sie sich am Vorabend eingeprägt hatte, war auf der Bildfläche erschienen. Inzwischen fuhr Mara die Hanauer Landstraße entlang. Große Betonkästen, in denen Werbeagenturen, Tonstudios und Druckereien untergebracht waren. Einige Restaurants, Fastfoodläden, großflächige Baustellen. Mara bog nach links ab, gleich darauf nach rechts, und folgte der Parallelstraße. Kaum Verkehr, eine dunkle, fast schnurgerade verlaufende Häuserschlucht. Sie parkte den Wagen, stieg aber nicht aus, sondern behielt einen sechsstöckigen Backsteinbau im Auge. In der obersten Etage befand sich ein exklusives, überaus teures Fitnessstudio, in das man nur mittels eines vierstelligen Codes Einlass fand. Karewitschs spärlichen Kontoverbindungen zufolge war er einer der wenigen Kunden gewesen. Mara ließ die Scheibe herunter. Sofort rang kalte Luft zu ihr herein. Das half munter zu bleiben. Die Zeit verran. Sie dachte nach, gröbelte, vertrat sich nur ab und zu die Beine. Nach über vier Stunden, es war mittlerweile halb zwei Uhr nachts, näherte sich ein dunkler Porsche Cayenne, der direkt vor dem Backsteingebäude parkte. Drei Männer stiegen aus und verschwanden zügig in dem Haus. Mara lächelte. Einer von ihnen hatte wie Malovan ausgesehen. wiederum knappe zwei Stunden später verließen die Männer das Haus. Sie verstauten die Taschen in ihrem Auto, stiegen jedoch nicht ein. Auf einmal setzten sie sich in Bewegung, die Straße hinab, fort von Mara, ganz gemächlich, weiterhin in eine Unterhaltung vertieft. Mara schob sich geräuschlos aus dem Alpha und nahm in einigem Abstand die Verfolgung auf. Die drei Männer, bekleidet mit langen Mänteln, unterhielten sich. Einer links von Malovan, einer rechts. Noch mehr Nebel hatte sich gebildet. Die Sicht wurde schlechter. Mara legte an Tempo zu. Gerade noch erfasste sie, dass die drei nach rechts abgebogen waren. Hinein in einen der zahlreichen zwischen Bürogebäuden liegenden Durchgänge, über die man zur Hanauer Landstraße gelangte. Mara lief etwas schneller und hielt abrupt inne. Nichts mehr zu sehen von den dreien. Plötzlich ein Geräusch hinter ihr. Sie drehte sich um und starrte in die Gesichter der Männer, die in dem kaum beleuchteten Durchgang schlecht zu erkennen waren. Erst als sie langsam auf sie zuschritten und bleiches Mondlicht zu ihnen drang, konnte sie ihre Züge deutlicher wahrnehmen. Zwei Schritte vor Mara hielten sie an. Sie versuchte ruhig zu bleiben, sich zu konzentrieren. Graumeliertes, dichtes, welliges Haar, scharfe Züge, eine auffallend schmale, hervorspringende Nase, ein spitzes Kinn. Bei dem Mittleren handelte es sich um Malovan. Was soll das? Schickt uns Nova eine kleine Lady hinterher? meinte derjenige, der links stand. Ein ausrasierten Kinnbart. Ein hämischer Ton, ein starker Akzent, schwer zu verstehen. Malovan schenkte ihm einen unmissverständlichen Blick und warf ihm einen Brocken in einer anderen Sprache hin, wahrscheinlich kroatisch. Ab jetzt würde er wohl die Klappe halten. Malovan betrachtete sie, nahm alles in sich auf, von ihrer Lederjacke bis hin zu den Dogmatens. Was schleichst du uns hinterher, Punk-Mädchen? Weder Punk-Noch-Mädchen. Ich bin Polizeioberkommissarin Mara Belinsky. Er musterte sie noch aufmerksamer. Was wollen sie von mir, Lady? Reden. Dann reden sie. Ivo Karewitsch, wieso war er ihnen im Weg? Malovan zeigte ein beinahe sanftes Lächeln. Ich kenne keinen Ivo Karewitsch. Er war ihr Boss. Es ging schnell, verdammt schnell, ohne ein Zeichen, ohne eine Silbe Malovans, packten die beiden anderen Männer Mara an den Oberarmen, wirbelten sie herum und drückten sie mit voller Wucht gegen eine Hauswand. Ihre Dienstwaffe wurde aus dem Holster gezogen, das sie am Gürtel trug. Merken sie sich eins, Polizeioberkommissarin Mara Belinsky. Ich kenne keinen Ivo Kariewicz. Malovans Gesicht war ihrem Haar ganz nah. Seine Nase berührte es. Sie fühlte seinen Atem auf der Wange. Und ab jetzt sollten sie mir nicht mehr hinterher schleichen. Das ist nur zu ihrem Besten. Ihre Pistole landete mit metallischem Klacken auf dem Boden. Malovans Schritte entfernten sich. Einer der Männer lachte. Doch dann lösten sich die Griffe. Weitere Schritte bewegten sich von ihr weg. Sie war allein. Nach einem tiefen Luftholen bückte sie sich, um die Waffe aufzuheben. Ihre Hand zitterte. Wieder eine Verabredung, der er nicht gerade mit Leichtigkeit entgegensah, die aber dennoch wichtig sein konnte, überlebenswichtig. Er selbst hatte auf dieses Treffen gedrängt. Aber warum wollten sie ihn ausgerechnet hier sehen? Der Ort schien ein Scherz zu sein. Wollten sie sich lustig über ihn machen? Carlos Borke betrat die winzige, schummrige Lokalität, die nicht im Rotlichtviertel, sondern in Messenähe lag. Nur ein paar Minuten von hier entfernt gab es einen Straßenstrich. Ansonsten reihten sich unauffällige, etwas heruntergekommene Wohnblöcke aneinander. Es ging ein paar Stufen nach unten. Dann stand er mitten im kleinen Elch. Hinter dem Tresen hielten sich drei Männer auf, die sich mit Lockenperücken und Frauenklamotten aufgedonnert hatten. Eines der drei gelockten Wesen stöckelte mit forschendem Blick auf ihn zu. Hallöchen sagte eine tiefe Stimme Ich bin Lorraine Freut mich Lorraine Du wirst erwartet Wo? Borkes Blick tastete die billigen dunkelroten Plüschsofas und Sessel ab. Es gibt ein Nebenzimmer Ein raues Lachen Für besonders intime Momente Er folgte der sich allzu heftig in den Hüften wiegenden Lorraine um die winzige Bühne herum und in den angesprochenen Nebenraum Hier ist euer Schatz sagte Lorraine zu zwei Männern die mit dem Rücken zur Wand auf einem weiteren dieser Sofas hockten und ihm entgegen blickten Auf dem kleinen Rundtisch vor ihnen standen Kaffeetassen rote Tapeten wiederum die schwachen Lämpchen ein roter zerfranster Teppich ein gerahmtes Marlene Dietrich Poster Lorraine war schon wieder verschwunden und hatte die Tür hinter sich so gemacht Außer dem Sofa gab es einen Sessel Borke setzte sich Der Mann der links saß war Mitte 20 Ein hageres Gesicht mit einem perfekt ausrasierten Kinnbart Borke war ihm zuvor nur einmal begegnet Er hieß Soran Den Nachnamen wusste er nicht Den anderen Mann hatte er bereits in Ivo Karewitschs Begleitung gesehen kannte aber nicht seinen Namen Malo Warn war also nicht persönlich erschienen dass Borke eine gewisse Zuversicht gegeben hätte denn dann hätten sie dem Treffen durchaus Wichtigkeit beigemessen Er spürte dass Schweißtropfen auf seiner Stirn standen Ist das eure neue Stammkneipe fragte er Kein Wunder dass man euch nicht mehr sieht Wie meinst du das fragte Soran leise doch jede einzelne Silbe betont wie mit einem Messer aus dem Satz herausgeschnitten Ganz ehrlich wo steckt ihr ich versuche jetzt schon länger mit euch in Kontakt zu treten Er will frech werden Sorans Grinsen wurde breiter Ich will nicht frech werden ich will gesund bleiben Borke zog die Mütze vom Schädel um damit rasch die Schweißperlen weg zu wischen und behielt sie Schere dabei und er will komische Sachen mit dem Ding anstellen Sachen mit dir nehme ich an sagte der andere Mann ihr habt mich ganz schön hängen lassen ein gleichgültiges zucken mit den Schultern warum wolltest du dich mit uns treffen warum Borke rollte mit den Augen ich bin nicht blöd mir ist schon klar warum ihr auf Tauchstation gegangen seid wegen Karewitsch Tod aber ihr könnt doch die Gegenseite denkt ihr treibt ein falsches Spiel plötzlich sprang die Tür auf und ein dritter Mann stand hinter ihm und hielt ihm eine Pistole an den Kopf Borkes Mütze glitt ihm aus den Fingern und landete auf dem Teppich ja er steckte in der Klemme steckte doppelt in der Klemme auf die Knie befahl Soran Borke gehorchte wollen die anderen wirklich das ich sag doch die denken ihr verarscht sie du hast die Sache angeleiert sie sind auf mich zugekommen sie haben jemanden gesucht der den Kontakt zu Karewitsch herstellt das wisst ihr doch alles die Pistole verschwand und als Borke schon durchatmen wollte spürte er die dünne Schlinge wohl aus Draht die hart um seinen Hals gelegt wurde er schluckte in seinem Magen bildete eine Begegnung mit einer Polizistin sagte Soran Belinsky die Schlinge wurde enger gezogen Schmerz durchfuhr ihn er versuchte sie zu fassen zu kriegen schaffte es aber nicht sie war schon zu tief ins Fleisch gedrungen kennst du sie nie gehört den Namen röchelte er wir waren ein wenig erstaunt über den Auftritt der Kleinen erwiderte der andere Mann seit Wochen hatten wir Ruhe vor denen und plötzlich steht diese merkwürdige Lady vor uns sein röcheln hörte sich immer schlimmer an glaubt mir ich kenne sie nicht was ist mit Klimt was hat er vor das weiß ich doch nicht also zurück zu unserem Geschäft was ächzte Borke ihm wurde schwarz vor Augen wird etwas daraus das liegt an euch brachte er hervor ich stecke jedenfalls in der Scheiße wenn etwas dazwischen kommt sie unterhielten sich in ihrer Sprache miteinander dann sagte Soran in einem Punkt muss ich dir recht geben du steckst in der Scheiße und zwar dann wenn du uns verarschen willst er wollte etwas erwidern doch über seine Lippen kam nur ein jämmerlich schwaches Japsen erneut wurde alles schwarz vor Carlos Borkes Augen Mara Bilinski starrte aus dem Fenster des Großraumbüros sie war genervt sauer unruhig es lief einfach nichts zusammen der Himmel überzog sich mit tintiger Dunkelheit Mara knipste die Schreibtischlampe an und bemerkte dass Jan Rosen sie von seinem Platz aus ansah gibt's irgendetwas Rosen nein nein er legte die Stirn in Falten ich habe mich nur gefragt ob sie weiter gekommen sind Rosen hatte sich bei seiner von Klimt angekündigten Unterstützung ziemlich zurückgehalten warum wollen sie das wissen verdattert sah er auf also ist doch klar dass es mich etwas angeht falls eine Stimme aus einigem Abstand fuhr dazwischen tschüss Spätzchen das war Patzke einer der Kollegen der sich mit einem Grinsen von Rosen verabschiedete Spätzchen sagen sie nicht dass man sie so nennt auch nicht schlimmer als Krähe gab Rosen verdrießlich zurück sie sind die Krähe das haben sie doch mitbekommen oder ehrlich das geht mir in einer ganz bestimmten körperstelle vorbei naja jedenfalls kam ein witzbold auf die Idee dass zu einer Krähe ein Spatz ganz gut passen würde aus bei euch was macht die Karewitsch Sache Rosen starrte demonstrativ auf seinen Bildschirm ich bin da dran entgegnete Mara übrigens Chef sagt ihnen der Name Nova etwas oder ein ähnlicher Name Nova wer soll das sein weiß ich selbst noch nicht so genau leise und betont bemerkte Klimt wer die großen Bissen kauen will muss sie auch runterschlucken können toller Spruch gab sie unbeeindruckt zurück noch toller wären Ergebnisse ich bin da dran wiederholte sie Klimt machte kehrt und begab sich in sein Büro Mara brütete vor sich hin Malovan war mit seinem Gefolge schon wieder wie vom Erdboden verschluckt seit der Begegnung mit ihm hatte Mara seine angeblichen Fixpunkte mehrmals abgeklappert ohne jeglichen Erfolg von Neuem ging sie ihre Notizen Spitznamen Vornamen einer davon war ihr in einem Stripschuppen genannt worden und sie hatte ihn als einzigen unterstrichen Aileen Mara schnappte sich die Jacke und brach auf kurz darauf war sie im Bahnhofsviertel am Eingang des Golden Eagle versperrten die Türsteher ihr den Weg das Vorzeigen des Dienstausweises und einige nachdrückliche Drohungen waren nötig um Einlass zu finden gerammelt voll laute Musik Hitze glotzende Typen junge Mädchen die im eigenen Schweiß badeten während sie sich auf der Bühne entblätterten Mare erkundigte sich nach Aileen und erneut musste sie einigen Widerstand überwinden bis man sie hinter die Bühne ließ dort fand sie diejenige die sie suchte eine kaum zwanzig jährige die sich unwillig als Aileen zu erkennen gab Karewitsch war unter anderem in Zwangsprostitution verstrickt gewesen und bei ihr handelte es sich angeblich um eine seiner ehemaligen Huren Mara gelang es sich mit ihr in einen engen Flur zurückzuziehen der zum Hinterausgang führte Aileen fast nackt unter ihrem fleckigen Frotteemantel rauchte eine Zigarette und vermied jeden Augenkontakt Mara startete ihr Feuerwerk aus Fragen nach Karewitsch nach Malovan nach möglichen Verbündeten nach möglichen Feinden Aileen hob genervt die Schultern ließ sich aber zumindest entlocken dass sie Karewitsch gekannt hatte mehr als das schien für Mara nicht drin zu sein sie fragte nach Freundinnen Karewitschs oder Malovans ein Aufblitzen in Aileens Augen der Name Isabel fiel offenbar eine Frau auf die sie eifersüchtig war jedenfalls schloss Mara das aus einigen hingeworfenen giftigen Bemerkungen Isabel hatte etwas mit Karewitsch hakte sie ein na klar die kleine Arschwacklerin Aileen drückte den aus früher musste sie im Puff anschaffen aber als Karewitsch dann auf sie abgefahren ist war das vorbei es ging eine ganze Weile mit ihr und Karewitsch bis er tot war unsere niedliche Polenmaus also eine Polin keine Ahnung wo genau die herkommt irgendwo aus Osteuropa weiß der Geier wie ist ihr Nachname irgendwas mit Luby und mit Matsch ist sowieso nicht der richtige Name die Nazi von Karewitsch bekommen und seither heißt sie ebenso wo finde ich Isabel fragte Mara ohne große Hoffnung doch die Stripperin nannte ihr eine Straße und eine Hausnummer dort hat er ein kleines Liebesnest für sich und sein Mäuschen eingerichtet Mara brach unverzüglich auf und fuhr in die Schlossstraße eine langgezogene Wohnstraße die die Innenstadt mit Bockenheim verbannt ein großer unauffälliger Block mit vielen offenbar kleineren Wohnungen Mara suchte die Klingelschilder ab auf einem in der obersten Reihe las sie Isabel Jubimatz Sie drückte mehrere Klingeln Als sich einige Stimmen über die Sprechanlage meldeten murmelte sie etwas vom Fahrstuhlservice und das einladende Summen ertönte Innen war es so unauffällig wie außen alles sauber keine Schmierereien an den Wänden Mit dem Aufzug fuhr Mara nach oben Vor der Tür mit Isabels Namensschild blieb sie stehen und läutete Gleich darauf gab es Geräusche im durch den Spion angestarrt wurde Ja eine Frauenstimme Sorry dass ich störe ich bin gerade hier im Haus eingezogen mir ist die Tür zugefallen Schlüssel drin Handy drin so ein Mist bin total aufgeschmissen ehrlich ich müsste nur kurz telefonieren dauert eine Minute würden sie mir ihr Handy die Tür ging auf eine Frau Mitte zwanzig hübsches Gesicht dunkelbraunes Haar schulter lang Mara schob ihren Fuß in den Türspalt tut mir leid Isabelle das war eine Lüge sie hielt ihren Dienst Ausweis vor zwei erschrockene Augen Mara Belinsky Kriminalpolizei Furcht flackerte im Blick der Frau sie biss sich auf die Unterlippe keine Angst sagte Mara mit Nachdruck sie sind mich in ein paar Minuten los okay bitte lassen sie mich herein Isabelle ergab sich in die Situation und trat zur Seite ich werde mich über sie beschweren verkündete sie das war ein mieser Trick das steht ihnen frei Mara winkte lässig ab als Herzdame von Ivo Karewitsch wird man sie mit offenen Armen empfangen das kann ich ihnen versichern sie standen sich im Flur gegenüber ein weicher Teppich eine Garderobe aus dunklem Holz ein Spiegel erneut stellte Mara ihre Fragen eine nach der anderen in schneller Folge damit für Isabelle möglichst wenig Zeit blieb sich Lügen einfallen zu lassen aber die junge Frau hatte sich von ihrem Schreck erholt sie gab antworten mit denen wenig anzufangen war ja sie habe Karewitsch gekannt auch Malovan aber seit längerem kein Kontakt mehr zu ihnen Feinde Schulter zucken Geschäftspartner Schulter zucken andere Frauen Schulter zucken mögliche Gründe für den Mord Schulter zucken ok sagte Mara mit einem abschätzenden Blick ziehen sie sich etwas an ich muss sie mitnehmen was empörte sich Isabelle das dürfen sie nicht ob ich darf oder nicht ich werde es einfach tun entweder sie geben sich mehr Mühe mit den Antworten oder wir beide sitzen uns in den nächsten Stunden in einem Verhörraum gegenüber Isabelles Augen blitzten voller Zorn ich weiß nur dass Ivo ein großes Ding geplant hat kurz vor seinem Tod um was ging es bei der Sache Drogen Waffen Frauen Isabelle lachte hart auf glauben sie das hätte er erzählt erzählt nicht aber man schnappt doch manchmal etwas auf nicht bei Ivo er war vorsichtig ich war nur für den Sex da und dabei hat er nicht geredet er hatte oft Sex mit ihnen richtig schon und da hat er nie telefoniert er war eben sehr vorsichtig am Telefon und auch sonst er hat nie ein Wort zu viel gesprochen kam er immer hierher manchmal ließ er mich auch zu sich holen in sein Haus Nova sagte Mara übergangslos schon mal gehört der Name nein die Stimme klang gereizt der Blick war wütend einen anderen Namen nein je schneller sie mir was erzählen desto eher bin ich weg Isabel sah an Mara vorbei ihr Mund eine dünne Linie hören sie zu Isabel aus Maras Ton war alle Schärfe gewichen sanft fuhr sie fort Ivo Karewitsch ist tot ich will mir nur ein Bild von ihm machen und wissen wer als Mörder in Frage kommt denken sie ich möchte ihnen schaden ganz bestimmt nicht Isabel schwieg aber sie ließ wieder Augenkontakt zu was wird jetzt aus ihnen da Karewitsch tot ist müssen sie wieder zurück in den Puff unter dem letzten Wort zuckte Isabel zusammen vielleicht brauchen sie Hilfe ich könnte bestimmt etwas für sie tun immer gefallen sein Isabel biss sich wie zuvor auf die Unterlippe also bei dem Geschäft das für Ivo so wichtig war da hat er öfter mit einem Kerl telefoniert ja er nannte ihn Carlos Carlos das ist alles ja Carlos wiederholte Isabel leise der Mann saß breit und schwer auf dem Motorrad eine imposante Gestalt in schwarzer Lederjacke und gleichfarbigem Helm er fuhr auf einer Durchgangsstraße die aus Frankfurt hinausführte beschleunigte der Motor rührte eindrucksvoll zu beiden Seiten standen hässliche Wohnklötze die Platz für viele Familien boten und dazwischen brauste auf vier Spuren der wie immer dichte Verkehr doch ein Stück dann steuerte er seine Harley Davidson Twin Cam 88 in eine Seitengasse Marek Pohl parkte die Maschine legte den Helm auf dem Sattel ab und sah sich um es war kurz nach Einbruch der Dunkelheit der Wind wehte ein paar verlorene Regentropfen vor sich her es war kühl ein guter Ort für ein Treffen vor allem wenn man ungestört bleiben und von niemandem gesehen werden wollte Pohl war überrascht gewesen als ihn die SMS mit dem Angebot zum heutigen Gespräch erreicht hatte und neugierig so verlockend war der Gedanke an das was er alles erfahren würde war er so wichtig geworden keine Frage es schmeichelte ihm Pohl ging zwischen zweien der trostlosen Blöcke hindurch und befand sich hinter jenem Gebäude das ihm in der Nachricht mitgeteilt worden war Abfälle und zersplitterte Schnapsflaschen ein Gestänge an dem früher Kinderschaukeln gehangen hatten verwilderte Sträucher hohe Gräser der Verkehrslärm drang nur noch schwach bis zu dieser Stelle Pohl hatte erst mit dem Gedanken gespielt sich von ein paar anderen Bravados den Rücken frei halten zu lassen doch er war so nachdrücklich gebeten worden allein zu erscheinen dass er davon abgesehen hatte wozu auch Verstärkung während er sich der Rückseite des Hauses näherte schob er sich eine Zigarette zwischen die Lippen im kurzen Auflackern der Feuerzeugflamme wirkten die Fenster wie schwarze Augen die auf ihn herabstarrten hinter ihm ein Laut kaum hörbar Pohl wollte sich umdrehen als ihn ein brennender Schmerz durchfuhr das nächste was er bemerkte war Kälte eine beißende Kälte die in ihm war überall in ihm er zitterte seine Augen stierten auf eine große rote Kerze die einen kahlen Raum erhellte ein Keller leer und schmutzig Steinboden darauf lag er seitlich Hand und Fußgelenke gefesselt mit Kabelbindern die ins Fleisch schnitten er war nackt bis auf seine Socken seine Haut war schon ganz blau angelaufen es fühlte sich an wie auf einer Eisscholle ein paar Schritte entfernt befanden sich seine Sachen die Motorradstiefel die Lederjacke mit dem Bravados Schriftzug die restliche Kleidung seine Pistole sein Klappmesser sein Handy Hey der Schrei war seiner Kehle entwichen ohne dass er es wollte Stille bis auf das dumpfe Motorenbrummen das von der Straße her bis nach hier unten gelangte ganz leise nur Marek Pohl wollte zu seinen Klamotten kriechen da fiel sein Blick auf weitere Gegenstände die fein säuberlich nebeneinander abgelegt worden waren eine zusammengefaltete Wolldecke ein Benzinkanister ein schlichter verkromter Gasanzünder wie man ihn für Kerzen benutzte ein Totschläger wieder brüllte er die Hilflosigkeit machte ihn verrückt zerrte an seinen Nerven jemand betrat den Raum eine Stimme Hallo Herr Pohl wie schön dass Sie sich die Zeit genommen haben Hey kreischte Pohl erneut Wirklich Es ist mir eine Freude Ein zufriedenes Nicken Frieren Sie Keine Sorge Gleich wird Ihnen wärmer ums Herz Aus dem gekippten Kanister schwappte Benzin auf die Decke Was soll das Die Angst die sich durch seine Eingeweide fraß war so eisig wie der Boden unter ihm Mit aufgerissenen Augen verfolgte er wie eine Hand den Gas Anzünder ergriff Wie haben Sie einmal so schön gesagt Herr Pohl Im Leben gibt es keinen Platz für Weicheier Dann wollen wir doch mal sehen wie hart sie sind Mara Belinsky stellte ihre Fragen in Kneipen Cafés und Clubs den Bedienungen den Rausschmeißern und den Männern die vor den Türen der Stripschuppen standen sie ging in Obst und Gemüseläden türkische Geschäfte Asia Shops und sprach mit den Verkäufern den ganzen Nachmittag war sie schon wieder im Bahnhofsviertel unterwegs und endlich einmal hatte sie nicht nur Schweigen geerntet der Name Carlos rief hier und da Reaktionen hervor man kannte ihn rasiert immer mit Wollmütze sogar in den Sommermonaten kleines spitzes Bärtchen unterhalb der Unterlippe was er tat wer seine Kontakte waren darüber schien jedoch niemand etwas äußern zu können sein Nachname war ebenfalls weniger geläufig aber als er ausgesprochen wurde klingelte es in Maras Kopf Borke wo und wann war dieser Name schon einmal genannt worden sie kehrte zurück ins Präsidium das in der langsam aufziehenden Dunkelheit ganz besonders düster und abweisend wirkte am Kaffee Automaten hing ein Defektschild was ihre Stimmung nicht gerade aufhellte als sie sich umdrehte streifte ihr Blick einen knapp 1,90 Meter großen Mann der sich von Klimt verabschiedete und sie verharrte mitten in der Bewegung wie erstarrt natürlich es war nur eine Frage der Zeit gewesen bis sie sich über den Weg laufen würden hier oder im Gerichtsgebäude seine nach wie vor schlanke Gestalt war wie immer gehüllt in einen perfekt sitzenden italienischen Anzug einen Aktenkoffer lässig in der Hand den Mantel über den Unterarm gelegt die Schuhe gleichfalls italienisch glänzten durch den gesamten Flur bis hin zu Mara grau war sein noch erstaunlich volles Haar blatt rasiert das hart hervorspringende Kinn leicht gerötete Nase ließen darauf schließen dass er gutem Cognac Calvados und Grappa immer noch so zugetan war wie früher und gewiss hatte er sich auch sonst kein bisschen geändert Hauptkommissar Klimt marschierte zurück in sein Büro während der Besucher sich umdrehte um sich dem Ausgang zuzuwenden seine Augen verengten sich als er sie erfasste so viel war geschehen über einen so langen Zeitraum hinweg zu viel und auch wenn sie sich seit mehr als vier jahren nicht begegnet waren in diesem Moment war alles wieder da stand alles wieder zwischen ihnen er schlenderte betont gleichmütig auf sie zu jetzt wieder lächelnd ein wenig gönnerhaft genau einen Schritt vor ihr als gäbe es eine unsichtbare Verbotslinie für sie beide blieb er stehen um auf sie hinunter zu schauen keine berührung nicht einmal eine flüchtige es hat sich herumgesprochen dass du wieder in der stadt bist hast dich nicht verändert vor allem nicht deinen kleidungsstil falls man so nennen kann was machst du hier entgegnete sie ohne die schärfe in ihrer stimme vermeiden zu können ich hatte mit deinem boss zu reden über einen meiner mandanten eine reine formalität also kein besuch um deine geliebte tochter mal wieder zu treffen edgar belinski lächelte ach mara wie lange haben wir uns nicht gesehen und trotzdem musst du gleich so bissig sein über vier jahre typisch dass du es nicht mal weißt dafür weiß ich woran du arbeitest auch das hat sich herum gesprochen er stellte den akten koffer ab und schlüpfte in den mantel sollen wir nicht zusammen einen kaffee trinken er nahm den koffer wieder an sich um des lieben friedens willen womöglich kreuzen sich unsere wege jetzt häufiger um des lieben friedens willen wiederholte mara seine worte mit einem resignierten kopf schütteln das ist im den dingen ablenke die dir wichtig sind schon gar nicht mit irgendwelchen problemen er warf einen demonstrativen blick auf seine rolex du kannst einfach nicht anders oder du musst immer gleich krawall machen oder ich verstehe dich wirklich nicht mara das willst du ja auch gar nicht ich sag dir nur lass dich nicht verarschen was soll das heißen überrascht von seinem plötzlichen kurswechsel sah sie ihn fragend an ich sagte doch ich weiß worauf man dich angesetzt hat den kariewicz fall na und mara klimt und seine jungs machen eine weile an dem mord herum kriegen nichts heraus und dann erbst du die sache eine junge polizeioberkommissarin die erst seit kurzem im team ist falls sie dich tatsächlich im team aufgenommen haben ihr vater 59 jahre alt der rechtsanwalt der lebemann war immer schon recht gut darin die dinge zu durch schauen es ist doch klar warum sie das an dich weiter gereicht haben oder morde in solchen kreisen versprechen weder erfolg noch reputation dafür aber jede menge fruchtloser überstunden die aufklärungsquote ist erbärmlich zeugen wenn es sie gibt schweigen aus angst da kommt man nur als verlierer raus deshalb hast du den fall mara ich komm schon klar antwortete sie defensiver als ihr lieb war den kaffee verschieben wir lieber ich habe noch zu arbeiten damit rauschte sie an ihrem vater vorbei der nichts erwiderte und rempelte beinahe jan rosen an eine ganze zeit hatte er wohl schon dort gestanden sie setzte sich an den schreibtisch wirbelte mit ihren notiz zetteln herum versuchte sich auf die hingekritzelten worte zu konzentrieren um der begegnung von eben irgendwie ihre wirkung zu nehmen auch rosen kehrte zurück an den schreibtisch sie kennen den anwalt sie auch fragte sie zurück und vermied dabei blickkontakt nur flüchtig vom sehen ich leider weniger flüchtig woher er ist mein erzeuger ihr vater entfuhr es ihm verdattert ich kam nicht umhin einige seiner bemerkungen aufzuschnappen ging mir dummerweise auch so brummte mara vor allem die bemerkungen über den karewitschfall und ich fürchte da hat ihr vater nicht unrecht ihr vater halte es in maras kopf wieder wie falsch das klang wie ungern sie es hörte denn wie es aussieht ist der fall eine ein bahn straße und stopp unterbrach sie ihn schneidend auch wenn sie und er es nicht glauben ich bin kein dummes kleines mädchen was diesen fall betrifft habe ich mir von anfang an keine illusionen gemacht ich wusste wie schwer das wird aber soll ich ihnen noch was sagen mara spießte ihn mit einem blick auf es ist mein einziger richtiger fall was bleibt mir denn anderes übrig als mich da rein zu hängen sorry murmelte jan rosen nova sagte sie übergangslos bitte klingelt da irgendetwas bei ihnen nein sorry und was ist mit carlos borke rosens gesicht tauchte über dem monitor auf klar jeder von uns kennt carlos borke ein spitzel ich traue ihm nicht aber manche von uns machen sich hin und wieder sein wissen zunutze was weiß dieser borke denn alles und nichts wie ich finde er kennt jeden und niemanden er macht geschäfte mit gangstern aber auch mit uns er taucht mal da auf mal dort steckt seine nase in alle möglichen krummen dinge mara erhob sich ohne noch etwas zu äußern ging sie auf klimts büro zu die tür stand offen er kauerte müde in seinem drehstuhl die füße auf der schreibtisch platte belinski ich lieber über carlos borke forderte sie borke wie kommen sie auf den eine zeugin behauptet karewitsch habe kurz vor seinem tod regen kontakt mit einem gewissen carlos gehabt borke ist nicht der einzige carlos auf der welt schätze ich borke hat sie vor kurzem angerufen erwiderte sie was wollte er von ihnen bei dem telefonat er hat versucht mehr informationen aus der nase zu ziehen das kerlchen was für informationen über die kollegen vom drogende dezenat ob die an einer großen sache dran wären er hätte gehört sie pflügen das bahnhofs viertel um ich habe ihn abgewimmelt wo finde ich ihn ach was soll er mit einem anführer wie karewitsch zu tun haben klimt zog seine füße vom tisch und straffte den oberkörper und überhaupt bisher wusste ich frau die karewitsch als bettgespiel ihn benutzt hat zum ersten mal wirkte er aufmerksamer sie haben sie aufgespürt wo finde ich borke wiederholte mara stur ein flüchtiges abwinken borke findet man nicht er hat sie angerufen ich möchte seine nummer klimt stützte sich auf die ellbogen ich sage ihnen bei borke muss man sehr vorsichtig sein seine nummer er sah sie wieder nachdenklich ich schicke sie ihnen per sms und jetzt lassen sie mich wieder allein nur ein paar minuten später erhielt sie von ihm carlos borkes nummer sie rief den mann sofort an eine leise kehlige stimme meldete sich ja mara stellte sich kurz vor und bat ohne umschweife um ein treffen von wem haben sie die nummer von meinem chef hauptkommissar klimt keine angst ich bin sauber wer ist das schon senorita glauben sie mir ich gehöre wirklich zu klimts mannschaft na gut seine stimme wurde noch leiser als er ihr eine straßenecke im bahnhofs viertel nannte in einer halben stunde kann ich da sein versprach sie dann werde ich mich jetzt schick machen für unser erstes rendezvous gab er spöttisch zurück und die verbindung war beendet als mara bald darauf an der betreffenden ecke ankam wurde sie verschluckt vom üblichen gedränge neonlichter abfall auf den gehsteigen quietschende autoreifen gelächter elektromusik ihr handy klingelte es war borke charmant entschuldigte er sich dafür dass er nicht da war dann lotste er sie zu einer anderen straße hier war deutlich weniger los es war dunkler leiser der wind zischte durch die häuserschlucht der nächste anruf abermals sollte sie sich woanders hinbegeben wollen sie mich verarschen borke sie möchten doch mit mir reden oder also los geben sie gas ich erwarte sie sämtliche warnsignale tönten in maras kopf vorsichtiger bahnte sie sich ihren weg langsamer wurden die schritte angespannter die blicke die sie in alle richtungen warf automatisch legte sie ihre hand auf den pistolengriff ohne dass sie die waffe aus dem holster zog hier war der neue vorgegebene treffpunkt ein hinterhof der so finster war dass sie kaum die hand vor augen sehen konnte ihr herz schlug wild als sie den hof betrat schritt für schritt weiter ging bis sie die hintere mauer erreichte dort hielt sie inne kein fahrendes auto auf der straße keine passanten sie ließ den blick kreisen rundherum hohe häuser blöcke in denen nur wenige fenster erleuchtet waren mara wartete fünf minuten zehn minuten kein anruf mehr du hast du hast also doch verarscht knurrte sie in sich hinein plötzlich hätte sie heulen können einfach so nicht nur wegen der miesen nummer die carlos borke gerade mit ihr abzog vor allem wegen der begegnung mit ihrem vater wie ihr schlagartig bewusst wurde sie schob ihn rasch aus ihren gedanken versuchte sich von neuem zu konzentrieren und plötzlich meinte sie am eingang des hofs eine schwarze silhouette wahrzunehmen dort hinten da stand doch jemand sie setzte sich in bewegung genau auf die gestalt zu die hand erneut an der waffe ihre anspannung wuchs ihre kehle war rau und im nächsten moment verschwammen die konturen der gestalt sie löste sich in nichts auf war einfach nicht mehr da mara hastete weiter raus aus dem hof sie warf den kopf nach rechts nach links niemand zu sehen er kotzte sich die seele aus dem leib hohes braunes gras unkraut und erfrorene brennesseln wurden mit unverdeutten muschelnudeln und gulaschbrocken aus der kantine gesprengelt er wirkte noch einmal dann richtete er sich auf und warf einen blick auf die rückseite des großen verwahrlosten gebäudes es war früher nachmittag empfindlich kalt der himmel grau in grau rosen was machen sie denn hier hauptkommissar klimt kam auf ihn zu außer kotzen ich war auf dem präsidium und habe mitbekommen dass etwas passiert ist und da bin ich sofort losgefahren jan rosen wühlte ein papiertaschentuch aus der packung und säuberte sich den mund er wusste dass er bleich wie ein bettlaken sein musste es war ihm ziemlich peinlich sicher er hatte schon vorher leichen gesehen mord leichen doch mit dem toten in dem keller war es etwas anderes wie ein massiger haufen rohes fleisch hatte er dargelegen der anblick hatte rosen völlig unvorbereitet getroffen klimt fischte eine zigarette aus seiner schachtel sie können ruhig zurück ins präsidium fahren ich kümmere mich um die angelegenheit was hat man mit dem kerl gemacht kann die spurensicherung schon was sagen klimt nahm einen tiefen zug und stieß den qualm aus haben sie die fast völlig verbrannte decke gesehen die in der kerl auf den nackten leib geworfen ein paar sekunden gewartet und sie wurde wieder von ihm weggezogen klimt schwieg ein moment beim wegziehen sind mehrere hautschichten an der decke kleben geblieben meine güte gab rosen gepresst von sich wie es aussieht hat der mann auch schon vorher einiges erleiden müssen die körperstellen an denen die haut noch vollständig ist sind übersät mit wunden einige schlimme hämatome und jede menge kleinere verletzungen zuerst dachte ich von einer brennenden zigarette aber dafür sahen sie zu schlimm aus stammen eher von einem gas anzünder oder irgendetwas in der art meine güte sagte rosen erneut weil ihm nichts anderes einfiel und nach der sache mit der brennenden decke war es auch noch nicht vorbei da hat er noch gelebt gut möglich dass man ihm das benzin zusätzlich aufs rohe fleisch geschüttet hat und als der oder die täter zufrieden mit sich waren haben sie ihm schließlich die kehle durchgeschnitten um ganz sicher zu gehen mit seinem eigenen messer langsam schritten sie auf das gebäude zu haben sie belinski verständigt wollte rosen wissen wozu brummte klimt unwirsch naja das opfer wurde ausgiebig gefoltert wie karewitsch haben sie die harley gesehen unterbrach auf das abgestellte motorrad selbstverständlich auch den helm darauf besser gesagt die aufschrift auf dem helm sicher rosen nickte eifrig bravados eine rocker gang was wissen sie über die bravados die treiben sich vor allem in darmstadt und offenbach herum in frankfurt sind sie bis jetzt nicht auffällig geworden nicht gerade chorknaben aber aber nicht zu vergleichen mit jemandem wie karewitsch stimmt's genau klimt schnippte seine kippe weg die darmstädter bravados und die kroatische mafia die sind welten voneinander entfernt nein das passt nicht zusammen aber die folterungen gab rosen zu bedenken wilinski kommt schon mit dem karewitsch mord nicht klar und sie sind ihr wohl auch keine große hilfe rosen spürte dass er knallrot anlief wenn ich unserer kleinen schwarzen krähe jetzt auch noch den gehäuteten rocker auf hals bricht sie zusammen nein ich nehme mich der sache erst mal selbst an schauen sie doch mal was der computer über die rocke ausspuckt wissen wir schon wie der ermordete hieß rosen fand endlich seine stimme wieder marek pol sein personal ausweis steckte im geldbeutel der in der jackentasche war schon mal gehört den namen nein einer der bosse stehen der schatten des hauses fiel auf sie ich werde jetzt unserem freund noch mal gesellschaft leisten bevor er abtransportiert wird kommen sie mit klar sagte rosen sein magen krampfte sich schon wieder zusammen alles wird gut keine angst alles wird gut die frau lag da als würde sie schlafen die arme von sich gestreckt der gesichtsausdruck entspannt fast befreit ein riesiges wohnzimmer mit verschiedenen ebenen parkettboden sündhaft teure polster keinerlei schnickschnack die westseite des raumes bestand komplett aus glas das sich öffnen ließ um die warme sonne einzulassen jetzt allerdings war es bewölkt früher nachmittag das zierliche zehnjährige mädchen war von der schule gekommen und fast über die frau gestolpert seit gut einer stunde kauerte es ganz dicht neben ihr streichelte sie redete ihr gut zu alles wird gut alles wird gut schatten krochen heran und tauchten das innere in ein diffuses grau kein geräusch die ganze zeit über abgesehen von der stimme des mädchens das nicht müde oder durstig oder hungrig wurde das einfach unbeirrbar versuchte der frau mut zuzusprechen erst als der man das haus betrat und das kind behutsam fortführte er spürte es eine gewisse erschöpfung bleiern die glieder ein brennen in den orgen allein lag die kleine auf der tagesdecke ihres bettes im ersten stock stimmen erklangen im erdgeschoss auf einmal ganz viele und sie schlich auf zehnspitzen aus dem zimmer um über das geländer nach unten spähen zu können männer in polizei uniform doch sie achtete nicht auf sie auch nicht auf ihren vater nichts sah sie nichts außer den händen die die tote ergriffen um sie in der deckel wurde geschlossen unter den augen der kleinen wurde die kiste nach draußen getragen sie wusste genau dass dieses bild sie für immer begleiten sie niemals loslassen würde auch knappe zwanzig jahre später war es bei ihr als sie mitten in der nacht auf dem boden hockte im wohnzimmer ihrer düsteren wohnung ein regenschauer klatschte ans fenster während sich mara an die Vergangenheit verlor an jenen tag als ihre mutter starb ein mord der nie aufgeklärt worden war eine tat die ein leben zerstörte und ein anderes völlig aus dem gleich gewicht brachte von da an war mara auf ihren vater angewiesen von da an drohte sie unter zu gehen die jahre die auf den mord folgten waren von einsamkeit geprägt vom warten darauf dass edgar bilinski sie wahrnehmen berühren lieben würde mit 14 15 hatte sich nichts geändert sie wartete noch immer nach wie vor behütet von wechselnden kindermädchen das war das alter in dem sie sich immer mehr fallen ließ tiefer ins schwarze sank ihr haar ihre kleidung ihre schminke eine neigung die ihrem vater missfiel fast so sehr wie maras umgang gleichermaßen schwarz gekleidete figuren die gras rauchten die beging ihr vater war außer sich verbot ihr all das worauf sie sich eingelassen hatte und sie hielt sich nicht daran das schwarz war in ihrem leben geblieben bis heute ebenso wie der moment in dem die graue kiste aus dem haus getragen wurde in letzter zeit war es ihr recht gut gelungen dieses erlebnis abzuschütteln aber die begegnung mit ihrem vater hatte alles wieder an die oberfläche gespült über 24 stunden lag ihre unterhaltung zurück doch mara war noch immer damit beschäftigt sich davon zu erholen zumal der tag darauf nicht erfreulich verlaufen war sie war verzweifelt angesichts der fehlenden ergebnisse im fall karewitsch sie hatte sich durch datenbanken und akten gekämpft doch nichts als zeitverschwendung der nachmittag war doch niemand sprach über karewitsch oder er niemand wagte es sich über ihn zu äußern als ihre stimmung an einem tiefpunkt angelangt war hatte kommissar dörflinger vom einbruchs dezenat bei ihr angerufen in kronberg waren zwei benachbarte wohnhäuser eingebrochen worden und mara sollte am nächsten tag hinfahren um eine zeugin zu befragen die sich gemeldet hatte klimt hatte laut dörflinger zugestimmt dass mara abkommandiert werden dürfe mitten in der nacht war es inzwischen sie war müde und aufgedreht zugleich zum ersten mal seit jahren hatte sie wieder geraucht die ausgedrückten zigarettenstummel bildeten einen kleinen hügel in der zum aschenbecher umfunktionierten untertasse der tabak kratzte in ihrem hals erst gegen fünf uhr stand sie vor dem badezimmerspiegel und wusch sich den dicken kajal weg nur noch ein paar stunden und sie würde wieder im revier sein sie schrubbte sich das gesicht was zum vorschein kam war fast wieder das gesicht des zehnjährigen mädchens das einst mit einer toten geredet hatte alles wird gut alles wird gut im laufe des morgens hörte mara einen fall beschäftigt waren über den sie jedoch nichts konkretes erfuhr dann die fahrt nach kronberg das gespräch mit der zeugin die vor einigen nächten mit ihrem hund unterwegs gewesen war der noch mal das bein heben musste wie sich herausgestellt hatte war zu diesem zeitpunkt in zwei häuser eingebrochen worden deren besitzer für einige zeit verreist waren zwei befreundete ärzte ehepaare deshalb waren zentrum hanu empfing sie mit skeptischer miene ich habe dir schon einmal gesagt dass der junge auf einem guten weg ist ich glaube er hat einen umweg genommen ich vertraue raffael ich nicht wenige minuten später saßen sich mara und raffael macchiadi in dem selben zimmer gegenüber wie beim letzten mal er trug dieselben tarnhosen aber einen himmelblauen hoodie der brandneu aussah die einbruchsserie kam mara zur sache du erinnerst dich seine antwort war ein provozierendes gähnen sie nannte das datum jener nacht als man in die beiden kronberger wohnungen eingedrungen war wieder nur schweigen leise schob sich hanno ins zimmer störe ich wo warst du in dieser nacht raffael wollte mara von dem jungen wissen nicht in kronberg nehme ich an nee da habe ich in meinem bettchen im heim geschlafen mara federte hoch und stand kerzengerade vor ihm kannst du mir sagen warum in der nacht in unmittelbarer nähe der wohnungen eine gruppe jugendlicher gesehen worden ist von denen einer eine weiße motorrad lederjacke getragen hat ein freches grinsen in seinem schmalen gesicht gibt bestimmt mehr als ein exemplar von dieser jacke aber die zeugin sagt dass der junge mit der jacke einen haarschnitt hatte der dummerweise hat die zeugin gehört dass der junge mit der jacke und der frisur auch noch als rafael angeredet worden ist ein paar sekunden völliger ruhe zwischen hanos augen erschien eine sorgenfalte diesmal muss ich dich mitnehmen rafael ein muskel in seiner wange zuckte ich komme nicht mit doch das wirst du leck mich doch am arsch bullen schlampe ich weiß was du mir zeigen willst wie cool du bist und dass nicht nur ich sondern die ganze welt dich am arsch lecken kann sie trat noch näher an ihn heran und er zwang sich durch sie hindurch zu starren ich sag dir nur eines irgendwann tut die welt genau das sie wird dich am arsch lecken sogar Hanno denn dann bleibt auch ihm keine andere Wahl mehr als dich aufzugeben am Anfang also wahrscheinlich jetzt noch mag alles geil für dich sein wie ein Fallschirmsprung durchs Leben immer schneller immer schneller allen anderen den Mittelfinger zeigen und den Rausch genießen den Rausch den es dir bringt wenn du auf der anderen Seite bist dort wo es keine Regeln gibt wo alles möglich zu sein scheint wo der Nervenkitzel ist weit weg von den ganzen Langweilern mit ihren kleinen Jobs und kleinen Wohnungen immer schneller wird der Fallschirmsprung dann kommt ein grauenhafter Moment der Moment wenn du plötzlich merkst dass sich der scheiß Fallschirm nicht öffnet das Ding geht einfach nicht auf und du rast auf den Boden zu und dir wird klar dass du keine Chance mehr hast dass sich keiner mehr um dich schert und wenn du dann noch irgendwelche Dinge klarstellen willst hört dir jemand mehr zu und du fällst und fällst und fällst schneller und schneller und alles was dir noch sicher ist ist der Aufprall Raphael schluckte also doch noch eine Predigt Mara wandte sich Hanno beschwörend an sie gib mir ein paar Minuten mit Raphael bitte lass mich mit ihm reden sie verließ das Zimmer durchquerte den großen Aufenthaltsraum und stellte sich vor den Eingang es verlangte sie nach einer Zigarette und das ging ihr fast so sehr gegen den Strich wie dieser überhebliche Raphael Macchiadi Nach nicht einmal zwei Minuten erschien Hanno bei ihr sofort sah sie ihm an dass etwas nicht stimmte Mara er hat mich umgestoßen bekümmert breitete er die Arme aus sag nicht er ist weg eine schuldbewusste Miene ein tiefes Seufzen er ist aufgesprungen hat geschubst und ist wie eine Rakete losgerannt wohin durch eines der Fenster auf der Rückseite scheiße es tut mir leid Mara ich hätte nie damit gerechnet dass er nicht du Hanno ich hätte damit rechnen müssen Mara starrte stinksauer vor sich hin Rosens Kopf tauchte über seinem Monitor auf kann ich sie was fragen Mara sah nicht von ihrem Bildschirm auf äh hätten sie nachher Lust noch ein Bier oder einen Wein mit mir zu trinken jetzt blickte sie doch auf also wenn sie keine Zeit haben dann kein Problem okay Rosen ich bin dabei wirklich verdutzt hing sein blick an ihr gut eine stunde später befanden sie sich in einem apfelweinkeller auf der berger straße schwaches licht nackte steinwände leise musik ein altes weinfass diente als stetisch er trank einen badischen grauburgunder sie einen samtigen sizilianischen donne del sole dessen rot so dunkel war dass er schwarz wirkte also Rosen sagte Mara was ist los Rosen sah in sein Weinglas ich finde einfach sie sollten davon wissen wovon von Marek Pohl die Umstände also die Brutalität mit der er umgebracht wurde das ist fangen sie von vorn an wer ist dieser Pol oder wer war er sie steckten die Köpfe zusammen und Rosen senkte die Stimme als er ihr die Einzelheiten des Mordes an dem Rocker schilderte Klimt geht davon aus dass das nichts mit dem Karewitsch Fall zu tun hat aber die Art und Weise ich verstehe Mara nickte sagen sie mir alles was sie wissen so viel ist das noch nicht er sah sie an und gleich wieder weg aber ich habe einige Zeit damit verbracht mich durch die Akten zu graben die es über die Bravados gibt und morgen früh werde ich damit weitermachen was machen diese Bravados den lieben langen Tag in erster Linie Ärger Schutzgelderpressung bei Gastronomen in Darmstadt und Offenbach Körperverletzung Sachbeschädigung was ist mit Drogenhandel Menschenhandel Waffenhandel nein wie es aussieht spielen die nicht in der Champions League vielleicht wollen sie das ja und sind dabei irgendwem auf die Füße getreten etwa Herrn Kariewicz gab womöglich Ärger zwischen den beiden Seiten bisher deutet nichts darauf hin dass es Berührungspunkte zwischen den beiden Gruppen gibt Rosen hob die Schultern Klimt hat wochenlang alles abgeklopft was Kariewicz angeht auf den Namen Bravados ist er nicht gestoßen und was hat Klimt jetzt vor wir haben heute eine Liste erstellt auf der alle Bravados aufgeführt sind die uns namentlich bekannt sind berichtete Rosen Klimt wird sich wir haben auch zwei drei Namen von Ex Mitgliedern aber die lassen wir erstmal außen vor danke für die infos übrigens sorry sie hob eine Augenbraue ja es ist nicht okay von uns was sie links liegen zu lassen Mara grinste finden sie sie tranken noch einen Wein und bald darauf verabschiedeten sie sich vor dem Eingang zu dem Weinkeller voneinander Mara schritt die Berger Straße hinab ihr Atem bildete Wölkchen vor ihrem Gesicht nur 15 Minuten später schloss sie die Tür des Hauses auf in dem sie wohnte ein typischer verschnörkelter Frankfurter Altbau in dem es nach Staub und Vergangenheit roch die alten Holzstufen knarrten als sie unter dem schwachen Lichtschein nach oben in den zweiten Stock ging Mara wollte gerade den Schlüssel ins Schloss schieben da wurde sie von einem unangenehmen Gefühl erfasst sie wirbelte auf den Absätzen herum dunkle Augen starrten sie an sie ließ die Tasche fallen ihre Finger umschlossen die Pistole ohne sie zu ziehen der Mann grinste die vollen Lippen eine zynische Sichel im Gesicht er war nicht einmal so viel größer als sie und hatte eine untersetzte Figur Maras Griff um die Waffe wurde fester er trug spitze Stifletten Jeans darüber einen knielangen dunklen Ledermantel einen mehrfach geschwungenen Schal und auf dem Kopf eine Wollmütze sein Gesicht war breit mit starken Wangenknochen die Nase sprang wuchtig mit auffallend geweiteten Nasenflügeln daraus hervor der Teint war dunkel wie der eines Südländers unter der Unterlippe befand sich das kleine Bärtchen das Mara bei der Beschreibung dieses Mannes genannt worden war Ihr Haar glänzt wie schwarzes Gefieder wie das einer Kräher Sein Grinsen wurde breiter Der Spitzname passt wirklich ganz gut zu ihnen Was wollen Sie fragte Mara unbeeindruckt Sie wollten etwas von mir Schon vergessen? Eine großspurige Geste mit der Hand Übrigens tut mir leid dass es kürzlich nicht geklappt hat mit unserer Verabredung Umso schöner dass sich das Warten heute für mich gelohnt hat Es freut mich sehr Mara Belinsky kennenzulernen Zumal Sie im Gegensatz zu Klimts sonstigen Langweilern mal eine echte Abwechslung sind Das muss ich ihnen lassen Und Sie sind Carlos Borke Fühle mich sehr geehrt Mara Dass Sie im Viertel so angestrengt nach mir suchen Sie haben noch nichts dagegen dass ich sie Mara nenne Und ob ich etwas dagegen habe erwiderte sie trocken Okay schon gut Er hob beschwichtigend die Hände Wollen Sie mich nicht herein bitten Nein ganz bestimmt nicht Wie haben Sie herausgefunden wo ich wohne Ach wenn man gute Ohren hat hört man einiges Ich sollte eigentlich bei eurer Mannschaft mitspielen Bei welcher spielen Sie stattdessen In einem One Man Team Er zwinkerte ihr zu Also Wo können wir uns unterhalten Da mir ihre Tür ja leider nicht offen steht Oben Mara deutete auf die Treppe die hinaufführte Nach ihnen Gleich darauf standen sie sich auf dem Dachboden gegenüber Eine nackte Neonröhre tauchte alles in weißes Licht Nicht sehr romantisch für ein erstes Rendezvous bemerkte Borka Ihr schmieriges Rendezvous Getur können sie sich Mara taxierte ihn Ivo Karewitsch Was hatten sie mit ihm zu schaffen Er lachte Oh ruhig Blut Senorita Ich bin keine Senorita Nennen sie mich Bilinski denn das ist mein Name und noch etwas Ich weiß dass ich eine Frau bin Ich weiß auch dass ich erst seit kurzem hier bin Aber tun sie nicht ständig so als wäre ich ein Dummchen Sonst trete ich ihnen in den Arsch Und jetzt sagen sie mir in welcher Beziehung sie zu Ivo Karewitsch standen Haben sie mit ihm zusammen gearbeitet Ich habe den Mann nie getroffen Nie ein Wort mit ihm gewechselt Da habe ich andere Informationen Ich weiß dass sie mit ihm telefoniert haben kurz bevor er umgebracht worden ist Das muss ein Missverständnis sein erwiderte er Nicht mehr so überheblich wie zuvor sondern eindeutig wachsamer Ich habe mich über sie informiert Wie schmeichelhaft Sie wissen was im Milieu los ist Wer mit wem paktiert Wer mit wem Krieg führt Er winkte ab Ach Quatsch So ist es ganz sicher nicht Was wissen Sie über Kariewicz Das hatten wir doch schon Gar nichts Was wissen Sie über Nova Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen Nova Keine Ahnung Ich frage Sie noch einmal Was wissen Sie über Kariewicz Wen kennen Sie der ihn kannte Ich glaube antwortete er gedehnt dass ich sie was mit Kariewicz hat Wie hieß die Frau Isabel Durch Isabel bin ich auf sie gekommen Mara maß ihn abschätzig Und mein Gefühl sagt mir dass sie das wussten Und auf das Gefühl einer Frau ist Verlass Er fand wieder zu seiner spöttischen Art Warum haben sie sich die Mühe gemacht meine Adresse herauszufinden mich aufzusuchen auf mich zu warten Interesse Ich wollte wissen wer die Cop Lady ist die neuerdings im Viertel unterwegs ist Ich glaube sie wollten mal vorfühlen ob ich irgendetwas weiß Und wissen sie etwas Wieso haben sie kürzlich bei Haupt Kommissar Klimt nachgefragt was bei den Kollegen dem Drogen der Senat läuft Habe ich das Welches Spiel spielen sie Ein eigenes Wie gesagt ich bin ein One Man Team Liza schob ihr hinterher Wollen sie wissen was mir mein Gefühl sagt Sie sollten sich um die Rocker kümmern Das können sie wohl kaum aus der Zeitung haben Da stand es nämlich noch nicht Kannten sie Marek Pohl Ich gebe mich nicht mit Rockern ab Alles Idioten Das sollten sie übernehmen Dann werden sie weiterkommen Er rückte sich mit der Hand die Mütze zurecht Bleiben wir doch mal bei Ihnen Wie ich das sehe haben sie tatsächlich noch nicht sonderlich viel herausgefunden Aber trotzdem sind sie dabei Staub aufzuwirbeln Und und Carlos Borke lachte Lady Sie sind dabei dem Teufel in die Suppe zu spucken Und er mag das nicht Glauben sie mir Wer ist der Teufel Finden sie es heraus Oder besser für sie Finden sie es nicht heraus Den ganzen Abend und die ganze Nacht war er unterwegs gewesen Er war hundemüde Sein Magen knurrte Er froh Sein Hoodie war pitch nass Seine Füße tatten weh Wenigstens hatte es aufgehört zu regnen Raphael gönnte sich ein erleichtertes Durchatmen Dort hinten Eingangs der abzweigenden Straße parkte Typhoons Chrysler Typhoon war ein Arsch Aber heute Raphaels letzte Hoffnung Er eilte über das rutschig nasse Kopfstein Pflaster und hielt an der Ecke des Hauses inne Er suchte kleine Steinchen die er dann eines nach dem anderen an Typhoons Fenster im ersten Stock werfen konnte Nach dem neunten oder zehnten Treffer wurde endlich geöffnet Typhoons verschlafenes Gesicht tauchte auf Raphael hast du sie noch alle warum hast du nicht geantwortet ich hab dir vier oder fünf whatsapp geschrieben na und kann ich bei dir pennen nur ein paar Stunden man von mir aus auf dem Boden was ist denn mit deinem heim diese bullen lady war bei hanno die hat mich am arsch in kronberg hast du echt eine große schnauze gehabt Typhoon glotzte auf ihn herunter heute nicht mehr lass mich nicht hängen Typhoon gähnte ausgiebig Raphael hätte ihm am liebsten eine reingehauen na gut ich mach dir auf es dauerte nicht lange bis die eingangstür an der giebelseite des hauses aufsprang Typhoon in muskelshirt und boxershorts ließ ihn herein ich bin so müde erklärte Raphael sei leise man meine eltern dürfen nicht wach werden sie schlichen hoch in die wohnung die über einem laden lag in Typhoons zimmer angekommen sagte er bevor du dich hinlegst raff müssen wir über die bullentante sprechen wieso du hältst doch die schnauze oder hab ich auch noch einmal jemanden verpfiffen im dunkel des zimmers standen sie da ich würde es dir nicht raten raff sagte Typhoon leise als Raphael endlich die beine lang machen und sich in eine decke einwickeln konnte war das eben noch übermächtige schlafbedürfnis plötzlich wie weggeblasen er konnte es nicht fassen aber er war hellwach und drehte sich von einer seite auf die andere und Typhoon schnarchte geräusche wie von einer elektrosäge mit frisch auffallender wut dachte Raphael Typhoon ist ein arsch erst recht wegen dieser anderen sache mit dem mädchen Raphael kannte die kleine nicht persönlich hatte nur von der geschichte gehört als sie von mund zu mund gegangen war geflüstert geraunt mit gewaltigem respekt was hättest du getan fragte er sich wenn du damals dabei gewesen wärst mitgemacht wie Typhoons Freunde nein gab sich Raphael die stumme grimmige Antwort er hätte nicht mitgemacht und doch blieb ein Zweifel was wenn man nicht mitmachte Typhoons kaum verholene Drohung von vorhin kam ihm in den Sinn ich würde 's dir nicht raten Raff in der Schrebergarten Kolonie am Stadtrand war es einsam und neblig und kalt später Nachmittag eine Atmosphäre als würde nie wieder die Sonne scheinen Maras Blick wanderte über die kleinen aneinander grenzenden mit Maschendrahtzaun getrennten Parzellen jede davon mit einem Schuppen vor denen hier und da noch die Plastik oder Holzstühle standen auf denen die Leute die Sommer Nachmittage hatten vorbeiziehen unmittelbarer Nähe auf etwas abgeschirmt von einer bräunlich verfärbten Hecke Informationen zufolge müsste der Mann auf den es ihr ankam um diese Zeit hier auftauchen sie wartete bereits seit einer Stunde wie sehr sie das hasste wie viel Zeit hatte sie schon damit verbracht zu warten viel zu viel manchmal kam es ihr so vor als ob 30 oder 40 Prozent der Polizeiarbeit dafür drauf gingen was an ihren Nerven zerrte war die Tatsache dass sie dann immer besonders wehrlos war wehrlos gegen die Gedanken die Erinnerungen die Bilder von früher die sich auch jetzt wieder einschlichen um sie zu packen und in sich hinein zu ziehen immer tiefer hinein in die Jahre nach dem Tod ihrer Mutter jene Zeit der sich stetig aufbauenden Hoffnung dass ihr Vater sich endlich der eigenen Tochter zuwenden würde und der Wut auf ihn als genau das nicht passierte die Strattereien das Schul Schwänzen das Fortbleiben über Nacht der Trotz mit dem Mara schwarze Lederklamotten trug ihr erster Ladendiebstahl der Schmerz den ihr das erste Tattoo einbrachte der amateurhaft gestochene Kopf eines Steinbocks das Sternzeichen ihrer Mutter der erste Joint die erste bunte Pille die sie fort trug vom Jetzt sie erinnerte sich daran als ihr Vater mit wehenden Mantelschössen auf dem Polizeirevier erschien um sie abzuholen keine Verärgerung sondern eine Verachtung im Blick die sie traf wie ein Faustschlag damals war sie oft zum Hauptfriedhof gegangen um bei Sonne oder Regen allein vor dem Grab zu stehen und ihren Vater zu verachten der seine Trauer versteckte und auch die Polizei zu verachten die unfähig war einen Verdächtigen im Mordfall Katharina Bilinski zu ermitteln die Welt der Erwachsenen eine falsche hinterlistige heuchlerische Welt der Mord an ihrer Mutter kümmerte niemanden Ein drühnender Motor riss sie aus ihren Gedanken Im Nu war sie zurück in der Gegenwart Die Silhouette des Motorradfahrers zerschnitt den Nebel wie einen Vorhang Der Mann wirkte groß und kräftig Er sollte eins von drei ehemaligen Mitgliedern der Bravados sein Jetzt erreichte er den Rand der Schrebergarten Kolonie und verringerte das Tempo Er fuhr noch ein ganzes Stück über einen schmalen Trampelpfad bis er die Maschine abstellte Den Helm unter dem Arm marschierte er zu dem Maschendrahtzaun öffnete das Tor mit einem Schlüssel glitt hindurch und verschwand in einem der Holzschuppen Der Klingelton von Maras Handy ertönte Rosen wie sie auf dem Display las Was gibt's Rosen Hat sich heute bei euch irgendetwas ergeben Klimt und die anderen haben mehrere Bravados befragt und nichts Die Rocke haben anscheinend keine Ahnung wer es auf Pol abgesehen hatte Was wisst ihr mittlerweile sonst noch über ihn In Kurzform 32 Jahre alt unverheiratet keine Kinder geboren in Offenbach abgebrochene Lehre als Kfz Mechatroniker einige Vorstrafen Körperverletzung unerlaubter Waffen- und Drogenbesitz Vandalismus zwei kürzere Gefängnisaufenthalte War er einer der Bosse? Es gibt wohl nur einen einzigen Mann der sich Chef nennen darf Bertram Grabo genannt Butsch Hat Marek Pohl sich etwas zu Schulden kommen lassen was innerhalb der Gruppe nicht gern gesehen wurde? Nicht dass wir wüssten Keine Kämpfe mit anderen Rocker Gruppen Ich habe nochmal mit Kollegen in Darmstadt und Offenbach telefoniert Da weiß man nichts über einen anstehenden Rockerkrieg Der breitschultrige Mann verließ den Schuppen wieder und lehnte einen Spaten gegen die Wand Und was ist mit einer Auseinandersetzung mit einer anderen Verbrecher Gruppierung? Bilinski Ich weiß natürlich dass Sie Karajwitsch meinen Etwas in dieser Richtung haben wir aber immer noch nicht Mara verfolgte wie der Mann seinen Garten umzugraben begann Okay Rosen Bis später Bis dann Mara passierte das abgestellte Motorrad Eine Harley Davidson Allerdings ohne Bravadus Schriftzug Die Zeiten waren für Alex Kügler vorbei Sie öffnete das Türchen im Zaun und ging auf den Mann zu Er rammte den Spaten in die Erde und sah ihr misstrauisch entgegen Bilinski Kriminalpolizei Frankfurt Sie blieb vor ihm stehen In der Tat ein großer überaus kräftiger Kerl Rasierter Schädel harte Wangenknochen rötlich grauer Vollbart Sie sind Alex Kügler Warum fragen Sie wenn Sie es doch sowieso wissen Eine raue Stimme weiterhin Misstrauen in den hellen Augen Marek Pohl sagte sie schlicht Ich habe davon gehört Von wem wissen Sie das Von Lehmann gab er mit einem Brummen zurück Bei dem sie heute Mittag schon waren und nach Pol gefragt haben Sie und Lehmann sind Sie Freunde Na ja wir kennen uns eben Seit ihrer gemeinsamen Zeit bei den Bravardos nicht wahr Warum sind sie ausgestiegen Weil es mir nicht gefallen hat wie sich der Verein verändert hat Inwiefern Leute wie Lehmann und ich also die älteren wir hatten noch Grundsätze Prinzipien oder wie man es nennen soll und die jüngeren Mitglieder die wurden immer rücksichtslose brutaler und gleichzeitig feiger Mara forschte in seinem Gesicht Sie wurden vor allem krimineller richtig Ich bin ausgestiegen und das war's für mich Keine Treffen mehr kein gar nichts mehr Die gehen mir am Marsch vorbei Und was machen sie heute Ich schraube ein Bikes herum und kümmere mich um den Garten meiner Mutter Sonst noch Fragen Und ob Mara grinste ihn an Immer noch Marek Pol Sie kannten ihn oder Er war doch schon bei den Bravados als auch sie noch dazugehörten Was für ein Typ war er Ein Heben der breiten Schultern Damals war er noch ziemlich feucht hinter den Ohren Aber es zeigte sich dass er einer von den harten Jungs werden würde Einer auf den man sich verlassen kann Also kein Revoluzzer Jemand der es darauf anlegt selbst das sagen zu haben Quatsch Warum hat es gerade Pool erwischt Und das auch noch auf ziemlich scheußliche Art Keine Ahnung Gab es nicht Ärger mit den Kroaten Sie wissen schon Mit Ivo Karewitsch Mit wem Als Sie noch bei den Bravados waren Haben Sie da nie von Karewitsch gehört Er machte einen Schritt auf sie zu und starrte auf sie herunter Seit über zwei Jahren habe ich kein Wort mit einem Bravado gewechselt Die Suppe die die kochen schmeckt mir nicht Zum ersten Mal glühte offene Aggressivität in seinen Augen Und wenn einer nach dem anderen von den Bravados abgeschlachtet wird Mich kümmert seinen Scheißdreck Jetzt lassen Sie offen gewesen Gleich darauf saß sie wieder hinter dem Steuer um zurück nach Frankfurt zu fahren Sie quälte sich durch den immer dichter werdenden Stadtverkehr Auf einem Supermarkt Parkplatz stellte sie ihren Wagen ab Fünf Minuten später befand sie sich vor dem Haus in dem Isabel wohnte Davor stand ein Laster in den Möbelpacker gerade ein Sofa wuchteten Mara glitt durch die Haustür die mit einem Holzkeil offen gehalten wurde und fuhr mit dem Aufzug in die oberste Etage dort stellte sie überrascht fest dass auch Isabelles Wohnungstür sperrangelweit offen stand hier fand der Umzug statt hinter ihr ertönten Schritte einer der Möbelpacker mit blauer Arbeitshose und kariertem Flanellhemd ich wollte zu Isabelle Jobimert sie ist eine Freundin von mir er hob die Schultern ich Sie wissen doch wo die Reise hingehen soll Sachsenhausen mein Kollege hat die genaue Adresse danke dann frage ich mal den Kollegen in der Nähe der Adresse die ihr genannt worden war stellte sie ihren Alpha ab der Sachsenhäuser Berg mit Blick auf die City sicher keine High Society Ecke aber doch eine sehr ordentliche Gegend sie wunderte sich aus welchen Gründen es jemanden mit Isabels Umfeld ausgerechnet hierhin verschlagen hatte zumal es sich auch noch um ein Familienhaus mit umliegendem Rasen handelte sie beobachtete aus einiger Entfernung wie die drei Möbelpacker die Einrichtung ausluden und wartete ab bei Einbruch der Dunkelheit war der Laster leer der Laderaum wurde geschlossen da tauchte ein Taxi auf Isabelle stieg aus und steckte den Möbelpackern ein Bündel Scheine zu die Männer verabschiedeten sich Isabelle wollte gerade das Haus betreten als Mara wie aus dem Nichts neben ihr stand Sie schon wieder was wollen sie von mir also geht's für sie doch nicht zurück in den Puff was zwischenzeitlich im Lotto gewonnen ich habe nichts zu sagen Isabelle Mara starrte ihr ins Gesicht ich werde wühlen immer weiter immer mehr und ich werde es herausfinden was denn Maras Stimme wurde eindringlicher zum Beispiel wer ihren Umzug bezahlt hat ich aber wer hat ihnen das Geld dafür gegeben wie kommen sie dazu mich so unter Druck zu setzen gab Isabelle schrill zurück Dio Bimac ein schöner Name den hat ihnen Ivo Karevic verpasst nicht war auf Kroatisch heißt das Liebling ich hab's nachgeschlagen na und das ist mein Name log Isabelle ich werde wühlen und wühlen fuhr Mara stoisch fort bis ich mehr weiß und ich schätze mal sie haben kein Interesse daran dass ich ihnen richtig auf die Pelle rücke oder also wer hat den Umzug bezahlt Malovan sind sie jetzt sein Herzchen Malovan ist ein Schwein entfuhr es Isabelle und Kariewicz war der auch ein Schwein das sind sie alle einer wieder andere bestien haben sie sie geschlagen Kariewicz und die anderen wenn es nur das wäre erwiderte Isabelle bitter was haben sie ihnen noch angetan lassen sie mich bitte in Ruhe Mara hatte versucht in den polizeilichen Datenbanken mehr über Isabelle herauszufinden aber ohne Erfolg Frauen wie sie waren praktisch namenlos Randnotizen im zermürbenden Kampf gegen die Hintermänner kennen sie die Bravados die Rocker ich hatte nie mit denen zu tun und Kariewicz hatte der mit ihnen zu tun das weiß ich nicht Marek Pohl schon mal getroffen den Herrn nein bei unserem letzten Gespräch setzte Mara neu an haben sie Carlos erwähnt um was ging es bei den Telefonaten zwischen ihm und Kariewicz ein großes Ding das waren ihre Worte Isabelle rollte mit den Augen Drogen Drogen welcher Art das habe ich nicht mitgekriegt Maras Handy klingelte sie zog es aus der Jacke und betrachtete das Display Jan Rosen plötzlich kam Bewegung in Isabelle sie hastete ins Innere der Wohnung die Tür fiel mit einem lauten Knall ins Schloss der Klingelton erstarb und Mara war unentschlossen ob sie die junge Frau weiter bedrängen sollte schließlich entfernte sie sich von Isabelles neuem Unterschlupf und ging zurück zum Auto das Handy am Ohr sie hatte Rosens Nummer gewählt hier Rosen was gibt's neues irgendeine Spur ich muss sie warnen antwortete er auffallend leise wovor sie bekam mit dass er gerufen wurde und erkannte Klimts Stimme sorry ich muss Schluss machen melde mich weg war seine Stimme Stille warnen halte es in Maras Ohr wieder und ein Wort Isabels ging ihr auch nicht aus dem Sinn Drogen hatte Carlos Borke nicht versucht Klimt auszuhorchen was gerade in Sachen Drogen einsetzen lief ein großes Ding was war das für ein Deal er hatte keine Ahnung wohin er sollte alles war scheiße gelaufen er latschte durch die Straßen des Bahnhofs Viertels mutlos müde hungrig und jetzt Taifun nein das ging nicht zumal er ihm nicht mehr trauen konnte seit der Nacht als er bei ihm auf dem Boden geschlafen hatte war er allein unterwegs gewesen hatte seine letzten Scheinchen und Münzen für etwas zu beißen ausgegeben er brauchte eine dusche wärme eine große portion schlaf was richtiges zu essen Hanno war immer der letzte notnagel gewesen verdammte bullenlady scheiße wohin sollte er gehen wo sollte er schlafen rafael war verzweifelt schlimmer als sonst schlimmer als je zuvor in seinem leben die Hände tief in den Hosentaschen vergraben ging er weiter immer weiter um die Ecke und gleich wieder um die nächste immer wieder war er in schlimme Situationen geraten doch diesmal schien sich die Schlinge enger um seinen Hals zusammenzuziehen man man konnte man konnte direkt mit den Wohnungseinbrüchen in Kronberg in Verbindung bringen so düster hatte es selten ausgesehen das war ihm klar sein Handy meldete sich er starrte im gehen darauf eine Nachricht von Typhon Lagerstraße mit ihren Geschäften ich verpfeife niemanden Raphael wurde immer misstrauischer die Frage ist wie lange noch Typhoons Grinsen hatte etwas Fieses darüber müssten wir mal reden aus der Dunkelheit dort wo Schaukeln Rutschbahn und Klettergerüst standen näherten sich drei schemenhafte Gestalten endlich kapierte Raphael also das war es was Typhon vorhatte ihm eine Lektion erteilen ihm einbläuen dass man ihm nicht mehr traute dass er zu einem Risiko geworden war blitzschnell rannte Raphael los keine Müdigkeit mehr kein Hunger nur noch Angst eine scheiß Angst die ihm im Nacken saß er rannte wie der Teufel wie nie zuvor im Leben glitt über den Zaun und hetzte weiter hinter ihm ertönten die Schritte der vier Verfolger die ausgeruhter und kräftiger waren und näher und näher kamen früher morgen kein Sonnenstrahl der Himmel war eine stumpfe farblose Masse im Präsidium war noch alles ruhig Mara saß am Schreibtisch am Vorabend hatte sie mehrfach versucht Carlos Borke telefonisch zu erreichen doch er war nicht rangegangen ein undurchsichtiger Vogel ein windiger Typ dem man nicht trauen durfte das war klar aber möglicherweise wusste er etwas das ihr weiterhelfen konnte heute hatte Mara schon ein Telefongespräch mit Hauptkommissar Meichel geführt dem Leiter des Drogendezernats Meichel erklärte dass es im Moment recht ruhig sei nichts deute auf einen Bandenkrieg hin oder darauf dass größere Mengen als gewöhnlich im Umlauf seien Mara dachte auch jetzt noch über das Gespräch nach Karewitsch Drogen Borke Pol Bravardos diese Worte standen in fahrigen Großbuchstaben vor ihr auf einem Blatt Papier waren die Drogen der Schlüssel für die beiden Morde außerdem hatte sie sich nochmal mit Isabel Jubimatz beschäftigt im Gegensatz zu dem Apartment war Isabel bei dem Haus am Sachsenhäuser Berg tatsächlich als Mieterin gemeldet die Kaution und die Miete für den ersten Monat waren bei einer gewissen Gesellschaft für Leben und Wohnen eingegangen die sowohl Wohnungen als auch Häuser vermietete und zwar von einem Konto das auf Isabel Jubimatz ausgestellt war die Firma schien sauber zu sein also hatte Mara Isabels Bankverbindung unter die Lupe genommen das Konto war erst kürzlich eingerichtet worden von einem anonymen Nummern Konto einer Schweizer Bank war darauf eine stattliche Summe überwiesen worden die für die Zahlungen für das gemietete Haus genutzt wurde wer überwies der jungen Frau Geld eine Hand berührte ihre Schulter sie starrte in Jan Rosens besorgtes Gesicht guten Morgen Belinsky stieß er gepresst hervor lassen Sie uns einen Kaffee holen und kurz miteinander quatschen das alberne Siezen sollten wir langsam ablegen findest du nicht Mara stand auf was wolltest du gestern loswerden es geht um die Bravados du hast doch dieses Ex Mitglied verhört Sie kamen am Automaten an der inzwischen repariert worden war steckten die Münzen in den Schlitz und standen dicht beisammen und ich habe mit Klimt geredet also naja Belinsky brachte ihn eine vertraute Stimme zum Schweigen kommen sie mal Klimt war am Ende des Flurs aufgetaucht und winkte Mara zu sich gleich darauf stand sie vor seinem Schreibtisch während der Hauptkommissar Platz nahm warum bleiben sie eigentlich immer stehen können sie sich nicht einfach hinsetzen wie die anderen kann ich ihnen irgendwie behilflich sein chef bei Kariewicz kommen sie nicht weiter es war keine frage ich bin dran und ich bleibe dran es ist nur so wenn man bei dem einen Fall keine Fortschritte macht kann man nicht einfach auf den nächsten los stürmen was soll aber es ihnen passt oder nicht Belinsky hier nehme ich die Einteilungen vor ich verteile die Jobs ich weise die Aufgaben zu nichts dagegen er wuchtete sich hoch lassen sie die Finger von den Bravados aber bei den beiden Morden spielt das Foltern eine zentrale Rolle und deshalb glaube ich was sie glauben ist mir wurscht kümmern sie sich um Kariewicz und wenn sie da kein Land sehen geben sie es einfach zu lassen sie mir den Fall wie sie es hasste bitten zu müssen er ließ sich auf den Schreibtisch Stuhl zurück plumpsen lassen sie uns ein anderes Mal weiter reden Mara brummte etwas Unverständliches und verließ den Raum als sie ihren Schreibtisch erreichte glühten Rosen zwangen sorry es ist mir rausgerutscht das war es weswegen ich dich warnen wollte ich hatte das Gefühl das Klim dir wegen der Rocker diesmal unterbrach ihn das Klingeln von Maras Bürotelefon die Nummer auf dem Display kannte sie nicht eine Frau namens Müller stellte sich als Mitarbeiterin von Staatsanwältin Angelika Taubner vor und bat Mara zu einem dienstlichen Gespräch vorbeizukommen und wann soll das sein fragte Mara etwas überrumpelt am besten auch heute Vormittag um elf Uhr würde es bestens passen Mara legte auf Rosen du kennst doch die Taubner klar er nickte eifrig sie ist die leitende Staatsanwältin in beiden Fällen Ivo Karewitsch und Marek Pohl und sie hatte sich schon davor eine ganze Weile an Karewitsch und seiner Bande festgebissen Mara schlüpfte in ihre Jacke schmeckt mir gar nicht die Sache das glaube ich meinte Rosen kleinlaut er ging schneller auch wenn ihm die Müdigkeit in auch nervös war er angespannt ständig ertappte er sich dabei wie er blicke über die schulter warf wie er fremde länger als nötig in augenschein nahm wie er bei kleinigkeiten gereizt reagierte alles war doch so gut gelaufen er hatte sein geld erhalten hatte sich aus der Angelegenheit bereits wieder zurückgezogen dann der Mord an Karewitsch und plötzlich gab es um ihn herum nichts als misstrauen und das richtete sich vor allem gegen ihn von zwei seiten schoss man sich auf ihn ein dabei war er doch das kleinste rädchen in dem spiel zuerst hatte er gehofft dass ihm zumindest aus malovans richtung kein ärger drohte doch der zwischenfall mit der drahtschlinge hatte ihn eines besseren belehrt viel hatte nicht gefehlt fast hätten sie ihn im kleinen elch um die ecke gebracht fast eine galgen frist hatte er erhalten er tauchte ein in die dunkelheit zwischen den roten backstein bauten erlaubte sich ein aufatmen einen moment der ruhe als seitlich von ihm ein geräusch ertönte sein kopf ruckte nach rechts eine gestalt carlos wollte losrennen als ihm von hinten geschickt ein bein gestellt wurde und der auf dem nassen asphalt landete wehrlos hilflos geblendet vom strahl einer taschenlampe malovans männer durchzuckte es seinen schädel das licht der lampe erlosch er blinzelte seine augen benötigten mehrere sekunden um sich an die finsternis zu gewöhnen sein herz hämmerte er sah direkt in die gesichter zweier männer denen er erst einmal zuvor begegnet war in henrys pinte also nicht malovans leute gegenseite die noch unberechenbarer war als malovans ja es waren dieselben kerle der ältere etwa mitte vierzig und der jüngere ende zwanzig der riese mit den beeindruckenden pranken du erinnerst dich doch noch an uns sagte der ältere und dann das hier meinte der jüngere er hielt die gartenschere vor carlos augen und grinste ihn an schon vor dem eingang des gerichtsgebäudes hatte es ein dichtes gedrängel gegeben mara kämpfte sich durch die menge die auch den langen flur bevölkerte etliche vertreter der presse gaben sich die ehre an diesem tag musste ein fernsehpromi vor den kadhi wegen des verdachts der steuerhinterziehung ausgerechnet heute dachte mara genervt zwischen hastenden menschen entdeckte sie plötzlich den großgewachsenen eleganten mann der gerade eine tür hinter sich schloss einen aktenkoffer in der hand einen selbstzufriedenen ausdruck im gesicht nein nicht das noch hallo mara errichtete seinen klassischen perfekt gebundenen windsor krawattenknoten obwohl das gar nicht nötig war hallo gab sie tonlos zurück was machst du hier ein termin antwortete sie mit einem jähen bockigen unterton den sie von früher kannte wenn sie mit ihrem vater sprach ach etwa wegen der karewitsch sache ein älterer herr kam vorbei und wurde auf ihren vater aufmerksam sofort näherte er sich für einen schnellen händedruck schön sie zu sehen edgar freue mich auch klaus peter bald mal wieder ein gemeinsames essen der man schenkte mara nur einen abwertenden seitenblick es wäre mir eine ehre ihr vater nickte ihm zu dann war der fremde bereits wieder verschwunden also mara was ist mit karewitsch sie verdrehte die augen ich muss weiter ich sage dir nur eins du solltest nicht versuchen über jedes stöckchen zu springen das man dir hinhält glaub mir da ist nichts zu holen die verheizen dich und dann ist schluss dann werden sie dich abschieben zurück nach düsseldorf oder wohin auch immer ich bearbeite einen fall antwortete sie die silben ein staccato das ist alles eigentlich ist es doch immer derselbe fall dem du hinterher jagst nicht wahr ob in düsseldorf oder in frankfurt du versuchst immer ein und denselben fall zu lösen was redest du da alarmiert starrte sie ihn an du weißt genau welchen fall ich meine sie biss die zähne zusammen übertreib es nicht sagte sie ganz leise so ist es doch mach dir nichts vor und das wirfst du mich hier an den kopf sie hatte das gefühl gleich zu platzen quasi im vorbeigehen zwischen zwei beruflichen besprechungen wie kann man nur so sein wo und wann man die wahrheit ausspricht ist doch egal Hauptsache man verschließt sich nicht vor siehst gab sie mit mühsamer beherrschung zurück oder nein es ist schlimmer du gehst einfach über sie hinweg du ignorierst sie so wie alles was dir nicht in den kram passt auch wenn es der mord an deiner eigenen frau ist warum sich auch lange damit aufhalten dir ist ja nichts passiert und es gibt so viele Frauen in seinem Gesicht zuckten ein paar Muskeln endlich einmal lebe weil ich weitermache hätte ich zum Mönch werden sollen mein Gott es gibt eben nicht nur eine Frau auf der Welt und ich hatte schon immer mehr als nur eine aber du hast nur eine Tochter sagte sie prompt und endlich schaffte sie es sich loszureißen von ihm von dieser Situation sie ließ ihn stehen stampfte los und rempelte mehrere Leute an spürte dabei seinen Blick im Etterer langer Flur eine Treppe nach oben weniger Menschen weniger Gedrängel Mara versuchte ihre Gedanken zu ordnen sich wieder auf die Suche nach dem Büro der Staatsanwältin zu konzentrieren doch durcheinander und aufgewühlt war sie auch dann noch als sie endlich vor der richtigen Tür stand wie ein kleines Namensschild an der Wand daneben auswies noch einmal tief durchatmen und anklopfen eine weibliche Stimme forderte sie auf einzutreten in dem kleinen Büro saß eine attraktive Frau hinter einem Schreibtisch die sofort aufstand um ihr entgegenzutreten und die Hand zu reichen Frau Belinsky nehme ich an bitteschön sie wies auf den Besucherstuhl nett von ihnen dass sie sich Zeit für mich nehmen Mara nickte nur misstrauisch wie eh und je erst recht wenn man ihr freundlicher gegenüber trat als sie das erwartete die Staatsanwältin war auffallend attraktiv Anfang 40 lange hellblonde Haare hochgesteckt sportliche Figur ganz bestimmt eine eifrige Gym Besucherin und Joggerin Bluse enger dunkelblauer Rock hohe Absätze manchmal konnte sich Mara angesichts solcher Frauen einer gewissen Befangenheit nicht erwehren Karriere Frauen wie sie sie immer verächtlich nannte oder wenn sie schlecht drauf war Schlangenweiber intelligent erfolgreich gewinnend einnehmend ausgestattet mit Selbstvertrauen mit Disziplin und der Fähigkeit sich kalt lächelnd durchzusetzen Frauen wie Taubner standen für das Establishment für das was Mara lange verhasst war und mit dem sie sich auch nach Jahren als Beamtin nicht anzufreunden vermochte ich wollte ich wollte unbedingt einmal mit ihnen persönlich unterhalten immerhin habe ich einiges über sie gehört endgültig leuchteten alle Warnlichter bei Mara auf immerhin sind sie erst seit kurzem hier das lächeln blieb und und gleich hat man ihnen eine ziemlich harte Nuss zu knacken gegeben um es mal so platt zu sagen schon in Ordnung erwiderte Mara schmallippig ich habe quasi darum gebeten die blauen Augen taxierten Mara schienen jede Einzelheit an ihr wahrzunehmen ach mir liegt es eigentlich nicht um den heißen brei herum zu reden was ich sagen will frankfurt ist anders einfach anders ich bin frankfurterin ja es ist eine rückkehr für sie ich weiß was ich meine damals hatten sie nicht eine derart exponierte verantwortungsvolle Position in düsseldorf ist ihnen ein schöner karrieresprung gelungen und ergebenen dank warf mara suffisant ein bitte nicht falsch verstehen das war keineswegs gönnerhaft gemeint es ist mir wichtig sie darauf hinzuweisen dass frankfurt in sachen polizeiarbeit ein besonders schwieriges hartes pflaster ist das schreckt mich nicht bemerkte mara nicht ohne schärfe auch das habe ich gehört und das finde ich bewundernswert umso entscheidender ist es für mich sehen sie unterbrach mara sie bestimmt ich mag den heißen brei auch nicht sagen sie mir doch einfach welche dummheiten klimt über mich loswerden musste und welche steine sie mir in den weg legen wollen angelica taupners blaue augen weiteten sich hoppla frau belinski ich muss da unbedingt etwas klarstellen ich habe sie keineswegs zu mir gebeten um ihnen steine in den weg zu legen im gegenteil ich habe mich schon vor der unterhaltung mit klimt über sie erkundigt es spricht sich herum mit wie viel engagement sie sich dem mordfall ivo karewitsch widmen das ist mein job sagte mara nun jedoch defensiver das ist es und dennoch finde ich ihren einsatz großartig jetzt war mara endgültig erstaunt zumal es fuhr die staatsanwältin fort sicher nicht so einfach ist für sie in diese männerhaufen mit einem stier wie klimt als chef nur mal unter uns ein offenes lächeln wie gesagt ihr einsatz imponiert mir und daher möchte ich ihnen meine unterstützung zusagen wann immer es etwas gibt bei dem ich helfen kann lassen sie es mich wissen okay mara konnte ihre verblüffung nicht verbergen das werde ich taifun drehte den hiphop lärm aus den geklauten boxen mächtig auf schon beschleunigte er ließ den motor aufheulen um zu zeigen was der chrysler drauf hatte du bist 19 sagte er sich fucking 19 und du fährst durch man hat wie einer von den großen fischen der crossfire unter seinem hintern brüllte auf und jagte auf dem asphalt dahin wen scherte es schon dass das gute stück ein unfallwagen war wochen wochenlang hatte taifun geholfen das ding wieder fahrtauglich zu machen und irgendwann hatte er genug kohle zusammen um den chrysler zu kaufen baujahr 2007 218 ps 250 stunden kilometer wirklich die letzten beute züge hatten sich gelohnt und die drogen die er vertickte wurden ihm sowieso aus den händen gerissen taifun war eben kein dummkopf er war auf dem sprung nach oben ja sonst wäre ihm dieses business nicht angeboten worden er überquerte den main bog einmal ab gleich noch einmal dann stellte er den wagen in einer völlig leeren straße ab er stieg aus und warf einen blick über die schulter industrie bauten die leer standen abfall eine riesige werbe plakat wand kaum laternen ein toter finsterer punkt inmitten der stadt taifun überprüfte seinen standort mittels einer navigations app seines smartphones ja kein zweifel er war richtig hier ohne hast bewegte er sich auf das halb offen stehende tor eines eingezäunten schrottplatzes zu und glitt hindurch von rost zerfressene autowracks berge aus ersatzteilen im hintergrund eine alte autopresse die schon lange keine karosserie mehr zerquetscht hatte taifun blinzelte in die finsternis bis er den arbeiterschuppen entdeckte der bei dem telefonat erwähnt worden war seine schritte knirschten im dreck seine augen hatten sich besser an die dunkelheit gewöhnt die tür des schuppens war angelehnt er zog sie auf und trat ins innere im selben moment ein brennender schmerz und nichts als schwärze und stille und leere vielleicht war es die helligkeit die ihn wach werden ließ das licht das in seine augen stach stammte von einer roten kerze sie erleuchtete den schuppen den sandigen boden die blechwände an denen poster mit nackten frauen klebten jetzt erst bemerkte er dass er gefesselt worden war an den hand und den fußgelenken mit mehreren lagen aus klebeband und ein knebel ließ jeden laut der seine kehle hoch kroch sofort absterben angst schwappte über ihn hinweg als würde man einen großen eimer eis wasser über ihm ausleeren angst heiß kalt ein lautes dröhnen in den ohren und zugleich entnervende stille totenstille bis eine stimme ertönte hallo typhoon geschickte finger in handschuhen machten sich an ihm zu schaffen zogen seine jeans und die unterhose bis zu den knöcheln herunter die kälte des sandes kroch unter die haut seiner gesäßbacken sein hodensack schrumpfte zusammen er merkte dass er unkontrolliert zu zittern begann die beine zuckten die arme mein kompliment für dein alter typhoon bist du ja wirklich schon ein großer schweinehund zeit dass jemand eingreift dass jemand dafür sorgt dass du nicht noch ein größerer schweinehund wirst typhoon spürte dass seine augen fast aus den höhlen sprangen als er die klinge sah ein großes küchenmesser er wollte schreien doch furcht sich nicht entladen konnte sondern in seinem innersten gefangen blieb das messer wurde empor gehalten ein schönes exemplar stimmt's damit machen wir dich ein stückchen kleiner mein freund typhoon teil zwei krähen wut ein von mauern umschlossener hinterhof übersät von abfall und totem laub links und rechts der stahltür befanden sich graffitis schmierereien die fenster waren von innen mit pappe abgedunkelt durch das gemäuer drang die stampfende elektromusik die im inneren lief nur gedämpft bis hierhin in diese geisterhafte ruhe in gewissen abständen öffnete sich der hintereingang und einzelne gestalten schlüpften ins freie zumeist junge frauen um sich auf den weg nach hause oder wohin auch immer zu machen fast halb fünf uhr morgens rund um das bahnhofsviertel schlief die stadt aber mara hatte alle müdigkeit aus ihren gliedern verjagt eine weitere halbe stunde dann verließen erneut zwei junge frauen den golden eagle endlich dachte mara lautlos nahm sie die verfolgung auf die beiden frauen trennten sich an der nächsten ecke mit einem kurzen gruß und auf den fersen die frau hielt an einem opel corsa und wollte gerade einsteigen als mara sich plötzlich geräuschlos aus der nacht schellte aileen zuckte erschrocken zusammen scheiße haben sie mich erschreckt war nicht meine absicht drauf geschissen ich dachte sagte mara mit gelassener stimme sie würden ein wenig entspannter mit mir reden wenn niemand von unserem gespräch weiß meine güte sie sind aus einer billigen kunstliedertasche zog die stripperin den fahrzeug schlüssel mit dem sie den wagen entriegelte nur ein paar minuten forderte mara ich bin todmüde sie öffnete die fahrertür ein stück doch mara drückte sie zu woher kannten sie isabels adresse in der schloss straße ach die hat sich bei uns rumgesprochen bei uns den stripperinnen im golden eagle schulterzucken bei uns mädels halt und jetzt wohnt isabelle immer noch dort machte mara eine kleine probe keine ahnung wahrscheinlich schon wann haben sie sie zuletzt gesehen seit sie nicht mehr angeschafft hat nur ein paar mal immer im schlepptau von kariewicz ihren treues hündchen ist sie ihm nachgelaufen hat den mund nicht aufgemacht kann man ihr nicht verdenken oder nee kann man wohl nicht aline wühlte zigarettenschachtel und feuerzeug aus ihrer tasche sie haben doch auch für kariewicz und malo angeschafft schon möglich kurz erhellte die flamme das müde gesicht der frau wie sind sie von denen weg gekommen die haben mich weiter verscherbelt wie ein stück vie und jetzt genügt es meinem neuen boss wenn ich mich ausziehe hat genug andere mädels laufen am himmel zeigten sich erste hellere flecken der neue tag schlich sich heran wie war es für kariewicz auf den mara musste ihr recht geben aber es war nicht leicht die richtigen worte zu finden war es schlimmer als für andere anzuschaffen ich war ein dummes junges ding egal ich war nur so etwas wie ein durchlaufender posten was heißt das kariewicz hatte mich einem anderen boss abgekauft zusammen mit zwei anderen Frauen und nach relativ kurzer Zeit weiter verkauft üblicher Vorgang ihn kümmert es schon laufender posten fragte mara ohne darauf einzugehen sie gehörte zu den ganz armen schweinen zu den dingern aus dem ostblock aileen zog an ihrer zigarette diese naiven mädchen die mit versprechen in den westen gelockt werden ein guter job in einem hotel oder reisebüro eine kleine wohnung und so weiter wunderbar und dann sind sie hier man schlägt sie vergewaltigt sie um ihren willen zu brechen man setzt sie unter drogen man nimmt ihnen die papiere weg um sie endgültig zu einer ware zu machen sie verstehen die sprache nicht jedenfalls am anfang sie zittern vor angst sie wissen wieder ein noch aus isabelle hat das alles durchleiden müssen hat sie und etliche andere auch trotzdem sind sie neidisch auf sie empört starrte aileen sie an neidisch doch nicht aber sie schnippte die kippe weg naja wenn eine der frauen einen aufstieg macht wie isabelle dann gönnt man es ihr nicht ach eigentlich schon aber ihr ging's plötzlich echt gut nicht mehr anschaffen müssen nicht mal mehr strippen ausgerechnet der brutale karavich wird bei ihr halbwegs zahm richtet ihr diese liebeshöhle ein gibt ihr Kohle der brutale karavich wiederholte Mara betont wenn ist es besonders schlimm alle werden sie vergewaltigt von karavich und seinen männern und karavich galt immer als der mieseste von allen ein echter sadist im viertel treiben sich viele schweine rum er war das größte schwein von allen isabelle zählte zu diesem frisch fleisch mara spuckte das wort aus isabelle gehörte zuerst einem anderen boss einem russen namens igor selmikow der ist tot mara hatte im zuge ihrer nachforschungen über ihn gelesen er wurde irgendwann mit einer kugel im kopf gefunden genau und viele seiner mädchen gingen in den besitz von karavichs truppe über so wurde karavich auf isabelle aufmerksam ein kurzes spöttisches auflachen er hat einen nahen an ihr gefressen und von da an durfte sie nur noch für ihn dasein eigene wohnung geld geschenke jetzt ist sie sogar in einem haus untergebracht ganz allein in einem einfamilienhaus was überrascht sah aileen auf können sie sich vorstellen wie sie das geschafft hat nicht die leiseste ahnung vielleicht vergnügt sich malo wann inzwischen mit isabelle wenn er der neue boss ist fährt er doch nicht mit karavichs altem auto herum und das gilt auch für karavichs frauen der will was neues wo haben sie für karavich angeschafft im nummer zwölf ist zum glück schon eine weile her dass ich dort war aileen starrte auf den asphalt zu ihren füßen grauenhafte zeit besonders wenn karavichs freunde kamen männer die geschäfte mit ihm laufen hatten die durften sich dann kostenlos im puff vergnügen für null kommen nix und die durften echt alles mit uns machen wer gehörte zu diesen freunden oder geschäftspartnern fuck ich bin saumüde aileen gähnte sie sind mich gleich los also wer alle möglichen typen carlos borke fragte mara nee borke doch nicht sie kennen ihn ja doch letztes mal waren sie sich nicht so sicher dem läuft man schon mal über den weg ein lächeln huschte über ihr gesicht ganz versteckt kaum wahrnehmbar verstehe sie kennen ihn etwas besser keiner kennt ihn besser aileen sie hatten etwas mit ihm das sieht ein blinder carlos hatte schon mit tausenden was das ist er das problem mit ihm man darf ihm einfach nicht trauen wo finde ich ihn in welchem mauseloch verkriecht er sich wenn ihm der Boden zu heiß wird glauben nur weil wir ein paar nächte zusammen waren aileen zog eine schnute fragen sie doch lieber ihre kollegin mit der ist er doch zuletzt öfter unter die bettäcke gekrabbelt eine polizistin wie heißt sie keine ahnung mara kehrte zum thema zurück und wer war am schlimmsten von karewitsch freunden aileen lachte hart auf wie eine alte frau nicht wie eine etwa 20 jährige ihre ganze verbitterung kam durch besonders widerlich waren die kuttenträger die haben gestunken grölten besoffen rum hatten immer eine große schnauze zum glück habe ich nicht so viel von denen mitbekommen absolute arschlöcher kuttenträger wiederholte mara hellhörig geworden rocker sie meinen doch nicht etwa die bravados klar ein paar von denen hatten irgendetwas zu tun mit karewitsch zu tun was heißt das so genau weiß ich das auch nicht aber was ich weiß ist folgendes früher hat das nummer 12 karewitsch gehört und jetzt den bravadus sieh mal einer an mara pfiffle heiße durch die zähne sie verfügte über kein foto von marek pohl also zückte sie ihr smartphone auf der website einer boulevard zeitung war pohls gesicht abgebildet worden sie zeigte sein bild aileen war dieser man dabei aus müden augen starrte die junge frau auf das display er hat zu denen gehört die sich bei den mädchen besonders unbeliebt gemacht haben ein fiesling der wollte nicht nur vögeln sondern hat auch ganz gern zugeschlagen sie haben ihn nie getroffen nein kannte isabelle die bravadus durch karewitsch kannte sie sie bestimmt aber als die bravadus zum ersten mal in den puff kamen hat isabelle nicht mehr dort gearbeitet kannte sie marek pohl keine ahnung wirklich aileen gähnte ausgiebig kann ich jetzt nach hause ich schlafe hier gleich im stehen ein mara steckte das handy weg endlich eine verbindung dachte sie ist es euch lieber wenn ich mit dem ganzen orchester anrücke und in eurem miesen puff jede staubmaus ein paar mal umdrehen lasse die zwei muskelberge starten auf mara herab offenbar noch unschlüssig wie sie sie einschätzen sollten was liegt denn gegen uns vor wandte einer der beiden ein denkt ihr wirklich es wäre ein problem für mich gegen euch einen verdacht zu präsentieren und bei der staatsanwaltschaft eine genehmigung zu kriegen hier mal richtig durchzufegen die beiden glotzten sich kurz an sie trugen keine lederkutten aber die tätowierungen die quadratschädel sie sich bewegten die alternative ihr gebt mir fünf minuten sprach mara weiter und ich schaue mich hier um allein ohne wirbel zu machen wieder ein blick der beiden dann ein gemurmeltes okay mara betrat das haus das im viertel als nummer zwölf bekannt war auch wenn die ziffer nirgendwo zu lesen war sie folgte einem schmalen gang schritt dann eine treppe nach oben ausgelatschter teppich rot bemalte wände mit drucken die fünfziger jahre pinup motive zeigten schwach beleuchtet die türen zu den zimmern weiß mit roten herzen und nummern darauf der geruch von desinfektionsmitteln und billigen parfüm noten einer der beiden türsteher blieb ihr bei jedem schritt auf den fersen es war früher nachmittag eine tote zeit kaum etwas los einige spärlich bekleidete huren gelangweilt oder abweisend keine kunden keine insignien der bravados kein hinweis auf den oder die betreiber des bordells was suchst du eigentlich fragte ihr schatten mara drehte sich um kanntest du marek pohl nie gehört den namen klar sie starrte den düsteren gang hinab wie heißt du eigentlich arnold schwarzenegger er grinste sie an seit wann gehörst du zu den bravados ist das eine band oder was richtig die machen eine scheiß musik wird Zeit dass man denen den Saft abdreht gleich darauf verließ sie das Haus diese Aktion hatte nichts gebracht gar nichts was hatte sie sich davon versprochen was hatte sie erwartet im Nummer zwölf zu finden mara rief rosen an gibt es etwas neues zu den rockern nein nichts antwortete er dieser butsch grabo spielt den unwissenden klimt hat den mehrfach verhört ohne dass auch nur das geringste dabei ins licht gekommen wäre ich war im nummer zwölf was allein sie sah seine verblüffte mine förmlich vor sich hättest du mitkommen wollen was soll ich denn machen klimt spannt mich die ganze zeit ein eigentlich warst du mir zugeteilt ich weiß murmelte er mir ist schon klar dass du nichts dafür kannst bemerkte mara milder und ging auf ihren alpha zu wenigstens wissen wir jetzt das den rockern gibt wenn sie in einem derart etablierten laden das sagen haben dann heißt das für die bravados dass sie einen großen schritt gemacht haben mitten ins bahnhofsviertel mitten ins große geld hast du es klimt mitgeteilt sicher ich hoffe das gibt ihm zu denken rosen lachte leise auf er lässt sich nie etwas anmerken du kennst ihn ja du hast ihm doch nicht gesteckt dass die info von mir kam oder nein versicherte er mit nachdruck was hast du als nächstes vor bilinski ich habe eine verabredung mit wem und hast du deswegen den ganzen morgen schätzungsweise tausend kollegen fragen gestellt mara lachte bis später rosen sie setzte sich hinters steuer und startete den motor einige zeit später betrat sie ein café das nicht weit entfernt vom präsidium lag die frau mit der sie verabredet war hatte auf einem neutralen ort als treffpunkt bestanden mara setzte sich auf den freien stuhl an dem kleinen zweiert tisch hallo sagte sie knapp die junge frau mit dem blonden pferdeschwanz nickte ihr zu mitte zwanzig recht hübsch aber auch etwas unauffällig danke für ihre zeit begann mara es wird auch nicht lange dauern wie haben sie es herausgefunden fragte tina kloppeck mit zurückhaltender stimme das mit carlos borke und mir der ausgangspunkt war reiner zufall alles was ich wusste war dass es eine polizistin gab der unser carlos das herz gebrochen hat er hat mein herz nicht gebrochen warf tina etwas pikiert ein also habe ich den ganzen vormittag damit zugebracht kollegen zu befragen am telefon persönlich 21 waren es keiner konnte mir ihren namen nennen dann traf ich mich mit einer letzten kollegin zum mittag in der kantine stellen sie sich vor wir stehen in der schlange der name carlos borkefeld und die frau die uns den kartoffelbrei auf die teller schöpft sagt ach der hübsche kerl mit der mütze der was mit der netten tina hatte tja und jetzt sitzen wir beide hier zusammen na toll meinte die nette tina verschnupft keine sorge es wird unter uns bleiben dafür wäre ich ihnen dankbar ich bin nicht stolz darauf dieser man ist niemand mit dem man sich einlassen sollte erst recht nicht wenn man bei unserem verein ist er hat mit wirklich dubiosen Figuren zu tun wie kamen sie beide zusammen er war zu einer befragung im präsidium auf dem flur rempelte er mich unabsichtlich an oder vielleicht weniger unabsichtlich ja oder das ich gefiel ihm aber ihm gefallen viele frauen und er gefällt vielen frauen er kann ein charmeur sein doch er kann seine herzens damen auch ziemlich schnell wieder fallen lassen ist ihnen das passiert heftiges kopf schütteln ich wollte nichts mal mit Carlos zu tun haben warum nicht naja er ist ein geheimniskrämer hat zu niemandem vertrauen gibt kaum etwas von sich preis wir waren einige wochen zusammen und ich weiß nichts über ihn seine herkunft seine familie seine freunde seine jobs alles fragezeichen für mich tina sah auf wieso sind sie so interessiert an ihm ich glaube er weiß etwas das wichtig sein könnte aber er hat sich dünner gemacht tina zog eine schnute das kenne ich woher kommen seine verbindungen ins verbrechermilieu nur ein schulterzucken wieso weiß er so viel über drogengeschäfte das kann das kann ich ihnen nicht sagen jedenfalls hat er nie versucht mich aus zu horchen oder er hat es so geschickt angestellt dass ich es nicht merkte ehrlich Carlos und ich haben nicht über internes geredet nicht über Polizeiarbeit ob das der Wahrheit entsprach oder nicht Mara konnte es letztlich egal sein hat Carlos jemals den Namen Ivo Karewitsch erwähnt nein ganz sicher nicht Mal hat er sich jemals über die Bravados geäußert die Rocke nein wo wohnt Carlos Borke ein kurzes Auflachen ich weiß es nicht wir trafen uns jedes Mal irgendwo in der Stadt oder bei mir zu Hause er hat es immer geschafft sich herauszuwinden wenn ich ihn darauf ansprach wo er wohnte sie seufzte na ja einmal bin ich Ostbahnhof gegangen es könnte sein dass dort irgendwo sein Schlupfwinkel ist Mara wurde aufmerksam erklären sie mir bitte ganz genau wo sie ihn verloren haben sie parkte den Alpha in der Kreuznacher Straße einem trostlosen Streifen rissig gewordenen Asphalts an dessen Seite die erhöhten S-Bahn Schienen verliefen hässliche Wohnblocks ein heruntergekommenes Hotel eine schäbige Bierkneipe Dunkelheit kroch zwischen die Gebäude von der nahen Wolterstraße drang der Lärm des Verkehrs bis hierher Mara näherte sich dem Westbahnhof sie kannte die Gegend noch von früher damals hatte sie manchmal mit ihren nicht vorzeigbaren Freunden hier herumgehangen in einer winzigen Parkanlage die auch heute noch existierte ein kleines Rasenviereck eingekreist von der bedrückenden Wucht des Betons dürre Bäume eine Rutschbahn ein rostiges Schaukelgestell ohne Schaukel zwei Sitzbänke mit Schmierereien Mara Krux Fuck the world Never Surrender Sie erinnerte sich wie die Stunden hier immer dahingeschlichen waren Joints rauchen Bier trinken quatschen schweigen Krux war ihr erster Freund gewesen grün gefärbte Haarsträhne ausgezehrtes Gesicht ein Blick wie ein Greifvogel der die Beute ins Visier nahm Adrian Kruxdorf was mochte aus ihm geworden sein sie überquerte die Straße große Backsteingebäude rackten vor ihr auf vor etlichen Jahren hatten diese Bauten der Deutschen Bahn gehört inzwischen beheimateten sie viele unterschiedliche Firmen wie Werbeagenturen IT-Unternehmen oder auch Studios von Fotografen tagsüber herrschte hier ein ziemliches Gedränge jetzt allerdings während die Finsternis immer dichter wurde strahlte das Areal etwas Unheimliches aus eine kleine abweisende bizarre Geisterstadt Mara tauchte ein in die schmalen Gassen zwischen den Backsteinklötzen sie rief sich die Sätze Tina Kloppeks ins Gedächtnis bog hier ab dann dort Stille zahllose schwarze Fenster ein paar Tropfen vom Himmel doch der Regen kam nicht Verschwinde sagte sie sich das ist reine Zeitverschwendung als sie plötzlich etwas hörte sofort hielt sie inne was war das wieder das Geräusch es schien von den Mülltonnen zu kommen klobigen schwarzen Kunststoff Containern auf Rädern Mara schlich darauf zu erneut das Geräusch sie legte ihre Hände auf die vorderste Mülltonne und schob sie ein Stück beiseite im nächsten Moment tastete sie nach ihrer Pistole auf der Erde lag jemand seitlich den Rücken an die Wand des Bauchs gedrückt ein Stöhnen das war das Geräusch ein ziemlich armseliges Wimmern sie zog dennoch die Waffe die Gestalt rührte sich nicht etwas Weißes schimmerte auf ein Verband mit der linken Hand zog Mara ihr Smartphone hervor und leuchtete mit der kleinen Lampe darin auf den Boden spitz zulaufende Schuhe Blue Jeans ein langer Mantel und eine dunkle Wollmütze sieh mal einer an flüsterte sie steckte das Telefon weg behielt aber ihre Pistole in der Hand vorsichtig betastete sie den Mann die eben noch geschlossenen Augen öffneten sich jedenfalls soweit das angesichts der geschwollenen Lieder möglich war eine Krähe am Abend murmelte Carlos Borke welcher fröhlicher Anblick sind sie gegen einen Bus gerannt fragte Mara gegen mehrere und ich muss zugeben die waren alle stärker ich werde einen Arzt verständigen bloß nicht wehrte er sich mit jäher Sorge in der Stimme haben sie hier irgendwo eine Wohnung ein versteck fragte Mara erwarten sie nicht dass ich sie zum tee einlade Borke sie haben die Wahl entweder ein Arzt oder ihr Sofa bei mir ist leider nicht aufgeräumt wo fragte sie knapp und unerbittlich Carlos Borke versuchte sich auf die Beine zu kämpfen und Mara stützte ihn er deutete auf einen unscheinbaren Eingang eine schmale Stahltür an der Rückseite eines der Gebäude beinahe hätte ich es geschafft japste er aber dann wurde mir schwarz vor Augen ich lag da starrte in den Himmel und war überzeugt ich müsste sterben scheint nicht viel zu fehlen Mara grinste schmal es war ein idealer Rückzugswinkel unter dem Dach gelegen ganz versteckt direkt über einer Werbeagentur die die Stockwerke darunter einnahm zu erreichen nur über ein enges Treppenhaus an der Rückseite des Gebäudes drei Industrielampen in skandinavischem Design erzeugten ein klares fast weißliches Licht back back park wie na heller parkett boden aus dem sich mächtige stahl träger bohrten mehr ein atelier als eine wohnung Mara stützte ihn auf dem Weg zum Bett, das die Mitte des großen Raumes einnahm Er sank darauf, völlig entkräftet Augenblicklich fielen ihm die Augen zu Die vom Zugang abgesehen einzige Tür führte zu einem winzigen Bad mit Duschkabine Mara näßte ein Handtuch mit warmem Wasser und Seife und eilte zurück zu ihm Sie nahm ihm seinen Schal ab Quer an seinem Hals verlief eine dünne rote Linie Als hätte man ihn gewirkt Mit einer Schnur, einem Draht, was auch immer Vorsichtig säuberte sie sein Gesicht Er hatte einiges abbekommen Nicht nur die Lider waren geschwollen, auch Ober- und Unterkiefer Womöglich waren Knochen gebrochen Die Lippen waren aufgeplatzt Sie starrte auf den Verband an seiner linken Hand, den sie zuvor schon in der Dunkelheit bemerkt hatte Er war zwar schmutzig, aber professionell angebracht worden Behutsam öffnete sie die Klemmen der Binde Sie legte die Hand frei und besah sich ziemlich schockiert, was sich ihr offenbarte Der kleine Finger fehlte Die Wunde war gereinigt und versorgt worden Sie roch das Desinfektionsmittel Mit einem verwunderten Kopfschütteln bandagierte sie die Hand wieder Borkes Atemzüge waren ruhig und gleichmäßig Erst jetzt nutzte Mara die Gelegenheit, sich genauer umzusehen Vor den Fenstern stand ein Schreibtisch, rechts davon ein schwarzer Schrank Auf einem einfachen Gestänge hingen Jacken, Mäntel und Hemden Hinter einer spanischen Wand, die mit Titelseiten von Comics verziert war, entdeckte sie eine behelfsmäßige Küche Kleiner Gaskocher, Mikrowelle, winziger Kühlschrank, mehrere Rotweinflaschen Mara trat wieder vor die Wand und betrachtete das, was schon vorher ihren Blick auf sich gezogen hatte Gesichte auf den Backsteinmauern Ganz nah stellte sie sich vor die Bilder Es handelte sich um Fotografien, die man auf Leinwand ausgedruckt unter Holzrahmen gezogen hatte Großformatig, schwarz-weiß und auch in Farbe Eingehend besah sie sich die Dina 2 große Porträtaufnahme einer jungen Frau Das Haar hing ihr in Strähnen in die Stirn Sie trug verschmiertes Make-up, hatte eine Zigarette zwischen den Lippen Hagere Wangen und Augen ohne Glanz Man konnte jede Pore in der Haut, jedes winzige Körnchen der Mascara sehen Was jedoch so beeindruckte, so fesselte, war das, was man nur fühlte Die unendliche Müdigkeit der Frau Die harten Zeiten, die sie erlebt hatte Und die sich in hauchfeinen Fältchen zeigten Die den Mund hart werden ließen Eine Nutte Drang Borkes Stimme heiser zu Mara Um 6 Uhr morgens, beim Feierabend Kurz vor dem Nachhauseweg Sie drehte sich zu Borke um, der sie aus fiebrigen Augen anstarrte Ohne etwas zu erwidern, wandte sie sich dem nächsten Bild zu Ein Obdachloser, irgendwo am Rande der Zeil Das Gesicht von Kälte und Entbehrungen gezeichnet Daneben das Bild einer Frau, die an einem Tisch mit einem kleinen Teller voller Münzen saß Falten, dick und tief, wie eingefugt in das kleine, verkümmerte Gesichtchen Kopftuch, grimmiger Ausdruck Der Mund ein messerscharfer Strich Hinter ihr waren die Tür zu Toiletten Schmutzige Fliesen, eine Neonröhre an der Decke Gefallen Ihnen die Bilder? Ich dachte, Sie schlafen Ich würde doch keine Sekunde Ihrer Gegenwart verpassen Schon gar nicht mit Schlafen Eigentlich habe ich angenommen, Sie hätten kapiert, dass solche Sprüche bei mir nicht ziehen Im Gegenteil Nun ja, starkköpfig, wie ich bin Nuschelte er dicklippig Glaube ich, dass jede Frau für eine Schmeichelei empfänglich ist Man muss nur den richtigen Moment erwischen Mara näherte sich dem Bett ein paar Schritte Ein dünner Strahl Blut floss aus seiner Nase Rasch kniete sie sich hin und säuberte sein Gesicht Dann legte sie das Handtuch auf dem Nachttisch ab Was hat es mit den Bildern auf sich? Ich habe fast unbewusst damit angefangen Ein Schnappschuss hier, ein Schnappschuss da Mit dem Smartphone Dann habe ich mich ertappt, wie ich mir die Bilder immer wieder auf dem Display angesehen habe Und brachte es nicht über mich, sie zu löschen Sie waren wie Gemälde Da dachte ich Es wäre doch großartig, genau das aus ihnen zu machen Gemälde Ein Fotograf, den ich flüchtig kenne, half mir dabei, sie auf Leinwand zu übertragen Die besten Ergebnisse sehen Sie hier an den Mauern Was haben Sie damit vor? Eine Ausstellung? Nein Ich halte mich lieber im Hintergrund Er grinste Aber irgendwann, eines schönen Tages, werde ich ein Buch daraus machen Einen fantastischen Fotoband Frankfurt Faces Etwas in der Art Oder fällt Ihnen was ein? Frankfurter Herzschläge Erwiderte Mara spontan Borke legte die Stirn grüblerisch in Falten Herzschläge Das gefällt mir Wie wählen Sie die Leute für die Fotos aus? Zufall? Rein intuitiv Ich finde, es gibt nur zwei Sorten von Menschen Die, die eine Geschichte haben Und die, die keine haben Lass Sie nichts sagen Sie haben meine Geschichte Da wette ich Und ich würde sie allzu gern erfahren Ich würde auch gern einiges erfahren Gab Mara trocken zurück Zum Beispiel über die Herren, die Sie in die Mangel genommen haben Wer war das? Ach, verderben Sie nicht unsere romantische Zweisamkeit mit Nebensächlichkeiten Zum letzten Mal Lassen Sie den Schmalz weg Okay, murmelte er Mara zeigte auf seinen Verband Was ist mit ihrer Hand? Bei der Gartenarbeit verletzt Na klar Sie musterte ihn Also, wer hat sie zusammengeschlagen? Ob Sie's glauben oder nicht Diese Rocker Die Bravados? Haben Sie sie geärgert? Nicht im Geringsten Mit denen habe ich nichts zu tun Er fand sein Grinsen wieder Man sollte schließlich auf seinen Umgang achten Deshalb sind Sie so vertraut mit Karavitschs Gefolge Nicht gerade vertraut Aber selbst die sind mir lieber als die Lederjackenträger Wieso? Weil die Bravados Schwachköpfe sind Typen, die nicht nachdenken Die erst mal draufhauen Und weshalb haben Sie mir bei unserem letzten Treffen geraten, ich solle mich um die Rocker kümmern? Das habe ich gesagt? Er spielte den Unschuldigen So in etwa Seine Augen, die ebenso dunkel waren wie ihre, richteten sich auf Mara Ich hatte und habe nichts mit den Bravados zu schaffen Und jetzt haben Sie sie zufällig vermöbelt? Sieht so aus Ich glaube Ihnen nicht, sagte Mara mit fester Stimme Jedes ihrer Worte stinkt nach Lüge Wissen Sie was? Dann verpissen Sie sich doch von hier Borke hatte tatsächlich die Maske des lässigen Spötters fallen gelassen Er wirkte wütend Wenn ich mich von hier verpisse, dann kommen Sie mit Wollen Sie mich aufs Revier schleifen? Wenn es sein muss Ich will Ihnen mal etwas sagen Er stützte sich auf seine Ellbogen Ich stehe unter dem Schutz Ihres Chefs Klimt Wenn sich rumspricht, dass die Frankfurter Polizei ihren Informanten in den Arsch tritt Dann geht das nach hinten los Für Sie alle Und ganz besonders für Sie persönlich Mara hielt seinem zornigen Blick stand Ihr war klar, dass an dem, was er sagte, etwas dran war Spitzel waren ein heikles Thema Solange sie nicht gerade riesigen Mist bauten Behandelte man sie behutsam und ließ ihnen so einiges durchgehen Man war angewiesen auf sie Ihre Porträts gefallen mir Sie sah, wie er angesichts des unerwarteten Themenwechsels verdutzt aufblickte Und musste lächeln Wie wär's, wenn Sie mal einen Rotwein aufmachen würden? Könnte die Schmerzen in Ihrem Lügenschnabel vielleicht ein wenig betäuben? Er runzelte die Stirn Was soll das jetzt? Ein cleveres Manöver in Ihrer Befragungstaktik? Auf der Polizeischule gelernt? Ich hole mal lieber selbst den Wein Lassen Sie sich nicht aufhalten, Bilinski Heimlich huschten die Minuten vorbei Ohne dass Mara es merkte oder merken wollte Obgleich sie sich einschärfte, aufmerksam zu bleiben In Gegenwart dieses rätselhaften Kerls Sie hockte auf dem Boden, den Rücken an seinem Bett, die Knie angezogen Er lag nach wie vor im Bett Seine Stimme litt weiterhin unter den Nachwirkungen der Schläge Dennoch gelang es ihm, ihr einen Klang zu verleihen, der sich geschickt bei ihr einschmeichelte Es ging um die Aufnahmen, aus denen Borke einen Fotoband machen wollte Sie lauschte ihm Es war angenehm, nicht mehr an die Morde zu denken Nicht mehr an Wohnungseinbrüche Der schwere spanische Wein tat gut Auch wenn sie nicht wollte, dass er gut tat Borke rauchte Und bot Mara ebenfalls eine Zigarette an Doch sie lehnte ab Wenigstens da durfte sie nicht schwach werden Dann setzte er sich neben Mara auf den Boden Ihre Oberarme berührten sich Auch das ließ sie zu Obwohl sie sich in Gedanken befahl, wegzurücken und endlich wieder klarer im Schädel zu werden Borkes Stimme erfüllte die Stille in dem großen Raum Er ließ das R mit seinem undefinierbaren Akzent rollen Und erzählte von einer Chilereise Von Pisco Sour und den besten Steaks der Welt Von der erhabenen Schönheit der schneebedeckten Anden Von den hügeligen Straßen Valparaisos Und von der Atacama-Wüste in der Stunde des Sonnenaufgangs Das Schönste, was ich je auf dieser Welt gesehen habe Fügte er hinzu Gar nicht mehr nuschelnd Und er beugte sich zu Mara herüber Seine Augen ganz nah Sein Atem in ihrem Seine Lippen auf ihren Sie küßten sich Seine Zunge in ihrem Mund Seine Hände sanft auf ihren Armen Ihren festen Brüsten Unter ihrem Oberteil Direkt auf der Haut Schlagartig war sie wieder wach Ihre Lippen gefroren Ihr ganzer Körper spannte sich derart an Das Borke jäh zurückwich Was ist? Fragte er mit leiser, rauer Unschuldsstimme Mara federte hoch Stand vor ihm Und sah einen langen Moment in seine Augen Die völlig verwundert zu ihr nach oben starrten Danke für den Wein Was? Aber Ohne ihn noch einmal zu beachten Zog sie die Lederjacke an Und glitt mit einer geschmeidigen Bewegung Durch die Tür ins Treppenhaus Dunkelheit wölbte sich über der Stadt Die Straßenlaternen Warfen gelbliche Lichtkegel Hanno Linsenmeier befand sich Inmitten des langsam vorankommenden Verkehrs Und wollte nach Hause In seine Altbauwohnung Die er schon seit den 80ern bewohnte Er dachte an Raphael Voller Sorge Und so kam ihm auch Mara in den Sinn Wie hatte er sich Über ihre Rückkehr gefreut Doch nach allem, was sie seither berichtet hatte Hatte sie keinen leichten Start Er sah sie vor sich Mit 15 oder 16 Ein wildes, starrköpfiges, dürres Ding Bereit, die Welt herauszufordern Sie wusste gar nicht, wohin mit ihrer Energie Und versuchte, sie mit Alkohol und Zigaretten und Pillen abzutöten Knapp war es gewesen Äußerst knapp Fast wäre sie noch weiter abgerutscht So weit, dass ein Zurück in ein geordnetes Leben Nicht mehr möglich gewesen wäre Zum Glück war es anders ausgegangen Und nun Raphael Macchiadi Wo mochte der Junge untergekommen sein? Bei ihm war Hanno zuversichtlich gewesen Dass er Gewissensbisse verspürte Angesichts seiner Gesetzesübertretungen Dass da tatsächlich etwas Gutes in ihm steckte Wie schade, wie sich alles entwickelt hatte Beiläufig sah er zum Beifahrersitz Zwei Einkaufstaschen aus Jute Er hatte etwas vergessen Einen Teil seines Einkaufs Hackfleisch, Käse und Butter Waren noch im Kühlschrank des Jugendzentrums Er startete ein waghalsiges Wendemanöver Wurde lautstark angehubt Und fuhr in die Richtung, aus der er gekommen war Zurück im Zentrum, vor dem Kühlschrank Füllte er die Lebensmittel in eine der Taschen Ein kühler Windzug erwischte ihn Hatte er etwa auch vergessen, Eines der hinteren Fenster zu schließen? Hanno stellte die Tasche ab Und stiefelte im Halbdunkel Zum hinteren Teil des Gebäudes In dem sich so spät niemand mehr aufhielt Sein Blick fiel auf schimmernde Glasscherben Die Scheibe eines Fensters war eingeschlagen worden Hanno überlegte rasch Er war gar nicht lange weg gewesen Hatte seine Rückkehr den Einbrecher In die Flucht geschlagen? Totenstille Auf einmal erstarrte Hanno Er war nicht allein Er spürte es Seitlich von sich Nahm er eine blitzschnelle Bewegung wahr Er spürte einen gewaltigen Schmerz Der sich ihm nur in seinem ganzen Körper ausbreitete Und er tauchte in ein endlos tiefes, makelloses Schwarz ein Sie saß an ihrem Platz und sah ihn an der offenen Tür des Großraumbüros stehen bleiben Etwas Gehetztes beherrschte sein Gesicht In seinen rot unterlaufenen Augen war ein Flackern Bitte in mein Büro, rief er kurz angebunden und verschwand Sofort stand Mara auf, um ihm zu folgen Schloss die Tür hinter sich Und sah zu, wie Hauptkommissar Klimt sich in seinen Drehstuhl setzte Mara blieb vor dem Schreibtisch stehen Ich werde zu alt für den Job Mitten in der Nacht erhielt ich einen Anruf Ich hatte nicht mal Zeit, einen schnellen Kaffee zu schlürfen Was war denn los? Wilinski Sie haben einmal eine Zeugin erwähnt Wechselte er seelenruhig das Thema Und zwar eine, ihr Ausdruck, Bettgespielin von Ivo Karevic Wer ist die Frau? Sie heißt Isabel Der Nachname? An ihrer Türklingel steht Liu Bimaz, aber das ist wohl nur ein Falschname Was wissen Sie über sie? Ich habe in einem Zwischenbericht meine Schritte und Ergebnisse zusammengefasst Ich wollte ihn Ihnen schon einmal vorlegen und alles besprechen, aber Sie hatten keine Zeit Noch weitere Zeugen Ging er darüber hinweg Eine gewisse Aileen Durch sie habe ich erfahren, dass sich die Bravados im Nummer 12 breit machen Und dass es zuvor Karevic gehört hat Ach Er taxierte Mara Das kam von Ihnen? Sie nickte Rosen, dachte sie Hatte es ihm gegenüber also wirklich nicht erwähnt Möglicherweise kann das von Bedeutung sein Sagte der Hauptkommissar Verhalten Möglicherweise? Wiederholte Mara Soll das ein Witz sein? Danach haben wir doch die ganze Zeit gesucht Mag ja sein, dass es diese Verbindung gibt Habe Auseinandersetzungen zwischen Karevic und den Rockern? Interessenkonflikte? Gar ein Krieg? Wir haben auch unseren Job gemacht Und ich sage Ihnen Nichts deutet auf irgendetwas hin, das solche Gewalttaten erklären würde Das wissen wir eben noch nicht Mein Gespür hat mir von Anfang an gesagt, dass die beiden Morde miteinander zusammenhängen Ich bin mir sicher Er musterte sie lange Legen Sie mir Ihren Bericht vor Klar Wieder sah er sie an Und räusperte sich Was war das für eine unsinnige Aktion? Ihr Herumschnüffeln im Nummer 12 Ohne jegliche Grundlage Allein Was sollte das? Wollen Sie mir jetzt auch noch vorwerfen, dass ich allein handle? Ich bin allein Was haben Sie erwartet, dort vorzufinden? Einen Mörder, in seinen Fingern einen Totschläger, von dem Blut tropft? Dadurch erreicht man nichts Außer, dass man Staub aufwirbelte, einem die Sicht noch schlechter macht Außerdem hatte ich Ihnen untersagt, Ihre Nase in den Fall Marek Pohl zu stecken Ich habe mich noch etwas umgesehen Das ist alles Das Beste kommt erst noch, meinte Klimt sarkastisch Butch Grabo hat mir nämlich einen Vertrag präsentiert, der ihn als rechtmäßigen Pächter des Nummer 12 ausweist Kapiert, Belinsky Der Schuppen ist ordnungsgemäß von Kariewiczs Bande auf Grabos Haufen übergegangen Da gibt es nichts, was nach einem Streit zwischen diesen beiden Seiten riecht Klimt erhob sich langsam und stellte sich ans Fenster Ohne sie anzublicken, sagte er Ich nehme Ihnen den Kariewicz-Fall wieder weg Mara stand kerzengerade da Fixierte seinen Hinterkopf Okay, stieß sie hervor Beherrscht, betont sachlich Sonst noch was? Er drehte sich um Kein Widerspruch? Kein Wutanfall? Sie überzog ihn mit einem vernichtenden Blick und verschwand aus dem Büro Am Schreibtisch hockte sie anschließend minutenlang regungslos da Rosens Stuhl war leer Er hatte einen Zahnarzttermin Patzke, Schleier und Stanko saßen an den Computern Gingen ihrer Arbeit nach und beachteten Mara nicht Sie fühlte sich ungerecht behandelt Abserviert Ausgenockt Du hast vom ersten Moment an keine Chance gehabt Sagte sie sich dumpf Sie haben dich aufs Abstellgleis geschoben Allein gelassen Sie pfeifen auf dich Plötzlich musste sie an Angelika Taubner denken War das eine Option? Sie holte die Visitenkarte hervor und wählte die Festnetznummer Es meldete sich Angelika Taubner selbst Mara hasste es bitten zu müssen Aber sie sah einfach keine andere Möglichkeit In knappen Worten schilderte sie, dass man ihr den Fall weggenommen habe Und dass das der Moment wäre, in dem sie tatsächlich etwas Unterstützung brauchen könnte Frau Taubner überlegte kurz Dann sagte sie Ich werde mich der Sache annehmen Vielleicht kann ich mich für sie stark machen Mara atmete erleichtert auf Vielleicht war doch noch nicht alles vorbei Sie bedankte sich Und verabschiedete sich von der Staatsanwältin Kurz darauf erschien Jan Rosen Er hob die Hand zum Gruß Und nuschelte mit schwerer Zunge etwas von einer Wurzelbehandlung Als Mara nicht antwortete Musterte er sie eingehend Was ist los? Gar nichts, zischte sie Er setzte sich hin Er hat dich vom Kariewicz-Fall abgezogen Dieser Arsch Rosen betastete sich vorsichtig das Kinn Was weißt du über den dritten Mord? Welchen dritten Mord? Rosen runzelte die Stirn Lass uns in der City etwas essen gehen Dann können wir in Ruhe reden Ich hoffe nur, ich kann kauen Meinte er gequält Und befühlte wieder sein Kinn Was wäre, wenn sie nicht auftauchen würden? Das war seine letzte Chance Er spürte es Würde das Ganze jetzt nicht wieder in Gang kommen Konnte er sich gleich um seine eigene Beerdigung kümmern Carlos Borke stand mitten auf einer der größten Wiesen des Grüneburg-Parks Seine noch ziemlich neuen Stiefeletten Sanken in den aufgeweichten Boden Und auf sein Herz Drückte ganz leicht die Pistole Die er in die Innentasche gesteckt hatte Eine Glock 17 70% Kunststoff Fühlte sich ein wie ein Kinderspielzeug Und war doch eine präzise Tötungsmaschine Er konnte ganz gut damit umgehen Aber er mochte es nicht sonderlich Gute Geschäfte waren solche Bei denen keine Waffen nötig waren Borke schob sich eine Zigarette in den Mund Und zündete sie an Mittagszeit Hässliche gelbe Wolken Es war empfindlich kühl Er schlug den Kragen seines Mantels hoch Und trat auf der Stelle Späte in alle Richtungen Dorthin, wo die Bäume dichter standen Zu den Bänken Zu dem kleinen eingezäunten Bereich Der den Hundehaltern und ihren Tieren vorbehalten war Seine Gedanken sprangen zu Mara Hatte sie ihn durchschaut? Hatte sie ihm angesehen, dass er die Hosen voll hatte? Ja, Mara Der Gedanke an sie löste ein Kribbeln in ihm aus Trotz aller Sorgen, die ihn plagten Dabei war sie gar nicht sein Typ Doch etwas Reizvolles ging von ihr aus Sie schien jemand zu sein, der erst auf den zweiten Blick offenbarte Wie viele Facetten seine Persönlichkeit hatte Der erste Kuss kam ihm in den Sinn Die Berührungen Und dann auf einmal war Mara wie versteinert gewesen Als verfügte ihr Körper über eine automatische Abwehrfunktion Er musste an diese Hülle aus Schwarz denken, die sie sich zugelegt hatte An die Blicke, die sie in die Welt schoss wie Projektile Das alles schien nur ein Schutzpanzer zu sein Aber wovor wollte oder musste sie sich schützen? Er verjagte die Gedanken Versuchte sich wieder zu konzentrieren Es war nun eine halbe Stunde über der ausgemachten Zeit Sie kommen nicht, sagte er sich Und da sah er sie Zu zweit schlenderten sie zwischen Passanten hindurch Ihre Mantelschöße wehten Derjenige, der links ging war derselbe, den Borker im kleinen Elch getroffen hatte Soran Doch es war der andere, der seinen Blick auf sich zog Graumelliertes, dichtes, welliges Haar Scharfe Züge Eine auffallend schmale, hervorspringende Nase Ein spitzes Kinn Malovan Das ist ein gutes Zeichen Redete sich Borker ein Wenn der Boss kam, würden sie nicht versuchen, ihn über die Klinge springen zu lassen Vor ihm blieben sie stehen Soran grinste Malovan hatte eine Mine aufgesetzt, die nicht zu entschlüsseln war Danke, dass ihr hergekommen seid Begann Borker bewusst vorsichtig Es ist nämlich so Die andere Seite macht sich Sorgen Wir sind es, die sich Sorgen machen Entgegnete Malovan Dazu besteht kein Grund Die Männer schmunzelten überheblich Was ist mit deiner Hand passiert? Fragte Soran Ich würde der anderen Seite gern mitteilen Sagte Borker Dass jetzt alles wie geplant über die Bühne gehen kann Das kann es auch Malovan taxierte ihn aus stechenden Augen Warum auch nicht? Warum? Weil es schwierig war, mit euch den Kontakt zu halten Malovan lächelte Möglich, dass wir uns etwas rar gemacht haben Wie du dir vorstellen kannst Gab es bei uns einiges neu zu regeln Das ist abgeschlossen Deshalb bin ich hier Um es dir höchstpersönlich zu sagen Auf uns ist Verlass Auf mich auch Und auf die anderen? Das hoffe ich doch Also gut Sprach Malovan ruhig weiter Dann ist alles in bester Ordnung Natürlich Wir reden über drei Tonnen Es bleibt doch dabei Borker zuckte unwillkürlich zusammen Das gefiel ihm nicht Je weniger Details man über solche Transaktionen wusste Desto besser Die Einzelheiten gehen mich nichts an Brachte er leise hervor Ich sollte nur den Kontakt herstellen Schnitt Malovan ihm das Wort ab Genau Drei Tonnen Halte es in seinem Kopf nach Eine beängstigende Zahl Du solltest auf deine Hände aufpassen Riet ihm Soran spöttisch Und auf den Rest von dir Fügte Malovan hinzu Und wies ihn Borkers mitgenommenes Gesicht Wie es aussieht Hast du kürzlich schon wieder einiges einstecken müssen Etwa die ach so vertrauenswürdige Gegenseite? Nein Es waren ein paar unwichtige Idioten Von denen wir uns nicht ablenken lassen sollten Dann haben die Schläge nichts mit unserem Geschäft zu tun? Nein Erwiderte Borker Sie grinsten ihn an Und er fühlte dieses Grinsen auf sich Als wäre es eine Berührung Er war in Schweiß gebadet Und zugleich war ihm eiskalt Er hatte sich lange mit Patzke besprochen Patzke war ein erfahrener Mann Auf dessen Meinung er immer schon viel gegeben hatte Gemeinsam hatten sie die Fakten aufgezählt Sie hatten abgewogen Überlegungen angestellt Ins Blaue spekuliert Diese drei Morde waren rätselhaft Und Hauptkommissar Klimt Hatte ein denkbar schlechtes Gefühl Was die ganze Sache betraf Patzke hatte das Büro verlassen Seit gut zehn Minuten war Klimt wieder für sich Er steckte sich eine Zigarette an Obwohl im gesamten Gebäude Rauchverbot herrschte Und qualmte genüsslich Zug um Zug Das Telefon auf dem Schreibtisch klingelte Ein Blick aufs Display Die Nummer, die angezeigt wurde, kannte er Klimt meldete er sich knapp Ich grüße Sie, Herr Klimt Hier ist Angelika Taubner Hätten Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Ich möchte mit Ihnen über Polizeioberkommissarin Mara Belinsky sprechen So? Ja, und damit auch über den Karawitschfall Also nicht über Tay von Kölbysche? Ich verstehe nicht Wer soll das sein? Das werde ich Ihnen sagen, Frau Taubner Tay von Kölbysche wurde von einem Penner gefunden In einem Schuppen auf einem alten Schrottplatz, der nicht mehr in Betrieb ist Er wurde ermordet, nehme ich an Richtig, Frau Taubner Und der Mörder hat sein Werk auf ziemlich schmutzige Weise vollbracht Ich höre, Herr Klimt Hatte sie nicht über sich gebracht, hierher zu kommen Hatte immer eine andere Ausrede gefunden, den Besuch des Hauptfriedhofs aufzuschieben Heute allerdings hatte sie sich ein Herz gefasst Sie betrat das über 70 Hektar große Grundstück Diese morbide Welt, die mitten in der Stadt lag Und doch den Eindruck vermittelte, weit weg von allem zu sein Kahle Hecken und Sträucher Etliche Kilometer asphaltierte Wege und unbefestigte Pfade Einem davon folgte sie mit langsamen Schritten bis zu dem Grab Der schlichte Granitstein mit gusseisernen Buchstaben und Ziffern Vor- und Nachname sowie Geburts- und Todesjahr Ihr Vater bezahlte jemanden, um sich darum zu kümmern Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Edgar Belinsky jemals hier erschien Das hatte er früher schon nicht getan Mara legte eine rote Rose ab und beschwerte den Stiel mit einem Stein Was würde ihre Mutter denken, könnte sie sie jetzt hier sehen? Was würde sie überhaupt über Mara denken? Sie hatte ihre Mutter immer vermisst Ihr Tod hatte in Mara erste Zweifel an der Welt gesät Alles war ins Wanken geraten Das Leben war nichts Verlässliches, wie zuvor gedacht Sondern das genaue Gegenteil Etwas völlig Unberechenbares, etwas Gnadenloses Ein großer, schwarzer Abgrund, vor dem man stand Allein und schutzlos Damals hatte sich ein Misstrauen bei ihr eingebrannt Das bis heute geblieben war Sie war ein Mädchen gewesen Zehn Jahre alt, dünn wie ein Strohhalm Aber als die Polizei keine Verdächtigen präsentierte und die Ermittlungen Nach und nach einschliefen Hatte sie ihrem Vater voller Entschlossenheit vorgeschlagen Dass sie beide gemeinsam herausfinden sollten Wer für den Mord an der Mutter verantwortlich war Unvergesslich, mit welch verdattertem Gesichtsausdruck er sie angestarrt hatte Halb gerührt, halb überfahren Wir können nicht Detektiv spielen, Mara Hatte er gesagt Und das war das erste Mal, dass sie sich von ihm im Stich gelassen fühlte Kein Wunder, dass sie gerade jetzt daran denken musste An diesem Ort, der es den Erinnerungen leicht machte, über sie herzufallen Und dennoch war Mara froh darüber Dass sie hierher gekommen war Denn wie sie feststellte Gelang es ihr ausgerechnet hier zum ersten Mal Die vergangenen Tage mit einem gewissen Abstand zu betrachten Weniger verbissen Weniger zwanghaft Sie hatte unbedingt einen Erfolg vorweisen wollen Um es den Kollegen zu zeigen Allen voran Hauptkommissar Klimt Aber im Leben war es eben immer komplizierter Nicht so klar Nicht so eindeutig Mara verspürte den jähen Drang, in Bewegung zu sein Und sie ging los Automatisch erschien das Gesicht von Carlos Borke vor ihrem inneren Auge Seine Berührungen Erst zärtlich, dann wilder, fordernder Was hast du dir dabei nur gedacht? Wunderte sie sich Immer noch irritiert, dass sie es so weit hatte kommen lassen Ausgerechnet bei ihm Bei diesem undurchsichtigen Kerl Er war doch überhaupt nicht ihr Typ Eine kalte Windböe brachte sie zurück ins Hier und Jetzt Und sie hatte nichts dagegen Nicht auch noch über Borke nachgrübeln Sagte sie sich Mara ging die Anhöhe hinab Und auf einmal schoss ihr Blick wie ein Pfeil in die düstere Umgebung Der große Friedhof lag still um sie herum Nebel schmiegte sich an Grabsteine, Hecken und Buchen Niemand zu entdecken Und vielleicht gerade deshalb wurde sie von dem Gefühl erfasst, dass sie nicht allein war Dass da irgendwo Augen waren, die jeden ihrer Schritte verfolgten Aufmerksamer als zuvor folgte sie einem der vielen Pfade Aus der Ferne sah sie nun das Mausoleum ganz Und erneut wurde sie ein Opfer der Erinnerungen Dort, hockend auf den Stufen, hatte sie Krux zum letzten Mal gesehen Ein heftiger Streit Sie hatten sich gegenseitig unzählige Gemeinheiten an den Kopf geworfen Und er war davongestiefelt Die Trennung von ihm war der Anfang vom Ende dieser unsicheren Zeiten Mit Hilfe von Hanno Linsenmeier kriegte sie die Kurve Sie schaffte ihr Abitur Überdachte ihr Leben In ihr wuchs der Wunsch, dem eigenen Dasein endlich eine Perspektive zu geben Nur welche? Sie bewarb sich bei mehreren Hilfsorganisationen Deren Einsatz sie mächtig beeindruckte Doch die bürokratischen Strukturen Die Atmosphäre der Selbstgefälligkeit Die milde Überheblichkeit, mit der man sie als junge Bewerberin behandelte Verärgerten sie Und verdarben ihr letztlich den Berufswunsch Welche Möglichkeiten blieben ihr? Wie konnte man etwas bewegen? Wie aus dem Nichts Und vor allem für sie selbst völlig überraschend Kam ihr die Idee mit der Polizei Es war wie ein Blitzschlag Je mehr sie darüber nachdachte Desto stärker war der Reiz, den sie verspürte Mitten im Geschehen zu sein Die elektrisierende Gefahr Und das jederzeit Unvorhersehbare Das zog sie gewaltig an Schwachen Helfen Und rücksichtslosen Starken in die Suppe spucken zu können Das war ganz nach ihrem Geschmack Sie wagte es Und fing Feuer Sie kämpfte dagegen an Sich vom Alltag mit vielen, zähen, unbefriedigend verlaufenden Kriminalfällen Betäuben zu lassen Immer zu aufmerksam und hellwach bleiben Die Augen offen halten Den eigenen Instinkt schärfen Ängste ausblenden Und den Regeln folgen Vor allem den eigenen Womit sie unversehens aneckte Mara wurde ausgegrenzt Angefeindet Dann die Versetzung nach Düsseldorf Auch am Rhein gab sie sich keineswegs verbindlicher Zugänglicher War einmal mehr die Außenseiterin Ihrer geringen Beliebtheit zum Trotz kam der Erfolg Düsseldorf war die Stadt, in der sie sich freischwamm Und jetzt würde sie das erneut tun müssen Wenn auch unter wesentlich schwierigeren Vorzeichen Plötzlich hielt Mara inne Ließ den Blick kreisen Wieder war da dieses Gefühl Als würde sie beobachtet Zwischen Platanen hindurch Starrte sie den Pfad hinab Nichts Auffälliges zu sehen Langsam setzte sie ihren Weg fort Sie schlug einen großen Bogen Passierte Kastanien und Eichen Und warf weiterhin einen gelegentlichen Blick nach hinten Minuten verstrichen Sie erreichte die Gedenkstätte Ein Hauch von Leben Hier wurden seit vielen Jahren Auf einer zuvor verwahrlosten Grabstätte Totgeborene Kinder anonym beigesetzt Diese Kinder hatte Mara irgendwann Als eine Aufforderung an sich selbst verstanden Ihr eigenes Leben nicht wegzuwerfen Ja, etwas bewegen Ging es nicht immer genau darum? Sie zückte ihr Notizbuch und las die Stichworte durch Die sie sich mittags während des Gesprächs mit Jan Rosen In einem kleinen Bistro in City näher aufgeschrieben hatte Es war also erneut jemand ermordet aufgefunden worden Taifun Kölbische 19 In seine wenigen Lebensjahre Hatte er bereits einiges hineingepackt Wovon man eigentlich die Finger lassen sollte Körperverletzung Laden und Autoliebstahl Außerdem hatte er in dem Verdacht gestanden Mit Ecstasy und Amphetamin zu handeln Mehr als einmal hatte er sich vor Jugendrichtern verantworten müssen Vor seinem letzten Atemzug Hatte er Furchtbares erdulden müssen Allerdings war es bei ihm schneller gegangen Als bei Karewitsch und Pol Man hatte sein Geschlechtsteil abgeschnitten Und ihm dann die Kehle durchtrennt Verglichen mit den anderen beiden Mordtaten Sozusagen ein Schnellschuss Bei Kölbische gab es keinerlei Verbindungen zum organisierten Verbrechen Er war ein Kleinkrimineller gewesen Mehr nicht Wie war dieser Mord einzuschätzen? War er unabhängig zu betrachten? Oder stellte er die Fortsetzung einer grauen, erregenden Serie dar? Ihr Handy klingelte Die Nummer, die im Display angezeigt wurde Löste nicht gerade ein gutes Gefühl in ihr aus Ja? Hallo, hier ist Klimt Wilinski Ich erwarte Sie morgen in meinem Büro Um 10 Uhr Staatsanwältin Taubner wird auch dabei sein Ach Machte Mara verdutzt Hatte Frau Taubner sich tatsächlich für sie eingesetzt? Mit einem trockenen Bis dann Beendete Klimt das Gespräch Als sie das Handy in die Innentasche der Lederjacke schob Hatte sie das Eingangsportal des Friedhofs erreicht Ein jeher Impuls ließ sie herumwirbeln Die Herrchen an ihren Unterarmen stellten sich auf In einiger Entfernung erblickte sie zwei Männer in Mänteln Halbverborgen vom Nebel Es war unzweifelhaft, dass die Fremden sie anstarrten Mara betrachtete sie mehrere Sekunden lang Dann verschwanden die beiden Gestalten ohne Eile hinter Sträuchern und einer Hecke Sie hatte sich also nicht geirrt Es hatte sich tatsächlich jemand an ihre Fersen geheftet In der Nähe der Martin-Luther-Kirche Quetschte Mara ihren Alpha mit Mühe und Not in eine winzige Parklücke Es war halb sieben abends Mit eiligen Schritten ging sie zum Jugendzentrum Erleichtert stellte sie fest, dass noch Licht brannte und betrat das Gebäude Wärme und Rap-Klänge schlugen ihr entgegen Nur wenige Jugendliche waren da Sie hockten zusammen, quatschten, ließen sich von der Musik berieseln Wo ist Hanno? rief sie Da öffnete sich die Tür zu der kleinen Küche und er kam auf sie zu Schön, dass du dich mal wieder zeigst Auf Hannos Kopf saß, schief und verwaschen, eine Basecap Was ein wenig albern aussah Er lächelte sie an und bedeutete ihr, ihn in das Nebenzimmer zu begleiten Magst du etwas trinken, Mara? Ein Bier wäre nicht schlecht Nachsichtig schüttelte er den Kopf Du weißt doch Kein Alkohol unter diesem Dach Gleich darauf saßen sie sich in den Sesseln gegenüber Der Strahl einer Wandlampe, die ihr angeknipst hatte, erfasste Hannos Gesicht Und Mara musterte ihn eingehender Geht's dir gut? fragte sie, die Stirn gerunzelt Wieso? Sehe ich schlecht aus? Ehrlich gesagt, du bist blass? Ach Hanno winkte ab Ich bin nur ein bisschen müde Und ich habe Kopfweh, das ist alles Sie taxierte ihn noch prüfender als zuvor Und dann schnappte sie sich mit einer blitzschnellen Bewegung seine Mütze An einer Stelle seines Kopfes war das graue Haar abrasiert worden Auf der Haut klebte ein mehrlagiges, ziemlich großes Pflaster Wusste ich doch, dass da was nicht stimmt, Hanno Was ist passiert? Stell dir vor, ich bin die Kellertreppe runtergefallen, ich alter Döskopp Aha Mara sah ihn ernst an Und dabei bist du auf der Oberseite deines Dickschädels gelandet Anscheinend ein Sturz wie im Zeichentrickfilm Mara, wie ich das angestellt habe, weiß ich auch nicht mehr Hatte wohl den einen oder anderen Äppler zu viel Ist das genäht worden? Ja, halb so wild Und warum hast du es vor mir verheimlicht? Och, Mara Jetzt wurde er wirklich ungehalten Ich weiß doch, wie besorgt du immer gleich wegen mir altem Kerl bist Total unnötig Glaub mir, ich wollte einfach keine große Geschichte draus machen Sie starrte ihn noch durchdringender an Raus mit der Sprache Was soll das, Mara? Ein blöder Sturz, mehr nicht Wieso sollte ich dir ein Märchen erzählen? Wenn ich an unsere letzten Gespräche denke, dann fällt mir nur ein Grund ein Weshalb du mir etwas verschweigen könntest Wo ist er? Wer? Der, den du schützt Obwohl er eine Menge Dreck am Stecken hat Und jetzt sage ich's noch einmal Raus mit der Sprache Ein zaghaftes Nicken Ja, es war Raphael Er wusste nicht, wohin er soll Er ist unschuldig Mara, er ist es wert, dass man um ihn kämpft Er war es, der dir das Ding am Kopf verpasst hat? Hanno, wach auf Das ist doch keine Bagatelle Erzähl mir, wie es dazu kam Er hatte wohl Ärger mit irgendwelchen Kumpels, die ihn ordentlich verprügeln wollten Aus welchem Grund? Damit ist er nicht so richtig herausgerückt Ach, er hatte keine Kohle, keinen Platz zum Schlafen Also hat er abgewartet, bis ich das Jugendzentrum abschließe und nach Hause fahre Dann ist er eingebrochen Dummerweise hatte ich etwas vergessen und musste umkehren So habe ich ihn überrascht Körperverletzung und Einbruch Etwas in der Art würde ein Jugendrichter zu der jämmerlichen Lage des armen Jungen sagen Ich werde keinen Aufstand deswegen machen Einen Aufstand nicht Aber schon mal an eine Anzeige gedacht? Sein unzweifelhafter Blick machte jede Antwort überflüssig Er hat nicht gezögert, dir den Schädel einzuschlagen Ausgerechnet dir, Hanno Aber danach hat er sich sofort um mich gekümmert Es hat ihm verdammt leid getan, Mara Ihm sind die Sicherungen durchgebrannt Und dann hat er geheult So sehr ist ihm das an die Nieren gegangen Und wo steckt er jetzt? Er ist wieder abgehauen Ist er das? Mara erhob sich abrupt Sie durchquerte den Raum und schritt den angrenzenden Flur entlang An dessen Ende ein großer, dreitüriger Kleiderschrank stand In dem Hanno immer alles Mögliche verwahrte Dachte ich mir doch, dass es den noch gibt Mara, was hast du vor? Hanno tauchte hinter ihr auf Da drinnen hast du mich einmal versteckt Als mich zwei bescheuerte Tanten vom Jugendamt gesucht haben Weißt du das noch? Sie machte den Schrank auf Zwei hübsche, dunkelbraune Augen starrten sie an Sie waren beim Dessert angelangt Einem Calbo-Schokoladentraum mit Portweinfeigen Davor hatten sie sich Krustentierbisk und Steaks vom Gelbflossentonfisch schmecken lassen Hervorragendes Restaurant Eines der besten der Stadt Edgar Belinskis Gedanken schweiften ein wenig ab Als Richter Klaus-Peter Lessing über eine Aufführung in der alten Oper redete Die er kürzlich besucht und die ihn offenkundig gelangweilt hatte Manchmal vermisse ich den Pomp vergangener Tage Bekundete der Richter mit abfälligem Achselzucken Heute muss alles so nüchtern sein Aufgeräumt, kahl Sogar die Oper Ein kurzes, versonnenes Schmunzeln Wir wussten besser, wie man lebt, finden Sie nicht, Edgar? Das kann man wohl sagen, erwiderte Belinsky Ohne groß über die Antwort nachzudenken Sie waren noch beim altmodischen Sie Nannten sich aber bei den Vornamen Schon seit vielen Jahren verkehrten sie auf freundschaftlich-kollegialer Basis miteinander Lessing war gut ein Jahrzehnt älter Geschieden Einer der erfahrensten, angesehensten Juristen überhaupt Schön, dass es geklappt hat Der Richter nahm einen Schluck Wein Ach, übrigens diese Nun ja, ein wenig eigenwillige Person Mit der sie im Gericht beisammen standen Das war doch keine Mandantin, nehme ich an Belinskis Miene blieb unverändert Auch wenn er im Geiste Mara vor sich sah Ihre Piercings Ihre von dickem Kajal umrahmten Augen Nein, keine Mandantin Lessing verfiel ins Philosophieren über die Frauen von heute Und diejenigen von damals Wobei er an seiner Präferenz keinen Zweifel ließ Weiber mit Blech im Gesicht Es ist doch eine komische Welt geworden, denke ich manchmal Dafür halten wir beide uns ganz gut, würde ich sagen Lessing lachte leise Und redete weiter über die Damenwelt Was er gern tat Erst recht, wenn ein guter Wein seine Wirkung zu zeigen begann Der Name Angelika Taubner fiel Und Belinskis hörte aufmerksamer zu Er kannte die Staatsanwältin nur von einigen flüchtigen Begegnungen Aber natürlich war sie ihm aufgefallen Er wusste sogar, dass sie in seiner Nähe wohnte Es wundert mich, Edgar, dass sie bei Angelika noch nicht angeklopft haben Sie würde doch wirklich gut zu ihnen passen Und sie ist, soweit ich weiß, alleinstehend Dann sollte ich die Gelegenheit wohl mal beim Schopf backen Und ob sie das sollten Eine tolle Frau Vor kurzem war ich nach langer Zeit wieder einmal mit ihr zum Abendessen verabredet Lessing winkte den Kellner heran, um eine weitere Flasche Wein zu bestellen Übrigens, da fällt mir etwas ein Neulich hörte ich von einer Kriminalbeamtin namens Belinsky Ein Zufall? Oder besteht eine Verwandtschaft? Ja, eine Verwandte Hörte Belinsky sich antworten Ungewohnt zögernd Und er musste automatisch an die vielen Gelegenheiten in früheren Jahren denken Wenn er Mara bei solchen Plaudereien verleugnet hatte Ach, meinte Lessing erstaunt Eine Tochter ihres Bruders? Nein Sie ist nicht seine Tochter Sondern meine Lessing war noch erstaunter Nicht ihr Ernst, mein Lieber Sie haben nie von ihr erzählt Nein? Deshalb nicht Sie sind doch gewiss stolz auf sie Selbstverständlich Erwiderte er Ich bin ihr also nie begegnet? Nein Log Belinsky Sie ist bei der Kripo Großartig Ja Großartig Die Flasche Wein wurde gebracht Wodurch der Richter abgelenkt wurde Und das war Belinsky nur recht Lessing ließ einschenken Und Belinsky trank einen großen Schluck Während Maras Gesicht vor seinem inneren Auge erschien Verleugnet Verleugnet Dachte er erneut So oft bereits Unzählige Male Übergangen Totgeschwiegen Sein Kind Alle wussten, dass er vor Jahren auf tragische Weise zum Witwer geworden war Die wenigsten, dass er eine Tochter hatte Unsanft zog Mara den Jungen hoch Er japste, maulte vor sich hin Sie buxierte ihn in das Zimmer, aus dem sie eben gekommen war Und schubste ihn mit Schwung in einen der Sessel Mara Versuchte Hanno zu protestieren Aber sie hob sofort warnend die Hand Nicht jetzt, Hanno Sie ließ sich in den anderen Sessel fallen Ihr Blick nagelte Raphael im Polster fest Mara Vielleicht wäre es besser Hör zu, Hanno Beim letzten Mal habe ich auf dich gehört Und wie es ausging, wissen wir Heute hörst du auf mich Der Klang ihrer Stimme ließ keinen Widerspruch zu Lass mich allein mit ihm Hanno seufzte Seine Miene zeigte, dass ihm das nicht gefiel Aber er schloss die Zimmertür hinter sich Mara fixierte weiterhin mit ihren dunklen Augen Diesen unbeirrbaren 16-Jährigen Der sich alle Mühe gab, durch sie hindurch zu starren Dünner war er geworden Die Nase sprang spitze aus seinem Gesicht hervor Hanno war gewiss dabei, ihn aufzupäppeln Sie überlegte genau, was sie sagen sollte Und rief sich alles in Erinnerung, was sie von Hanno über Raphael wusste Es gab nur einen einzigen Punkt, an dem sie ansetzen konnte Das fühlte sie Deine Mutter ist bestimmt verflucht stolz auf dich Ein Zucken in Raphaels Augen Kaum wahrnehmbar Ich habe mit ihr gesprochen, behauptete Mara Bemitleidenswerte Frau Wirklich Er biss fest auf die Zähne Sie sah es an seinem verkrampften Kiefer Sie hat geweint, deine Mutter Sie hat gesagt, es bringt sie um, dass sie keine Ahnung hat, wo du dich herumtreibst Und Sein jeher Schrei zerfetzte die Ruhe Lassen Sie meine Mutter aus dem Spiel Sofort streckte Hanno seinen Kopf ins Zimmer Raus, Hanno, sagte Mara kühl, ohne den Blick von Raphael zu lassen Erneut gehorchte Hanno, wenn auch zögernd Aus welchem Spiel soll ich deine Mutter lassen? Aus deinem? Das kann ich nicht Alles, was du tust, fällt auf sie zurück Diesmal war seine Stimme nur ein Zischen Ich warne sie Lassen Sie sie in Ruhe Oder mein Vater wird sich sie vorknöpfen Der bricht ihnen die Knochen Dein Vater? Meinte Mara So aufreizend lässig, wie Raphael sich ihr gegenüber immer gegeben hatte Der Vater, auf den du schon so lange wartest? Der dich rausholt aus der ganzen Scheiße? Den meinst du ja? In seinen Füßen zuckte es In seinem Gesicht zuckte es Der Junge sah aus, als könnte er jeden Moment auf Mara losstürmen Mein Vater wird sie Die Worte gingen unter in einem jähen Schluchzen Raphael Macchiadi weinte Heulte, jammerte Die Tränen flossen an seinen Wangen herab Seine Lippen zitterten Du wartest gar nicht auf deinen Vater, oder? Fragte Mara sanfter Er ist tot, nicht wahr? Ein Beben in seinem Oberkörper Übrigens, mein Vater lebt noch Sagte Mara Er ist ein Arsch Der Junge sah überrascht auf Und meine Mutter ist tot Fuhr Mara fort Schon seit vielen Jahren Sie wurde umgebracht Wie kam dein Vater ums Leben? Er starb bei Raphael sog die Luft ein Bei einer Flugzeugkatastrophe In Dar es Salaam Das ist in Tansania, richtig? Stammte er von dort? Raphael nickte unter Tränen Ich war zehn, als meine Mutter starb In den Jahren danach Hab ich mich immer in ihrem Grab Oder in der Nähe herumgetrieben Wer hat sie ermordet? Es wurde nie jemand angeklagt Jetzt wollen sie mir sicher sagen Er klang seine Stimme Nach einer langen Stille Zögerlicher als zuvor Dass ich es für meine Mutter tun soll Tun? Was denn? Na ja Aufhören mit dem Scheiß Ordnung in mein Leben bringen Und der ganze Mist Der ganze Mist Genau Aber ich will dir keineswegs sagen Dass du es für sie tun sollst Sondern für jemand anders Für Hanno? Fragte Raphael skeptisch Nein Auch nicht für Hanno Für dich selbst, Raphael Und klar Hör auf mit dem Scheiß Keine Einbrüche mehr Ich hab ja damit aufgehört Schon längst Mara richtete sich im Sessel auf Und was ist mit Kronberg? Ich war ein Kronberg Aber Ich habe nicht mitgemacht Wir waren gerade angekommen Und hatten geparkt Aber In mir sperrte sich alles Die anderen versuchten mich zu überreden Wir haben gestritten Das war es wohl Als diese Zeugin uns bemerkte Und sie meinen Namen hörte Du hast nicht mitgemacht? Die anderen haben gemeint Ich sei ein Feigling Dabei gehört Mut dazu Nein zu sagen Bemerkte Mara eindringlich Seitdem trauen sie mir nicht mehr Ich bin nicht mehr sicher Wenn die anderen mich kriegen Dann verbringe ich die nächsten Monate Im Krankenhaus Sie denken Ich würde das machen Was sie von mir wollen Was will ich denn? Dass ich sie verrate Mara ließ einige Sekunden verstreichen Ehe sie wieder etwas äußerte Es gibt keinen halben Neuanfang Man kann sein Leben Nicht nur halb aufräumen Man muss aufs Ganze gehen Wenn du mit dem Scheiß aufhören willst Dann mach es richtig Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht Ich lass dich nicht wieder entwischen, Raphael Stellte Mara klar Du wirst aufgrund dieser einen Zeugenaussage Verurteilt werden Es wird immer so weitergehen Nur wenn du reinen Tisch machst Kannst du es stoppen Wenn ich zum Verräter werde Beharrte er Ich verspreche dir Ich werde alles tun Damit du aus der Geschichte gut herauskommst Und Hanno wird sich ebenfalls für dich einsetzen Raphael seufzte Die Stirn in Falten Warum haben sie vorhin gesagt Ihr Vater ist ein Arsch? Sie musste grinsen Weil es so ist Was macht er? Wenn er nicht Kognak schlürft Und hinter den Frauen her ist Arbeitet er als Rechtsanwalt Sie können wirklich nicht leiden, was? Nun ja, er und ich Wir haben es uns gegenseitig nie leicht gemacht Sie beide reden nicht miteinander, oder? Nicht ohne miteinander zu streiten Ich würde verflucht viel geben Um nur ein einziges Mal Mit meinem Vater reden zu können Das glaube ich dir Ernst musterte sie ihn Deshalb solltest du auch unbedingt Wieder deine Mutter sehen Es ist so schwer Es tut so verdammt weh Sie hätte ein besseres Leben verdient Vielleicht kannst du ihr dazu verhelfen Sie sah ihn an Seine Coolness Seine Lässigkeit Seine Maske All das war aus seinen Zügen verschwunden Und zurück blieb ein Junge Es gab Momente Da fiel die Härte Die man zur Schau zu stellen versuchte Einfach in sich zusammen Sie kannte das Es liegt an dir Sagte sie sanft Dann stand sie auf Und verließ mit lautlosen Schritten Das Gebäude Du spielst immer die Harte Sagte sie sich stumm Und dabei bist du ein richtiges Weichei Weicher als Jan Rosen Am nächsten Morgen Klopfte sie pünktlich um 10 Uhr An Klimts geschlossene Bürotür Bitte Ertönte seine immer leicht gereizt klingende Stimme Mara trat ein Klimt klebte in seinen Drehstuhl Das linke Bein lässig aufs rechte Knie gelegt Angelika Taubner saß auf dem Besucherstuhl Sie beide kennen sich ja bereits Brummte Klimt Die elegante Frau reichte ihr die Hand Und schenkte ihr ein formelles Lächeln Für Mara stand ein zweiter Stuhl bereit Sie nahm Platz Klimt fuhr sich mit beiden Händen übers Gesicht Frau Taubner hat sich extra ihretwegen auf den Weg hierher gemacht Um was geht es? Fragte Mara schlicht Es geht um mehreres Antwortete er Um sie Und um einige Morde Weshalb um mich? Ich schätze ihre Einsatzfreude Sagte er wenig glaubwürdig Aber mir wäre es lieber Sie würden sich zurückhalten Und etwas überlegter vorgehen Mara merkte Wie sie sich unwillkürlich aufrichtete Mir scheint Sie haben nur auf einen Anlass gewartet In meine Richtung zu schießen Klimt taxierte sie Frau Taubner hat sich sehr für sie eingesetzt Aber die Sachlage hat sich verändert Welche Sachlage? Mara warf einen raschen Seitenblick auf die Staatsanwältin Die in unveränderter Haltung dasaß Die Beine übereinander Der Rücken kerzengerade Es geht jetzt um drei Morde Drei barbarische Morde Ich weiß Sagte Mara wachsam Meine Befürchtung ist Dass wir es hier mit einem Serientäter zu tun haben Und zwar einem, der noch nicht genug hat Wirklich? Entfuhr es Mara Als ich geäußert habe Die ersten beiden Morde müssten miteinander in Verbindung stehen Waren sie mehr als skeptisch Und ausgerechnet jetzt Mit einem dritten Opfer Das kaum zu den ersten beiden passt Gehen sie von Zusammenhängen aus? Es gibt durchaus Parallelitäten Betrachtet man die Morde Fällt zuerst die Brutalität auf Führte Klimt aus Als wäre das etwas Neues Ich war es Betonte Mara Die immer darauf hingewiesen hat Jetzt sind es aber drei Morde Und ich muss die Möglichkeit einer Serie in Betracht ziehen Alle Opfer sind gefoltert worden Die ersten beiden sehr ausgiebig Das dritte weniger ausgiebig Aber ähnlich grausam Herr Klimt Lies Angelika Taubner zum ersten Mal ihre Stimme hören Gibt es denn sonst keine Gemeinsamkeiten Und keine Spuren? Nein Keine Fingerabdrücke Keine DNA-Spuren Aber sind wirklich drei Täter unterwegs Die mit vergleichbarer Sorgfalt vorgehen Und zufälligerweise innerhalb so kurzer Zeit zuschlagen? Das glaube ich nicht Alle drei Opfer Schaltete sich Mara wieder ein Sind vor ihrem Tod gefesselt worden Karewitsch mit einem Kabel Pol hingegen mit Kabelbindern Wie sieht es bei Kölbische aus? Klebeband Antwortete Klimt brummend Mara überlegte Karewitsch ist geknebelt worden Pol und Kölbische hingegen nicht Weil es sich bei den Tatorten Um einsame, eher abgeschottete Plätze handelte Nicht wahr? Anzunehmen Klimt nickte Was ist mit den Tatwaffen? Diese Frage kam von der Staatsanwältin Gibt es da neue Erkenntnisse? Nein Bekannte er Der Totschläger, der bei Karewitsch benutzt worden ist Ist nicht aufgetaucht Ebenso wenig die Waffe mit der Pol Brandwunden zugefügt wurden Das Messer, das im Kölbische Mord benutzt wurde Ist ebenfalls nicht gefunden worden Verschiedene Waffen Unterschiedliche Arten der Folter Gab Frau Taubener zu bedenken Und Fesselmaterial, das nicht zusammenpasst Vorsicht, Herr Klimt Das lasse ich nicht außer Acht Keine Sorge Über einen Punkt habe ich auch die ganze Zeit nachgedacht Bemerkte Mara Während Karewitsch zu Hause umgebracht worden ist Hat man Pol per Handy zum Tatort bestellt So war es auch bei Kölbische Sagte Klimt Aber in beiden Fällen hat man nicht herausfinden können Mit wem die Verabredungen getroffen worden sind Es ist denkbar, dass Karewitsch seinem Mörder die Tür geöffnet hat Dass er ihn kannte Herr Klimt Schaltete sich Angelika Taubner wieder ein Ruhig wie immer Doch mit auffallend entschiedenem Tonfall Wollen Sie nicht langsam zu dem Punkt kommen Über den wir gestern gesprochen haben Ich meine Weswegen es überhaupt zu diesem Treffen gekommen ist Mara wurde noch hellhöriger Stimmt Er nahm Mara direkt ins Visier Um es Ihnen ganz offen zu sagen, Belinsky An meiner Entscheidung halte ich fest Der Karewitsch-Fall Sie bleiben davon abgezogen Mara presste die Lippen zusammen Bislang ist es noch recht ruhig in der Presse gewesen Sprach er weiter Zwei Morde in der Unterwelt Aber wenn der Begriff von einem Serienmörder die Runde macht Dann ist die Hölle los Er machte eine wohlbedachte Pause Und da brauche ich hier eine verschworene, absolut verlässliche Einheit Niemanden, der Alleingänge startet Mara warf ihm einen vernichtenden Blick zu Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig als allein Sie werden nicht zu dem Team gehören, das die drei Morde untersucht Basta Wie gesagt Ich brauche eine eingespielte Einheit Klimt nickte kurz der Staatsanwältin zu Frau Taubner hat sich für Sie eingesetzt, aber im Moment sehe ich keine andere Möglichkeit Eine Stille setzte ein, die man mit einem Messer hätte zerschneiden können Frau Belinsky, weinte sich die Staatsanwältin an Sie Jetzt wieder mit verbindlicherer Stimme Es tut mir leid Aber in Anbetracht der Umstände halte ich es für das Beste, mich Herrn Klimts Meinung anzuschließen Ausgerechnet Taubner hatte sie als Verbündete betrachtet Wie naiv Karrierefrauen, dachte Mara Schlangenweiber In ihr war alles wie Taub Abrupt stand sie auf und verließ wortlos den Raum Erst auf dem Flur konnte sie wieder richtig atmen Warum war es so in ihrem Leben? Warum musste sie immer wieder gegen Wände rennen? Zum ersten Mal seit ihrer Rückkehr nach Frankfurt war ihre Energie weg Sie hatte das plötzliche Bedürfnis, stundenlang, tagelang, wie ein Stein zu schlafen Sie fühlte sich endgültig und wahrhaftig geschlagen Ein widerwärtiger, galliger Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus Und nun? Aufgeben? Was blieb ihr anderes übrig? Carlos Borke hatte das Handy ganz dicht an seinem Ohr Dann sieht hier alles gut aus, sagte er leise Darauf bedacht, seine Worte genau abzuwägen Er stand an einer Ecke der Nidderstraße Etwas abseits des üblichen Trubels rund um den Hauptbahnhof Hoffen wir's Erwiderte der Mann, der ihn angerufen hatte Ein Name war nicht genannt worden Doch Borke war sich ziemlich sicher, um wen es sich bei dem Kerl handelte Um einen der zwei Männer, mit denen er sich in Henrys Pinte getroffen hatte Der ältere der beiden Nicht der Riese Das heißt, die Sache kommt endgültig ins Rollen? Fühlte er noch einmal vor Klar Er atmete durch Wenn dem so war, drohte ihm kein Ärger mehr von diesen Halsabschneidern Auch nicht aus Malovans Richtung Denn dann würden dessen Leute ebenfalls damit beschäftigt sein, das Geschäft durchzuziehen, das so lange schon geplant war Und die Rocker bereiteten ihm trotz der Abreibung, die sie ihm verpasst hatten, die geringsten Sorgen Andererseits, sagte der Mann Du warst ein Problem Ich? Ich konnte doch am wenigsten für die Verzögerung Verteidigte er sich Wir wissen alle, dass du ziemlich gut mit den Bullen kannst Ich habe mich die ganze Zeit über, weder mit Klimt noch mit den Drogenbullen getroffen Willst du mich verarschen? Wieso verarschen? Die Bullenlady Borker stutzte Natürlich Mara Diesen Männern schien wirklich nichts zu entgehen Mit ihr hast du dich getroffen Borker gab sich alle Mühe, seine Stimme unbekümmert klingen zu lassen Ach, die kleine stochert ein wenig im Nebel herum, um einen Glückstreffer zu landen Sie ist eine Außenseiterin auf dem Revier Und mal ehrlich, ich glaube kaum, dass sie sich dort lange halten wird Wir können kein Risiko eingehen Auf einmal war die Stimme ganz sachlich Dich haben wir gebraucht Okay Und du hast deinen Job erledigt Die kleine allerdings, die brauchen wir nicht Erst jetzt Begriff, Borker Ihr wollt sie verschwinden lassen? Was weißt du über sie? Sie ist eine Kommissarin, neu in Frankfurt Und sie hat nicht die geringste Ahnung, um was es eigentlich geht Sie ist unwichtig Hm, machte der andere unbestimmt Wir haben sie jedenfalls auf dem Schirm Wenn ihr jemanden von den Bullen verschwinden lasst, dann wirbelt ihr viel zu viel Staub auf Das ist es doch nicht wert Gerade jetzt Die Kleine ist ziemlich neugierig Und ziemlich hartnäckig Wir finden, wir sollten ihr das austreiben Jan Rosens vorsichtige Blicke ließ Mara an sich abprallen Sie saß am Schreibtisch und verschanzte sich hinter einem Wall aus Kälte und Unpersönlichkeit Abwechselnd trank sie Kaffee und Cola Doch das änderte nichts Sie fühlte sich abgehetzt Konnte sich nicht konzentrieren Kaum einem Gedanken bis zum Ende folgen Die Bilder auf ihrem Bildschirm nahm sie nicht auf Und wenn sie in ihren Notizen blätterte, hatte sie das Gefühl, sie wären in einer anderen Sprache verfasst worden Man hatte sie abserviert Endgültig Ihr Vater fiel ihr ein Genau das hatte er vorhergesagt Und das ärgerte sie beinahe am meisten daran Die Stunden schlichen vorbei Langsam und zäh Mara redete mit niemandem Und tat so, als würde sie arbeiten Während sie in Wirklichkeit vor sich hin brütete Die Gedanken blei schwer Kaffee und Cola Cola und Kaffee Sie sehnte sich nach einer Zigarette Wie sie sich widerwillig eingestand Und sie meinte, den Qualm in Borkes Atelierwohnung riechen zu können Auch ihn selbst Sein Eau de Toilette, seine Haut Wo mochte er gerade sein? Steckte er erneut in Schwierigkeiten? Die Verletzung am Hals Die schlimme Sache mit seinem Finger Die Schläge Zu gern hätte sie mehr über die Hintergründe gewusst Zu gern hätte sie mehr über ihn gewusst Kurz vor Feierabend Klimt hatte alle zu einer Teambesprechung in einen Konferenzraum geholt Alle, bis auf sie Ihr Handy klingelte Auf dem Display eine bekannte Nummer Hallo Hanno Weswegen rufst du an? Wegen Raphael Ich wollte dir danken, Mara Dafür, dass du ihm eine Chance gibst und Spar dir deinen Dank Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich nicht das getan habe, was ich hätte tun sollen Nämlich Raphaels kleinen Hintern aufs Präsidium zu schleifen Und ich bereue es Das musst du nicht Doch, das muss ich Und ich muss auch die durchaus möglichen beruflichen Konsequenzen dafür tragen Blaffte sie Raphael braucht das einfach mal Ich meine, durchzuatmen Sich zu erholen Und das Gefühl, auf der Flucht zu sein, für eine Weile abzuschütteln Du darfst ihn trotzdem daran erinnern Betonte Mara Dass er reinen Tisch machen muss Sonst würde er sein Leben nie auf die Reihe kriegen Ach, Mara Wer will schon ein Verräter sein? Aber zu sagen Na gut, vorbei ist vorbei Um dann die Klappe zu halten Das geht auch nicht Übrigens Raphael hat fast die ganze Zeit nur von dir geredet Er ist ziemlich beeindruckt von dir, Mara Da ist er im Moment leider der Einzige Er konnte es nicht fassen Fuhr Hanno fort Dass du ihn nicht mitgeschleift hast Dass du ihm anscheinend Vertrauen entgegenbringst Und nicht nur deine Vorschriften und Paragrafen im Kopf hast Genau das sollte ich aber Hanno Auch wenn ich mir lieber die Zunge abbeißen würde, als das zuzugeben Ich bin zu weich für diesen Scheißjob Nanu Was ist denn los, Mara? Nichts ist los Murrte sie Na Ich kenne dich doch Sie haben mir in den Hintern getreten Und mich kaltgestellt Eigentlich von Anfang an Aber jetzt ist es sozusagen amtlich Willst du nicht zu Raphael und mir ins Zentrum kommen? Wir bestellen für uns drei eine Riesenpizza Na? Ich überleg's mir Wir erwarten dich Ein Signalton ihres Handys Wies sie auf eine neue Nachricht hin Sie betrachtete das Display Die Absender-Nummer kannte sie nicht Mara Hast du gehört? Wir erwarten dich Sie las die Nachricht Schlagartig war sie wieder hellwach Mara? Bis dann, Hanno Sie legte einfach auf Die Kernworte der Nachricht Dröhnten in ihrem Kopf wie Hammerschläge Informationen zu Kariewicz Alleinkommen Innenhof Liebfrauenkirche Punkt 21 Uhr Es war zu spät, die Spezialisten den Absender feststellen zu lassen Mara vermutete ohnehin, dass mit ihr von einem Handy mit Prepaid-Karte Kontakt aufgenommen worden war Ein Besitzer würde sich ganz bestimmt nicht ermitteln lassen Mit geübten Griffen überprüfte sie den Zustand ihrer Dienstwaffe Schob sie zurück ins Holster, schlüpfte in ihre Jacke und verließ mit eiligen Schritten das Präsidium Nur noch ein paar Minuten bis 21 Uhr Es roch nach Regen Die Luft war rau und kalt Monoton der Lärm der Motoren Sie ging weiter Erfasst von dem Gefühl, geradewegs in eine Falle zu laufen Doch sie konnte nicht anders, als sich darauf einzulassen Keine Sekunde hatte sie gezögert Keine Sekunde hatte sie auch nur darüber nachgedacht, ob es Alternativen zu diesem Alleingang gab Wen hätte sie einweihen? Wen um Unterstützung bitten sollen? Klimt? Lieber hätte sie sich eine Hand abhacken lassen Allein sollte sie herkommen Also kam sie allein Umhüllt von der Nacht merkte sie, wie sich alles in ihr immer stärker anspannte Ihr Blick huschte hierhin Dorthin Die Eingangstüren der Häuser Die Hofeinfahrten Die geparkten Fahrzeuge Der Weg, dem sie folgen sollte, war in einer zweiten Nachricht, die sie kurz nach der ersten erreicht hatte, detailliert vorgeschrieben Ein Gefühl beschlich sie Genau wie auf dem Friedhof Als würde ihr jemand hinterher schleichen Sie spürte es Mittlerweile bewegte sie sich parallel zur Zeil Immer in Richtung Liebfrauenkirche Der Verkehrslärm schwoll noch einmal an Dann tauchte Mara ab in den Innenhof, der zur Kirche gehörte Und in eine jähe Stille Kopfsteinpflaster Kopfsteinpflaster Hohe, kahle Mauern Und das mobide Schimmern von Johanneslichtern, die für die Toten brannten, an der einzigen überdachten Stelle in dem gespenstischen Hof Sie hielt inne Schwer einsehbare Ecken Die Totenlichter warfen flackernde Kleckser an die Steinwände Wo würdest du dich verstecken? Fragte sie sich stumm Sie sah nicht im Blick Ihr Herz trommelte Ihre Kehle war trocken Nur noch ein paar Schritte Nein, da war niemand Mara atmete durch Erleichtert ließ sie die Pistole los In dem Moment, als die Anspannung sich löste, ertönte neben ihr ein Geräusch Mara wirbelte herum Ein Mann Deutlich größer, breiter, wuchtiger als sie Ein wahrer Riese Sein Gesicht war von einer Kapuze beschattet Er kam auf sie zu Ansatzlos der Faustschlag, der sie auf den Boden beförderte Ansatzlos die Bewegung, mit der er etwas aus seinem Hosenbund zog Ein Klacken Und Mara sah die silbern funkelnde Klinge eines Schnappmessers Ohne ihn aus dem Blick zu lassen, kam sie auf die Beine Eine Falle Sie brachte ihre Hand in die Nähe ihres Holsters Hey, kein Scheiß machen Er hob das Messer an Die Spitze wies auf sie Hände hoch Los Sie streckte die Hände über den Kopf Wieder sein Lachen Voller Spott Mara trat zu Aus dem Stand Zwischen seine Beine Er gurgelte Krümmte sich zusammen Das Messer fiel Mara packte seinen Schädel und rammte ihm das Knie ins Gesicht Ein Knochen knackte laut Er lag vor ihr Eine Hand im Gesicht Eine im Schoß Mara wollte ihre Pistole ziehen Als sie etwas Kaltes an ihrem Hals spürte Die Mündung einer Waffe Stopp, sagte eine raue Stimme Eine Hand tastete sie ab Entwaffnete sie Der Riese erhob sich und ergriff dabei das Messer Für einen kurzen Moment sah sie die Klinge in ihrem Bauch Sah sie das Ende Den Tod Doch er stand nur da Ganz dicht vor ihr Die Mündung verschwand von ihrem Hals Bohrte sich in ihren Rücken Der Fremde schob sie vor sich her Dorthin, wo die Totenlichter im Schutz des Daches flackerten Die unliebsame Begegnung mit Malovan und seinen Helfern Flammte wieder in Maras Innerem auf Diese Männer mussten auch zu ihm gehören Oder etwa nicht Ihre Hände wurden ihr hinter den Rücken gepresst Die Gelenke von schweren, groben Fingern umschlossen Das musste der Riese sein Man drückte sie auf die Knie Ihren Oberkörper nach vorn Den Kopf nach unten Immer weiter Es gelang ihr gerade noch ihn zur Seite zu drehen Bevor man ihr das Nasenbein zerquetscht hätte Die Kälte der steinigen Bodenplatte Schoss rasend schnell von ihrer Wange in ihren Körper Wanderte bis in die Zehenspitzen Die Mündung war jetzt in ihrem Haar Ihre Hände wurden weiterhin auf den Rücken gepresst Es wurde an ihrem Gürtel genestelt An ihrer schwarzen Jeans Ein Ruck Und ihr Gesäß war nackt Schutzlos in der Nacht Wissige Luft erfasste ihre Haut Die Wehrlosigkeit Die Demütigung Ließen Mara wirken Eine Hand betatschte sie Was mehr weh tat als jeder Schlag Lieber sterben Dachte sie verzweifelt Ein Zittern erfasste sie Sie hasste sich dafür Sie war nicht schwach Wollte keinerlei Schwäche zeigen Nie Niemals Die Stimme des Riesen ertönte Rauh und mit Akzent Lass uns ein bisschen Spaß mit ihr haben Und dann war er ganz nah an ihrem Ohr Bevor wir sie kalt machen Die Totenlichter Die Stille Die Kälte und die Waffe an ihrem Kopf Die Pranken auf ihren Händen Mara schloss die Augen Presste die Lippen aufeinander Hielt den Atem an Nicht schreien Schärfte sie sich ein Nicht weinen Nicht winseln Sie erwartete den Schmerz Erwartete ihn so sehr Dass alles andere kaum noch In ihr Bewusstsein vordrang Auch nicht der Schuss Der die Stille zerfetzte Die Hände ließen von ihr ab Dem Schuss folgte ein Schrei Polizei Sie richtete sich blitzschnell auf Zog die Hose hoch Und trat dabei schon um sich Wild Nicht kontrolliert Wie beim Kickboxen Alles was sie gelernt hätte War weg Wie ausgeblendet Doch dank ihrer Wut Gelang es ihr trotzdem Einen der Kerle zu erwischen Erneut schrie die Stimme Polizei Hände hoch Absätze hämmerten auf dem Steinboden Die beiden Männer rannten davon Mara hielt in der Bewegung inne Unfähig, ihnen nachzusetzen Jemand stand nur ein paar Schritte entfernt Sie fühlte die Gestalt mehr Als dass sie sie sah Sie merkte, wie heftig sie atmete Wie der Schweiß aus ihren Poren drang Und ihr zugleich so kalt war Dass sie wieder stark zitterte Mit klammen Fingern zog sie den Reißverschluss der Hose zu Danke, Kollegen Stieß sie hervor Während sie sich bückte, um ihre Pistole aufzuheben Sie hielt sich auf wackeligen, unsicheren Beinen Danke Wiederholte sie, jetzt mit festerer Stimme Und blickte sich um Doch Da war niemand mehr Sie starrte in den düsteren Hof Alles in ihr bebte Sie hob ihre Waffe an Eine tiefe Stille Allein Oder doch nicht Stand dort hinten noch jemand? Ihr Zeigefinger legte sich auf den kalten Abzug der Pistole Sie hielt den Atem an Schafheim Eine kleine Ortschaft Etwa 30 Kilometer von Darmstadt entfernt Sie standen in der engen Wohnküche eines Einfamilienhauses Es muffelte nach Kohlrouladen Kaltem Zigarettenqualm Und dem billigen Parfum der jungen Frau Die sich widerwillig auf ein Gespräch mit ihnen beiden eingelassen hatte Astrid Weigl trug graue Jeans mit Leopardenmuster Einen schwarzen Nietengürtel und ein Shirt mit ACDC-Motiv Ihre langen Haare, dunkel am Ansatz Waren in einem schauderhaft grellen Farbton blondiert Und quollen über vor künstlichen Wellen Jan Rosen konnte nicht anders Als sie mit einem leicht herablassenden Blick zu streifen Auch wenn er immer versuchte Vorurteilsfrei und offen zu bleiben Dieses Bild einer typischen Provinz-Rocker-Braut Lies es einfach nicht zu Schleier stellte ihr ein paar Fragen Auf die sie mit genervtem Achselzucken reagierte Den ganzen Vormittag waren sie schon unterwegs gewesen Eine Befragung nach der anderen Dazwischen die Fahrten Schleier wortlos am Steuer Es begann alles wieder von vorn Ivo Karewitsch, Marek Pohl, Taifun Köbische Alles wurde von Neuem unter die Lupe genommen Schleier und Rosen hatten die Aufgabe, Pohls Leben umzukrempeln Rockerkumpels, Arbeitskollegen, Freundinnen, Eltern Astrid Weigel lebte bei ihrer Mutter Ihr Vater war verstorben Sie war eine von mehreren Ex-Freundinnen Marek Pohls Rosen musste an Mara denken Die heute entgegen ihrer Gewohnheit Nicht als erste im Präsidium erschienen war Er merkte, dass ihn das zum Grübeln brachte Er hatte sie zweimal angerufen Und sie hatte nicht reagiert Es war ihm unangenehm Dass er sich ihr gegenüber so halbherzig verhielt Er ließ sie nicht links liegen wie die anderen Das immerhin nicht Aber er unterstützte sie auch nicht richtig Ja, halbherzig Inkonsequent So war er nun einmal Und niemand wusste das besser als er selbst Mara tat ihm leid Und zugleich beneidete er sie Um die Hartnäckigkeit Mit der sie sich in ihrer Aufgabe Trotz aller Widerstände verbissen hatte Er selbst hätte längst aufgegeben Mit der hingenuschelten Bemerkung Er müsse die Toilette aufsuchen Verließ Schleier die Küche Rosen sah ihm hinterher Und mit plötzlicher Unmittelbarkeit Wurde ihm bewusst Dass er allein mit Astrid Weigl war Eine Stille entstand Die Rosen verlegen machte Gibt sonst noch was? Fragte die junge Frau Nein, eigentlich nicht Ich denke, wir sind durch Sie zuckte schon wieder mit den Achseln Und zündete sich eine Zigarette an Der Qualm juckte in Rosens Nase Er hasste diesen Gestank Ach ja, kam es ihm über die Lippen Übrigens, äh, unser Beileid Sie stierte ihn verdutzt an Als hätte er einen unanständigen Witz erzählt Ihr Beileid, können Sie sich Sie überdachte ihre Wortwahl Und sagte milder Können Sie sich schenken? Rosen musterte sie Pohl ist immerhin ihr Freund gewesen Drei Jahre lang Wie Sie vorhin gesagt haben Drei Jahre zu viel Brummte Astrid mit plötzlich härterer Stimme Sie betrauern den Tod von Marek Pohl Also nicht besonders? Einen Drecksack betrauert man nicht Sie inhalierte tief Warum nennen sie ihn so? Sie starrte wortlos an ihm vorbei Wegen der Dinge, die er mit den Bravados gemacht hat? Vor allem wegen der Dinge, die er ohne die Bravados angestellt hat Was zum Beispiel? Spielt jetzt auch keine Rolle mehr Rosen betrachtete sie zum ersten Mal eingehender Was hat er Ihnen angetan, Frau Weigel? Sie drückte die Kippe in einem übervollen Aschenbecher aus und schwieg War er gewalttätig? Und ob ging es deshalb auseinander Mit ihnen beiden Ach Sie winkte ab Und erstmals zeigte sich in ihrem Gesicht eine wirkliche Regung Die ihm das Gefühl gab, dass sie einiges durchgemacht haben musste Schon vorher Schon vorher? Was? Er hat immer gern zugeschlagen, der miese Hund Auch als wir noch zusammen waren Und ich dämliche Sohn hatte Angst, mit ihm Schluss zu machen Er wurde immer fieser Immer gemeiner Er Ihre Stimme versiegte Rosen ärgerte sich, dass er sie anfangs von oben herab betrachtet Nicht ernst genommen hatte Das war dumm gewesen Überheblich Unangebracht Was hat er mit ihnen gemacht? Fragte er weiter Und gab sich alle Mühe, so mitfühlend zu klingen Wie er es auch tatsächlich war Was schon? Er hat mich vergewaltigt Mehr als einmal Vor allem, wenn er besoffen war Und irgendwann hat er mich fallen lassen Wegen einer anderen Kuh, die zu blöd war, ihn zu durchschauen Und ich war froh War einfach verdammt froh Ich dachte, ich wäre ihn los Aber Aber er ist trotzdem noch ab und zu bei mir reingeschneit Ich hatte eine kleine Wohnung in Darmstadt Und er den Schlüssel dazu Nachts stand er plötzlich in meinem Schlafzimmer Natürlich sturzbesoffen Bis zum Morgengrauen hat er alles mit mir gemacht, wozu er gerade Lust gehabt hat Sie sind nie zur Polizei gegangen? Doch Ich habe Anzeige erstattet Und sie gleich wieder zurückgezogen Aus Angst nehme ich an Logisch Fuhr sie ihn regelrecht an Eine solche Angst können Sie sich gar nicht vorstellen Ich habe den Mietvertrag gekündigt und bin wieder zu meiner Mutter gezogen Traute mich kaum noch vor die Tür Mit fahrigen Bewegungen steckte sie sich eine weitere Zigarette an Nachts haben Mama und ich abwechselnd Wache gehalten Bewaffnet mit Küchenmesser und Pfefferspray Aber hier ist Marek nie aufgetaucht Wahrscheinlich hatte er inzwischen bei anderen Weibern seinen Dampf abgelassen Rosen zuckte zusammen, als Schleier plötzlich wieder neben ihm stand Komm schon, murmelte sein Kollege Lass uns abhauen Rosen sah wieder zu Astrid Weigel Die Rauchringe blies In Gedanken versunken Auf ihren Wangen schimmerten Tränen Was ist los? Wollte Schleier wissen Wissen Sie was? Sagte die Frau leise Es freut mich, dass Marek Pohl tot ist Dass er abgeschlachtet worden ist wie ein Schwein Zum ersten Mal hatte sie verschlafen Zum ersten Mal hatte sie kaum Kraft aufzustehen Zum ersten Mal fehlte ihr jeglicher Glaube an sich selbst Sicher Der Zwischenfall vom Vorabend hatte seine Spuren hinterlassen Doch es war weit mehr als das Sie fühlte es Ihre schwarze Schutzhülle hatte Risse erhalten Die schwer zu kitten sein würden Ohne Energie saß Mare am Schreibtisch Geplagt von Selbstzweifeln und düsteren Gedanken Während die Kollegen unterwegs waren Befragungen durchführten Einfach ihren verdammten Job machten In der Stille des Großraumbüros Wurde sie von Gedanken und Fragen und Erinnerungsschnipseln Geradezu umschwirrt Von Anfang an hatte sie es falsch angepackt Sie war losgestürmt Hatte sich auf jedes Fetzchen gestürzt Aus dem so etwas wie ein Hinweis hätte werden können Doch zu was hatte sie das geführt? Geradewegs in eine Falle, die sie das Leben hätte kosten können Knapp war es gewesen Um Haares Breite Die Stimme, die in dem geisterhaften Kirchhof plötzlich durch die Nacht gegellt hatte Ertönte in Maras Erinnerung Polizei! Hände hoch! Wer war das gewesen? Ihr kam wieder ein Verdacht Der sie bereits irgendwann in den schlaflosen Stunden vor Morgengrauen überfallen hatte Keine Frage Sie hatte in ihren bisherigen Dienstjahren mehr als eine brenzlige Situation überstehen und kühlen Kopf bewahren müssen Aber gestern Das war etwas anderes gewesen Und wieder jagten Gedanken wie Hornissen durch ihren müden Kopf Kürzlich war sie von Malowans Leuten bedroht worden Am Vorabend jedoch Das waren andere Männer gewesen Denn weder der Riese noch der zweite Kerl hatten eine Andeutung über jenes erste Zusammentreffen gemacht Ja, es waren andere Männer gewesen Falls sie damit richtig lag, bedeutete das, dass ihr Stochern im Heuhaufen nicht wirkungslos geblieben war Irgendwer fühlte sich von ihr auf die Füße getreten Wer? Jedenfalls nicht die Bravados, die in ihren Überlegungen eine immer kleinere Rolle spielten Lady, sie sind dabei, dem Teufel in die Suppe zu spucken Das hatte Borke zu ihr gesagt Mara erinnerte sich an den Wortlaut Sie wühlte sich durch ihre vollgekritzelten Blätter Blätterte in ihrem Notizbuch Sie stieß wieder auf den Namen Nova War das überhaupt ein Name? Sie war damit nie auch nur einen Schritt weitergekommen Der große Deal auf der einen Seite, die Morde auf der anderen Stets hatte sie beides zu verbinden versucht Zeitverschwendung? Alles lag vor ihr wie ein Flickenteppich, der überall Löcher hatte Sie hatte sich verrannt Womöglich den Blick fürs Entscheidende, fürs Wesentliche verloren Aber was war das Wesentliche? Wieder einmal schrieb sie die Namen der drei Mordopfer auf eine DIN A4-Seite Unter jedem Namen listete sie die Eckdaten jedes Lebenslaufs auf Vor allem die Verbrechen, deretwegen die Toten polizeilich verfolgt oder gar überführt worden waren Da gab es einfach keine Verbindung Es war zum verrückt werden Mit verbissener Miene studierte Mara die Berichte, die die Kriminaltechniker über die Tatorte und die Leichen angefertigt hatten Ein Detail fiel ihr bei der Beschreibung der Leiche Köibisches auf Von dem sie bislang nichts gewusst und das auch Rosen nie erwähnt hatte Der 19-jährige Türke war nicht nur entmannt worden Der oder die Täter hatten ihm zudem ein Ohrläppchen abgeschnitten Der kleine Hautfetzen hatte neben seinem Kopf gelegen Mara war irritiert Wollte man jemanden foltern, dann schnippelte man doch nicht an seinem Ohr herum Noch so ein Flicken in diesem Teppich Die Tür des Großraumbüros sprang auf Zwei Kollegen betraten den Raum Schleier glotzte an ihr vorbei Während Rosen die Hand zu einem verlegenen Gruß hob Mara nickte ihm nur zu Eine knappe Bewegung mit dem Kinn Ungewollt flammten erneut die Bilder vom Vorabend vor ihren Augen auf Sie atmete durch und griff zu ihrem Handy Sie schrieb eine SMS, die nur aus einem kurzen Satz bestand Ich muss dich sehen Sekunden später kam die Antwort Das geht nicht Mara tippte die nächste Nachricht ein Wenn du dich von mir versteckst, grabe ich die ganze Stadt um Ich finde dich Mehrere Minuten verstrichen Dann der Signalton ihres Handys Und lediglich ein Wort Okay Ich erwarte dich, schrieb sie rasch Um 18 Uhr auf dem eisernen Steg Jetzt kam keine Antwort mehr Weitere Kollegen trafen im Präsidium ein Darunter auch Klimt Wie Mara mitbekam, war in einer Stunde ein Meeting angesetzt Ich hatte nicht mal was zum Mittag Drang Rosens Stimme zu ihr Hast du Lust, mit mir eine Kleinigkeit essen zu gehen? Könnte mir kaum was Herrlicheres vorstellen Erwiderte sie sarkastisch Du siehst nicht so gut aus Sagte er mit Vorsicht Alles klar? Fühlst du dich krank? Ich fühle mich prächtig Antwortete sie noch sarkastischer Nun komm schon, Belinsky Lass uns einfach etwas essen und ein bisschen quatschen Wozu? Blaffte sie Wenn du nichts essen willst Wie wär's mit einem Kaffee? Wusste gar nicht, dass du so beharrlich sein kannst Also Na gut Einen Kaffee, aber einen richtigen Keine Automatenplörre Dann los Er erhob sich vom Stuhl Hey Rosen, musst du nicht dabei sein? Bei der großen Besprechung? Er winkte ab Schleier geht Einer von uns beiden reicht Kurze Zeit später saßen sie in einem Bistro in der Nähe der alten Börse Mara knabberte lustlos an einem Sandwich mit Grillkäse und Tomate herum Während Rosen eine große Schüssel mit Salat vor sich hatte Und sich seltsam gesprächig zeigte Heute Vormittag waren Schleier und ich bei Marek Pohls Ex-Freundin So ein jämmerliches Schwein, dieser Pol In knappen Sätzen schilderte er, was der Mann Astrid Weigel angetan hatte Mara erinnerte sich, dass auch Aileen sich ähnlich über Pol geäußert hatte Sie sah Rosen an, wie sehr ihn solche Sachen aufwühlten Rosen, warum bist du Bulle geworden? Fragte sie aus einem ganz spontanen Impuls heraus Du meinst, entgegnete er leicht beleidigt So ein Spatz wie ich? Den Spitznamen wirst du wohl nicht mehr los Und du wirst immer die Krähe sein Also Spatz, meinte sie mit frechem Schmunzeln Warum die Polizei? Er zog eine Schnute Antwortete dann aber doch Mein Vater war Kriminalbeamter Auch mein Onkel Na und? Das ist doch kein Grund Sie trank den letzten Schluck ihres Kaffees Ich wollte etwas Seine Stirn legte sich in Falten Etwas Nützliches tun Anderen helfen Einen Beitrag leisten Damit unsere Gesellschaft etwas besser funktioniert Und? Rosen legte das Besteck beiseite Was und? Funktioniert sie besser, unsere Gesellschaft? Dir hätte ich so etwas nicht sagen sollen Er winkte ab Und du, Krähe? Warum du? Sie grinste Vielleicht sogar aus einem ähnlichen Grund wie du Vielleicht auch einfach nur, weil mich die Abgründe des Lebens immer mehr interessiert haben als die Sonnenseiten Ich wollte Sie brach den Satz ab Ihre Mutter kam ihr in den Sinn Auch die Bemerkungen ihres Vaters Die sie kürzlich so aufgebracht hatten Ja? Wahrscheinlich wollte ich einfach nur ein bisschen Action in mein Leben bringen Murmelte sie abwehrend Die nackte Angst und die Wehrlosigkeit, die sie am Abend zuvor erfasst hatten Waren plötzlich wieder sehr gegenwärtig Action? Fragte Jan Rosen Wenn ich ehrlich bin Darauf bin ich nicht so verrückt Ach Meinte sie ironisch Die Angst Die Wehrlosigkeit Ein furchtbarer Moment Dennoch spürte sie, wie Wut in ihr aufloderte Wut gegenüber den Männern, die sie gestern in diese Situation gebracht hatten Endlich Sagte sie sich Und sie fasste einen Entschluss Hier und jetzt Nicht aufgeben Niemals aufgeben Weitermachen Ganz egal, was die Konsequenzen sein würden Was ist passiert? Rosens sanfte Stimme erinnerte sie daran, dass er ja auch noch da war Passiert? Ja, mit dir Irgendetwas ist vorgefallen Du wirkst total verändert Sie hob ihre Augenbraue Dir entgeht auch nichts Auch wenn du es vielleicht denkst, Belinsky Ich bin nicht blöd Nein, gab sie entschieden zurück Das würde ich keine einzige Sekunde denken Aber du hältst trotzdem nicht viel von mir Ihr Blick maß ihn Ihr Mund war ein Strich Jedenfalls Meinte er säuerlich Ist du keine Lügnerin? Mara lächelte Lass uns zahlen und abhauen Ans Geländer gelehnt stand sie auf der Brücke und blickte in Richtung Sachsenhausen Unter ihr das dunkle Wasser des Mains Über ihr ein trüber Himmel Der sich schwarz zu färben begann Am frühen Morgen ihres ersten Arbeitstages Hatte sie genau hier gestanden Auf dem eisernen Steg Auch damals war die Kälte durch die dicken Sohlen ihrer Doc Martens Stiefel gekrochen Der gleiche bissige Wind hatte sie erfasst Und doch war alles anders gewesen Sie war anders gewesen Noch voller Tatendrang Voller Zuversicht Seither war einiges passiert Nicht aufgeben Würde sie an diesem Vorsatz festhalten können? Oder war das große Spiel schon vorüber Und Klimt damit beschäftigt, alles in die Wege zu leiten, um sie zurück nach Düsseldorf oder wohin auch immer zu komplementieren? Denkbar Und Angelika Taubner würde ihr auch keine Hilfe sein Das stand fest Mara warf einen raschen Blick auf die Uhr Eine gute Viertelstunde nach 18 Uhr Er würde sie versetzen Na klar Was auch sonst Weshalb hatte sie sich überhaupt die Mühe gemacht, hierher zu kommen? Und in dem Augenblick entdeckte sie ihn Dort drüben auf der Sachsenhäuser Seite Da stand er in einem knielangen Mantel Eine graue Mütze über die Glatze gezogen Wahrscheinlich hatte er sie bereits eine ganze Weile beobachtet Er schritt auf die Brücke Dann entschwand er kurz ihrem Sichtfeld Bevor er auf dem eisernen Steg erschien und auf sie zuschlenderte Betont gelassen Schön, dich zu sehen Sagte Carlos Borke, als er bei ihr stehen blieb Muss ich noch zeigen, ob es schön werden wird Letztes Mal gab es durchaus angenehme Momente Mara ließ die Anspielung mit einem harten Schulterzucken an sich abprallen Ich will, dass du redest Verlangte sie brüsk Es gibt nichts zu reden Verkauf mich nicht für Dummbocke Seit unserer ersten Begegnung hältst du mich hin Oder machst Andeutungen, die ins Nichts führen Sag mir, was da im Hintergrund läuft Mit den Fingerspitzen fuhr er sich über sein winziges Bärtchen Was meinst du mit Hintergrund? Du warst es, sagte sie plötzlich Was war ich? Du hast mir beigestanden Gestern, im Hof der Kirche Ohne dich wäre ich vergewaltigt worden Und vielleicht sogar getötet Er flüchtete sich in ein Lächeln Du bist bezaubernd, wenn deine Fantasie Blüten treibt Ich hab dir schon mehrfach geraten, den Zuckerguss wegzulassen, Borke Ich verlange, dass du endlich redest Weshalb bist du denn sonst hierher gekommen? Verdutzt sah er sie an Fällt dir das nicht von allein ein? Argwöhnisch starrte sie zurück Also, warum? Wegen dir, so ignorante, eiserne Jungfrau Was glaubst du denn? Ich dachte, du würdest mich einfach nur sehen wollen Stell dir vor Sie lachte spöttisch Was soll das, Borke? Das frage ich dich, brummte er Jetzt, zum ersten Mal sauer Und rasch fügte er hinzu Komm, lass uns nicht hier stehen bleiben wie auf einem Präsentierteller Lass uns ein paar Schritte gehen Ist dir jemand auf den Fersen? Er gab keine Antwort Nebeneinander schritten sie die Treppe des eisernen Stegs herab Und folgten dem Verlauf des Flusses Du hast mich gerettet Beharrte Mara Gestern Abend Und das heißt, du wusstest, was mit mir geplant war Ich wusste gar nichts Ihr entging nicht, dass er hin und wieder beiläufige Blicke über die Schulter zurückwarf Du wusstest sogar, wo es passieren sollte In seinem Blick veränderte sich etwas Nein Ich wusste aber, dass dieser Kirchhof Und ja Was? Ein Schnaufen Ja, ich habe mitbekommen, dass du in eine Falle gelockt werden solltest Und ich wusste, dass bestimmte Männer ganz gern diesen Kirchhof für unliebsame Überraschungen nutzen Wie hast du das mitbekommen? Durch Zufall Wer hat mir die Falle gestellt? Malo, wann war es nicht? Wem bin ich auf die Nerven gegangen? Das kann ich dir nicht sagen Was immer du von mir verlangst, ich kann es dir nicht sagen Sind sie hinter dir her? Er blieb stehen Wieso? Orke, ich merke doch, dass du dich die ganze Zeit umsiehst Es ist nicht gut, wenn wir uns treffen Für keinen von uns beiden, verstehst du? Es schadet dir ebenso wie mir Dann muss ich dich erneut fragen Wieso hast du dich mit mir getroffen? Er klatschte entnervt in die Hände Willst du es einfach nicht wahrhaben, oder was? Um dich zu sehen Um mit dir zusammen sein zu können Skeptisch taxierte sie ihn, ohne ein Wort zu sagen Lass uns weggehen von hier Entfuhr es ihm auf einmal Irgendwohin, wo es ein Dach über dem Kopf gibt Sie grinste ihn frisch an Du willst mich wieder in deine reizende Künstler-Junggesellen-Bude lotsen? Wie wär's mit deiner Bullen-Junggesellinnen-Bude? Er grinste zurück Nur wenn du mir etwas über den großen Deal erzählst Was? Na dieser Deal, der da läuft Oder laufen soll Da steckst du doch mittendrin Sie setzten ihren Weg fort Gut, meinte er nach kurzem Überlegen Ich erzähle dir etwas drüber Ohne Gewehr, versteht sich Ohne Gewehr? Was soll der Quatsch? Ich erzähle dir nur das, was ich eben so aufgeschnappt habe Du kapierst es nicht, sagte Mara gereizt Erneut waren sie stehen geblieben Ich hab genug davon Von deinem Aufschnappen Von deinen Andeutungen Von deinen Ausflüchten Aber ich habe nicht genug von dir, Mara Lange sah er sie an Intensiv Nachdenklich Abwartend Der Casanova-Blick nützt dir nichts Sagte sie rau Ich sehe dich ganz harmlos an Und ich bin ganz harmlos Ich hörte, du wechselst die Frauen wie andere die Hemden Ich sollte machen, dass ich wegkomme Hast du etwa Angst vor einem Spiel mit dem Feuer? Ist es das, wenn man sich mit dir einlässt? Das ganze Leben ist ein Spiel mit dem Feuer Er legte seine Arme um sie Erst sanft, dann fester Und schließlich drückte er seine Lippen auf ihre Mara wehrte sich, impulsiv, mit Kraft Sie wollte sich aus seinem Griff finden Doch schon merkte sie, dass sie es erneut zuließ Dass sie seinen Kuss erwiderte Lass uns verschwinden, flüsterte er Sie stoppten ein Taxi und stiegen ein Kein Wort auf der Fahrt bis zu Maras Wohnung Auch keine weitere Berührung Nicht einmal ein gegenseitiger Blick Erst nachdem Mara die Wohnungstür hinter sich abgeschlossen hatte Küsten sie sich von Neuem Ohne voneinander abzulassen, schoben sie sich ins Schlafzimmer Sie zogen sich gegenseitig aus Kleidungsstück für Kleidungsstück Mara fühlte sich nicht nur äußerlich nackt Als er sie mit Händen und Augen abtastete Ihre Lieder senkten sich herab, als er in sie eindrang Und sie tauchte ab in die Intensität des Moments Alles andere verschwand dahinter Existierte nicht mehr Es war ihr egal, dass sie ihm nicht traute Dass sie niemandem traute So lange war sie allein gewesen Ohne Berührung, ohne fremde Haut zu spüren So verdammt lange Anschließend lagen sie nebeneinander Schulter an Schulter unter der Bettdecke Eine kleine Nachttischlampe mit schwacher Birne Warf einen Lichtkegel an die Wand In die Stille hinein sagte Mara plötzlich ansatzlos Der große Deal Was? Bork geschreckte hoch Was hat es damit auf sich? Du kannst einfach nicht aufhören, oder? Nein Sie grinste ihn an Ein Drogengeschäft Deswegen hast du versucht, Klimt und die Kollegen Vom Rauschgiftdezernat auszuhorchen? Du wolltest vorfühlen, ob man irgendwelche Aktionen plante Oder ob es gerade halbwegs ruhig war Er gab keine Antwort Du hast an dem Deal mitverdient Manchmal machen sich die Bullen meine Kontakte zunutze Und manchmal machen sich andere Leute meine Kontakte zunutze Er räusperte sich Mara Es geht um ein Riesending Wie riesig? Drei Tonnen Heroin Zu welchem Preis? Keine Ahnung, was abgemacht ist Ich kann dir nur sagen, es geht um eine gewaltige Summe In Frankfurt wird die Sache abgewickelt? Er nickte Wo kommt der Stoff her? Irgendwo aus Osteuropa Aber wo er wirklich herstammt? Mara Davon habe ich wirklich keinen Schimmer Wie gelangt er nach Frankfurt? Das weiß ich nicht Das nehme ich dir nicht ab Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Mara Sie forschte in seinem Gesicht Und glaubte ihm immer noch nicht Wann soll das Ganze ablaufen? Kein Ton kam über seine Lippen Wann, Borka? Keine Ahnung Stieß er gepresst hervor Zwei, drei Sekunden verstrichen Borka Ihre Stimme schnitt in die Lautlosigkeit Bald Nächste Woche? Nächsten Monat? Wann genau? Ich kann es dir nicht sagen Mit gequältem Ausdruck schüttelte er den Kopf So hatte sie ihn noch nie gesehen So ernst, so unter Druck Er verfiel in Schweigen Und diesmal ließ sie ihn in Ruhe Dann sagte Borka auf einmal Kommen wir doch mal zu etwas anderem, Mara Nämlich? Zu dir Ich habe gehört, dass die Krähe im Sinkflug ist Krähen sind zäh und schlau Man sollte sie nicht unterschätzen Stimmt es, dass du auf Hauptkommissar Klimts Abschlussliste stehst? So, so Gehört hast du das? Von wem? Du weißt ja Ja, ich weiß Unterbrach sie ihn Du hast überall deine Ohren Richtig Er lachte leise Übrigens Ich mag es, wenn du mit deiner Augenbraue zuckst Das hat was Ernsthafter fügte er hinzu Du hast einen Erfolg dringend nötig, schätze ich Mara gab keine Antwort Ivo Karewitsch Sagte sie dann Er hing mit drin in dem großen Deal, nicht wahr? Er sollte der Abnehmer sein? Borka nickte widerwillig Dann kam allerdings etwas Entscheidendes dazwischen Sein Tod Der große Deal geriet ins Wanken Stand auf der Kippe Misstrauen kam auf Man dachte wohl, es sollte nur ein Scheingeschäft sein, bei dem die Bullen mitmischen, um ein paar prominente Festnahmen machen zu können Aber wie es aussieht, will Malovan die Sache durchziehen Was ist mit den Bravados? Er lachte trocken auf Mit denen ist gar nichts Sie haben Karewitsch den Puff abgekauft und das war's Und der Deal? Da dürfen sie nicht mitspielen Wieder sein Lachen Diese Idioten? Das ist ein paar Nummern zu groß für sie Aus welchem Grund haben sie dich zusammengeschlagen? Das ist mir selbst schleierhaft Er verdrehte die Augen Wahrscheinlich sind sie einfach aufgeschreckt worden, als einer von ihnen so kurz nach Karewitsch ins Gras beißen musste Sie haben sich umgehört Mein Name ist einmal zu oft gefallen Und da haben sie mir einfach mal die Visage poliert Während der Prozedur haben sie ständig wissen wollen, wer hinter den Morden an Karewitsch und Pol steckt Und als ich mich gefühlt habe wie ein weichgeklopftes Wiener Schnitzel und sowieso kein Wort mehr herausgebracht habe, ließen sie mich liegen Mara wartete ein wenig Dann fragte sie Wenn Malovan der Käufer ist Wer ist der Verkäufer? Keine Ahnung Der große Unbekannte, der mir die Falle gestellt hat? Keine Ahnung Warum ist das mit mir inszeniert worden? Rede endlich Stumm starrte er vor sich hin Weil ich ermittle? Nur deshalb? Borke holte tief Luft Ich nehme an Wegen mir Er hielt die Hand mit dem Verband hoch Das waren dieselben Kerle wie die, die dir den Finger abgeschnitten haben? Grimmig nickte er Ja, dieselben Kerle Und es hat ihnen nicht gefallen, mich zusammen mit einer Polizistin zu sehen Deshalb wollten sie auch dich Ein wenig erschrecken Ich gebe zu, das ist ihnen gelungen Mara wischte die Erinnerung an den Zwischenfall beiseite Wer ist er? Der große Unbekannte Wie zuvor starrte er stumm an ihr vorbei Hüllte sich in Schweigen Nova Entfuhr es Mara plötzlich Was? Der Name fiel, als ich Malovan und zwei in seiner Männer begegnet bin Von denen hat einer den Namen Nova genannt? Sehr zu Malovans Missfallen Sie grinste schmal Wer ist Nova? Der Teufel, vor dem du mich gewarnt hast? Könnte es sein, dass in Wirklichkeit der Name Novian gefallen ist? Gut möglich Ich habe den Namen nicht sehr gut verstehen können Es geht um einen gewissen Novian? Ja Wer ist das? Er ist ein Geist Eine Legende Ein Mann ohne Gesicht Und eigentlich auch ohne Namen Novian ist nur ein Deckname Funktioniert fast wie ein Code Öffnet Türen Sorgt für Todesangst Wieso habe ich nie von ihm gehört? Wunderte sich Mara Frag mal deine Kollegen vom Drogendezenat Selbst die kennen ihn nicht Er hat sich in Moskau herumgetrieben Aber auch in der Türkei In Afghanistan In New York City Er hat Verbindungen geknüpft Hat etliche Kontrahenten umbringen lassen Mächtige Leute Er ist wirklich so etwas wie ein Gespenst Jetzt hat er es wohl auf den deutschen Markt abgesehen Tja Der große Deal soll seine Eintrittskarte sein Was weißt du noch? Fragte Mara Gar nichts Erwiderte Borka leise Und ich hätte dir kein Wort davon erzählen dürfen Ich hätte mir eine Klappe halten Und dir aus dem Weg gehen sollen Ich muss wissen, wann der Stichtag ist Stichtag? Wann das Geschäft stattfinden soll, Borka Und wo? Vergiss es Plötzlich zog er die Decke weg Und betrachtete Maras nackten Körper Es war ihr unangenehm Sie griff nach der Decke Doch er legte seine Hand sofort auf ihre Und stoppte sie Du bist so zierlich, Mara Raunte er Seine Fingerkuppen strichen kaum fühlbar Über ihre Rippenbögen Sie bekam eine Gänsehaut Du wirkst so verletzlich Beinahe zerbrechlich Und doch vermagst du eine ganz besondere Kraft auszustrahlen Deine Haut ist so weiß Deine Augen so schwarz Wie Pfeilspitzen, die auf einen zurasen Er streichelte den Steinbockkopf Auf ihrem linken Oberarm Ihr erstes Tattoo Zuvor schon hatte er die ineinander verschlungenen Ornamente bewundert Die dem Kunsthandwerk der Navajo-Indianer nachempfunden waren Und fast ihren gesamten Rücken bedeckten Jetzt wandte er sich der langen Klapperschlange zu Das tätowierte Reptil kroch an Maras rechtem Arm hinauf Fast der ganzen Länge nach Anschließend berührte er sanft die sich unter ihrem Schlüsselbein befindende Fledermaus Ich mag deinen kleinen Zoo, Mara Mit wohldosierter Ironie fügte er hinzu Fehlt eigentlich nur noch eine Krähe, findest du nicht? Wenn ich mich hier durchbeiße, lasse ich mir eine tätowieren Ich hoffe, ich habe einmal Gelegenheit, sie mir anzusehen Warum solltest du nicht? Weil man nie weiß, was kommt Das stimmt Borkes Kopf beugte sich vor Und er küsste ein Piercing, das ihren Bauchnabel zierte Dann die Haut darunter Seine Lippen wanderten tiefer und tiefer Aufreizend langsam Plötzlich hielt er inne Mara, flüsterte er kaum hörbar Ich muss verschwinden Fort aus Frankfurt So schnell wie möglich Ich hätte dir das alles niemals erzählen dürfen Wenn das herauskommt, ist es auch's mit mir Dann bin ich mausetot Teil 3 Krähenmut Ein Besuch im Fitnessstudio Anschließend Annatte Macchetto im Café an der Hauptwache Ein entspannter Schaufensterbummel durch die Goethe-Straße Mit den teuren Designergeschäften Und die Taxifahrt zurück zu dem Einfamilienhaus auf dem Sachsenhäuser Berg Mara konnte von ihrem Beobachtungsposten an einer schulterhohen Mauer durchs Wohnzimmerfenster sehen Wie Isabel es sich vor dem Fernseher bequem machte Wie mochte die junge Frau den Absprung aus dem Bahnhofsviertel geschafft haben? Nachforschungen, wem das Nummernkonto in der Schweiz gehören mochte, von dem aus sie Geld erhielt Hatten ins Nichts geführt Isabel hatte den Tag entspannt verbracht Ohne offenkundig auch nur eine Minute lang Eile zu haben oder einen Termin einhalten zu müssen Mara hatte sie kein einziges Mal mit dem Handy am Ohr gesehen Und auch jetzt, über eine Stunde nach der Rückkehr ins Haus Hatte sie offenbar keinen Anruf getätigt oder erhalten Auch keinen Besuch Keine Freier Keinen Gönner Keine Freundin Es gab anscheinend niemanden in Isabels neuem Leben Der Nachmittag war schon fast vorüber Und er hatte nichts gebracht Mara beschloss, den Rückzug anzutreten Das nutzlose Warten zerrte an ihren Nerven Stärker noch als sonst Gerade als sie ihren geparkten Alpha erreichte, klingelte ihr Handy Es war Hanno Was gibt's, Hanno? Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll Er ist weg, oder? Ja Die knappe Silbe genügte, um seine ganze Enttäuschung auszudrücken Und sofort tat er ihr leid Nimm's nicht so schwer, Hanno Machte er nachdenklich Weißt du, es bringt ja nichts, sich darüber aufzuregen Oder sich jetzt zu sagen Ach Mist, hätten wir ihn doch mit aufs Präsidium genommen und so weiter Sie öffnete die Tür und stieg ein Es liegt an ihm Es liegt allein an ihm, was er daraus macht Scheiße, scheiße, murmelte Hanno Ich war absolut sicher, dass er über den Berg wäre Dass er die Kurve gekriegt hätte Vielleicht haben wir einfach zu viel in ihm gesehen, Hanno Am Ende ist er eben doch nur ein verzweifelter Teenager, dem die Angst im Nacken sitzt Ach Mara, es ist ein Jammer Wir sehen uns, Hanno Mara fuhr los Der Himmel sprengelte sich mit dunklen Flecken Normalerweise wäre sie zurück ins Präsidium gefahren Doch diesmal konnte sie sich einfach nicht dazu zwingen Die Situation dort wurde für sie immer elender Die Kollegen schnitten sie noch offenkundiger Und Klimt starrte stur durch sie hindurch Nur Rosen gab sich noch mit ihr ab Es dauerte eine Weile, bis sie einen Parkplatz fand, der auch noch recht weit von ihrer Wohnung entfernt lag Sie folgte dem Verlauf der Berger Straße Inmitten von zahlreichen anderen Fußgängern, die Feierabend hatten Es war noch dunkler geworden Nebel bauschte sich in dicken Schwaden Ihr fiel ein, dass es Zeit war, ihren Weinbestand ein wenig aufzustocken In der Berger gab es einen kleinen, feinen Weinladen, den sie schon häufiger aufgesucht hatte Sie ließ sich von dem Besitzer ausführlich beraten Und erstand zwei Flaschen südafrikanischen Rotwein Die Papiertüte im Arm machte sie sich auf den Weg nach Hause Die Jahre in Düsseldorf und die letzten Wochen hatten ihren Instinkt geschärft Mit dem ersten Schritt aus dem Geschäft hatte sich ein Gefühl eingestellt, als würde etwas nicht stimmen Genau wie auf dem Friedhof Genau wie an jenem Abend, als sie zur Liebfrauenkirche unterwegs gewesen war Sie verharrte wiederholt an den Schaufenstern der Boutiquen, von denen es hier viele gab Sie sah sich um, unauffällig, beiläufig Keine verdächtigen Gestalten zu entdecken Aber das Gefühl blieb Mara näherte sich ihrem Wohnhaus Wurde langsamer Die Herrchen in ihrem Nacken stellten sich auf Kurz vor dem Ziel bog sie plötzlich ab Sie überquerte die Straße, kreuzte erneut die Berger Und folgte jetzt der stillen Wiesenstraße, die in Richtung Güntersburgpark führte Die Herrchen auf ihrem Nacken und den Unterarmen waren wie hauchfeine Antennen Das trockene Gefühl im Mund Das Surren ihrer Nervenenden Mara wechselte die Tüte mit dem Wein von dem rechten Arm auf den linken Damit sie notfalls schneller zur Pistole greifen konnte Am Zebrastreifen einer breiten, vierspurigen Straße blieb sie stehen Und wartete auf das Ampelsignal Sie atmete ganz flach War konzentriert Hinter ihr ertönten keine Schritte Doch mittlerweile war sie ganz sicher, dass ihr jemand hinterher schlich Sie überquerte die Straße und nahm Kurs auf den Eingang des Parks Mächtige Kastanienbäume standen auf großen, welligen Rasenflächen Über die sich ein Netz aus Fußwegen und Pfaden spannte Als wäre der Nebel ihr Verfolger Umwehten Mara dicke Schwaden Das matte Licht aus den kleinen Laternen aus Milchglas kam kaum dagegen an Mara folgte einem der Wege Nach wie vor konzentriert Ihr Gehör geschärft Die Hand bereit, jederzeit die Pistole zu ziehen Der Park wurde zerteilt von einer über zwei Meter hohen mit Graffiti verschmierten Mauer Die eine Lücke ließ, damit der Fußweg fortgesetzt werden konnte Mara beschleunigte plötzlich Glitt durch die Lücke und schob sich geschmeidig hinter das Gemäuer Behutsam, um kein Geräusch zu machen Stellte sie die Tüte mit dem Wein auf der Erde ab Regungslos stand sie da Die Hand auf den Pistolengriff Fünf Sekunden verstrichen Zehn Fünfzehn Dann hörte sie die leise knirschenden Laute von Sohlen Die sich offenbar recht vorsichtig vorwärts bewegten Blitzschnell schellte sich Mara aus dem Schutz der Mauer Die Mündung ihrer Waffe zeigte auf eine schlanke Gestalt Die Jä innehielt Noch einen Schritt weiter Befall Mara kalt Ihre Stimme schnitt in die Stille wie eine Klinge Na los! Die Gestalt gehorchte und bewegte sich ein Stück voran Bis sie vom Strahl einer Laterne erreicht wurde Mara hielt die Pistole unverändert Ohne jegliches Zittern in der Hand Sie sahen einander an Und Mara spürte Wie sich ihre Augen vor Überraschung weiteten Er hatte nicht viele Prinzipien Manche behaupteten gar keine Aber woran er sich immer eisern hielt War Verschwiegenheit Umso mehr musste er sich über sich selbst wundern Was hatte ihn nur dazu bewogen, derart viel auszuplaudern? Hat es allein an ihr gelegen? An Mara Belinsky? Es war bereits ein ungeheures Wagnis gewesen, ihr in dem Kirchhof beizustehen Von dem Moment an war ihm klar gewesen, dass sie ihm genauso gefährlich geworden war wie die Gangster Nur eben auf ihre Art Früher hätte er nie ein solches Risiko auf sich genommen Das war der erste Bruch mit den eigenen Grundsätzen gewesen In Gedanken bei Mara bezahlte Borke den Taxifahrer Als er aus dem Wagen stieg, schlug ihm ein kalter Wind entgegen Er stellte den Mantelkragen auf und ließ den Blick kreisen Das war ihm mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen Bewusst hatte er das Taxi ein Stück weit von seinem Ziel entfernt anhalten lassen Auch das gehörte zu seinen Prinzipien Die letzten Meter zu Fuß zurückzulegen Die Umgebung im Auge behalten Immer einen anderen Weg nehmen Keine Routine entstehen lassen Ein ruhiger Abend Wenige Passanten Er erreichte den Westbahnhof Folgte der Unterführung Und tauchte ein in das Labyrinth aus Backsteinbauten Mitten in der Bewegung hielt er inne Ein eisiger Schauer auf seinem Rücken Am Ende des langen, mächtigen Backsteingebäudes Nahm er eine Bewegung in der Dunkelheit wahr Borke zog die Pistole Lies die Hand, die sie hielt, unauffällig an sich herabbaumeln Und setzte sich erneut in Bewegung Vorsichtiger Langsamer als zuvor Zu früh gefreut Zu früh in Sicherheit gewiegt Zu früh aufgeatmet Ja, dort hinten war jemand Irgendein Kerl, der zu Malovan oder zu Novian gehörte Welche Seite auch immer Sie würden jedenfalls keine Zeugen zurücklassen Schon gar nicht bei dem, was auf dem Spiel stand Schon gar nicht jemanden wie ihn Der derart viel wusste Er hatte er nur so leichtgläubig sein können Die Umrisse der Gestalt Zeichneten sich jetzt deutlicher in der Dunkelheit ab Sie befand sich bei den rollbaren Müllcontainern Er spürte, dass es gleich so weit war Dass ihm die Nerven durchgehen würden Der Draht Die Gartenschere Die Faustschläge Die Drohungen Und diesmal So viel war klar Würde es nicht bei einer schmerzhaften Abreibung bleiben Es ging um sein Leben Dreh dich um und renn los Sagte er sich Doch er entschied sich anders Borke machte noch ein paar Schritte auf die Silhouette zu Und bemühte sich, den Eindruck zu erwecken, er hätte nichts bemerkt Tief atmete er durch Abrupt hob er die Waffe an Sein Schuss zerfetzte die Ruhe Sofort ertönte als Antwort darauf ein weiterer Schuss Das Projektil surrte an Borkes Schädel vorbei Er duckte sich unwillkürlich Und brachte sich an der nächsten Häuserecke in Deckung Weitere Schüsse wurden auf ihn abgegeben Aus dem Nichts tauchte eine weitere Gestalt auf Scheiße Hochte es in seinem Kopf Um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten Musste er weg von hier Er zog den Kopf ein Feuerte noch zweimal Glaubte, einen Aufschrei zu hören Und rannte los Langsam ließ Mara die Waffe sinken Wie hast du mich gefunden? Raphael Macchiadi stand da und sah sie wortlos an Als müsste er überlegen, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte Mara steckte die Pistole ins Holster und hob die Tüte mit den beiden Weinflaschen auf Sie trat auf ihn zu und rückte ihm die Tüte in die Hände Was soll ich damit? Tragen natürlich Sie betrachtete ihn eingehend und marschierte in die Richtung los, aus der sie gekommen war Wohin gehen sie? Er lief ihr nach Schritt dann direkt neben ihr den Fußweg entlang Sag schon Wie hast du mich gefunden? Ich wusste von Hanno, wo sie wohnen Warum bist du von ihm abgehauen? Ich bin nicht abgehauen Nur gegangen, ohne ihm zu sagen, wohin ich will Mara lachte Und warum hast du es ihm nicht gesagt? Weil ich selbst nicht wusste, wohin ich wollte Sie ahnte, wie hart er mit sich gerungen hatte, den Weg zu ihr einzuschlagen Und dann bin ich doch irgendwann in der Straße gelandet, in der sie wohnen Ich überlegte hin und her, hockte eine Ewigkeit auf einer Bank Ich glaube, wenn ich sie nicht durch Zufall entdeckt hätte, als sie zu diesem Weinladen ging, wäre ich nicht zu ihrem Haus gegangen Dann wäre ich einfach verschwunden Wohin auch immer Jetzt gelangten sie wieder an die Berger Straße, die immer noch stark beliebt war Und als du hinter mir hergeschlichen bist, warst du deiner Sache immer noch nicht sicher, was? Sonst hättest du dich ja zu erkennen gegeben Oder wieso hast du mich nicht einfach angesprochen? Raphael gab keine Antwort, sondern zeigte nur ein scheues Lächeln Sie schenkte ihm einen Seitenblick Umso erleichterter bin ich, dass du dich nicht verdünnisiert hast Er verharrte plötzlich Wohin gehen wir überhaupt? Zu mir natürlich, erwiderte Mara Los, komm weiter Wenige Minuten später saßen sie auf Maras schwarzem Teppichboden Sie hatte Kerzen angezündet und Kartoffelchips geholt Er hatte nach einem Bier gefragt Also hatte sie ihm eine Flasche gegeben und dann für sich den neuen Südafrikaner aufgemacht Sie redeten miteinander Genauso ruhig und einvernehmlich wie an dem Abend im Jugendzentrum Doch sie gerieten nicht ins Plaudern Mara achtete darauf, dass er nicht abschweifte Sie blieb am Ball Brachte ihre Fragen vor Es ging um den Abend in Kronberg Raphael nannte zwei Namen Die beiden waren dabei? Ja Aber du hast nicht mitgemacht Sie notierte sich die Namen in ihr abgegriffenes Notizbuch Nein War sonst noch jemand mit von der Partie? Zögerlich nickte er Und wie vorhin schon einmal bekam sein Ausdruck etwas Scheues Und wer? fragte sie weiter Sozusagen der Boss Er gibt die Anweisungen? Entscheidet wann und wo eingebrochen wird? Raphael nickte erneut Er hat ein richtiges Netz aus Informanten aufgebaut Typen, die ihn mit Infos versorgen Bei welchen Wohnungen oder Häusern es sich lohnt einzusteigen Diese Informanten beteiligen sich auch selbst an den Einbrüchen? Ja Ich möchte noch mehr Namen Raphael nannte ein paar Und sie erkannte, wie schwer es ihm fiel Okay Mara sah auf die sieben Namen, die sie notiert hatte Aber einer fehlt noch Raphael schwieg Und starrte an die Wand Der Boss Sie betrachtete ihn von der Seite Kann es sein, dass man sich vor ihm besonders in Acht nehmen muss? Sie meinen, ich habe Schiss vor ihm? Sowas in der Art, ja Jetzt erwiderte er ihren Blick Ist besser, wenn man ihn nicht unterschätzt? Das glaube ich dir Mara wartete ab Lies ihm Zeit Noch ein Bier? Ja Sie stand auf und holte ihm eines aus der Küche Dann machte sie es sich wieder auf dem Boden bequem Raphael trank einen Schluck Er wohnt in Bockenheim Seine Eltern haben in der Leipziger Straße ein Lebensmittelgeschäft Mara schrieb mit Wie heißt er, Raphael? Taifun Sofort legte sie Stift und Buch beiseite Sag nicht, er heißt Köbischer Verdutzt sah er sie an Sie kennen ihn? Nicht persönlich Ein Schauer rieselte an ihrem Rückgrat hinab Wir wussten nicht, dass er bei den Einbrüchen mitgemischt hat Geschweige denn, dass er der Drahtzieher war Er ist ein Arschloch, sagte Raphael dumpf Und er ist tot Sein Kopf ruckte hoch Was? Taifun Köbischer ist tot Er ist ermordet worden Was? Völlige Verblüffung in seinem Gesicht Kannst du dir vorstellen, wem er im Weg war? Ein konsterniertes Heben der Schultern Tja, es gab viele, denen er auf den Geist gegangen ist Wegen seiner großen Klappe, seiner Angeberei Er hat immer eine große Schnauze gehabt Und ist auch in Schirereien geraten Aber ermordet Keine Ahnung, wer das getan haben könnte Er stutzte Wie hat man ihn umgebracht? Kehle durchgeschnitten Und davor ist man auch nicht gerade zimperlich mit ihm umgesprungen Um es mal so auszudrücken Wieso? Er wurde gefoltert Raphael sah ungläubig vor sich hin Ich heule ihm keine Tränen nach Aber das haut mich echt um Warum war er ein Arschloch? Hat er dich schikaniert? Nein Weshalb dann? Vor allem wegen der Geschichte mit Selina Matja Wer ist das? Ich kenne Selina gar nicht Habe nur von ihr gehört Mara legte ihm leicht die Hand auf die Schulter Raphael Wer ist Selina Matja? Hauptkommissar Dörflinger Der das Einbruchsdezernat leitete War ziemlich überrascht Als Mara früh am Morgen in seinem Büro auftauchte Sie legte ihm die Liste mit den Namen auf den Schreibtisch Die Raphael ihrem Vorabend genannt hatte Außerdem hatte sie schon zu jedem Einzelnen davon Recherchen angestellt Und entsprechende Anmerkungen hinzugefügt Dörflinger Ein schwerfälliger Mann Der dafür bekannt war Die deftige hessische Küche zu schätzen Las sich in Ruhe alles durch Und die waren alle an den Einbrüchen beteiligt? Das waren sie Dafür gibt es Zeugen? Einen Aber einen sehr guten Dörflinger schnaufte Wen? Raphael Macchiadi Ach Raphael wird aussagen Er will offenlegen, was er selbst angestellt hat Und einen Schlussstrich ziehen Ich habe ihm Strafmilderungen in Aussicht gestellt Klar, wenn er geständig ist und andere Beteiligte nennt, wird sich das Positive für ihn auswirken Dörflinger musterte sie Sie haben ihn aufgespürt? Mara nickte Ich werde sofort in die Wege leiten, dass wir die Typen schnappen, die auf ihrer Liste stehen Wo ist Macchiadi? Ich habe ihn mitgebracht Er wartet vor der Tür Bei ihm ist Hanno Linsenmeier, ein Sozialarbeiter, der sich das Jungen angenommen hat Raphael vertraut ihm Ihnen wohl auch? Wenigstens einer, der das tut Gab sie lässig zurück Dörflinger grinste verhalten Er verstand, wie es gemeint war Ich werde Klimt wissen lassen, dass ich Ihnen einiges zu verdanken habe War keine große Sache Nachdem sie sein Büro verlassen hatte, verabschiedete sie sich von Raphael Der mit ernster Miene in Hannos Begleitung gewartet hatte Er wollte wissen, wann sie sich wiedersehen würden Und sie versprach, dass er auch weiterhin auf sie zählen könne Und jetzt zieh das Ding durch Mach ich, sagte er Mit einem letzten Blick verfolgte Mara, wie Raphael und Hanno in Dörflingers Büro verschwanden Dann beeilte sie sich, um rechtzeitig zu ihrem nächsten Termin zu erscheinen An der Tür eines weiteren Hauptkommissars klopfte sie an und wurde hereingebeten Diesmal löste ihr Auftauchen keine Überraschung aus Bielinski, da sind sie ja Sie schloss die Tür hinter sich Im Gegensatz zu dem gemütlich wirkenden Dörflinger war Hauptkommissar Meichel, der Leiter des Drogendezenats ein kleiner, seniger, fast dürrer Mann, der ständig in Bewegung zu sein schien Er wirbelte von seinem Bürostuhl hoch und reichte Mara fahrig die Hand Ehrlich gesagt bin ich aus ihren Worten nicht recht schlau geworden Gut, dass sie endlich hier sind Nehmen sie Platz Ich bleibe lieber stehen Auch er setzte sich nicht wieder hin Also, was sollte das? Drei Tonnen Heroin? Hoffe, das ist kein Windei Mara hatte Meichel noch in der Nacht, als Borke ihr Einzelheiten über den Deal mitgeteilt hatte Eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen Ich gehe davon aus, dass das alles andere ist als ein Windei Kurz und knapp schilderte sie das, was sie wusste Karewitsch hatte also vor, eine riesige Menge Heroin zu kaufen und den Umlauf zu bringen? Sieht so aus Damit wären wir bei diesem Novian Über den Namen bin ich wirklich noch nie gestolpert Und ich mache den Mist hier schon eine ganze Weile Von wem haben sie die Informationen? Von Carlos Borke Sofort zeigte sich Skepsis in Meichels Gesicht Borke? Wo ist das Problem? Meichel tigerte im Büro umher Hm, Informationen, die von Borke stammen, sind mit Vorsicht zu genießen Ich bin überzeugt, das ist kein Windei Warum sind sie so sicher? Das behalte ich lieber für mich Erwiderte sie mit einem schmalen Grinsen Tja, sagte Meichel nachdenklich Wir haben kein Datum Wir haben keinen Ort Korrekt? Korrekt, gab Mara zu Ich finde es natürlich gut, dass sie zu mir kommen Aber im Moment kann ich nicht viel ausrichten Außer ein paar meiner Späher losschicken Damit die sich umhören und ihre Informationen verifizieren Und Nachforschungen über einen gewissen Novian anstellen Falls es ihn überhaupt gibt Das tut es Hm Oder soll ich das für sie erledigen? Ich werde einen meiner Beamten darauf ansetzen Aber Er sah ihr in die Augen Besten Dank, Kollegin Nichts zu danken Grüßen Sie Klimt von mir Mara hob eine Augenbraue Könnte sein, dass ich das vergesse Der Hauptkommissar betrachtete sie Ich habe schon gehört, dass sie und er Naja Nicht gerade die dicksten Freunde sind Sie verzichtete auf einen Kommentar Und verabschiedete sich mit einem knappen Nicken Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie mehr herausbekommen Rief Meichel ihr hinterher Mara hörte nur mit halbem Ohr hin Sie dachte bereits an Selina Madja Reihen trister Wohnblöcke am äußersten Rand der Stadt Die Balkone mit ihren verblichenen Farben waren wie Waben eines riesenhaften Bienenstocks Zwischen den Betonkästen lagen schmale Rasenparzellen mit rostzerfressenen Rutschbahnen und Kinderschaukeln In unmittelbarer Nähe rauschte unaufhörlich der Autobahnverkehr vorbei Mara lief einen Eingang nach dem anderen ab Bis sie die richtige Nummer erreichte Sie fand das richtige Klingelschild und läutete Ein Summton erklang Eine Frauenstimme äußerte etwas kaum Verständliches Mara Bilinski, Kriminalpolizei, sagte Mara Wir haben vorhin telefoniert Wir wollen Sie hier nicht Das habe ich Ihnen doch gesagt Hören Sie Die Verbindung erstarb mit einem Knacken Mara klingelte erneut Und noch einmal Und noch einmal Gehen Sie Lassen Sie mich doch bitte kurz herein Wieder Stille Dann jedoch das Surren des automatischen Türöffners Mara drückte die Tür auf und betrat das Gebäude Es muffelte Schmutz, Staub, Schuhabdrücke aus Eingang Eingetrocknete Matsch Mara machte den Aufzug auf Gestank schlug ihr entgegen Sie nahm die Treppe Zwei kleine Kinder in dreckiger, löchriger Kleidung Rannten quiekend an ihr vorbei, ohne sie zu beachten Im dritten Stock angekommen folgte sie einem langen Flur An dessen Ende sie vor einer halboffenen Wohnungstür Von zwei Personen erwartet wurde Hallo, sagte Mara und blieb stehen Die dickliche, ungepflegte Frau war Mitte 40 Sie trug einen rosafarbenen Jogginganzug voller Flecken Der Mann, der durch sein graues Haar älter wirkte als sie, hatte ein T-Shirt und einen zerschlissenen Blaumann an Wir haben ihnen gesagt, dass sie sich den Weg sparen können Bemerkte die Frau brummig Der Mann starrte Mara nur feindselig an Und ich habe ihnen gesagt, dass ich auf jeden Fall vorbeikommen werde Mara musterte die beiden Ist sie da? Sie wird nicht mit ihnen reden, entgegnete die Frau Es ist sehr wichtig, dass ich sie sprechen kann Vielleicht für sie Ganz sicher nicht für meine Tochter Ich werde versuchen, keine alten Wunden aufzureißen Das schaffen sie nur, unterbrach die Frau sie Wenn sie wieder abhauen Meine Tochter hat so viel erleiden müssen Die Ärmste Sie ist immer noch nicht drüber hinweg Und dabei ist es jetzt schon zwei Jahre her Nicht nur das Verbrechen, sondern auch alles, was danach passiert ist Das war zu viel Für ein 16-jähriges Mädchen ist das nicht zu verkraften Jetzt ist sie 18 Sie hat keine Arbeit Sie will nicht vor die Tür gehen Sie will meistens nur allein sein Ich verspreche ihnen Haben sie's nicht kapiert? Schaltete sich der Mann ein Sein Atem roch nach Alkohol Seine rechte Faust ballte sich Lasst die Kleine endlich in Ruhe Ihr Bullen und Anwälte und Richter Ihr macht alles nur noch schlimmer Tut mir leid Ich muss mit ihr sprechen Sagte Mara ruhig Der Mann machte einen Schritt auf sie zu Warum sollten wir sie zu ihr lassen? Die Frau legte ihm die Hand auf den Arm Um ihm Einhalt zu gebieten Taifun Kölbischer ist tot Die beiden mussten das erstmal verarbeiten Na und? Schnarrte dann der Mann Für Selina macht es das auch nicht leichter Herr Matja Ich bin nicht Herr Matja Nicht Selinas Vater Aber wenn ich's wäre Denn ich Selina damals schon gekannt hätte Dann Halt! Fiel ihm die Frau energisch ins Wort Ich bin ihre Mutter Also lass mich reden Okay Knurrte er widerwillig Meine Entscheidung steht fest Sagte die Frau an Mara gerichtet Und mein Freund hat recht Ob Taifun tot ist oder lebt Der Schmerz wird Selina für immer begleiten Eine leise Stimme aus dem Hintergrund brachte sie abrupt zum Schweigen Ist Taifun wirklich tot? Ja Sagte Mara rasch Und ich möchte mehr über ihn wissen Keine Sorge Selina Ich werde auf keinen Fall das ansprechen Sie merkte, dass sie dabei war Die Unwahrheit zu sagen Nein Ich will ehrlich sein Es ist so, dass ich mit dir über etwas reden muss Was sehr schlimm für dich Selina Zischte Frau Matja Geh in dein Zimmer Selina war ein schmales Auffallend hübsches Mädchen Mit scheuen Rehaugen Sie war groß und schlank Fast schlachsig Und die langen, kastanienbraunen Haare Waren zu einem Pferdeschwanz gebunden Das Rascheln von Kleidung Es ist schon in Ordnung, Mama Ich kann das alles nicht immer totschweigen Das Mädchen zwängte sich Zwischen ihrer Mutter und deren Freundin durch Und sah Mara in die Augen Aber nicht in der Wohnung Entschied Selina Sondern draußen Gleich darauf schlenderte sie an Maras Seite An den hässlichen Wohnblöcken entlang Kaum jemand war unterwegs Nur ein paar spielende, verwahrlost aussehende Kinder Danke, sagte Mara leise Schon gut Mit einem Seitenblick stellte Mara fest Dass Selinas Ohrläppchen vernarbt war Deine Mutter hat mir zu erklären versucht Wie schwer das alles für dich gewesen ist Ich werde dich auch nicht lange belästigen Weißt du Jemand hat mir von dir erzählt Aber er kannte nicht alle Einzelheiten Und ich muss mehr wissen Dann fragen sie schon Selina vergrub die Hände in den Jackentaschen Auf Maras Vorschlag hin Setzten sie sich auf eine der Bänke Wie hast du Tai von Kölbeschi kennengelernt? Er kam immer wieder mal hier angefahren Einer seiner Kumpels hat mal in dem Block da hinten gewohnt Das Mädchen machte eine lange Pause Er hat mich oft angequatscht Und ich fand ihn auch ganz lustig Ich mochte seine freche Klappe Jedenfalls am Anfang Warst du seine Freundin? Nee Nee Kam sofort die Antwort Wir haben einmal rumgeknutscht Aber das war's auch schon Er hat mich angemacht Aber ich hab ihn abblitzen lassen Ich wollte nichts von ihm Und dann? Und dann wurde's schlimm Erwiderte Selina ganz leise Was ist geschehen? Es war ein ganz normaler Nachmittag Ich sah von meinem Zimmerfenster aus Das Typhoon hier war Bei den Bänken Mit ein paar anderen Er winkte mir zu Ich soll runterkommen Mir war langweilig Also ging ich hin Es fing an zu regnen Er, ich und die drei anderen Wir quetschten uns in sein Auto Er fuhr los Ich wollte eigentlich gar nicht mit Ein Stück weit entfernt Gab's ein leerstehendes Haus Dort hat er geparkt Wir gingen in das Haus Rauchten irgendeinen Scheiß Den er dabei hatte Erneut eine lange Pause Typhoon fing an mich zu begrapschen Immer fieser Er tat mir weh Dein Ohr ist mir aufgefallen Warf Mara bedächtig ein Ist das an jenem Tag passiert? Ja Er hat meinen Ohrstecker gepackt Und mit aller Kraft daran gezogen Mein Ohrläppchen ist gerissen Als wäre es aus Stoff Und die anderen haben Typhoon angefeuert Er lachte Und machte immer weiter Er zerrte an meiner Kleidung Sie ging kaputt Ich schrie immer lauter Abrupt verfiel sie in Schweigen Eine ganze Minute zog vorüber Er hat dich vergewaltigt, nicht wahr? Ja Und dann haben das auch die drei anderen getan? Ja Wieder entstand Stille zwischen ihnen Die spielenden Kinder fingen an zu streiten Während Mara nach den passenden Worten suchte Begann Selina plötzlich von selbst wieder Anschließend haben sie mich einfach zurückgelassen Ich lag da Zitternd Die Fetzen meiner Kleidung in den Händen Stimmt es, dass es Zeugen gab? Ein älterer Mann, der hier wohnt, hat es mitbekommen Er stand plötzlich, als Typhoon und die anderen mich in der Gewalt hatten vor uns Und starrte uns mit offenem Mund an Typhoon hat ihn in den Hintern getreten und ihn weggejagt Ihre Augen waren mit einem starren Ausdruck auf die Häuserblöcke gerichtet Irgendwann konnte ich mich aufrappeln Ich ging nach Hause Meine Nachbarin fand mich, wie ich versuchte, den Schlüssel ins Schlüsselloch zu stecken Ich schaffte es nicht Weil meine Hände so stark gezittert haben Sie hat mich dann zu Mama gebracht Wie hat deine Mutter reagiert? Sie wollte zur Polizei, sofort, unbedingt Aber ich konnte das nicht Ich wollte den Tag am liebsten aus meinem Leben radieren In den nächsten Wochen hat meine Mutter mich bearbeitet, bis wir dann doch Anzeige erstattet haben Wir haben uns sogar eine Anwältin genommen Wie ist ihr Name? Sie heißt Hendrike Feil Aber Typhoon und die anderen sind nie angeklagt worden, richtig? Richtig, sagte Selina ganz schlicht Und doch mit einer Düsternis, die Mara durch und durchging Zuerst waren der ältere Mann und unsere Nachbarin bereit, als Zeugen auszusagen Aber dann... Zum ersten Mal versagte ihr die Stimme Aber dann zeigte Typhoon noch einmal, was für ein Schwein er sein konnte? Fragte Mara Er ist doch wirklich tot, oder? Er ist umgebracht worden In Selinas Blick änderte sich nichts Sie zuckte nicht mit der Wimper Nach der Anzeige lauerte er mir hier auf Fuhr sie dumpf fort Mit seinen Freunden Sie zerrten mich ins Auto Fuhren mit mir in ein Waldstück Und sie vergewaltigten mich erneut Alle Für diesen Nachmittag hatten sie zuvor ein falsches Alibi mit anderen Kumpels abgesprochen Typhoon drohte mir, dass das jetzt immer so weitergehen würde Es sei denn, ich würde die Anzeige zurückziehen Was du dann getan hast? Ja Selina nickte Ihr Gesicht war immer noch wie eine Maske Nichts regte sich darin Was war mit den Zeugen? Der Mann wurde zusammengeschlagen Und unsere Nachbarin wurde auch zusammengeschlagen Eine fast 60-Jährige Stellen Sie sich das mal vor Man hat beide in die Nieren geboxt, in den Bauch Die Oberschenkel mit Kabeln gepeitscht Damit sie mit unverletztem Gesicht zur Polizei gehen konnten Um ihre Aussagen zu widerrufen Bist du Typhoon danach nochmal begegnet? Solange sein Freund noch in unserer Gegend wohnte Ist Typhoon immer mal wieder aufgetaucht Ganz unverfroren Mit einem dreckigen Grinsen in seiner Visage Wenn er mich sah Hat er sich lustig gemacht über mich Maras Mund war ein Strich Ihr Hals war trocken Krampfhaft suchte sie nach Worten des Trostes Die sich nicht billig, austauschbar, nichtig angehört hätten Aber ihr fiel nichts ein Gar nichts Leise drang Selinas Stimme zu ihr Würden Sie mich jetzt bitte allein lassen? Ich möchte nie wieder darüber reden Mit keinem Menschen Mara stand auf Ich danke dir Sagte sie Und kam sich schwach vor Wehrlos gegen die Ungerechtigkeit der Welt Hilflos gegen die Wand des Verbrechens Die sich vor ihr auftürmte Sie tauschten einen letzten Blick Dann ließ Mara das Mädchen auf der Bank zurück In dem sicheren Bewusstsein Dass sie diese Begegnung Die kaum länger als eine Viertelstunde gedauert hatte Nie wieder vergessen würde Als sie sich in das Steuer setzte Startete sie noch nicht den Motor Sie ließ das Fenster herunter Und atmete tief durch Gesprächsfetzen aus früheren Unterhaltungen Kamen ihr unwillkürlich ins Bewusstsein Aileen, die über Ivo Karewitsch berichtete Jan Rosen, der ihr erzählte Was eine Ex-Freundin über Marek Pohl preisgegeben hatte Und jetzt Selina Matjas Worte über Taifun Kölbeschi Mare dachte daran Wie sie sich den Kopf zerbrochen hatte Um die Straftaten der drei Mordopfer zu vergleichen Und eine Verbindung herzustellen Dabei ging es womöglich um etwas ganz anderes Etwas, das nie bis zu einer Anklage gekommen war Wenn sie sich nicht kolossal täuschte Gab es lediglich eine Linie Mit der man diese drei Männer miteinander verbinden konnte Niedernhausen Eine knappe Dreiviertelstunde mit dem Auto von Frankfurt entfernt In einer erhöht liegenden Straße reiten sich imposante Villen aneinander Strahlend weiß verputzt Mit großen Glasflächen Durch die man in Gärten gelangte Die von Angestellten in einem makellosen Zustand gehalten wurden Swimmingpools, Doppelgaragen Vor denen teure Limousinen parkten Ein Taxi hielt Ein Mann stieg aus Er ging, den Aktenkoffer in der Hand, auf eine der Villen zu Zufrieden mit sich und dem Verlauf des Abends Ein gemeinsames Essen mit anderen Ihm seit Jahren bestens vertrauten Um einiges jüngeren Juristen Die nie einen Hehl daraus machten Wie gern sie seinen Rat einholten Klaus-Peter Lessing Er schloss die breite mit Gusseisen verzierte Eingangstür auf Und betrat das Haus, das eigentlich viel zu geräumig war für ihn allein Aber es hätte bei jemandem wie ihm höchst merkwürdig gewirkt In einer kleinen Bude zu residieren Er stellte den Aktenkoffer ab Und hängte Mantel und Jackett auf Bügeln in der Garderobe auf Ein Schluck seines Lieblingskognaks würde den Abend abrunden Seine Schritte heilten durch das leere Haus Er dimmte das Licht und schenkte sich in einen Schwenker ein Ein einziger Raum, riesig groß Unterteilt in verschiedene Ebenen Von der Bar mit den etlichen Gin- und Kognakflaschen Konnte er bis hin zur Küche sehen In der so gut wie nie gekocht wurde Kein Geschirr, keine Obstschale, keine Spültücher Fast klinisch sauber war es Doch ein Detail hatte seine Aufmerksamkeit erregt Ein großes kristallenes Wasserglas mit einer bläulich schimmernden Flüssigkeit Hatte seine Putzfrau das stehen lassen? So etwas war ihr noch nie passiert Lessing stellte den Kognak ab Durchquerte sein einsames Reich und blieb vor der Spüle stehen Mit gerunzelter Stirn ergriff er das Glas, um an der Flüssigkeit zu riechen Sofort verbiss sich ein ätzender Geruch in seine Schleimhäute Ein Reinigungsmittel Er platzierte das Glas mit missbilligendem Kopfschütteln genau dort, wo er es vorgefunden hatte Als Beweis, dass die Putzfrau ungenau gearbeitet hatte Er würde mit ihr reden müssen Als er sich wieder seinem Schlummertropfen zuwenden wollte, fiel ihm noch etwas auf Auf dem Ledersofa lag etwas, das dort nicht hingehörte Was war mit Frau Vargas los? Seit drei Jahren hielt sie sein Haus sauber Nie zuvor hatte sie sich Nachlässigkeiten erlaubt Raschen Schrittes ging er zum Sofa Stacheldraht Eine ganze Rolle Wo kommt das her? Fragte er leise Als würde es ihm leichter fallen, eine Antwort zu finden, wenn er es aussprach Richter Lessing erschrak, als hinter ihm ein Laut ertönte Er wollte sich umdrehen Doch ein Schmerz durchfuhr ihn Glühend heiß Breitete sich von irgendeinem Punkt seines Körpers rasend schnell aus Er bekam nicht mehr mit, dass seine Knie einknickten und er der Länge nach auf den cremefarbenen Teppich hinsank Als er wieder zu sich kam, fühlte er zuerst den grellen Schein der Designerlampe, der in seine Augen stach Lessing blinzelte, stöhnte Ihm wurde bewusst, dass er auf dem Rücken lag Die Beine und die Arme von sich gestreckt Erst ganz langsam, fast verhalten Dann auf einmal, mit voller Wucht, spürte er den Schmerz In seinen Hand- und Fußgelenken Die hatte man gefesselt Mit dem Draht, über den er vorhin so erstaunt gewesen war Die Enden der Drahtstränge, die von seinen Extremitäten wegführten, waren an den Röhren der Heizkörper festgemacht worden Und die Stacheln drangen in seine Haut Wenn er einen Arm oder ein Bein nur einen Millimeter bewegte, tat es höllisch weh Er begann zu zittern Was ist denn los? Fragte er sich mit einer Hilflosigkeit, die ihm völlig fremd war Die sein Innerstes ganz kalt werden ließ Aus den Augenwinkeln schielte er zu dem eleganten, gläsernen Wohnzimmertisch Darauf stand etwas Das Wasserglas mit der chemischen Reinigungsflüssigkeit Geräusche Er zuckte zusammen Schritte Jemand näherte sich Lessing drehte den Kopf in die Richtung Und starrte fassungslos in das Gesicht, das ihn mit einem Lächeln bedachte Manchmal muss man die Menschen dazu zwingen Hörte er die leise Stimme, ein bisschen Spaß in ihr Leben zu bringen Der Richter wollte etwas äußern Aber sein Mund öffnete sich, ohne dass er einen Ton über die Lippen brachte Das hat einmal der ehrenwerte Richter Lessing gesagt Bemerkte die Stimme Er zitterte schon wieder Er verstand die Welt nicht Es kam ihm vor, als steckte er mitten in einem Albtraum Ein Fuß stellte sich auf den Draht, mit dem seine Hand gefesselt war Und die Stacheln drangen tiefer ins Fleisch Er schrie auf Schweiß quoll ihm aus den Poren Wollen wir doch mal sehen, wie viel Spaß wir ins Leben von Richter Lessing bringen können Sie hatten sich gerade zwei Coffee-to-go und ein paar Kreppel in einer Bäckerei besorgt Als sie die Funkdurchsage aufschnappten Das ist doch ganz in der Nähe, sagte Schleier Lass uns hinfahren Rosen nickte nur wortlos, wie meistens Schleier trat das Gaspedal ordentlich durch Und kurze Zeit später erreichten sie den Westbahnhof Mit ihren Pappbechern in den Händen eilten sie zwischen den Backsteinbauten hindurch Hinter den Absperrbändern der Polizei drängten sich die Neugierigen Schleier und Rosen wühlten sich durch die Menge Und glitten nach einem schnellen, verständigenden Blick Mit einem als Wachposten aufgestellten Streifenpolizisten unter dem Band hindurch Hauptkommissar Klimts zerfurchtes, müdes Gesicht tauchte vor ihnen auf Er musterte sie Fragend und düster Eine Zigarette im Mundwinkel Wir haben was über Funk mitgekriegt, erklärte Schleier Ein Beamter der Spurensicherung hielt einen Zillophanbeutel hoch Und bemerkte ihm vorübergehend zu Klimt Noch mehr Hülsen, auch in Kaliber 19x9mm Aber noch mindestens ein anderes Klimt nickte Scheint eine ziemlich wilde Schießerei gewesen zu sein Er deutete auf den Leichnam, der nahe einer Hauswand lag Jedenfalls zu wild für ihn hier Sie begaben sich zu dem Toten, der von der Spurensicherung unter die Lupe genommen wurde Den Herrn kennen wir doch, entfuhr es Schleier verblüfft Dem hätten wir doch schon die ganze Zeit gern mal ein paar Fragen gestellt Rosen und Schleier entfernten sich ein wenig von der Leiche Um sich etwas abseits hinzustellen Die Scheiße türmt sich allmählich Meter hoch vor uns auf Sagte Klimt Ich verstehe das nicht Es passt nicht zusammen Erwiderte Schleier Hey Rosen Bandte sich Klimt an ihn Überprüfe nochmal alles ganz genau, was Sie über Karewitsch wissen Auch das, was von der Krähe kam Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass wir etwas übersehen haben Aber es kann ja auch nicht schaden Mach ich Gab Rosen zurück Während er automatisch an Mara Belinsky denken musste Er fragte sich, wie lange sie wohl noch bei ihnen sein würde Wieder wurde ihm bewusst, dass er sich gedrückt Dass er ihr nicht richtig geholfen hatte Hier und da eine Information weitergegeben, das schon Aber im Grunde hatte er sich herausgehalten Sich weder auf Klimts noch auf Belinskis Seite gestellt Halbherzig Inkonsequent Natürlich Wie immer Er musste endlich etwas ändern Wieder das Fitnessstudio Wieder ein entspannter Bummel durch die Goethe-Straße Und wieder ein Glas mit kunstvoll geschäumtem Latte Macchiato Mara hatte sie die ganze Zeit über beobachtet Vom späten Morgen bis zum frühen Nachmittag Als sie nun in den Gastraum glitt und wie aus dem Nichts an Isabels Tisch Platz nahm Fuhr die junge Frau zusammen Lassen Sie mich in Ruhe Das würde ich gern Erwiderte Mara gelassen Aber erst, wenn Sie mal etwas gesprächiger werden Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß Nervös spielten Isabels Finger mit ihrem noch halbvollen Glas Von wem erhalten Sie das Geld für die Miete des netten Häuschens? Lassen Sie mich in Ruhe Marek Pohl Sagte Mara übergangslos Isabelle verdrehte die Augen Nachdem haben Sie mich doch schon mal gefragt Ich kenne ihn nicht Eine Bedienung tauchte am Tisch auf Was kann ich Ihnen bringen? Nichts, danke Mara wartete, bis sie wieder allein waren Karewitsch war ein Schwein Das hat mal jemand zu mir gesagt Leiser fügte sie hinzu Sie haben Schlimmes durchgemacht, Isabelle Ich weiß das Wie brutal ist er mit Ihnen umgesprungen? Isabelles Augen schimmerten feucht Ich habe es überlebt Das allein zählt für mich Und Marek Pohl? Ist der auch brutal zu Ihnen gewesen? Ich habe Ihnen doch gesagt Ich kenne den Typen nicht Hören Sie zu, Isabelle Mara maß sie mit einem langen Blick Ich habe größte Achtung vor Ihnen Und all den Frauen, die Ähnliches durchgemacht haben wie Sie Abwartend taxierte Isabelle sie Ihr Mund eine schmale Linie Aber irgendetwas verbergen sie vor mir Und ich will wissen, was das ist Isabelle sah in ihr Glas mit dem kalt gewordenen Schaumkaffee Ich habe Ihnen nichts zu sagen Mara stand auf Dann werden wir uns wiedersehen Ohne ein weiteres Wort verließ sie die Bar Um ins Präsidium zu fahren Als sie die offene Tür ihres Büros passierte Machte Rosen ein Handzeichen Als hätte er Neuigkeiten für sie Und sie gab ihm zu verstehen Dass sie gleich bei ihm sein würde Klimts Tür war ebenfalls nicht geschlossen Sie spähte hinein Und entdeckte ihn in Gedanken versunken Am offenen Fenster stehend Haben Sie eine Minute? Mara betrat den Raum und schloss die Tür Nicht mal eine Sekunde Er stellte seine Kaffeetasse auf der Tischplatte ab Sie blieb stehen Kerzen gerade vor seinem Schreibtisch Wie immer Ich habe eine Theorie, was die Morde betrifft Welche Morde? Brummte er Es gibt so viele in letzter Zeit Natürlich Karewitsch, Pohl, Köbische Klimts sah sie aus rot unterlaufenen Augen an Auch wenn sie mich dafür hassen Sie sind raus aus dem Team Also lassen Sie es Klingt vielleicht abenteuerlich, meine Theorie Antwortete sie seelenruhig Als hätte er gar nichts geäußert Aber für mich ist da etwas dran Beinahe schon bewundernswert, Ihre Sturheit, Bilinski Wenigstens etwas, das uns verbindet Meinte sie trocken Dann mal raus damit Er schob ein Bein auf die Schreibtischecke Es ist doch so, dass es keine Verbindung Zwischen den Dreien zu geben scheint, richtig? Richtig, richtig, Bilinski Meinte er mit gnädigem Unterton Es gibt eine Und die wäre Er schlürfte laut seinen Kaffee Vergewaltigung, sagte sie Er stierte sie an, als hätte sie einen Dachschaden Karewitsch, Pol und Kölbische Fuhr Mara sachlich fort Sind Vergewaltiger gewesen Und zwar ganz besonders brutale, erbärmliche, widerliche Vergewaltiger Er lachte auf Und sie hätte ihm am liebsten seinen Kaffee ins Gesicht geschüttet Was soll das, Bilinski? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ob Sie es glauben oder nicht Das ist die Gemeinsamkeit, die alle drei Mordopfer verbindet Und vier, unterbrach er sie Bitte? Mittlerweile sind es vier Mordopfer, mit denen wir uns herumplagen müssen Wer ist Nummer vier? Sozusagen ein alter Bekannter Er wurde am Westbahnhof gefunden Kennen Sie die alten Backsteingebäude? Die Worte versetzten Mara einen Stich Sofort musste sie an Borka denken Wer? Ein gewisser Soran Tosic Der Name ist ihnen mit Sicherheit vertraut Er gehörte zu Karewitschs Bande Also inzwischen zu Malovan Ich hatte sogar schon mal das zweifelhafte Vergnügen, Tosic persönlich zu treffen Ach, wirklich? Lafte Klimt Ja, wirklich Betonte Mara Sie haben meinen Bericht also noch nicht gelesen? Doch, ich habe Ihren verdammten Bericht gelesen Aber viel Verwertbares ist nicht Wie starb Soran Tosic? Fiel sie ihm ins Wort Schießerei Eine Kugel in der Brust 19 mal 9 Millimeter Wahrscheinlich von einer Glock 17 Er trank einen Schluck Haben Sie sonst noch einen heißen Tipp für mich? Außer Ihrer fabelhaften Vergewaltigungsidee? Tosic wurde nicht gefoltert Sein Tod hat also nichts zu tun mit den anderen drei Morden Hielt sie dagegen Eine Schießerei Belinsky Sie sind draußen Wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Sie können mich kaltstellen Aber Sie können mich nicht davon abhalten zu kämpfen Auf einmal ging die Tür auf Schleier und Patzke platzten herein Chef Eine Katastrophe Klimt federte aus seinem Stuhl hoch Belinsky Lassen Sie mich mit den Kollegen allein Sie warf ihm einen kalten Blick zu Verließ das Büro Und schlug die Tür mit einem trockenen Knall zu Was hast du mir vorhin sagen wollen? Mara stand neben Rosen bei dem Kaffeeautomaten Ich wollte dir von diesem Soran Tosic berichten Aber das hat mittlerweile wohl Klimt erledigt Hat er Brummte Mara Ich wollte noch etwas sagen Der Signalton von Maras Handy stoppte ihn Sie zog es aus der Tasche und sah aufs Display Eine SMS Von Carlos Borke Äh, Belinsky? Versuchte sich Rosen in Erinnerung zu bringen Aber sie beachtete ihn nicht Er lebt Fuhr es ihr durch den Kopf Sie las die Nachricht Osthafen Svoboda Belinsky Ich wollte dir sagen Sorry Rosen Unterbrach sie ihn und rief Borke an Das Freizeichen erklang Sie ließ es klingeln und klingeln Nach einer langen Weile ging er ran Endlich Sie wandte sich von Rosen ab Brachte rasch ein paar Meter zwischen sich und ihn Was soll das blöde Versteckspiel, Borke? Borkes heiseres Lachen erklang Das ist kein Spiel Glaub's mir Soran Tosic Das warst du, oder? Lass uns ein anderes Mal über ihn reden Okay Und der Osthafen? Svoboda? Was soll das? Der große Deal Die Drogen treffen per Schiff in Frankfurt ein? Richtig Ein ganz gewöhnliches altes Containerschiff mit dem Namen Svoboda Soll, Papiere, alles ordentlich Ich weiß nicht, aus was die eigentliche Ladung besteht Aber irgendwie werden die Drogen auf diesem Kahn untergebracht sein Im Osthafen sollen sie dann auf LKWs verladen werden Ausgerechnet dort, wollte Mara wissen Immer noch skeptisch Ja Der bescheidene, unauffällige Osthafen Wo genau? Unterhafen Südbecken Wann? Weißt du eigentlich, was ich mit diesem Gespräch riskiere? Dein Leben, schätze ich Gab sie trocken zurück Das Blöde ist Ich hab nur ein Leben Wann, Borke? Schweigen In etwa drei Stunden Was? Platzte es aus ihr heraus Wieso sagst du es mir erst jetzt? Hey, ich wollte es dir überhaupt nicht sagen Schrill lachte er auf Ich weiß noch nicht mal, weshalb ich das tue Ich muss komplett verrückt geworden sein Borke Du hörst dich komisch an Drei Stunden hast du noch Du musst fliegen, Krähe Ein Knirschen Ein Klicken Die Verbindung war tot Maras Blick fiel auf Rosen Der sich linke schnärte Ich wollte dir sagen Begann er mit einer Entschlossenheit Die bei ihm fast lustig wirkte Dass du ab jetzt auf mich zählen kannst Dass ich dir helfen werde Rosen Antwortete sie Und musterte ihn Du bist wirklich ein komischer Vogel Jedenfalls kein Spatz Gab er trotzig zurück Freut mich zu hören Also Belinsky Wie kann ich dir helfen? Hilf dir lieber selbst Indem du dich raushältst Damit ließ Mara ihn stehen Das Handy wieder am Ohr Sie rief Hauptkommissar Meichel an Doch er nahm nicht ab Weder am Handy noch am Bürotelefon Eine Hand legte sich auf ihre Schulter Sie hielt inne Rosen war ihr hinterhergelaufen Wie kann ich dir helfen? Fragte er drängender Ich habe da so eine komische Theorie Murmelte sie Und setzte ihren Weg mit schnellen Schritten fort Hin zum Ausgang Welche Theorie? Rosen ließ sich nicht abschütteln Kariewicz und Pol Waren sadistische Schweinehunde Vergewaltiger Und weiter? Ich weiß nicht, Rosen Sie erreichten die Tür am Anfang des Flurs Ich muss los Bis später Mara verließ die Abteilung Und spürte, wie er ihr durch die Glastür nachsah Sie beeilte sich Sie durfte wirklich keine Sekunde verlieren Schon kurz darauf Platzte sie in eine Besprechung Die Meichel mit seinen Untergebenen abhielt Mit wütendem Gesicht Fuhr der Hauptkommissar aus seinem Stuhl hoch Was soll das? Herrschte er sie an Ihr Blick Brachte ihn zum Schweigen So wichtig? Fragte er Mara nickte nur Er führte sie in sein Büro Und schloss die Tür Ich weiß mehr Sagte sie sofort Wir müssen schnell handeln Ein verdammt bedrückendes Gefühl erfasste ihn Als er dieses dunkle, ungelüftete Vereinsheim Am Stadtrand von Darmstadt betrat Heavy-Metal-Gedröhne schlug ihm entgegen Wie ein peitschender Windstoß Blicke trafen ihn Mit einer Mischung aus Spott und Feindseligkeit Mit Bedacht setzte er jeden einzelnen Schritt Bis er den Tresen erreichte Die Blicke, die Musik Der Geruch von Schweiß, Zigarettenarsch Und schal im Bier Er fühlte sich völlig fehl am Platze Er war nervös In Sekundenschnelle in Schweiß gebadet Warum nimmst du das Risiko auf dich? Fragte er sich auf einmal Nur wegen Mara Belinsky? Was verband ihn mit ihr? So gut wie nichts Die Bravados, die anwesend waren Immerhin ein gutes Dutzend Gruppierten sich um ihn Wen haben wir denn da? Meinte Butsch Grabu mit einem hämischen Unterton Meine Güte Was für eine Schnapsidee Sagte sich Jan Rosen bestürzt Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen Rief er angestrengt gegen die polternde Musik an Ach, sieh mal an Ich dachte, du wolltest Mitglied werden Die Bravados lachten Los, sagte sich Rosen Zieh's durch Wirklich nur ein paar Fragen Wiederholte er Und versuchte dabei krampfhaft Ein wenig Festigkeit in seine Stimme zu legen Gerüche von Wasser Und Abfall Und Stahl Eine dunstige Stille Der Main spiegelte das schwache Sternenlicht wieder Das sich mühsam durch die Wolkendecke fraß Der ältere Teil des Osthafens Der Unterhafen Am nördlichen Flussufer gelegen In der Nähe der Honselbrücke Der Arbeitstag war längst zu Ende Auch in den Gebäuden an der nahen Hanauer Landstraße Erloschen immer mehr Lichter Zwei LKWs parkten auf dem Asphaltstreifen Der parallel zum Wasser verlief Die beiden Fahrer standen am Rand des Kais Die Hände in den Taschen Und beobachteten, wie das uralt wirkende Containerschiff Festgemacht wurde Ein einziger Strahler auf Deck Strich über die blauen und roten Iso-Container hinweg Offiziell bestand die Ladung aus Getreide Mara Belinsky und Hauptkommissar Meichel Befanden sich ein Stück abseits An den Rand eines Betonklotzes gedrückt In dem Büros untergebracht waren Gestalten wurden auf dem Deck der Svoboda sichtbar Man begann Vorkehrungen zu treffen Die Container zu entladen Sie hätten mich wirklich nicht begleiten müssen Raunte Meichel ihr zu Keine Sorge Deswegen fällt bei mir keine Runde Wuh ins Wasser Noch wichtiger ist Dass unsere Aktion kein Griff ins Wasser wird Er machte eine Durchsage über das Funkgerät Das er sich dicht an die Lippen hielt Wie aus dem Nichts stach auf einmal ein Lichtstrahl durch den Dunst, der über dem Main schwebte Gleich darauf ein zweiter Lichtstrahl Ihr spricht die Polizei Ertönte eine blecherne Megafonstimme Das Hilfsstreifenboot Hessen 411 zischte heran Gefolgt von Hessen 2 Einem schweren, explosionsgeschützten Streifenboot, das normalerweise in Wiesbaden stationiert war Meichel hatte trotz der geringen Zeit, die zur Verfügung gestanden hatte Tatsächlich alle Hebel in Bewegung gesetzt Die Gestalten auf dem Schiff erstarrten Keine davon bewegte sich Die beiden Lkw-Fahrer machten Anstalten, sich in ihre Laster zu schwingen Doch ein Dutzend Polizisten eines Sondereinsatzkommandos tauchten plötzlich zwischen den umliegenden Gebäuden auf Und stürmten heran Die Waffen im Anschlag Weitere Megafondurchsagen Und weitere Scheinwerfer Ich hoffe für Sie, dass wir auf diesem lausigen Kahn irgendetwas finden Sagte Meichel Dann lief er los, um aufs Schiff zu gelangen Und sich selbst ein Bild von der Sache zu machen Mara wollte ihm folgen Als ein kurzer Signalton erklang Sie zog ihr Handy aus der Jacke und las die SMS, die sie erhalten hatte Sie stammte von Jan Rosen Muss mit ihr reden Mara löste sich aus ihrem Versteck Und beobachtete, wie die Papiere der in Gewahrsam genommenen Männer überprüft wurden Dann wurden ihnen Handschellen angelegt Mehrere Kleinbusse der Polizei fuhren heran Mara entfernte sich ein paar Schritte und rief Rosen an, der sich sofort meldete Ich habe etwas für dich Vielleicht nicht viel, aber immerhin Ach, sagte sie erstaunt Na dann los Mach's nicht so spannend Ich habe mich heute noch einmal mit den Bravados unterhalten Sieh mal an Ihr Erstaunen wuchs Naja, du hast etwas von Vergewaltigung erwähnt Und ich dachte, ich kann ja mal in dieser Richtung nachfragen Okay Jetzt war sie endgültig verblüfft Wie hast du denn angesetzt? Langsam ging sie weiter Den Osthafen im Rücken Vor ihr eine Parallelstraße der Hanauer Landstraße Naja, ich habe mich bei Grabo und seinen Freunden einfach mal erkundigt, wie Marek Pohl so im Allgemeinen bei der Damenwelt angekommen ist Und? Zuerst haben sie nur dumme Sprüche gemacht Dann aber fiel mir eine Bemerkung von Grabo auf Sowas wie Wenn Pohl im Puff aufkreuzte, hätten sich die Hasen am liebsten unter den Betten versteckt Die Frauen reagierten also ängstlich auf Pohl Genau Pohl muss ziemlich gewalttätig gewesen sein Und das passt ja auch zu der Aussage, die Astrid Weigel gemacht hat Du überraschst mich, Spatz Maras Blick schweifte die vollkommen leere Straße hinab Dunkle Büro- und Lagergebäude um sie herum Von dem Polizeieinsatz, der nur wenige Minuten entfernt sein Ende nahm, war praktisch nichts mehr zu hören Außerdem war ich im Bahnhofsviertel, sprach Rosen weiter Du überraschst mich nicht, korrigierte Maras sich Du machst mir Angst Er ignorierte ihren Spott Ich war in einigen Stripschuppen unterwegs, habe Fragen nach Karewitsch gestellt Wie du wohl auch? Kann man wohl sagen Sie war stehen geblieben In der Ferne leuchteten kurz die Scheinwerfer eines Autos auf Aber sie achtete nicht darauf In einem dieser üblen Etablissements habe ich mit einer Stripperin gesprochen Kannte sie Karewitsch? Ja, aber sie konnte nichts Neues über ihn erzählen Brutal, rücksichtslos, ohne Skrupel Nichts, was wir nicht schon gewusst hätten Also habe ich sie nach Isabel Jubimatz gefragt Woher kennst du diesen Namen? Hey, Bilinski, ich bin nicht Klimt Ich habe mir deinen Bericht sehr genau durchgelesen Also, die Stripperin kannte nicht nur Karewitsch, sondern eben auch Isabel Moment mal Heißt sie Aileen? Nein Sie nannte sich Zoe Was hat sie über Isabel ausgeplaudert? Dass sie sie schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte Aber dann, erst vor kurzem, lief sie ihr in einem Fitnessstudio in der City über den Weg Rosen holte Luft und fuhr fort Zoe fragte sie, wie es ihr gehe und wie sie den Absprung geschafft habe Und wieder das Aufleuchten der Fahrzeugscheinwerfer Das Auto hat er gewendet Mara schenkte dem Wagen immer noch keine Beachtung Isabel muss eine irgendwie komische Bemerkung gemacht haben Ihr sei ein Engel über den Weg gelaufen Ein Engel? Wiederholte Mara dumpf und blieb stehen Ja, und dieser Engel hätte dafür gesorgt, dass sie mit der Vergangenheit abschließen und einen klaren Schnitt machen konnte Wer könnte das sein? Fragte Mara murmelnd Das Auto näherte sich genau der Stelle, an der sie stand Ein wenig von der Straße abgewandt Ich weiß es wirklich nicht Drang Rosens Stimme zu ihr Zoe hat wohl noch nachgefragt, aber Isabel hat nicht mehr dazu gesagt Sondern sich rasch aus dem Staub gemacht Ein Engel, betonte Mara noch einmal, den Blick ins Nichts gerichtet Wir werden es herauskriegen Wir? Fragte Mara ironisch Mach's gut, Krähe Hey, Spatz Ja? Danke Ohne ein weiteres Wort beendet Rosen das Gespräch Mara verstaute ihr Handy Rosens nahezu überfallartige Hilfe ließ sie schmunzeln Sie setzte sich in Bewegung, um die Straße zu überqueren Ein jähes Geräusch ließ sie herumfahren Das Aufheulen eines Motors Scheinwerferlicht blendete ihre Augen Geistesgegenwärtig hechtete sie zur Seite und landete auf dem Asphalt Sofort kam sie wieder auf die Beine Die Pistole lag in der Hand Der Wagen wendete erneut Und Mara hastete auf den Bürgersteig, ohne das Gefährt aus den Augen zu lassen Diesmal jedoch machte der Fahrer keine Anstalten, auf sie zuzurasen Sie hielt die Waffe im Anschlag Alle ihre Sinne waren zum Zerreißen gespannt Das Auto kam seitlich von ihr zum Stehen Der Motor wummerte noch leise Eine schwarze Mercedes-Limousine Die Konturen des Fahrers waren zwar zu sehen Sein Gesicht jedoch nicht zu erkennen Die hinteren Fenster waren getönt Sodass es unmöglich war, einen Blick ins Innere zu erhaschen Plötzlich wurde die hintere Scheibe heruntergelassen Mara spürte das Trommeln ihres Herzens Die Umrisse eines Kopfs wurden sichtbar Sie spürte den Blick aus fremden Augen, der sie maß Intensiv Glühend Ein eisiger Schauer rieselte an ihrem Rückgrat herab Die Limousine startete auf einmal mit kreischenden Reifen Beschleunigte gewaltig Und jagte auf der nächtlich leeren Straße davon Bis nichts mehr von ihr zu sehen war Mara atmete tief durch und ließ die Waffe sinken Sie wusste, wer im Fond des Wagens gesessen hatte Und ihr war auch klar, was der Blick zu bedeuten hatte Sie hatte sich einen Feind gemacht Einen mächtigen Feind Dessen Schatten sie von jetzt an verfolgen würde Mara stand vor Klimts Schreibtisch Er dahinter Ich weiß natürlich, dass Sie mich für einen alten Dickschädel halten Er taxierte sie Für einen Arsch So, gab Mara kühl zurück Aber sehen Sie die Angelegenheit mal aus meiner Sicht Ich habe hier einen Haufen ziemlich unterschiedlicher Typen Aus denen ich ein Team formen muss Er trat ans Fenster und öffnete es Ich muss immer die Mannschaft im Auge haben Nicht den Einzelnen Habe ich jemanden in meinen Reihen, von dem ich denke, er gefährdet das Gefüge Dann bin ich gezwungen zu handeln Sie schwieg Ich muss Ihnen sagen, ich sehe hier keine Zukunft für Sie Es passt einfach nicht Sie betrachtete ihn Sollte sie sich beschweren, dass er ihr nie den Hauch einer Chance gegeben hatte Dass er sie vom ersten Moment an hatte auflaufen lassen Dass er Nein, das hast du nicht nötig Sagte sie sich Aber auf keinen Fall will ich ihn vorenthalten Fuhr Klimt wachsam fort Als rechnete er mit einem giftigen Angriff ihrerseits Das Hauptkommissar Dörflinger sich sehr lobend über sie geäußert hat Sie haben offenbar einen entscheidenden Zeugen ermittelt und festgenommen Und ich soll Ihnen seinen persönlichen Dank übermitteln Mara zeigte ein säuerliches Grinsen Übrigens, wussten Sie, dass der Drahtzieher dieser Einbrüche Niemand anders war als Taifun Kölbischer? Inzwischen weiß ich das, ja Er steckte sich eine Zigarette an Noch einmal schickte er einen argwöhnischen Blick über den Schreibtisch zu ihr herüber Aber Kölbisches Beteiligung an den Einbrüchen hängt nicht mit seinem gewaltsamen Tod zusammen Jedenfalls sieht es für mich nicht so aus Oder haben Sie andere Informationen? Nein, ich sehe das genauso Antwortete sie betont sachlich Sehr gut Er räusperte sich Dann wären wir wieder beim Punkt Die Morde Beziehungsweise Ihre Arbeit in der Mordkommission Da Dörflinger sie ausdrücklich gelobt hat Haben er und ich mit dem Gedanken gespielt, sie in sein Team zu versetzen Was halten Sie davon? Nichts Entgegnete sie prompt Ein Klopfen an der Tür Ja? Hauptkommissar Meichel betrat den Raum Das passt ja bestens, rief er bei Maras Anblick Wie meinen Sie das? Wollte Klimt wissen Weil Ihre Beamtin großen Anteil daran hat, dass wir gestern den größten Drogendeal der letzten Zeit vereiteln konnten Klimts Stirn kräuselte sich Ist das so? Nicht nur das Dank Belinskis Informationen sind wir auf einen gewissen Novian aufmerksam geworden Einen Mann, der sich bislang wie ein Unsichtbarer durch das internationale Drogengeflecht bewegt hat Dass wir ihn nun auf dem Schirm haben, auch das haben wir ihrer Beamtin zu verdanken Loben Sie mich nicht, bemerkte Mara gelassen Sonst versucht er mich in ihr Team zu komplementieren Ich hätte nichts dagegen Meichels Blick richtete sich auf Klimt Ich werde Ihnen gern die Einzelheiten schildern Bitte, sagte Klimt und deutete auf den Stuhl Ich stehe lieber, sagte Hauptkommissar Meichel In präzisen Sätzen umriss er, dass die kompletten drei Tonnen Heroin beschlagnahmt werden konnten Es wurden mehrere Männer verhaftet, die zwei Gruppierungen des organisierten Verbrechens zuzurechnen seien Darunter zwei führende Köpfe in Marlowans Bande Außerdem war es gelungen, noch in den frühen Morgenstunden derselben Nacht Marlowan persönlich festzunehmen Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hatte man von den verhafteten Personen im Osthafen erhalten Die komplette Besatzung des Schiffes, die offenbar zu jenem ominösen Novian gehörte, wurde gerade verhört Mehr werden Sie beide erfahren, schloss Meichel Wenn ich selbst mehr weiß Jedenfalls hoffe ich, dass wir durch die Verhöre das Geheimnis um Novian ein Stück weit lüften können Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Erfolg, Kollege, sagte Klimt Und Ihnen natürlich auch, Belinsky Ich weiß, es kommt von Herzen Dann verabschiede ich mich wieder Meichel ergriff die Türklinke Wollte nur schon mal Bericht erstatten, weil das ein wirklich guter Tag gewesen ist Ein verfluchtguter Klimt machte ein kurzes Handzeichen in Maras Richtung Belinsky, bleiben Sie bitte kurz noch Meichel nickte Mara zu und verschwand nach draußen auf den Flur Eine Sache, Belinsky Klimt stellte sich erneut ans Fenster Eine weitere Zigarette klebte zwischen seinen Lippen Und zwar zu ihrer Vergewaltigungstheorie Am Anfang hielt ich sie für Schwachsinn Mara hob eine Augenbraue Und mittlerweile halte ich sie für noch größeren Schwachsinn Absoluten Schwachsinn Wissen Sie warum, Belinsky? Ich nehme an, Sie werden es mir gleich sagen Er stieß eine Qualmwolke aus Es gibt ein weiteres Mordopfer Und ich meine nicht diesen Torsic Sondern einen Mann, der einen qualvollen, grauenhaften Tod erleiden musste Und der in seinem ganzen Leben nie jemandem etwas angetan hat Und weiß Gott nicht im Verdacht steht, jemals eine Frau misshandelt zu haben Wer ist der Ermordeter? Belinsky, ich sagte Ihnen, Sie sind raus aus der Sache Also brauchen Sie das nicht zu wissen Dann viel Erfolg, Herr Hauptkommissar Gab Mara zurück Sie haben ja bestimmt schon eine ganze Reihe von Verdächtigen Klimt funkelte sie an Doch kein Wort drang über seine Lippen Sie machte auf dem Absatz kehrt Verließ das Büro Und knallte hinter sich die Tür zu Jan Rosen war irgendwo im Gebäude unterwegs Um in Klimts Auftrag in verschiedenen Abteilungen Informationen einzuholen Ihn konnte Mara also nicht fragen, was es mit dem vierten Mord auf sich hatte Doch das war auch nicht nötig Ein paar Mausklicks genügten, um mehr zu erfahren Das Gesicht eines Richters sprang ihr im Netz mehrfach geradezu entgegen Selbst der gestrige spektakuläre Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität kam nicht an gegen die Neuigkeit, die sein Tod darstellte Offenbar hatte er eine Weile leblos in seinem Haus gelegen bis ihn eine Putzfrau gefunden hatte Einzelheiten über die Todesursache waren offenbar noch nicht nach draußen gedrungen Aber in allen Berichten tauchte übereinstimmend der Begriff Folter auf Und Mara verstand auch, warum Klimts chronisch schlechte Laune heute noch ein paar Grad schlechter gewesen war Angesichts eines solchen Mordopfers würden die Medien einen Höllentanz veranstalten Die Ermordeten aus dem Milieu waren eine Sache Ein abgeschlachteter Richter war etwas anderes Klaus-Peter Lessing Mara kannte den Namen nicht Doch sie war irritiert Denn das Gesicht, das ihr vom Laptop entgegensah, war ihr durchaus vertraut Ende 60, geschieden, keine Kinder, wohnhaft in Niedernhausen Außerordentlich beeindruckende Laufbahn Tadelloser Ruf Bei vielen spektakulären Fällen hatte er den Vorsitz geleitet Mehrere Buchveröffentlichungen, die in Juristenkreisen mit höchstem Lob aufgenommen worden waren Ein Mann, der weit über die Grenzen Hessens bekannt war Eine Koryphäe Jemand, der als Förderer junger, begabter Juristen galt Und zweifellos jemand, der keinerlei Gemeinsamkeiten mit Karewitsch, Pol und Kölbische aufwies Bis auf die Folterungen Mara stützte ihr Kinn ratlos auf die Hand Und auf einmal wusste sie, warum sie das Gesicht des Ermordeten kannte Er war der ältere Herr gewesen, der ein paar Worte mit ihrem Vater gewechselt hatte Bei Maras letzter, wieder einmal mehr als frostigen Begegnung mit dem Mann, von dem sie nur als ihrem Erzeuger sprach Jan Rosen tauchte wieder auf Taubengraue Hose mit Bügelfalte Bodofarbener V-Pullover In den Händen jede Menge Notizen Sie gab ihm zu verstehen, dass sie ihn unter vier Augen sprechen wollte Aber er kam gar nicht zum Antworten Schleier rief ihn zu einer Besprechung, an der das ganze Team teilnehmen musste Außer Mara Selbstverständlich Wieder und wieder klickte sie sich durchs Internet Allerdings gab es nichts mehr über Lessing herauszufiltern Wie auf Kohlen saß sie da Als hätte man ihr den Lebensnerv abgezwickt Und sie verfluchte Klimt ein ums andere Mal Schließlich sprang sie auf, verließ das Präsidium und fuhr nach Hause Es dauerte eine wahre Ewigkeit, bis sie einen Parkplatz fand Verloren in düsteren Gedanken stapfte sie durch das Gewusel die Berger Straße entlang Als sie hinter sich die Haustür des Altbaus schloss, atmete sie erst einmal durch Die knarrenden Treppenstufen Der Geruch von Staub und Vergangenheit Das schwache Licht im Treppenhaus Sie hatte sich eigentlich ganz gut eingelebt in ihrem kleinen Rückzugswinkel Was würde die Zukunft bringen? Wie lange würde sie noch hier wohnen? Sollte sie zurück nach Düsseldorf? Der zweite Stock Ihre Wohnungstür Sie wollte gerade den Schlüssel ins Schloss schieben Als sie mitten in der Bewegung innehielt Abrupt wirbelte sie herum Ihre Hand fuhr zum Hüftholster Es war genau wie an jenem Abend Der scheinbar ein halbes Leben zurücklag Da stand er Die Wollmütze auf dem Kopf Er starrte sie an mit seinen mysteriösen Augen Die fast so dunkel waren wie ihre Über dem kleinen Bärtchen bogen sich die Lippen zu einem schmalen Lächeln Du warst das mit Tossitsch, richtig? Fragte Mara völlig unvermittelt Sein Schmunzeln wurde zu einem breiten Lachen Mara Du musst immer gleich losstürmen, was? Du hast gesagt, wir reden ein anderes Mal über Tossitsch Jetzt ist ein anderes Mal Machen wir's kurz Ja, das war ich Carlos Borke nickte Nun wieder vollkommen ernst Zu zweit haben sie mir aufgelauert Malo waren's Männer Einen habe ich erwischt Ein totaler Zufallstreffer Dem zweiten habe ich entkommen können Du hast nichts abgekriegt? Doch Mit dem rechten Zeigefinger Tippte Borke leicht auf seinen linken Oberarm Der Arzt meines Vertrauens, du weißt schon Hat sich darum gekümmert Ein Kratzer, mehr nicht Naja In letzter Zeit hast du genug einstecken müssen, was? Borke zog eine Krimasse Mir reicht's jedenfalls Ich danke dir, Borke Für deine Informationen Keinen Schimmer, welcher Teufel mich da geritten hat Ich habe es wohl einfach nur für dich getan Ich weiß Sie schloss die Tür auf Knipste das Licht im Wohnungsflur an Und trat zur Seite Rein mit dir Er verharrte auf dem Fleck Weißt du noch, als ich dich darum bat, hereingelassen zu werden? Als wir uns das erste Mal trafen? Klar Da durfte ich deine Wohnung nicht betreten Das Licht im Treppenhaus erlosch Helligkeit drang nur noch aus Maras Wohnung Und schmiegte sich um sie beide Heute darfst du reinkommen Tja Das nennt man wohl Schicksal Denn heute muss ich ablehnen Wieso hast du dann auf mich gewartet? Wieder sein Lächeln Sein rätselhafter Blick Was ist los, Borke? Das, was ich dir sagte, als wir in deinem Bett lagen Er straffte sich Ich muss weg, Mara Je schneller, desto besser Wohin? Ich habe ja selbst keine Ahnung Er zuckte mit den Achseln Ich warte noch auf meine Fotografien Du erinnerst dich doch an sie Ich bringe es nicht fertig, sie zurückzulassen Was heißt, du wartest darauf? Ich habe mich nach dem letzten Zwischenfall nicht mehr getraut, auch nur einen Fuß in meine Wohnung zu setzen Tja Ich bin bei einem Bekannten untergekommen, der mir aufs Erste seinen Kleinbus leihen wird Morgen wird er bei mir zu Hause sein und das wenige zusammenpacken, das ich mitnehmen will Vor allem die Porträtaufnahmen Ich habe nicht verlangt, dass er mir hilft, glaub's mir Ich habe ihm klargemacht, dass es auch für ihn gefährlich werden könnte Aber er schuldet mir noch einen Gefallen und hat darauf bestanden Malovans Bande ist zerschlagen Malovans selbst sitzt in U-Haft Vor ihm brauchst du dich nicht zu fürchten Es gibt noch Novian, sagte Borke ganz leise Als wäre es ihm nicht geheuer, den Namen zu nennen Weiß er, dass du es warst, der die Informationen an mich weitergegeben hat? Er beschrieb eine hilflose Geste mit der Hand Mara Ich weiß es, du weißt es Ich muss weg Ich habe bereits zu lange gezögert Ich hätte sofort die Biege machen müssen, nachdem ich mit ihr telefoniert und über den Osthafen geplaudert habe Sie nickte Überrascht und zugleich berührt von dem Gefühl der Traurigkeit, das sie ergriff Deshalb bist du also hier, um dich zu verabschieden Borke trat zu ihr und sah sie mit dieser Intensität an, die wie eine Berührung war Als wollte er sich jedes Detail ihres Gesichts für immer einprägen Sie umarmten und küssten sich Dann löste er sich von ihr Wann sehe ich dich wieder, Borke? Wenn genügend Gras über die Sache gewachsen ist Er grinste sein Grinsen Und ich will, dass du mir dann das Krähen-Tattoo zeigst Mara wusste sofort, was er meinte Ich wollte das nur machen lassen, wenn ich mich hier durchsetze Und danach sieht es nicht aus Flieg so hoch du kannst, Krähe Sagte er leise Drehte sich um Und ging die Treppe nach unten Sie legte den nächsten Gang ein Und beschleunigte rasant ihren Alpha Es war der folgende Tag Spätnachmittags Mitten in der Innenstadt Willst du unbedingt die Verkehrspolizei gegen uns aufbringen? Er tönte eine hörbar beeindruckte Stimme vom Beifahrer Fahrersitz Nein, erwiderte Mara Klimt reicht mir eigentlich Finde ich auch Stimmte Jan Rosen zu Warum habe ich dir das nicht ausreden können? Sie schüttelte den Kopf Mich zu begleiten, meine ich Du wirst dir Schirereien einhandeln Du könntest mir wenigstens sagen, wohin du fährst Sie bog schwungvoll ab und folgte einer Straße Die weg von der City führte Hin zur Autobahn Erzähl lieber mal von dem Richter Forderte sie Rosen auf Ein Mann mit beachtlicher Karriere und ehrfurchteinflößendem Ruf Einer der angesehensten Nicht seine Biografie, Rosen Wie ist er gestorben? Auf grauenhafte Weise Ist es möglich, dass jemand Rache nehmen wollte, den er mal verurteilt hat? Das haben wir abgeklopft Aber nichts deutet bislang darauf hin Also Zurück zum Punkt Wie grauenhaft? Rosen beschrieb die Fesselungen mit dem biegsamen Stacheldraht Druckstellen und Blutergüsse im Gesicht Fuhr er fort Lassen den Schluss zu, dass der Mörder anschließend Lessings Kopf mit den Knien zusammengepresst hat Dann wurde dem armen Mann die Nase zugehalten, um ihm etwas einzuflößen Er muss sich gewehrt haben Sein Nasenbein wurde dabei gebrochen Was wurde ihm verabreicht? Ein Gift? Ein ziemlich fieser Cocktail aus verschiedenen hochgiftigen Reinigungsmitteln Abflussreiniger und solche Sachen Scheiße Kam es leise über Maras Lippen Trotz seiner Fesseln versuchte er es dem Mörder so schwer wie möglich zu machen Deshalb die Verletzungen im Gesicht und am Kopf Also gehen wir von einem Täter aus? Sieht so aus, ja Letzten Endes hatte Lessing keine Chance Irgendwann war wohl mindestens ein Fünftel Liter von dem Zeug in seinem Magen Das müssen unvorstellbare Schmerzen sein Warf Mara mit einem Schaudern ein Sein Mund wurde zugeklebt Damit seine Schreie nicht ganz Niedernhausen aufwecken konnten Mit zwei Lagen von einem starken Klebeband Hm Mara wechselte auf den linken Fahrstreifen der Autobahn und beschleunigte erneut Durch das Gift in seinem Inneren muss Lessings Körper ständig in krampfartige Zuckungen verfallen sein Was dazu führte, dass die unterschiedlichen Stacheldrahtstränge noch tiefer in Haut und Fleisch schnitten Er wurde innerlich zerfressen und äußerlich aufgespießt Wie lange haben seine Qualen gedauert? Fragte Mara Die Kollegen gehen von mehreren Stunden aus Scheiße, scheiße Murmelte Mara kopfschüttelnd Ich trau's mich ja kaum zu sagen, aber Damit ist dein Gedanke mit den Vergewaltigungen passé Lessing war ein unbescholtener Bürger Glaubt mir Unterbrach sie ihn genervt Klimt hat's mir bereits aufs Brot geschmiert Nach einer kurzen Stille fügte Mara hinzu Besonders ein Detail ist mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen Taifun-Kölbisches Ohrläppchen wurde von seinem Mörder abgeschnitten Und das Mädchen, das er vergewaltigt hat, hat durch ihn eine sehr ähnliche Verletzung erlitten Und da sind ja auch die anderen Aussagen Naja, was soll's Sie hatten die Autobahn längst verlassen und passierten das Kronberger Ortsschild Das ist nicht dein Ernst, oder? Fragte Rosen mit alarmierter Stimme Was? Kronberg Er lachte entgeistert auf Pilinski, das ist verrückt Lass es sein Was denn? Du willst doch nicht allen Ernstes bei Richter Klaus-Peter Lessings Ex-Frau klingeln Und ob ich das will Sie ist heute Morgen von Klimt befragt worden Es ist nur eine Frage von Stunden, bis das herauskommt Ich bitte dich Mara hielt an Wir sind da Das heißt, ich bin da Und du wartest im Auto auf mich Soll das ein Scherz sein? Sicher nicht Deine Karriere ist ja noch halbwegs zu retten Mit meiner Karriere, wie du sie nennst, ist es nicht weit her Ich komme mit Schließlich standen sie beide nebeneinander Im hässlichsten Wohnzimmer, das Mara jemals betreten hatte Der ganze Raum platzte regelrecht aus den Nähten vor Beistelltischchen, Bergeren und verschnöckelten Sofas Diverse Louis-Stile trafen hier offenbar aufeinander Mara runzelte die Stirn, als ihr Blick über all diese mit schnäbelnden Vögeln und Blumenranken verzierten Möbel glitt Die elegant gekleidete, mit Goldschmuck behängte Dame, die Anfang sechzig zu sein schien, deutete auf ein Sofa und bat ihre Gäste Platz zu nehmen Vielen Dank, erwiderte Jan Rosen höflich Frau Adelheid Lessing brachte noch einmal ihre Verwirrung zum Ausdruck Ich habe doch heute Vormittag bereits Herrn Hauptkommissar Klimt Auskunft gegeben Das wissen wir natürlich, sagte Mara Umso dankbarer sind wir ihnen, ergänzte Rosen, dass sie uns empfangen Nun, sei's drum, gab die Dame zurück Was möchten sie denn wissen? Sie waren eine sehr lange Zeit mit Richter Lessing verheiratet, nicht wahr? Über zwanzig Jahre Hatten sie eine schöne Ehe? Durchaus Wir hatten eine erfüllte Zeit Die Scheidung liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück Mara hörte sich geradezu unbedarft, fast plaudernd an Falls ich richtig informiert bin Ähm, das sind sie, Frau... Wie sagten sie? Belinsky Mara lächelte Was war der Grund für die Scheidung? Rosen schien krampfhaft zu überlegen, wie er eingreifen konnte Verhielt sich aber noch still Frau Lessing wirkte verärgert Darf ich den Grund für diese, nun ja, eher privaten Fragen wissen? Selbstverständlich dürfen sie fragen Es ist ganz einfach Je vollständiger das Bild ist, das wir uns vom Opfer machen können Desto eher können wir möglicherweise auf den Täter schließen Möglicherweise, wiederholte Frau Lessing-Spitz Hauptkommissar Klimt hat es jedenfalls nicht für nötig befunden, derartige Fragen zu stellen Deswegen sind wir jetzt da Erwiderte Mara mit unverändertem Lächeln Also, der Grund, warum es zur Trennung kam Können Sie uns darüber etwas erzählen? Wir haben uns auseinandergelebt Punkt Sonst noch Fragen? Der Richter galt, so habe ich nachgelesen, stets als freundlicher Herr Ein echter Gentleman Kultiviert, zuvorkommend Ein Mann mit vortrefflichen Manieren Gab es hier und da zum Beispiel unter dem Einfluss von Alkohol Abweichungen vom tadellosen Verhalten Ihres Ex-Gatten? Abweichungen? Stieß Frau Lessing ungläubig hervor Er hatte sich immer unter Kontrolle, er fuhr nie aus der Haut und wurde nie, in welcher Form auch immer, aggressiv, gewalttätig Verlassen Sie mein Haus Rosen federte hoch Er war knallrot im Gesicht Aber natürlich, Frau Lessing, vielen Dank, dass Sie Nichts zu danken Unterbrach ihn die Dame des Hauses bissig Auf Wiedersehen Sie erhob sich und ließ ihre Besucher allein zurück Gleich darauf erschien die Hausangestellte, um sie zurück zur Haustür zu bringen Du musst von allen guten Geistern verlassen sein Stieß Rosen fassungslos aus, als sie zum Auto ging Aggressiv? Gewalttätig? Um Himmels Willen! Was sollte das denn? Es war ein Versuch Sagte Mara unbeeindruckt Ein Versuch? Ich glaub, ich dreh durch Rief er Und schüttelte wild den Kopf Seine hohe Stirn war schweißbedeckt Mara entriegelte den Wagen und setzte sich hinters Steuer Während Rosen sich im Polster des Beifahrersitzes vergrub Nun krieg dich wieder ein Sagte Mara gelassen Wie kannst du denn selbst jetzt noch an diese vergewaltigen Mitten im Wort verstummte er Und beließ es dabei, einfach nur vor sich hinzustarren Du bist verrückt Ich bin nicht verrückt Ich bin konsequent Mara fuhr an und beschleunigte Eine Theorie lässt man erst dann fallen Wenn man sie zu 100% ausschließen kann Und genau aus diesem Grund fuhr sie am Abend ins Westend Das für fremde verwirrende Gewirr aus schmalen Einbahnstraßen Bereitete ihr keine Probleme Sie kannte dieses Viertel bestens Schließlich war sie hier aufgewachsen Ein Stück entfernt von der Villa parkte sie den Alpha Anschließend stand sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite Eine Weile regungslos da Eine höchst exklusive Wohngegend Imposante Villen Großzügig angelegte, sehr gepflegte Gärten Teure Schlitten Sie betrachtete die Villa Und wurde von einer Villa aus Gefühlen erfasst Wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn ihre Mutter damals nicht? Brüsk schob sie die Frage beiseite Zwei Fenster waren erleuchtet Er war also zu Hause Ein schmaler Streifenasphalt zwischen zwei Reihen aus Garagen Die eingekreist wurden von Wohnblöcken am Rande des Gallus Eines Stadtteils, der im Osten ans Bahnhofsviertel grenzt Alle Garagen waren geschlossen Nur eines der Tore stand offen Im Inneren befanden sich zwei Regale Die Überquollen vor Ölkanistern Leeren Epplerflaschen Werkzeug und Lumpen Im Moment befand sich kein Fahrzeug in der Garage Dafür saß ein Mann auf einem kleinen Klapphocker Eine Zigarette zwischen den Lippen Dunkelheit ballte sich vor der Garage Mehr als zwei Stunden hockte er nun bereits untätig In diesem trostlosen Betonwürfel herum Borke zog Fahrig seine Mütze zurecht Zertrat die Kippe auf dem Steinboden Und blickte kurz auf seine Armbanduhr Jacek müsste doch schon wieder da sein Er war ein alter Bekannter Ein kleiner Drogendealer Und vor allem war er jemand, auf den Verlass war Er würde einige Habseligkeiten Darunter die Porträtaufnahmen aus Borkes Wohnung holen Und anschließend würde Borke sich in den Kleinbus setzen Und davonbrausen Wohin auch immer Das Brausen eines altersschwachen Motors erklang Borke federte vom Hocker hoch Der VW kam zum Stehen Jacek litt vom Fahrersitz Ein schlanker, unauffälliger Kerl in Kargehosen Und Armeejacke Alles eingepackt Er warf Borke die Schlüssel zu, der sie auffing Danke, mein Freund Borke nickte ihm zu Ich mach's wieder gut Nein, wir sind quitt Weißt du doch Eine abwehrende Geste mit der Hand Ich muss los, Borke Ab nach Hause Viel Glück Ein schneller Händedruck Und Jacek marschierte los in Richtung der Wohnblöcke Ich bringe dir den Wagen wieder Rief Borke ihm hinterher Versprochen Kein Problem Lass dir Zeit damit Ich habe ja noch meinen Opel Jacek hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht Sich bei der Antwort auch nur kurz herumzudrehen Die Dunkelheit verschluckte ihn innerhalb von Sekunden Etwas verwirrt von dem schnellen Abgang Zog Borke das Garagentor zu Und stellte den Griff quer, um das Schloss zu verriegeln Er wollte gerade in den Wagen einsteigen Als die seitliche Schiebetür des Laderaums aufsprang Und zwei Männer ins Freie glitten Zwei Pistolen mit Schalldämpfern waren auf ihn gerichtet Novians Männer Die beiden, denen er erstmals in Henrys Pinte begegnet war Der Riese und der andere, der immer das Reden übernommen hatte Alles in Borke erstarrte Sein Herzschlag setzte aus Keine Angst, sagte der Riese grinsend Heute habe ich keine Gartenschere dabei Borke brachte kein Wort über die Lippen Der Riese ging um die Front des Autos herum Und kletterte auf den Beifahrersitz Die Waffe gleich wieder auf Borke gerichtet Sein Begleiter wies mit der Mündung auf den Fahrersitz Mach schon, befahl er Du wolltest doch gerade losfahren Borke schob sich hinters Steuer und machte die Tür zu Der Mann stieg wieder hinten in den Laderaum ein Aus den Augenwinkeln nahm er das unveränderte Grinsen des Riesen wahr Er startete den Motor Wohin soll's gehen? Fragte er mit tonloser Stimme Scheiße Zu viel Zeit vergeudet Zu viele Informationen weitergegeben Zu viel an eine Frau gedacht Fehler, die schon von etlichen Männern gemacht worden waren Fehler, von denen Carlos Borke angenommen hatte Ihm würden sie niemals unterlaufen Erstmal raus aus der Stadt Kam die Anweisung Der Schweiß lief ihm in Strömen übers Gesicht Er legte den ersten Gang ein Der VW ruckelte los Zu viele Fehler Fehler, für die er würde bezahlen müssen Und zwar jetzt Mara holte tief Luft und klingelte Es dauerte etwas, bis geöffnet wurde Ihr Blick litt über die eleganten Schuhe von Santoni Die Anzughose und das weiße Hemd mit locker gebundener Seidenkrawatte Bis nach oben zu den Augen Die gerötet waren Vielleicht vom langen Arbeiten Vielleicht auch vom Genuss eines edlen Tropfens Oder von beidem Niemals zuvor hatte sie ihn verblüffter gesehen als in diesem Moment Du? entfuhr es ihm Ja, ich Was willst du? Fragen stellen Edgar Belinsky erholte sich von der Überraschung Dann trat er zur Seite Bitte Geh schon mal ins Wohnzimmer Ich bin gleich bei dir Mara schritt wortlos an ihm vorbei Ich hoffe, du kennst noch den Weg Gleich darauf saß sie in einer Sofaecke Geschmackvolle, kostspielige Einrichtung Es war alles da, was man zum Leben benötigte Vom riesigen LCD-Flachbildschirmfernseher Bis hin zu einem silbernen Designerstück Das man zum Knacken von Walnüssen benutzen konnte Dennoch wirkte der Raum unbewohnt Seelenlos Genau wie Mara es in Erinnerung hatte Hinter einer halb geöffneten Tür Konnte sie den Rücken ihres Vaters sehen Der Papiere von seinem Schreibtisch nahm Um sie in einer Aktentasche zu verstauen Er schaltete den Laptop aus Und kam aus dem Arbeitszimmer zu ihr In diesem Büro hatte er früher etliche Stunden verbracht Hatte sich regelrecht dort eingegraben So als wäre er gar nicht zu Hause Ihr Vater blieb stehen Möchtest du etwas trinken? Einen Cognac? Warum nicht? Mit zwei gefüllten Schwenkern kam er zurück aus der Küche Er stellte die Gläser auf dem niedrigen Glastisch ab Und setzte sich in einen Sessel Mara genau gegenüber Wie ich höre, hast du Erfolg gehabt Sagte er Nur leider auf den falschen Spielfeldern Die Drogengeschichte im Osthafen hat jede Menge Staub aufgewirbelt Mein Glückwunsch Der Mord an Klaus-Peter Lessing hat noch wesentlich mehr Staub aufgewirbelt Er nickte schweigend Du kanntest ihn, nicht wahr? Ich kannte ihn seit vielen Jahren Bestätigte ihr Vater Ich habe über ihn recherchiert Ich habe mit seiner Ex-Frau gesprochen Edgar Belinsky schmunzelte Und? Keine Zeile Kein Wort, das negativ gewesen wäre Beeindruckende Karriere Erfolgreiche Fachbuchveröffentlichungen Er hat sich sogar um den Juristen-Nachwuchs verdient gemacht Staatsanwältin Taubner könnte dem mehr darüber erzählen Ach Sie hatte in ihren jungen Jahren mit ihm zu tun Und er hat sie wohl gefördert Vor kurzem hat sie sich bei ihm gemeldet Und sie waren gemeinsam zum Abendessen aus Das hat er erwähnt Du kennst sie ebenfalls? Leider nur sehr flüchtig Bemerkte er mit diesem selbstverliebten Herzensbrecherblick Den Mara noch nie hatte leiden können Sie wohnt ganz in der Nähe von hier Fügte er an Nur zwei Straßen weiter, soviel ich weiß Stimmt wohl, was man immer sagt Frankfurt ist ein Dorf Er winkte lässig ab Die Stadt präsentiert sich gern als Metropole Aber du weißt, wie es hier ist Die Leute, die in der gleichen Branche tätig sind Kennen sich nun mal Alles in allem Kam Mara zurück zum Thema Hat Lessing also tatsächlich ein Vorzeigelieben geführt Ohne jeglichen Makel So etwas soll es geben, Mara Er trank einen Schluck Würdest du ihn als Freund von dir bezeichnen? Eher als einen Bekannten, denke ich Ein freundlicher Mann? Ja Ein distinguierter, vornehmer, älterer Herr, richtig? Ja Hast du Lessing jemals aggressiv erlebt? Aggressiv? Sein Blick veränderte sich Mara, wie kommst du denn darauf? Was macht dich nervös an der Frage? Ich bin keineswegs nervös Und ich kann dir versichern Klaus-Peter Lessing war nicht aggressiv In keiner Form? Niemals Sie setzte hinzu Zum Beispiel gegenüber Frauen Edgar Bilinski lächelte auf diese gönnerhaft überhebliche Art Die er sich eigentlich hätte patentieren lassen können Darf zur Abwechslung ich eine Frage stellen? Bitte? Ist das eine offizielle polizeiliche Befragung? Oder ein Verwandtschaftsbesuch? Mara lächelte Eine Plauderei bei einem erlesenen, hochprozentigen Getränk Er schlug ein Bein übers andere und präsentierte seinen Schuh Auf dem kein einziges Staubkorn zu sehen war Mara Soweit ich im Bilde bin, ermittelst du doch gar nicht mehr, oder? Jedenfalls, was diese Mordfall-Serie betrifft Du bist, wie soll ich es nennen Kaltgestellt worden Will Klimt dich loswerden? Klimt ist ein Arsch Sagte Mara Er lachte auf Schön, dass du dich kein bisschen verändert hast Schön, findest du das ganz sicher nicht Sie straffte ihren Oberkörper Aber ich fürchte, du hast sogar noch in einem anderen Punkt recht Auch wenn es mir ziemlich stinkt, das zugeben zu müssen So? Er verlagerte sein Gewicht im Sessel Jetzt machst du mich wirklich neugierig Deine fiese Bemerkung, dass es immer ein und derselbe Fall ist, dem ich hinterherjage Seit Jahren Immer ein und derselbe unaufgeklärte Mord Ja, du hast recht Die Bemerkung hat mir leidgetan Ehrlich, es ist mir einfach so herausgerutscht Ich wollte nicht fies sein, wie du es ausdrückst Aber jedes Mal, wenn wir uns Auge in Auge gegenüberstehen Naja, du weißt selbst, wie es dann ist Wie bei einem Boxkampf Edgar Belinsky zeigte ein verhaltenes Lächeln Ja Wie es aussieht, besteht die Gefahr, dass wir uns begegnen, bald nicht mehr Er sagte nichts Betrachtete sie nur Denn mit Klimt hast du ja auch recht behalten Er will mich loswerden Und deine Erfolge mit dem Drogengeschäft und den Festnahmen? Ich habe das blöde Gefühl, dass mir das nichts nützen wird Sie leerte ihr Glas Ich nehme an, das freut dich Keineswegs Ich wünsche dir Erfolg Was du nicht sagst Ich bin durchaus in der Lage, betonte er, einige meiner Äußerungen oder Taten zu bedauern Was du nicht sagst Wiederholte sie in exakt gleichem Tonfall Doch, Mara Aber du willst jetzt bestimmt nicht ins Detail gehen Sagte sie sarkastisch Noch ein Cognac? Wich er lächelnd aus Ich trete lieber den Heimweg an So können wir ausnahmsweise einmal auseinander gehen, ohne uns angegiftet zu haben Weshalb hast du mich vorhin gefragt, ob ich Klaus-Peter Lessing aggressiv erlebt hätte? Mara stand auf Danke für den Cognac Es war mir ein Vergnügen Ohne einen Abschiedsgruß ließ sie ihn zurück in seiner großen, leblosen Villa Am nächsten Vormittag rief Mara bei der Staatsanwältin an Guten Morgen, hier ist Angelika Taubner Er tönte die angenehme Stimme Mara Belinsky, hätten Sie etwas Zeit für mich? Ich wollte gern mit Ihnen sprechen Um was geht es? Ich habe gleich einen Termin Unter vier Augen wäre es mir lieber ehrlich gesagt Wohlbedacht verschwieg Mara, dass sie ein paar Fragen zu Klaus-Peter Lessing loswerden wollte Was haben Sie auf dem Herzen, Frau Belinsky? Naja, wir hatten schon einmal ein gutes Gespräch Und da dachte ich, zurzeit stapelt sich die Arbeit vor mir, um ehrlich zu sein Könnten Sie sich Anfang kommender Woche noch einmal melden? Das würde mir besser passen Einverstanden? Kündigte Mara an Doch sie hatte etwas anderes vor Die zeigte ja wirklich die kalte Schulter Dachte Mara, als das Gespräch beendet war Und am Anfang hatte sich die Taubner ihr gegenüber so hilfsbereit gegeben Eben alles nur Schau Etwa zehn Minuten später erhielt sie einen Anruf von Klimt Mara atmete durch Dann ging sie in Klimts Büro Wie gewöhnlich stellte sie sich direkt vor seinen Schreibtisch Klimt klebte im Drehstuhl Er wirkte noch erschöpfter als zuletzt Offenbar hatte er kaum geschlafen Was gibt es? Fragte sie Direkt wie immer Ich habe zwei Nachrichten für Sie Eine schlechte und noch eine schlechte Was auch sonst? Er hustete Hören Sie, Belinsky Ich weiß nicht, was das soll Aber die Taubner hat mich angerufen So schnell? Dachte Mara erstaunt Sie war verwundert über ihren Anruf Das hieß? Schoss es Mara durch den Kopf Dass er zumindest noch nichts darüber wusste Dass sie Lessings frühere Ehefrau befragt hatte Das mit Frau Taubner war einfach nur eine Unterhaltung Keine Ermittlung Oder etwas in der Art Oder etwas in der Art Wiederholte er sarkastisch Belinsky Mir wird hier gerade die Hölle heiß gemacht Und ich kann nicht auch noch bei Ihnen Kindermädchen spielen Keine Bange Das müssen Sie nicht Er schnäuzte sich in sein Taschentuch Kommen Sie denn voran, Chef? Belinsky Sie wissen verdammt gut, dass ich keinen Zentimeter vorankomme Es ist mir ein verdammtes Rätsel, wer diese vier Männer abgeschlachtet hat Und ich könnte kotzen Mara ließ zwei Sekunden verstreichen Dann wollte sie wissen Was ist die zweite schlechte Nachricht? In seinem Gesicht veränderte sich etwas Der zornige Ausdruck verschwand Carlos Brocke Klimt schnaufte Was ist mit ihm? Wenn ich fragen darf Er zögerte Was nicht gerade typisch für ihn war Wie nah sind Sie ihm gekommen? Warum wollen Sie das wissen? In Maras Kopf machte es Klick Ist ihm etwas Zugestoßen? Klimt erwiderte lange ihren Blick Dann stand er auf Und öffnete das Fenster Man hat Carlos Brocke in einem Waldstück Außerhalb der Stadt gefunden Tot Das Wort kroch über ihre Lippen Schuss aus kürzester Distanz Sprach Klimt weiter Ohne sie anzusehen In seiner Schläfe befand sich Ein großes sternförmiges Loch Mara versuchte ihre Gefühle auszuschalten Sich auf die Fakten zu konzentrieren Das heißt Er ist regelrecht hingerichtet worden Die heißen Gase Die beim Abfeuern einer Waffe entstanden Sorgten für solche Verletzungen Wenn die Mündung direkt auf die Haut Des Opfers gepresst wurde Ja Eine Hinrichtung Es war Brocke Sagte Mara tonlos Der Soran Tosic erschossen hat In Notwehr Er hat es mir erzählt Tosic und ein zweiter Mann aus Malovans Reihen Hatten ihm aufgelauert Dann haben sich Malovans Leute wohl an Brocke gerecht Dafür, dass er Informationen weitergegeben hat Und für die Tat an Tosic Die Aktion im Osthafen war ein schwerer Schlag Für Malovans Bande Die meisten sitzen in U-Haft Er selbst ja auch Ich glaube, dass Novian den Mord an Carlos Borke In Auftrag gegeben hat Und ich glaube, dass wir noch öfter Von diesem Novian hören werden Mara nickte schweigend Wenn Sie sich heute freinehmen wollen Bot Klimt an Dann können Sie gern Nein Unterbrach sie ihn schnell Das will ich nicht Auf keinen Fall Wie Sie wünschen Antwortete Klimt so verbindlich und milde Wie sie ihn noch nie zuvor gehört hatte Ohne ein weiteres Wort Verließ sie sein Büro Alles wird gut Hörte sie irgendwo in ihrem Kopf Die Stimme des zehnjährigen Mädchens Das sie einmal gewesen war Alles wird gut Vom ersten Moment an Als sie aus Klimts Büro gegangen war Hatte sie sich untersagt An Borke zu denken Sie tat Sie tat, als hätte sie nichts Über seinen Tod erfahren Als besäße sie keine Erinnerung an ihn Als hätte er nicht existiert In ihr war alles Kalt und starr Und leblos Genau wie damals Als ihre Mutter Plötzlich nicht mehr da war Klimt hatte sich Kette rauchend In seinem Büro verschanzt Jan Rosen war dabei Sich mit Schleier und Patzke In einen Besprechungsraum Zurückzuziehen Um mögliche Ansatzpunkte Durchzugehen Mara saß am Schreibtisch Wieder einmal hatte sie das Gefühl Eine unsichtbare Wand Würde sie vom Rest der Truppe trennen Weil ihr nichts Sinnvolleres einfiel Überflog sie die vielen Blätter Mit Notizen Und die Seiten ihres Notizbuchs Sie stieß auf den Namen Hendrike Pfeil Und es dauerte einen Moment Bis sie darauf kam Um wen es sich da behandelte Die Anwältin von Celina Madia Mara hatte die Frau nie befragt Weil sie sich davon Keinen Nutzen versprochen hatte Sollte sie es nachholen? Im nächsten Moment Stieß sie auf eines Ihrer zuletzt hingekritzelten Gleichsam eingekreisten Stichwörter Engel Wer ist dein barmherziger Engel, Isabel? Fragte Mara flüsternd Ein Engel, der dafür sorgte Dass Isabel mit der Vergangenheit abschließen Und einen klaren Schnitt machen konnte Mara sprang vom Stuhl auf Und kramte den Autoschlüssel hervor Während der Fahrt durch die Stadt Hatte sie das zermürbende Gefühl Dass alles umsonst war, was sie tat Nutzlos Erfolglos Sie wollte nicht schon wieder weg aus Frankfurt Sie hatte sich hier durchbeißen wollen Der Sachsenhäuser Berg Die ruhigen Wohnstraßen Über die sich die Dämmerung senkte Parallel zu der Straße In der Isabelio Bimatz untergekommen war Stellte Mara den Alpha ab Vereinzelte Regentropfen fielen Auf ihr Haar und ihre Schultern Als sie sich auf das Haus zubewegte Das Wohnzimmerfenster Im Erdgeschoss war erleuchtet Aber niemand war zu sehen Sie legte die paar Schritte Zur Tür zurück Und klingelte Stille Erneutes Klingeln Wiederum wurde nicht geöffnet Mara kehrte zurück ans Fenster Im Wohnzimmer war alles unverändert Sie umrundete das Haus Sah in jedes der unteren Fenster hinein Das letzte davon gehörte zum Badezimmer Es war gekippt Mara legte die Hand an die Scheibe Und beschattete sich die Augen Dort Sie sah etwas Es war nicht richtig zu erkennen Aber Sie hielt den Atem an Fasste sich jedoch sofort wieder Ohne Zögern schob sie die Hand ins Innere Hantierte an dem Griff herum Bis sich das Fenster komplett öffnen ließ Dann glitt sie geschmeidig über Fensterbank und Sims hinweg Ins Haus hinein Vorsichtig näherte sie sich der offenstehenden Badezimmertür Die zu einem Flur führte Dort angekommen Verharrte sie auf dem Parkettboden Ihr Blick senkte sich auf das Was ihr von draußen aufgefallen war Die nackte Sohle eines menschlichen Fußes Mara zog die Waffe Lauschte in die Stille, die das Haus ausfüllte Lediglich aus dem Wohnzimmer Drang ein dünner, schwacher Flecken Helligkeit Jedoch nicht bis zu ihr Und damit auch nicht zu Isabel Jubimats Deren Leiche vor ihr lag Mara horchte erneut in die Stille Dann machte sie eine Runde durchs Gebäude Spähte in jeden Raum Ohne auf etwas Auffälliges zu stoßen Schließlich kehrte sie zurück zu der Toten Die einen hellen Bademantel anhatte Sie steckte die Waffe weg Knipste den Schalter der Deckenlampe an Eine Schleifspur zeichnete sich vom Wohnzimmer Bis zu der Stelle ab Wo Mara auf Isabel gestoßen war Demnach war die junge Frau Im Wohnzimmer umgebracht worden Anschließend hatte man sie an den Beinen Bis hierhin gezogen Weshalb war sie ausgerechnet hier liegen gelassen worden? Mara ging auf die Knie und betrachtete das leblose Gesicht Das Blut stammte von einer kleinen Wunde am Hinterkopf Ganz sicher eine Schussverletzung Sie lockerte ein wenig den Gürtel des flauschigen Bademantels Slip und Träger-Top Mehr trug Isabel nicht darunter Wahrscheinlich hatte sie es sich vor dem Fernsehgerät gemütlich gemacht Als sie unerwartet Besuch erhalten hatte Es gab keinerlei Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen des Mörders Oder der Mörder Isabel hatte den Fernseher angelassen Allerdings den Ton ausgeschaltet Sicherlich, damit die Unterhaltung nicht gestört würde Das Ziehen der Pistole Der Schuss Womöglich mit Schalldämpfer Das war's Ein schneller Tod Wie bei Carlos Borke Mara richtete sich wieder auf und überlegte Ein Knacken hinter ihr ließ sie herumwirbeln Eine Gestalt Die sich schemenhaft vor dem dunklen Hintergrund abhob Das Ploppen eines Schusses Der mit Schalldämpfer abgefeuert wurde Blitzschnell ging Mara wieder in die Knie Das Geschoss verfehlte sie Und prallte von der Wand ab Ihre P30L lag in ihrer Hand Doch die schwarz gekleidete Gestalt glitt rasch ins Badezimmer Mara federte hoch und drückte sich an die Wand Die Pistole im Anschlag Noch ein Laut Ein Rascheln Fast nicht zu hören Mara hastete los Ebenfalls ins Bad Bereit für den tödlichen Schuss Der Raum war leer Der Fremde war durch das noch offene Fenster geflüchtet Mara schob sich an den Fensterrahmen und spähte hinaus So flink sie konnte glitze ins Freie Sofort duckte sie sich Sie lauschte ins Dunkel Schritte erklang Sie rannte los Ein gewaltiges Motordröhnen ertönte Mara bog um die Ecke und sah gerade noch die rotflackernden Rückleuchten eines schwarzen Autos Das startete und mit kreischenden Reifen losfuhr Das Heck scherte aus Touchierte dabei einen Laternenpfahl Dann bekam der Fahrer den Wagen in den Griff Und jagte davon Mara steckte die Waffe ins Holster Atmete einmal tief durch Und ging zu der Laterne Daneben lag ein rotes Plastikstück Das von der Rückleuchte des Fluchtwagens abgesplittert sein musste Mara hob es auf Steckte es ein Und machte sich schnell auf den Weg zurück ins Haus Sie war davon ausgegangen, dass der Täter das Gebäude wieder verlassen hatte Ein dummer Fehler Man durfte niemals eine Sache voraussetzen, die man nicht genau überprüft hatte Die Nachlässigkeit hätte sie fast das Leben gekostet Ihr Blick senkte sich wieder auf die Tote Arme Isabel, dachte Mara Sie zog das Handy aus der Jackentasche Und plötzlich verfinsterte sich ihr Blick Mit einer entschlossenen Geste ließ sie es wieder verschwinden Die nächste halbe Stunde verbrachte sie damit, in der Nachbarschaft zu läuten Ihren Dienstausweis hochzuhalten Und Fragen zu der jungen Frau zu stellen, die seit kurzem in der Straße wohnte Die meisten Leute hatten über Isabel Jubimatz nicht viel zu berichten Anscheinend war Isabel kaum wahrgenommen worden Ach, die junge Frau, meinte ein älterer Herr mit Rollkragenpullover Während er Mara über den Goldrand seiner Brille musterte Die lebt sehr zurückgezogen, habe ich den Eindruck Ist Ihnen je aufgefallen, dass sie Besuch erhalten hat? Nee Kein Freund, der gelegentlich vorbeikam? Nee Vielleicht ein außergewöhnliches Auto, das mal vor dem Haus der Frau stand? Ein bestimmtes Modell, das vorher nie hier geparkt hat? Nee Sie hat also nie Herrenbesuch erhalten? Nee, hat sie nicht Er stutzte Aber einmal sah ich zufällig, wie sich eine Frau von ihr verabschiedet hat Wie sah die Frau aus? Es hat geschüttet wie aus Eimern Und die Dame hat sich einen Regenschirm dicht über den Kopf gehalten Ich konnte rein gar nichts von ihrem Gesicht erkennen Was hat sie angehabt? Hilflos verdrehte er die Augen Ja, schwer zu sagen Eher Jeans und Sportschuhe oder eher elegante Sachen? Ich glaube nicht, dass sie Jeans getragen hat Also nicht unbedingt lässige Kleidung? Jedenfalls keine Jeans, keine Turnschuhe Er schmunzelte Und auf gar keinen Fall so eine Kleidung, wie Sie sie tragen Das dachte ich mir Was ist denn mit der jungen Nachbarin? Wollte er wissen Oder Lassen Sie mich raten Sie dürfen darüber keine Auskünfte geben Richtig geraten Mara nickte ihm zu Vielen Dank Das Blaulicht mehrerer Einsatzwagen stach flirrend in die Dunkelheit Absperrbänder trennten das Haus von den Übrigen der Straße Die Leute von der Spurensicherung waren gerade angerückt In der Nachbarschaft waren viele Fenster erleuchtet Die Bewohner standen vor ihren Eingangstüren Und verfolgten mit stummen Minen, was sich abspielte Klimt und Schleier standen beieinander Zwei gestresste, in die Jahre gekommene Kriminalpolizisten Die kaum zu verbergen vermochten Wie sehr sie von den Ereignissen überrollt wurden Mara marschierte entschlossen auf sie zu Sicher wollen sie wissen, was sich hier abgespielt hat Belinsky, brummte Klimt Diese Frau da drin, das ist doch die, die auch in ihrem Bericht als Zeugin auftaucht Isabel Jopimatz, bestätigte Mara Also, fuhr er gepresst fort Diese Lady war früher das Betthäschen von Ivo Karewitsch, richtig? Richtig Gibt es etwas, das dafür spricht, dass Karewitschs alte Bande sie ins Visier genommen hat? Nicht, dass ich wüsste Gibt es etwas, das dafür spricht, dass sie diesem Novian im Weg war? Nicht, dass ich wüsste Wiederholte Mara im selben sturen, monotonen Rhythmus, in dem auch er sprach Gibt es irgendeinen Hinweis, ein Indiz, eine Spur, irgendetwas, das auf ihren Mörder schließen lässt? Isabel Jopimatz hat etwas von mir verheimlicht Ja oder nein? Unterbrach er sie schroff Kann ich Ihnen nicht erst mal erklären? Setzte Mara betont ruhig an Was hier überhaupt passiert? Das Wichtigste haben Sie mir ja vorhin schon am Telefon gesagt Schnitt er ihr erneut das Wort ab Und jetzt will ich, dass Sie von hier verschwinden Morgen früh sind Sie um Punkt 8 Uhr in meinem scheiß Büro Und dann gehen wir jede verfluchte Einzelheit dieses Abends miteinander durch Sie zog das Plastikstück von der Rückleuchte, die sie gefunden hatte, aus der Jackentasche Doch in dem Moment klingelte Klimts Handy Er starrte angewidert auf das Display Mist, die fehlt mir jetzt noch, die Taubner Kurz richtete sich sein Blick wieder auf Mara Punkt 8 Uhr, Bilinski Mara steckte den Plastiksplitter wieder ein, drehte sich um und stapfte los Um 7 Uhr am nächsten Morgen erschien sie an ihrem Platz im Präsidium Gestärkt von einem schwarzen Kaffee, der Mumien aufgeweckt hätte Sie suchte im Internet nach News über den Fund eines neuen Mordopfers in Frankfurt Aber noch machte der Tod von Isabel Jubimatz keine Schlagzeilen Um 7 Uhr 59 betrat sie das Büro ihres Chefs Und vergewisserte sich, dass sie den Plastiksplitter dabei hatte Den sie Klimt endlich zeigen wollte Sie stellte sich vor seinen Schreibtisch Klimt starrte sie aus übernächtigten Augen an Hören Sie zu, Bilinski Ich will es mit Ihnen nicht schlimmer machen, als es ist Und ich will hier ganz bestimmt nicht die alte Suspendierungsnummer abziehen Aber ich wäre Ihnen verdammt verbunden, wenn Sie ein paar Tage freinehmen würden Die Zeugin Isabel Jubimatz, entgegnete Mara Kühl Habe allein ich ermittelt Ich verlange, dass ich in die Ermittlungen in diesem Mordfall einbez... Bilinski, ich habe erfahren, dass sich Adelheid Lessing auf dem Präsidium beschwert hat Sie waren bei ihr zu Hause Mit Rosen, diesem Hornochsen Aber ich schätze mal verantwortlich für diese unerlaubte Aktion sind allein Sie Ja, das bin ich Mara hatte das Gefühl, als würde sich der Boden unter ihren Füßen auflösen Es war zu Ende Es war vorbei Ich habe es Ihnen gesagt, Bilinski Ausdrücklich Mehrfach Jetzt reicht's mir Sie haben frei Drehen Sie eine Runde mit dem Apple Roy Express durch diese Scheißstadt Und dann verschwinden Sie am besten dahin, wo Sie hergekommen sind Sie sagte nichts Himmeln hasch und zwirn, polterte Klimt los Ihr verehrter Carlos Borke, Soran Torsic und Isabel Jobimatz Das sind Morde im Dunstkreis des organisierten Verbrechens Jeweils eine schnörkellose Kugel im Schädel Zusätzlich geistert plötzlich dieses Gespenst namens Novian durch die Gegend Das alles ist schon übel genug Doch zu allem Überfluss Gibt es noch diese vier zu Tode gefolterten Männer Die mir ein einziges gottverdammtes Rätsel sind Ehrlich, Bilinski Mir steht's bis hier Ich habe keine Lust darauf Dass die Ex-Frau eines abgeschlachteten Richters alte Beziehungen spielen lässt Haben Sie's kapiert Urlaub Ab jetzt Er holte Tiefluft Das heißt, gleich nachdem wir über Ihren gestrigen Abend gesprochen haben Also Sie sind zu dieser Jobimatz gefahren, um sie hinsichtlich des Mordes an Ivo Karewitsch zu befragen Korrekt? Sie sahen sie durch ein Fenster im Flur liegen und verschafften sich Zutritt Korrekt Dann wurde auf sie geschossen Korrekt Fangen wir hier an Wie gut haben Sie den Schützen gesehen? Am Telefon sagten sie mir, er sei komplett in schwarz gekleidet gewesen Und habe eine Skimaske getragen Etwa 1,80 groß, eventuell ein wenig kleiner Schlank, sportlich Korrekt? Er sah sie an Mara starrte zurück Ist Ihnen sonst noch etwas dazu eingefallen? Sie schwieg weiterhin Wie oft hat er auf sie Mitten im Satz brach er ab Da Mara sich wortlos umdrehte und den Raum verließ Sie schritt geradewegs zu ihrem Schreibtisch Dort nahm sie ihre sämtlichen Notizen, ihre Tasche und ihren Laptop an sich Alle starrten sie an Auch Jan Rosen Was ist los? Fragte er Sie gab keine Antwort Marschierte an seinem Platz vorbei und verschwand aus dem Großraumbüro In ihr war alles kalt Sie setzte sich ans Steuer und fuhr durch Frankfurt Viel zu schnell Sie stieß in die erstbeste Parklücke und ging in ihre Wohnung Erinnerungsfetzen aus den letzten Wochen sausten schemenhaft durch ihren Schädel Der sich anfühlte, als wäre er dreimal so groß wie in Wirklichkeit Sie drehte die Musik auf Jimi Hendrix, Metallica, Black Sabbath Sie goss sich Rotwein ein Und immer mehr Bilder schwirrten um sie herum Carlos Borke Ihr Vater Die Bravados Malovans eiskalte Grimasse Der Mann, der Novian gewesen sein musste und sie aus der Limousine heraus angestarrt hatte Das Wohnzimmer der früheren Frau Lessing mit all diesen verschnörkelten Möbeln Isabelio Bimatz Tod am Boden Sie drehte die Musik lauter Die Notizen, Listen, Blätter verteilten sich über den gesamten Wohnzimmerboden Sie raufte sich die Haare, grübelte, las Sätze, Fragen, einzelne Wörter Sie musste etwas übersehen haben Sie suchte sich ein neues, leeres Blatt Und notierte einmal mehr die Namen der Toten Borke Tosic Isabel Garewitsch Pohl Köbische Lessing Tosic und Borke starben im Zuge des geplatzten Drogendeals Aber Isabel? Sie strich den Namen der jungen Frau durch und schrieb ihn unter die gefolterten Mordopfer Und wieder überflog sie die Notizen Wen hätte sie noch befragen können, sollen, müssen? Hendrike Pfeil Die Anwältin von Celina Mattia Mara schaltete ihren Laptop ein, der ebenfalls auf dem Boden lag Es brauchte nur ein paar Klicks Und sie hatte im Internet die Kanzlei gefunden, für die die Rechtsanwältin, die auf Jugendstrafrecht spezialisiert war, tätig war Sie rief dort an Stellte sich mit ihrem Dienstrang vor Wart um einen kurzen Gesprächstermin Man sagte ihr, Frau Pfeil würde in gut einer Stunde eintreffen Hätte dann aber nur sehr kurz Zeit Mara bedankte sich und legte auf Als sie eine Stunde später im Büro der Rechtsanwältin stand, war ihr immer noch nicht klar, was sie eigentlich fragen wollte Wie sollte ausgerechnet Hendrike Pfeil die fehlende Verbindung zwischen den brutalen Taten herstellen? Die gut 40-jährige Frau mit der modischen rötlich-blonden Kurzhaarfrisur und der eleganten Bekleidung sei ihr mit forschem Blick entgegen Mara hielt ihren Dienstausweis in die Höhe Frau Pfeil, entschuldigen Sie den Überfall Ich bin Mara Bilinski, Kripo Frankfurt Es wird nur ein paar Minuten dauern, versprochen Nehmen Sie doch bitte Platz Noch immer war sich Mara nicht im Klaren darüber Auf was sie bei der bevorstehenden Unterhaltung zusteuern sollte Zögerlicher als sonst, stellte sie ihre Fragen Es ging um den Fall Selina Madja Doch Hendrike Pfeil konnte nichts Neues beitragen Auch nicht im Hinblick auf Typhon Kölbische Mir war natürlich klar, was da lief, sagte sie Ich wusste, dass Kölbische mit seiner Gang nicht nur der armen Selina Gewalt angetan hatte sondern auch Zeugen dazu brachte, ihre Aussagen zurückzuziehen Man steht fassungslos daneben Sieht, wie das Recht mit Füßen getreten wird Und kann einfach nichts ausrichten Diese Ohnmacht kenne ich Warf Mara ein Genau Eine Ohnmacht Der eigenen Mandantin nicht helfen zu können Das war in diesem Fall besonders schlimm Einfach schrecklich Selina wird nie wieder Vertrauen in die Organe des Staates haben In unser Rechtssystem Dieses arme Ding werde ich nie vergessen Bekümmert schüttelte Hendrike Pfeil den Kopf Es ist deprimierend Das Unrecht siegt Der Täter wird nicht einmal angeklagt Grinst sich eins Und macht einfach weiter wie bisher Was soll man dazu sagen Scheiße Das trifft es leider ziemlich exakt Hendrike Pfeil lehnte sich im Stuhl zurück Ich habe mit etlichen Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen Und alle empfinden dasselbe Eine Freundin aus Berlin Eine Jugendrichterin Ist regelrecht zerbrochen daran Das Recht auf seiner Seite zu haben Und doch zu verlieren Nichts ausrichten zu können Straftäter, die verurteilt werden Und sofort wieder auf freien Fuß kommen Straftäter, die völlig straffrei ausgehen Opfer, die zurückbleiben Verzweifelt Gebrochen Meine Freundin Diese Jugendrichterin Hat es in den Suizid getrieben Sie konnte einfach nicht mehr Das ist schrecklich Hendrike Pfeil seufzte Irgendwie muss man es schaffen Das alles abzuschütteln Neue Kräfte zu sammeln Geschichten wie jene von Celina Zum Anlass zu nehmen Erst recht weiterzumachen Mara stimmte mit einem Nicken zu Sie ließ die Worte der Frau auf sich wirken Gleichzeitig machte sich Enttäuschung in ihr breit Dass das Gespräch ihr selbst Keinerlei neue Anhaltspunkte brachte Sie ermitteln also im Mordfall Typhon Kölbischer Mara machte eine vage Geste Naja Eigentlich war ich mit einem anderen Fall betraut Aber irgendwie scheint alles zusammenzuhängen Bestimmt ein anderer dieser Faltermorde Über die so viel berichtet wird Mara nickte unbestimmt Einfach grauenhaft Was sich zur Zeit in unserer Stadt abspielt Hendrike Pfeil gab ihrer Assistentin ein Zeichen Ihr Chef ist Hauptkommissar Klimt, nicht wahr? Sie kennen ihn? Nicht persönlich Eine Freundin von mir ist Staatsanwältin Und die hat ihn hin und wieder erwähnt Angelika Taubner Warf Mara ein Ja Frankfurt ist ein Dorf Finden Sie nicht? Die Anwältin lächelte flüchtig Es kommt einem fast so vor Mit Angelika müssten Sie doch auch regelmäßig zu tun haben Fragte Hendrike Pfeil Kann man so sagen? Mara fügte hinzu Sie ist also eine Freundin von Ihnen? Schon seit einer Weile Sie war übrigens auch mit der Jugendrichterin befreundet Die Selbstmord begangen hat Kennengelernt haben Angelika und ich uns zu der Zeit Als mich der Fall Selina Matja so aufgewühlt hat Ich habe ihr das alles geschildert Und ihr mein Leid geklagt Und seither treffen wir uns regelmäßig Mara sah sie an Und äußerte nichts So Jetzt wartet mein nächster Termin, Frau Belinsky Mara stellte den Kragen ihrer Lederjacke hoch Der Wind wurde stärker Passanten hasteten vorbei Während Mara über die Äußerungen Hendrike Pfeils nachgrübelte kam ihr etwas in den Sinn Die Unterhaltung, die sie mit ihrem Vater in seinem Wohnzimmer geführt hatte Kurz entschlossen schlug sie den Rückweg zum Parkhaus ein Sie fuhr los Überquerte den Fluss, der Frankfurt teilte Und stellte den Alpha in Ufernähe ab Kurz darauf stand sie vor einem Bürokomplex Und suchte nach der richtigen Klingel Wie lange war sie nicht mehr hier gewesen? Es schien ein Jahrhundert her zu sein Der Summton erklang Und Sekunden darauf betrat sie die Kanzlei ihres Vaters Die Assistentin schritt ihr zügig entgegen Die Augenbrauen zusammengezogen angesichts von Maras Erscheinung Mara hielt ihren Dienstausweis hoch Mara Belinsky, Kripo Und außerdem die Tochter des ehrenwerten Herrn Rechtsanwalts Bitte? Mit offenem Mund starrte die Assistentin den Ausweis an Dann wieder Maras Piercings Eine überaus attraktive Frau Was auch sonst Also, wo steckt er? Der Herr, äh, genau der Hier? Sie wies auf eine Tür Hinter der sich, wie sie noch wusste, ein Zimmer befand Das ihr Vater oft für Besprechungen nutzte Mara marschierte an dem verdatterten Persönchen vorbei Und stieß die Tür auf Edgar Belinskis Gesichtszüge entgleisten Er saß am Tisch Ihm gegenüber ein älterer Herr mit graumeliertem Haar In einem ähnlich eleganten, kostspieligen Anzug, wie er einen trug Mara, ich bin mitten in einem äußerst wichtigen Gespräch mit einem Mandanten Mag ja sein, erwiderte Mara seelenruhig Aber auch ich muss mit dir reden Nur ganz kurz Mach doch einfach eine Pause Hat das nicht noch Zeit? In ihren Augen funkelte es Jahrelang hast du Ruhe von mir gehabt Jetzt brauche ich dich für fünf beschissene Minuten Und betont setzte sie nur ein Wort hinzu Papa Ich warte, Herr Belinski Sagte der Mandant Und gab ihm mit einem gnädigen Augenaufschlag zu verstehen, dass es in Ordnung sei Danke Sagte Maras Vater gepresst Er warf ihr einen bösen Blick zu Fegte an der überforderten Assistentin vorbei Und bedeutete Mara, ihm zu folgen Sekunden darauf standen sie sich in seinem Büro gegenüber Mara, was soll das? Richter Lessing Mein Gott! Ich will, dass du dich klipp und klar äußerst Du hast mich nämlich angelogen Lessing war nicht immer der Kavalier alter Schule, oder? Ihr Vater sagte nichts Hältst du dich aufgrund irgendeines Gentleman's Agreement der schlüpfrigen Art so bedeckt? Was soll das bedeuten? Dass Lessing eben kein Gentleman war Du hast mich so merkwürdig angesehen, als ich im Zusammenhang mit dem Richter nach aggressivem Verhalten fragte Na los Du weißt doch mehr, als du preisgegeben hast Der Richter und die Frauen Was gibt es da zu erzählen? Na ja Klaus-Peter war kein Kostverächter Kostverächter? Sie spuckte den Begriff aus Du bist doch sonst ein Freund des klaren Wortes Warum kaschierst du jetzt etwas? Was hat er gemacht? Wie hat er die Frauen behandelt? Meistens vortrefflich Meistens, wiederholte Mara zynisch Na ja, wenn ihr zwei oder drei Gläser zu viel Intus hatte, konnte er wohl etwas gemeiner werden Sie atmete auf Wie gemein wurde er Mara, ich war nicht dabei Sie musterte ihn Ich habe den Eindruck, du warst doch dabei Vielleicht mal bei Juristenpartys, bei denen es besonders hoch hergegangen ist Vielleicht auch mal in einem Edelpuff Mara! Zum ersten Mal wurde er wirklich laut Was hat er denn angestellt, der feine Herr Richter? Mara, er ist tot Stieß Edgar Belinsky hervor Warum sollte ich? Weil es möglicherweise hilft, seinen Mörder zu finden Er schnaufte laut Es hieß, er hätte im Schlafzimmer gern mal die härtere Gangart bevorzugt Das soll's ja geben Aber solange es einvernehmlich ist Sie fixierte ihn Es hieß, manchmal würde er auf die Einvernehmlichkeit, na ja, pfeifen Und weiter? Es hieß, er hätte hier und da schon mal die Beherrschung verloren Wie schlimm war es? Es hieß, es wären Ausnahmen gewesen Zu viel Stress, zu viel Alkohol und so weiter Hieß es? Ja, hieß es Du warst dabei Sie ließ sich nicht von dem Gedanken abbringen Du hast etwas mitgekriegt Aus nächster Nähe Widerwillig nickte er Ja, bei der privaten Feier eines Rechtsanwalts Klaus-Peter war ziemlich voll Und er war verdammt scharf auf eine Jurastudentin Eine junge Französin, die durch ein Stipendium nach Frankfurt gekommen war Er hat es geschafft, sie zu beeindrucken Er bequatschte sie die ganze Zeit Sie begleitete ihn in den Garten Später kam heraus, dass er die Kleine hinter irgendwelchen Büschen über eine Stunde lang vergewaltigt hat Und ihr habt es alle mitbekommen? Natürlich nicht, verteidigte er sich Keiner von uns hat etwas bemerkt Es war viel los Alle waren angetrunken, haben gefeiert Ich habe nachträglich davon erfahren Die Studentin war so geschockt, dass sie nie Anzeige erstattet hat Und bald darauf zurück in ihre Heimat gegangen ist Und du hast es nicht für nötig befunden, etwas zu unternehmen und den anzuzeigen Fragte Mara Er starrte wortlos an ihr vorbei Mir kommt gleich das Kotzen Mara strich sich durchs Haar Und ich nehme an, das war kein Einzelfall, oder? Das weiß ich nicht Edgar Bilinski ließ sich in seinen Drehstuhl fallen und stierte leer vor sich hin Mara warf ihm einen Blick zu Dann rauschte sie aus dem Büro Vorbei an der Assistentin Und gleich darauf aus dem Gebäude Es war noch kühler geworden Leichter Nieselregen setzte ein Vor ihrem Auto blieb sie stehen und wählte die Nummer der Staatsanwältin Angelika Taubner Frau Bilinski, ich muss ehrlich sein Mittlerweile stellen Sie meine Geduld auf eine harte Probe Was wollen Sie denn schon wieder von mir? Soweit ich weiß, hat Hauptkommissar Klimt Ihnen gegenüber doch eine klare Ansage gemacht Das hat er Aber ich muss sie unbedingt sehen Ich kann Ihnen nur raten, eine Pause einzulegen Abzuschalten Und dann mit frischem Kopf ganz genau zu überdenken, was das Beste für sie sein mag Mehr kann ich im Augenblick Ich habe wichtige Informationen Log Mara Informationen, die die Foltermorde betreffen Und ich kann sie weder Klimt noch einem der Kollegen anvertrauen In der ganzen Abteilung gibt es niemanden, der mir noch ein Wort glauben würde Welche Informationen? Ich kann Ihnen das unmöglich am Telefon mitteilen Haben Sie nachher Zeit für mich? Ich habe mehrere Termine an verschiedenen Punkten in der Stadt Es ist wirklich schwer im Moment etwas einzurichten und Ich erwarte sie in genau einer halben Stunde Kündigte Mara mit fester Stimme an Und zwar auf dem eisernen Steg Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen werde In genau einer halben Stunde Wiederholte Mara Dann werden Sie alles erfahren, was ich weiß Sie beendete die Verbindung und stieg in ihr Auto Noch immer hatte sie nichts in der Hand Noch immer war alles wie hinter dichten Nebeln verborgen Und dennoch Mara sah Licht am Ende des Tunnels Zum ersten Mal überhaupt Womöglich zu spät Doch andererseits Jetzt aufgeben? Nachdem sie so viel in die Waagschale geworfen hatte? Sieh es durch Sagte sie sich Der eiserne Steg war ihr spontan eingefallen Es war ein guter Treffpunkt Sagte sie sich Als sie den Alpha unweit der Fußgängerbrücke abstellte Sie stieg gerade aus Als sie der Signalton ihres Handys Auf eine neu eingetroffene SMS aufmerksam machte Auf dem Kopfsteinpflaster blieb sie stehen Jan Rosen hatte ihr geschrieben Taubner hat Klimt alarmiert Geh nicht auf den eisernen Steg Ansatzlos wirbelte Mara herum und rannte los Aus den Augenwinkeln nahm sie die uniformierten Beamten wahr Die sich an der Treppe zur Uferpromenade verborgen gehalten hatten Noch schneller lief sie Die Luft schlug ihr kalt entgegen Sie warf sich ins Auto Startete, beschleunigte Alles in Sekundenbruchteilen Im Rückspiegel sah sie mehrere Beamte, die ihr nachstarrten So weit ist es mit dir gekommen Sagte sie sich mit Geigenhumor Du musst vor den eigenen Kollegen abhauen Ihr Handy klingelte Sie verringerte das Tempo Ordnete sich rechts ein Es war Rosen Danke Stieß Mara hervor Ehe er etwas sagen konnte Mara, ich hab's gerade gehört Seine Stimme klang gedämpft Wo bist du Rosen? Im Kopieraum Sagte er Mara begriff sofort Er hatte sich dorthin geflüchtet Sie hat ihn gebeten, dich außer Gefecht zu setzen Ehrlich, in deiner Haut möchte ich nicht stecken Wer will das schon? Meinte sie lapidar Und behielt den Rückspiegel im Auge Um zu überprüfen, ob man sie möglicherweise verfolgte Klimt wird alles in Gang setzen, um dich fertig zu machen Und ob er das wird? Rosens Stimme wurde eindringlicher Kannst du mir sagen, was du da eigentlich treibst? Was sollte das mit der Taubner? Es geht um Richter Lessing Das ist so kompliziert, um es schnell am Telefon zu erklären Bisher hat die Staatsanwältin nichts gegen dich gehabt, Bilinski Aber nun ist sie wirklich aufgebracht Klimt hat ihr versprochen, dich von Kollegen suchen zu lassen Sie werden bei dir zu Hause nachsehen Und jemanden in der Nähe deiner Wohnung postieren Außerdem wollen sie deinen alten Freund aufsuchen Du weißt schon Den Sozialarbeiter Mara bog in eine ruhigere Seitenstraße Und lenkte den Alpha in die erste Parklücke, auf die sie stieß Sind die Kollegen angehalten, auch nach meinem Auto Ausschau zu halten? Selbstverständlich Sie stieg aus und verriegelte den Wagen Die Taubner Sprach Rosen weiter Ist auf dem Weg hierher, glaube ich zumindest Sie und Klimt wollen bereden, wie mit dir zu verfahren ist Offensichtlich haben sie die Befürchtung Dass du irgendeinen Unschuldigen als Mörder aufs Korn genommen hast Und ihm auf die Pelle rücken willst Aber sie wissen nicht, wer das sein könnte Nein, bestätigte er Und? Hast du? Habe ich was? Mit schnellen Schritten entfernte sie sich vom Alpha Jemanden aufs Korn genommen? Mal sehen Hey, Bilinski, das ist unfair Sag schon, was sind deine Absichten? Mara blieb stehen und überlegte kurz Okay Richter Lessings Ex-Frau Ich muss noch einmal zu ihr Nach Kronberg? Jetzt? Er klang völlig perplex Aber was sollte dabei herauskommen? Ich sehe dich, Rosen Er stöhnte auf Hoffen wir es, Bilinski Er drückte den Knopf des Kopiergeräts Um die paar unwichtigen Listen zu vervielfältigen Die er als Vorwand mitgenommen hatte Weshalb wollte Bilinski noch einmal Zu Richter Lessings ehemaliger Gattin aufbrechen? Was versprach sie sich davon? Sie würde sich nur immer tiefer reinreiten Tiefer in die Scheiße Wie sie selbst es ausdrücken würde Er schob sich aus dem stickigen Raum Und blieb wie angewurzelt stehen Sein Gesicht lief knallrot an Er spürte es Klimt und Schleier standen stumm auf dem Flur Direkt neben der Tür Und starrten ihn an Na Rosen? Ein wenig geplaudert? Fragte Klimt Ähm, also Stotterte er hilflos Schleier schaltete sich ein Was hat sie dir gesagt, Rosen? Ähm, haben sie etwa Bilinski gewarnt, Rosen? Klimts Blick bohrte sich in ihn Vor der Sache mit dem eisernen Steg Waren sie das? Nein, log Rosen Und er wusste, dass er sich nicht einmal selbst geglaubt hätte Na los, Rosen Drängte Klimt Bilinski führt doch irgendetwas im Schilde Ich weiß nicht, was sie vorhat Hörte Rosen sich antworten Wir würden nie an Türen lauschen, Rosen Meinte Schleier Aber kann es sein, dass die Krähe gerade eben etwas von Richter Lessing und seiner Ex-Frau gefaselt hat? Erneut schluckte Jan Rosen Rosen Ich habe keine Ahnung Begann auch Klimt wieder auf ihn einzureden Wie wichtig ihnen ihre Laufbahn ist Was sie alles planen Wie sie sich ihre verdammte Zukunft vorstellen Aber jetzt ist der falsche Moment, den Kollegenkumpel zu spielen Und deshalb noch einmal die simple Frage Was hat Bilinski vor? Ja, flüsterte Rosen zögerlich Also, Lessings Ex-Frau Bilinski will noch einmal zu ihr Jetzt? Jetzt Klimt hustete Okay, Schleier Du und Patzke, ihr macht weiter wie besprochen Soll nicht ich die Krähe aufhalten? Bot Schleier an Nein, ich werde das übernehmen Und sie Er tippte Rosen hart mit dem Zeigefinger auf die Brust Werden mich begleiten Raphael Macchiadi starrte die verschlossene Tür an Auf dem Flur im dritten Stock war alles ruhig Nur vom Erdgeschoss drang leise Musik bis nach oben Er wartete, bis Hanno Linsenmeier aufgeschlossen hatte Willkommen zurück Hanno nickte ihm aufmunternd zu Und ließ ihm den Vortritt Raphael schob sich in das Dreierzimmer und knipste das Licht an Es war dasselbe Heim Nicht jedoch sein altes Zimmer Aus dem er oft heimlich durchs Fenster ausgebüxt war Niemand in dem Raum außer mir? Fragte er überrascht Ja, eine Weile bist du allein Genieß es Raphael legte die Adidas-Tasche auf dem erstbesten Bett ab Dann drehte er sich zu Hanno um Danke, dass du mich wieder hier untergebracht hast Diesmal werde ich dich nicht enttäuschen Ich freue mich, dass du es über dich gebracht hast, diesen Schritt zu machen Dazu gehört einiges Du ziehst das durch Und das imponiert mir Ach was Raphael winkte ab Doch Absolut Raphael trat ans Fenster, um es zu kippen und ein wenig von der frischen Abendluft hereinzulassen Das Lob machte ihn verlegen Es klopfte an der Tür Ja? Etwas verloren stand Raphael mitten in dem kahlen Zimmer und sah Hanno erstaunt an Hanno lächelte Fast hätte ich das Wichtigste vergessen Du hast Besuch Mara? Nein, Mara noch nicht Aber es handelt sich auch um eine Frau Hanno öffnete die Tür und ließ sie hereinkommen Sofort verließ er den Raum Er wollte sie beide allein lassen Raphael sah sie an Sie hatte sich das Haar machen lassen Und darauf geachtet, saubere, ordentliche Kleidung zu tragen Ihr Gesicht war bleich Doch einige rötliche Flecken auf den Wangen Ließen erkennen, wie nervös sie war Sie starrten einander an Lange Schweigend Willst du deine alte Mama? Fragte sie nach einer scheinbaren Ewigkeit Nicht wenigstens mal umarmen Raphael nickte Sein Hals war trocken Seine Lippen zitterten Mit steifen Schritten legte er die zwei Meter zu ihr zurück Ein wenig ungelenk und zugleich ganz behutsam Als könnte er ihr wehtun Legte er die Arme um sie Das ist so wunderschön, dich endlich wiederzusehen Flüsterte sie ihm ins Ohr Er roch ein Parfum, das er nicht kannte Aber am meisten fiel ihm auf Was er nicht roch Alkohol Keine Spur von Alkohol So wunderschön Wiederholte seine Mutter Ja, Mama Antwortete Raphael Sie stellte ihren BMW in der Einfahrt ab und stieg aus Durch den Bewegungssensor hatte sich das Licht eingeschaltet, das ihr den Weg bis zur Eingangstür beleuchtete Ein ruhiger Abend im Westend, wie immer Keine Bars Kaum Restaurants Keine Passanten auf den Bürgersteigen inmitten des Einbahnstraßengewirrs Das Leben in den alten Villen und aufwendigen Neubauten ringsum verlief in geordneten Bahnen Angelika Taubner betrat das Eigenheim, das von einem großflächigen, von einer Hecke umrandeten Grundstück umgeben war, auf dem ein sehr gut bezahlter Gärtner beinahe das ganze Jahr über für Ordnung sorgte Viele Anwälte wohnten in der Nachbarschaft, Ärzte, Diplomaten, Banker Stets hatte sie sich hier wohlgefühlt Warf man einen Blick aus dem Fenster, wusste man sofort, dass man es geschafft hatte Die Staatsanwältin stellte den Aktenkoffer ab, schlüpfte aus dem Mantel, glitt aus den Schuhen Dann ging sie durch das Foyer in das L-förmige Wohnzimmer, das nahezu 60 Quadratmeter maß Sie öffnete ihr Haar, ließ den Rock an sich herabrutschen, stieg aus der Strumpfhose und zog die Bluse aus Alles landete achtlos auf dem Boden Sie würde die Sachen später aufheben Es war ein Ritual geworden, die Kleidung des Arbeitstages sofort abzustreifen Ihr kam es immer so vor, als würde dann ihr wahres Ich zum Vorschein kommen Oder eher diejenige, wie sie damals gewesen war Als sie in einem 800-Seelen-Nest im Vogelsberg aus äußerst bescheidenen Verhältnissen aufgebrochen war Um etwas Beeindruckendes und Faszinierendes aus ihrem Leben zu machen Sie stellte sich an das einzige Einrichtungsstück, das nicht teuer und modern war Einen vorsintflutlich anmutenden, von Schnitzhandwerk verzierten Sekretär Den sie nach dem Tod der Eltern eigenhändig aus dem Heimatdorf hierher gebracht hatte Den Linken auf den rechten Fuß gestellt stand sie da und öffnete die Post Mit der langen Klinge des Brieföffners, der wie ein Ritterschwert gestaltet war, schnitt sie in die Umschläge Rechnungen, Einladungen zu Juristentreffen Sie drehte sich um und überquerte den Parkettboden, bis sie ans andere Ende des Raums gelangte An eine großflächige Schiebetür aus Glas, die in den Garten führte Die Staatsanwältin hielt inne und betrachtete ihr Spiegelbild in der Tür Nur mit Slip und Bratop bekleidet Ihr Blick glitt über die Oberarme, den flachen Bauch, die Oberschenkel Nie war sie besser austrainiert gewesen, nie hatte sie sich fitter gefühlt Von einem gewöhnlichen Workout war sie Monate zuvor zu einem harten Trainingsplan übergegangen Angeleitet durch einen hochbezahlten Personal Trainer, der vor ein paar Jahren noch in der Eishockey-Bundesliga gespielt hatte Sie schob die Glastür weit auf und augenblicklich wurde sie von der frischen Luft eingehüllt Tief atmete sie ein Ein wundervolles Gefühl Sie konnte fast spüren, wie die Müdigkeit nach dem langen Arbeitstag nachließ und sie neue Energie fand Ohne die Tür zu schließen, schlenderte Angelika Taubner auf ihren bloßen Füßen erneut zu dem Sekretär Dort hatte sie ihr Handy liegen gelassen Sie überprüfte es Aber es waren keine neuen Nachrichten eingetroffen Sie rief einen Notar an, mit dem sie noch etwas besprechen wollte Während sie darauf wartete, dass er den Anruf entgegennahm, schlenderte sie durch das Wohnzimmer Nein, nur die Mailbox Sie gab es auf Unbewusst war sie vor dem großformatigen Flachbildschirm stehen geblieben Wieder sah sie ihr Spiegelbild an Diesmal verschwommen Hinter ihr befanden sich das Sofa, die Sessel und ein kleiner, kniehoher Tisch Vorher hatte sie gar nicht auf die Sitzgruppe geachtet Jetzt schon Und alles in ihr erstarrte Nicht nur sie spiegelte sich in der schwarzen Mattscheibe des Fernsehers Auch noch jemand anders Jemand, der auf dem Sofa saß und sie die ganze Zeit beobachtet haben musste Ohne auch nur das geringste Geräusch zu verursachen Angelika Taubner brachte es fertig, so zu tun, als hätte sie nichts bemerkt von der fremden Gestalt Sie scrollte auf dem Display ihres Handys Gab mit flinken Fingern eine Nachricht an Klimt ein Hilfe, kommen Sie sofort zu Legen Sie das Handy weg Unterbrach sie eine Stimme Ohne die SMS zu vollenden, schickte sie sie ab Dann drehte sie sich zu dem Sofa um Die gesamte Fahrt hatten sie in einem brodelnden Schweigen zurückgelegt, das an Jan Rosens Nerven zerrte Völlig unvermittelt sagte Klimt Ich hätte es nie zulassen dürfen Was meinen Sie? Na, dass sie zurückkommt Jelinski Ich hätte alles tun müssen, um zu verhindern, dass sie wieder zu unserer Truppe stößt Ich kannte sie ja Aber man will ja niemanden von vornherein Steine in den Weg legen Ich denke, sie ist ganz in Ordnung Sagte Rosen vorsichtig Wahrscheinlich hat sie einfach Pech gehabt Ein Scheiß hat sie, laffte Klimt Ich hätte es besser wissen müssen Im Grunde mag ich es ja, wenn jemand seinen eigenen Kopf hat Wenn jemand Er verstummte kurz Sie könnten Bielinskis Mum ganz gut brauchen, Rosen Rosen verzog das Gesicht und erwiderte nichts Ach, Scheiß drauf Beschloss Klimt die Unterhaltung Oder was immer das gewesen sein mochte Noch eine Kurve Dann zerschnitt das Quietschen der Bremsen die träge Abendstille Klimt und Rosen stiegen aus und hetzten dem Eingang entgegen Der Hauptkommissar klingelte Die Tür öffnete sich Die Bedienstete, eine kleine, unscheinbare Frau in den Vierzigern Stand vor ihnen und sah sie erstaunt an Wir möchten zu Frau Lessing Sagte Klimt, ohne sich mit einem Wort der Begrüßung aufzuhalten Seinen Dienstausweis hielt er kurz hoch Frau Lessing ist außer Haus Sie ist bei ihrem Bridge-Abend Und die Kriminalbeamtin? Welche Kriminalbeamtin? War niemand hier? schnarrte Klimt ungeduldig Heute? Wohin? Nein, niemand? Ein Signalton erklang Klimt riss sein Handy aus der Jackentasche und las die Nachricht, die er erhalten hatte Scheiße, zischte er Ohne noch ein Wort an die Frau zu richten, wirbelte er herum und rannte zurück zum Wagen Danke, rief Rosen der Angestellten zu und beeilte sich hinterherzukommen Kaum hatte er seinen Fuß ins Wageninnere gesetzt, raste Klimt schon wieder los Das Blaulicht auf dem Dach eingeschaltet, eine Hand am Lenkrad, die andere hielt das Handy Er versuchte, jemanden zu erreichen Offenbar ohne Erfolg Rosen beobachtete, wie er eine weitere Nummer wählte Schleier? brüllte Klimt ins Telefon Ich habe eine SMS von der Taubner erhalten Sie braucht Hilfe Was genau los ist, weiß ich auch nicht Klimt wäre fast auf ein Fahrzeug vor ihnen aufgefahren und konnte gerade noch einen Unfall verhindern Atemlos drückte sich Rosen in den Beifahrersitz Ich habe vorhin mit der Taubner telefoniert, fuhr Klimt fort Ich denke, sie müsste jetzt in ihrem Büro sein Beeilt euch, na los! Ein kurzes Schweigen Was? Die Krähe? Ach, keine Ahnung, wo die sich rumtreibt Jedenfalls nicht in Kronberg Klimt beendete das Gespräch und warf Rosen einen jähen, zornerfüllten Seitenblick zu Sie haben mich doch nicht verarscht, oder? Nein, gab Rosen verdattert zurück Klimt folgte der schnurgeraden Autobahn auf der linken Fahrspur und beschleunigte Wenn ich herauskriege, dass sie eingeweiht waren, mache ich sie fertig, Rosen Eingeweiht? Wilinski war nicht hier Und sie hatte es auch nicht vor Wussten sie davon? Sie hat mir gesagt, antwortete Rosen hilflos Sie wolle zu Lessings Ex-Frau, ehrlich Verdammte Krähe, knurrte Klimt Was ist mit Taubner? Braucht sie Hilfe? Ja, verfluchte Scheiße Und wir gondeln hier durch die Gegend, statt in Frankfurt zu sein Und alles wegen der Krähe Ein Hustenanfall stoppte ihn kurz Wo ist Belinski? Fragte sich Rosen bedrückt Sie hatten Frankfurt fast erreicht, als Klimt einen Anruf erhielt Er starrte rasch aufs Handy Was ist los, Schleier? Angespannt sah Klimt auf die Fahrbahn Sie ist nicht da? Scheiße! Dann fahrt in dieses andere Büro, direkt bei Gericht Er hustete Rosen und ich, wir fahren zu ihrer Wohnung im Westend Mara erhob sich von dem gewiss kostspieligen, kaum benutzt wirkenden Ledersofa Ihr Blick ruhte auf der blonden Frau, die fast nackt vor ihr stand Wie sind Sie hier hereingekommen, Frau Belinski? Fragte Angelika Taubner mit fast schon aufreizend gelassener, gefasster Stimme Ich habe eine unrühmliche Vergangenheit, in der ich so einiges aufgeschnappt habe Zum Beispiel, wie man in fremde Häuser gelangt Ich habe das Gefühl, ihre Gegenwart könnte ebenfalls unrühmlich verlaufen Das Handy der Staatsanwältin klingelte Sie hatte es noch in der Hand Bitte gehen Sie nicht dran, sagte Mara sofort Nur, dass es nicht wie eine Bitte klang Sie legte ihre Hand auf den Pistolengriff, der aus dem Holster ragte Ganz wie Sie wünschen Erwiderte die Staatsanwältin in perfekter Abgeklärtheit Was für ein prächtiges Haus Es erinnert mich an das meines Vaters Vor allem, dachte Mara insgeheim, weil es so unbelebt wirkt Er wohnt nur ein paar Straßen von hier entfernt Er genießt einen beängstigenden Ruf Als Rechtsanwalt und als Casanova Ich fürchte, Sie sind viel beängstigender Ich? Angelika Taubners blaue Augen verengten sich zu Schlitzen Ein paar Sekunden verstrichen Die beiden Frauen maßen sich mit Blicken Ich wollte unbedingt mit Ihnen sprechen, bemerkte Mara ganz lapidar Stellen Sie sich vor, das ist mir nicht entgangen Mara lächelte Die ganze Zeit über habe ich überlegt, was die Verbindung zwischen den vier zu Tode gefolterten Männern sein könnte Besser gesagt, wer könnte die Verbindung sein? Sie machte eine Pause Erst als ich hörte, dass Isabellio Bimarts Besuch von einer Frau erhalten hatte, kam mir ein bestimmter Verdacht Und auch noch nicht sofort Ein Verdacht, den Sie mir unbedingt mitteilen müssen? Mara nickte Und ließ die Staatsanwältin nicht aus den Augen Frau Belinsky, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mir wieder etwas überziehe? Es wird etwas frostig Sie durchquerte das Wohnzimmer und hob ihre Bluse auf Das Handy, das noch zweimal geläutet hatte, legte sie auf den altmodischen Sekretär Vor dem sie lässig in das Kleidungsstück schlüpfte und zwei Knöpfe zumachte Also, Frau Belinsky, welcher Verdacht ist Ihnen gekommen? Wie gesagt, die Verbindung dieser vier Toten Das hat mir keine Ruhe gelassen Und stellen Sie sich vor, es gibt nur einen einzigen Namen, den ich mit allen Vieren in einen Zusammenhang bringen kann Was sagt der Hauptkommissar zu diesen Überlegungen? Er kennt sie noch nicht Sie sollen die Erste sein, die davon hört Welch große Ehre Antwortete die Staatsanwältin spöttisch Mein Kollege Jan Rosen hat mir erzählt, wie viel Energie sie darauf verwendet hatten, Ivo Karewitsch das Handwerk zu legen Und Sie selbst hatten das ja auch erwähnt So haben Sie mit Sicherheit einiges an Informationen über ihn zusammentragen können Und gewiss bin nicht nur ich, sondern auch Sie auf Isabel aufmerksam geworden Durch sie haben Sie von Karewitschs brutalen Vergewaltigungen an etlichen jungen Frauen erfahren Die Staatsanwältin schmunzelte abfällig Sie sollten zum Punkt kommen Dank Isabel waren Sie auch über die Bravados im Bilde Und darüber, dass deren Mitglieder sich in Karewitschs Modell aufführen durften wie Dreckschweine Vor allem einer tat sich dabei hervor Marek Pohl Mit ihrem sportlich knackigen Hinterteil lehnte Angelika Taubner sich gelassen an den Sekretär Ihre Freundin Hendrike Feil, fuhr Mara fort Hat ihnen von Taifunkäubisches Verbrechen an Selina Mattia erzählt Eine ebenfalls äußerst widerliche Geschichte Sie ließ ihre Stimme verklingen und betrachtete die Staatsanwältin, die weiterhin schwieg Tja, und dann war da Richter Klaus-Peter Lessing Ihn verband nur eine Sache mit den drei anderen Toten Er hatte eine Frau vergewaltigt Gewiss sind Sie über die widerwärtige Geschichte mit der französischen Studentin im Bilde Schließlich kannten Sie Richter Lessing sehr gut Er hat sie vor Jahren gefördert, oder? Wie es heißt, hat er ihnen hilfreich unter die Arme gegriffen Sie wollen also allen Ernstes behaupten Ich hätte diese vier Männer gefoltert und umgebracht? Das will ich, antwortete Mara ungerührt Angelika Taubner lachte auf Machen Sie sich doch nicht lächerlich Mara nickte Sie waren es Haben Sie dafür Beweise? Meine verehrte Frau Bilinski Zugegeben, Sie haben es geschickt angestellt Immer Handschuhe getragen, nicht wahr? Keine Fingerabdrücke Immer andere Kleidung angehabt, oder? Die Sie anschließend vernichtet haben Jedes Mal andere Mordwaffen Andere Hilfsmittel Ebenfalls alles vernichtet So wie die Handys, mit denen Sie die Verabredungen mit Pol und Kölboschi getroffen hatten In Lessings Haus konnten Sie sicher ohne größere Schwierigkeiten eindringen Wie haben Sie das angestellt? Einen Ersatzschlüssel angefertigt? Die Gelegenheit dazu genutzt, als Sie sich kürzlich mit ihm zum Abendessen trafen? Ihr Mut und Ihre Entschlossenheit gefallen mir, Frau Bilinski Aber das sind immer noch keine Beweise Schwieriger dürfte es gewesen sein, in Ivo Karewitschs vier Wände zu gelangen Da hatten Sie Hilfe nötig Langsam wird es abenteuerlich, finden Sie nicht? Wie gut, dass Sie die Bekanntschaft von Isabel gemacht hatten Sie hat sich bei Karewitsch aufgehalten, kurz bevor er ermordet wurde Hat Isabel ihnen rasch die Tür geöffnet, als Karewitsch erschöpft vom Liebesspiel ausruhen musste? Beweise, Frau Bilinski Isabel war mehr als einmal gedemütigt worden Von Karewitsch und vielen anderen Männern Sie hat Ihnen ausführlich Ihre Geschichte erzählt, nicht wahr? Und noch vieles mehr Ja, Sie kennen solche Geschichten zu Genüge Hören quasi an jedem Arbeitstag davon Es hat Sie wahnsinnig gemacht, von all diesen Verbrechen zu erfahren Und die Männer, die dafür verantwortlich waren, nicht zur Rechenschaft ziehen zu können Sich eine so machtvolle Position erarbeitet zu haben Und doch machtlos zu sein Mara wartete ab, ehe sie fortfuhr Die Vergewaltigungen spielten bei den Ermittlungen gegen Karewitsch bestimmt noch nicht einmal eine Rolle Nebensächlichkeiten Kleinkram Er hatte so viel auf dem Kerbholz Da fiel das praktisch gar nicht ins Gewicht Und wie hätte man ihm etwas beweisen können? Das alles hat ihnen keine Ruhe gelassen Denn sie waren offensichtlich auch früher schon Männern begegnet Die ungestraft vergewaltigen durften Das war der Punkt, der ihnen besonders zusetzte, oder? Mehr noch als die anderen Verbrechen Richter Lessing war auch so ein Fall Ein Vergewaltiger Niemals angeklagt Niemals zur Rechenschaft gezogen Angelika Taubners Gesicht hatte etwas nahezu Maskenhaftes angenommen Wie gesagt, sprach Mara seelenruhig weiter Isabel war eine Hilfe, als es um Karewitsch ging Aber dann wurde sie zum Problem Sie wollte Geld Sie wollte ihr Schweigen erkaufen Denn sie konnte eins und eins zusammenzählen Und kam darauf, dass sie für Karewitschs Tod verantwortlich sein mussten Oder war Isabel von Anfang an eingeweiht? Mara runzelte kurz die Stirn Wie auch immer Es war ihnen recht Isabel hatte ihnen geholfen Sollte die Kleine also ruhig entschädigt werden Mit Geld Aber das genügte Isabel nicht, richtig? Sie wollte auch ein Dach über dem Kopf und einen sorglosen Alltag Und den sollten sie finanzieren Vielleicht wollte sie sich noch einen Sportwagen zulegen Und zu einem ausgedehnten Karibikurlaub aufbrechen Jedenfalls hatte sie Geschmack an ihren Euros gefunden Und verlangte mehr davon Also haben sie ihr eines Abends einen Überraschungsbesuch abgestattet Und sie hatten nicht etwa vor, mit Isabel über ihre Forderungen zu diskutieren Nein Sie waren in schwarz erschienen In praktischer Kleidung Hatten sogar eine Skimaske dabei Falls irgendwer sie sehen würde Wahrscheinlich haben sie Isabel, als sie ihm die Tür öffnete Direkt die Pistole an den Kopf gehalten Und sie ins Haus gedrängt Und dort Haben sie kurzen Prozess gemacht Dann wurden sie dummerweise von mir gestört Sie haben nicht nur einen Dickschädel, Frau Bilinski Sondern auch eine blühende Fantasie So Mara zuckte mit einer Augenbraue Ich wette, das Nummernkonto, von dem reichlich Geld auf Isabels Konto gewandert ist Gehört Ihnen Wer würde denn noch mit Ihnen wetten, Frau Bilinski? Ein Beweis liegt nach wie vor nicht auf dem Tisch Ich habe auch keine Beweise Entgegnete Mara ruhig Sie zog das gesplitterte Plastikstück der Autorückleuchter aus der Innentasche ihrer Lederjacke Ist auf dieses Ding hier Doch wie ich Sie einschätze, haben Sie das Rücklicht Ihres Fahrzeugs zügig reparieren lassen Angelika Taubner lachte noch einmal auf Ein seltsam heiserer Laut Frau Bilinski Ich habe Klimt vorhin eine SMS geschickt Er wird sicher gleich hier sein Dann steht Ihr Wort gegen meins Und was schätzen Sie Wem wird man Ihr Glauben schenken? Einer mittlerweile ziemlich gerupften Krähe oder Oder einem erfolgreichen, über jeden Zweifel erhabenen, makellos schönen Schwan? Dann fiel Mara ihr ins Wort Im ersten Moment wird man Ihnen glauben Und einen zweiten Moment wird es leider nicht für Sie geben Doch Denn ich werde nicht locker lassen Nicht einmal, wenn man mich auf den Mars versetzen würde Ich bin mir sicher, dass Sie diese vier Männer und zudem Isabel umgebracht haben Und ich werde mir Gehör verschaffen Sie haben weder handfeste Beweise noch ein Motiv Mara nickte Das Motiv Richtig Da haben Sie mich Wenigstens sehen Sie es ein Die Staatsanwältin warf ihr einen gönnerhaften Blick zu Isabel, die Erpresserin Ermordet Und Karewitsch, Pohl, Köbische, Lessing Allesamt vergewaltiger Nicht einfach nur ermordet Sondern vorher bestialisch gequält Ein grauenhafter Tod Mara betrachtete sie abwägend Wissen Sie, Frau Taubner Vor kurzem hatte ich ein grauenhaftes Erlebnis Mir wurde eine Falle gestellt Sie waren zu dritt Sie überwältigten mich Sie rissen mir die Hose herunter Und es war klar, was sie beabsichtigten Ich hatte davor mehr Angst als vor dem Tod Und ich wusste, wenn ich diese Nacht überleben würde Dann würde ich dieses Erlebnis für immer mit mir herumtragen An jedem einzelnen Tag Ich wusste, dass es eine andere Form von Tod sein würde Dass etwas in mir absterben würde Kam es zu der Vergewaltigung? Fragte die Staatsanwältin Ohne eine Regung erkennen zu lassen Nein, ein Freund stand mir bei Gerade noch rechtzeitig Aber dieser Moment Das Bewusstsein, dass diese drei Fremden gleich etwas mit mir machen würden Sie verstummte Ein Moment der Stille Seien Sie froh, dass Sie davongekommen sind, Frau Belinsky Maras Blick bohrte sich in das plötzlich wieder maskenhafte Gesicht der Staatsanwältin Sie sind nicht davongekommen, oder? Angelika Taubner erwiderte nichts Ihnen ist das auch passiert, Frau Taubner, nicht wahr? Mara hörte nicht auf, ihr unentwegt direkt in die Augen zu sehen Irgendwann einmal Und in ihrem Berufsleben sind ihnen immer wieder ähnliche Fälle begegnet Frauen, die vergewaltigt, erniedrigt, misshandelt wurden Und Schaden an ihrer Seele erlitten hatten Und Männer, die sich nicht dafür zu verantworten hatten Die Staatsanwältin sagte nichts Zum ersten Mal verloren ihre Augen die Intensität Ihre Gedanken wanderten offenbar woanders hin Viele solcher Fälle Redete Mara weiter Fälle, die nie zur Verhandlung kamen Fälle, die einen fertig machen Auszehren Und da war natürlich die Erinnerung an das, was ihnen selbst geschehen ist Irgendwann konnten sie es nicht mehr mit ansehen Genau wie ihre Freundin Die Jugendrichterin Hendrike Feil hat mir von ihr berichtet Nur, dass die Verzweiflung Die Ohnmacht Die Ungerechtigkeit Sie, Frau Taubner Nicht in den Selbstmord getrieben haben Sondern in einen Rachefeld zog Kein Amoklauf Sondern etwas Das Planung bedurfte Und einer gewissen Vorbereitung Sie haben deswegen sogar trainiert Nicht wahr? Sie wollten stark sein Kräftig Physisch wie psychisch Ich konnte vorhin nicht umhin Ihre Fitness Ihre Muskulatur zu bewundern Die Staatsanwältin blinzelte kurz Kaum wahrnehmbar Holte sich wieder in die Unmittelbarkeit des Moments zurück Gar nicht mal schlecht, Frau Belinsky Mein Kompliment? Genau deswegen gaben sie sich zunächst hilfsbereit Als ich den Kariewicz-Mord zugeteilt bekam Sie dachten Wenn ich Vertrauen zu ihnen fassen würde Wüssten sie jederzeit sofort darüber Bescheid Wie ich vorankäme Aber das war lediglich eine Vorsichtsmaßnahme Denn im Grunde Gingen sie davon aus Dass ihnen von mir sowieso keine Gefahr drohte Als ich allerdings hartnäckiger wurde Bestärkten sie Klimt dann doch lieber darin Mich wieder aus dem Rennen zu nehmen Glauben sie mir Erwiderte die Staatsanwältin Darin brauchte man ihn nicht zu bestärken Ich bin trotzdem dran geblieben Sagte Mara schlicht Der Blick aus den klaren blauen Augen Erfasste Mara ganz direkt Wie ich schon sagte Mein Kompliment Und ich bin außerdem absolut überzeugt Dass mit Richter Lessing Nicht Schluss sein sollte Oder? Gibt es für Rache wirklich ein Maß? Ja Vielleicht wenn man es auf einen einzigen Menschen abgesehen hat Der einem Leid zugefügt hat Bei ihnen jedoch verhielt es sich anders Sie starteten ihren Rachefeldzug nicht nur für sich Sondern für alle vergewaltigten Frauen Für Selina Isabelle Für all die Namenlosen Mara hielt kurz inne Ehe sie anfügte Doch damit ist es nun vorbei Es gibt so viele Schweinehunde Sagte Angelika Taubner unvermittelt Das ist wahr Aber man kann sie nicht alle abschlachten Ein Funkeln in den Augen der Staatsanwältin Man kann es wenigstens versuchen Sie haben also noch ein paar Namen auf ihrer Liste Nicht nur ein paar Sondern etliche Frau Belinski Aber lassen wir das Bei ihren ersten drei Opfern Hielt sich das öffentliche Mitleid in Grenzen Bei einem Mann wie Lessing ist das natürlich anders Mara ließ den Satz in der Luft hängen Das war mir vorher durchaus klar Sie hätten sich vor Lessing weitere Kandidaten vorknöpfen können Deren Ende weniger starke Reaktionen hervorgerufen hätte Die Staatsanwältin erwiderte ihren Blick Schon möglich Aber sie haben nicht warten können Nicht warten wollen Denken sie das? Mara nickte Er war es Richter Lessing Er war was? Er hat sie vergewaltigt Die Französin war kein Einzelfall, oder? Es war kein Kurzschluss gewesen Damals bei der Party Es hatte nicht nur am Alkohol gelegen Die Staatsanwältin schüttelte den Kopf Nein, kein Kurzschluss Nicht zu viel Alkohol Er hat viele, viele junge Frauen angetatscht Erniedrigt Sexuell genötigt Vergewaltigt Jahrelang Jahrzehntelang Die perfekte Fassade des ehrenwerten Saubermanns Er hat mich 22 Mal vergewaltigt Alles mit mir getan, wozu er gerade Lust hatte Mich in Fallen gelockt Sich dafür vorher Alibis verschafft Und mir das ganz nonchalant mitgeteilt Ich war 21 Und je öfter er mir wehgetan hat Desto mehr hat er mir an der Uni geholfen Desto mehr hat er dafür gesorgt, dass ich weiterkam Prüfungen bestand Beziehungen knüpfen konnte Meine Karriere war ein Schnelldurchlauf Ich habe mich kaufen lassen Ohne dass er es je ausgesprochen hätte Er hat mich dazu gebracht, es mir gefallen zu lassen Er hat mich dazu gebracht, zu glauben So wäre das nun einmal Das wäre eben die Welt der Erwachsenen Der Erfolgreichen Der Überdurchschnittlichen Ich verdrängte es Versuchte es auszuschalten Natürlich war ich nicht die Erste, bei der er das tat Und nicht die Letzte Zum ersten Mal stockte sie Doch nur kurz Es hat Jahre gedauert, um sich einreden zu können Dass man darüber hinweggekommen wäre Und noch mehr Jahre, um einzusehen Dass man niemals darüber hinwegkommen kann Sie hob den Kopf Sah zur Decke Dann wieder zu Mara Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen Nicht mit den Eltern Nicht mit Freunden Nicht mit Leidensgenossinnen Nicht mit Therapeuten Bis zu diesem Tag Nur mit ihnen Es ist vorbei Wiederholte Mara leise Ihr Rachefeldzug ist vorbei Die Staatsanwältin richtete sich auf Holte tief Luft Und plötzlich stürmte sie auf Mara zu In der Hand den Brieföffner In Form eines Schwertes Mara versuchte auszuweichen Schaffte es jedoch nicht ganz Ein Schmerz in ihrem linken Oberarm In den die Klinge eindrang Während sie mit der rechten die Waffe zog Und einmal zuschlug Der Lauf traf auf den Kopf der Staatsanwältin Die sofort zu Boden sank Der blutverschmierte Brieföffner Fiel polternd zu Boden Mara wich zwei Schritte zurück Verzichtete aber darauf Ihre Pistole auf Angelika Taubner zu richten Die Staatsanwältin rappelte sich auf Sie rieb sich den Kopf Überprüfte ihre Handfläche Auf der Blut zu sehen war Mara betrachtete die Frau Ihre weiße Bluse Ihre langen nackten Beine Ihre schmalen Füße Etwas glomm plötzlich in Maras Innerem auf Und es war nicht der Abscheu vor der Art Wie die Staatsanwältin den Weg der Rache beschritten hatte Da war noch etwas anderes Vielleicht nicht gerade Bewunderung für diese Frau Aber doch Verständnis Auf einmal ertönte das Geräusch von Schritten Klimt und Rosen stürmten Waffen im Anschlag Durch die nach wie vor offen stehende Glasschiebetür Die zum Garten führte Die Mündung von Klimts Dienstpistole War auf Mara gerichtet Welinski, Waffe weg! Mara ließ ihre P30L fallen Und fasste sich an ihren verletzten Arm Ihr entging nicht der bedauernde Blick Den Rosen ihr zuwarf Frau Taubner, sind Sie halbwegs okay? Fragte Klimt Die Staatsanwältin beachtete ihn nicht einmal Bilinski, Sie sind erledigt! Zischte er Das schwöre ich Ihnen Ich werde dafür sorgen, dass Sie für alles zur Verantwortung gezogen werden und Lassen Sie Frau Bilinski in Ruhe Schnitt Angelika Taubner ihm das Wort ab Noch immer ohne ihn oder sonst jemanden anzusehen Sie starrte mit müden, banal, leblos wirkenden Augen auf den Boden Was? Lafte Klimt entgeistert Lassen Sie sie in Ruhe Wiederholte die Staatsanwältin Ich bin es, die zur Verantwortung gezogen werden muss Jetzt gab es ein weiteres Grab, zu dem es Mara Bilinski regelmäßig hinzog Um die Mittagszeit war sie dort gewesen Eine stille, einsame Stunde auf dem Friedhof Für ihre Mutter hatte sie eine Rose dabei gehabt, eine weitere für Carlos Borke Nun war es schon fast zwei Uhr nachmittags Sie wollte ihre Pause nicht noch weiter ausdehnen, sondern zurück ins Präsidium fahren Es war keine Rede mehr davon, dass sie nicht mehr zum Team gehören sollte Klimt ging ihr aus dem Weg Und wenn es ihm einmal nicht möglich war, dann verhielt er sich ihr gegenüber betont sachlich Tja, und Rosen? Mal sehen, wie sie in Zukunft mit ihm zurechtkäme Ob er endlich seinen Hintern hochbekommen und ein richtiger Bulle werden würde Sie schmunzelte Die Presse hatte sich wie ein Wolfsrudel auf die mordende Staatsanwältin gestürzt Den Unterweltripper gab es nicht mehr Jetzt war nur noch von dem schönen, blonden Racheengel die Rede Der einen Feldzug gegen Vergewaltiger gestartet hatte Die Geschichte hatte eine Menge Staub aufgewirbelt Angelika Taubner wartete auf ihren Prozess Wie es hieß, reagierte sie weder auf Interviewanfragen noch auf Buchverträge, die ihr angeboten wurden Mara fuhr mit der Hand über ihren Oberarm Er schmerzte fast gar nicht mehr Aber eine Narbe als Andenken an die Staatsanwältin war ihr sicher Auf jeden Fall würde Mara genau verfolgen, wie es mit dieser Frau weiterging Die ganze Stadt, das gesamte Land würde das tun Viele verurteilten, dass Angelika Taubner das Gesetz in die eigenen Hände genommen hatte Erst recht den Sadismus, den sie dabei an den Tag gelegt hatte Und dennoch Ihre Beweggründe waren für zahlreiche Menschen, Frauen wie Männer, nachvollziehbar Die öffentliche Diskussion um Vergewaltigungsopfer, Vergewaltiger Und das Strafmaß für Vergewaltigung hatte sich neu entfacht und wurde zusehends hitziger geführt Mara erinnerte sich ganz lebhaft an die Situation in Angelika Taubners Wohnung Und daran, dass es ihr selbst ähnlich gegangen war Sie empfand durchaus Abscheu vor den Taten der Staatsanwältin Doch in ihrem tiefsten Inneren konnte sie sie verdammt gut verstehen Und auch die Erinnerung an die furchtbare Situation in dem Kirchhof flammte in ihr immer wieder auf Seither stellte sie sich Fragen, die sich gewiss alle Frauen auf der Welt schon einmal gestellt hatten Wie wärst du damit umgegangen, wenn dir das widerfahren wäre? Wie hättest du es verarbeitet? Wie hätte es dich verändert? Die dichten Wolken über der Stadt bekamen Risse Ein paar Sonnenstrahlen drangen durch Doch die Luft war rau und kalt Es roch nach dem Winter, der vor der Tür stand Mara fragte sich, was er wohl bringen würde Immerhin befand sich noch ein gewisser Novian auf freiem Fuß Jener Mann, der für Carlos Borkes Tod verantwortlich war Sie schloss für ein paar Sekunden die Augen Weitere Bilder aus den letzten Wochen blitzten in ihrem Kopf auf Grell und intensiv In der Tat Turbulente, gefahrvolle Wochen Doch das war Frankfurt Ihr Frankfurt Und sie war wieder da Sie hatte sich festgebissen Und sie würde nicht locker lassen Mara machte sich auf den Weg zu ihrem Auto Und dachte an den Termin, den sie für Samstag ausgemacht hatte In einem Tattoo-Studio, das im Herzen des Bahnhofsviertels lag Es wurde höchste Zeit für eine neue Tätowierung Das Motiv stand natürlich längst fest Wie traurig, dass Carlos Borkes niemals die schwarze Krähe auf ihrer Haut würde sehen können Sie hörten Blinde Rache Von Leo Born Gelesen von Sabina Gudetz Eine Produktion von Lübbe Audio 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017